Sie hören Rigor Mortis. Ein neuer Fall für Roy Grace von Peter James. Aus dem Englischen von Susanne Goga-Klinkenberg. Gelesen von Hans-Jürgen Stockerl. Ein Hörbuch des Argon-Verlags. Am Morgen des Unfalls verschlief Carly, weil sie vergessen hatte, den Wecker zu stellen. Sie erwachte mit einem schrecklichen Kater, halb zerquetscht unter einem feuchten Hund, während aus dem Zimmer ihres Sohnes das irre Dröhnen von Trommeln und Becken herüberdrang. Außerdem regnete es in Strömen. Sie blieb einen Augenblick liegen, um einen klaren Kopf zu bekommen. Sie hatte einen Termin bei der Fußpflegerin, die ein schmerzhaftes Hühnerauge entfernen sollte, und in knapp zwei Stunden würde ein verhasster Mandant in ihrem Büro auftauchen. Sie merkte schon, es war einer jener Tage, die schlimm begannen und nur noch schlimmer werden konnten. Genau wie das Getrommel. »Tyler!« brüllte sie. »Hör auf damit, Herrgott noch mal! Bist du fertig?« Otis sprang vom Bett und bellte wütend sein Spiegelbild an. Das Schlagzeug verstummte. Sie taumelte ins Badezimmer und schluckte zwei Paracetamol. »Ich bin nicht gerade ein Vorbild für meinen Sohn,« dachte sie. »Ich bin nicht mal ein Vorbild für meinen Hund.« Wie aufs Stichwort tappte Otis ins Badezimmer, die Leine erwartungsvoll in der Schnauze. »Was gibt's zum Frühstück, Mom?« rief Tyler. Sie starrte ihr Spiegelbild an. Zum Glück war der größte Teil ihres 41-jährigen Gesichts, das an diesem Morgen eher wie 241 aussah, hinter dem zerzausten, blonden Haar verborgen. »Arsen!« Ihre Kehle war rauf und zu vielen Zigaretten. »Mit Zyankali und Rattengift gewürzt!« Otis kratzte mit der Pfote auf den Fliesen. »Tut mir leid, kein Spaziergang, nicht heute Morgen. Später. Okay?« »Das gab's schon gestern,« rief Tyler. »Hat aber nicht funktioniert, oder?« Sie drehte die Dusche auf, wartete, bis das Wasser warm wurde, und stieg hinein. Stuart Ferguson saß in Jeans, Sicherheitsstiefeln und Firmen-Overall hoch oben im Führerhaus und wartete auf Grün. Die Scheibenwischer waren eingeschaltet. Der Berufsverkehr quälte sich unter ihm über die Old Shoreham Road in Brighton. Der Motor seines 24-Tonner-Sattelschleppers, eines Kühltransporters von Volvo, hüllte seine Beine von unten in warme Luft. Es war Ende April, doch der Winter hielt das Land noch fest im Griff, und heute Morgen war er im Schnee gestartet. Er gähnte und schaute genervt in den trüben Morgen. Dann nahm er einen großen Schluck Red Bull. Er steckte die Dose in die Halterung, fuhr sich mit den feuchten, fleischigen Fingern über den rasierten Kopf und trommelte auf dem Lenkrad den Rhythmus von »Bad Out of Hell«, das laut genug aufgedreht war, um die toten Fische hinter ihm zu wecken. Er hatte sich gestern Nachmittag auf den Weg gemacht und war von Aberdeen aus durchgefahren. 750 Kilometer laut Tacho. Er war 18 Stunden fast ohne Pause unterwegs, hatte nur einmal in Newport-Pagnell etwas gegessen und vor ein paar Stunden ein Nickerchen in einer Haltebucht gemacht. Ohne den Unfall am Autobahnkreuz M1-M6 wäre er pünktlich um acht hier gewesen, also vor einer Stunde. Als er routinemäßig einen Blick aufs Armaturenbrett warf, um Öldruck und Temperaturanzeige zu prüfen, sprang die Ampel um. Er schaltete in den ersten Gang und gab Gas, als er die Kreuzung zur Boundary Road überquerte und die steile Straße hinunter zum Meer fuhr, das einen knappen Kilometer entfernt lag. Zuerst war er bei Springs gewesen, einer Lachsräucherei einige Kilometer nördlich in den Sussex Downs. Jetzt musste er noch den Rest seiner Ladung beim Tesco-Supermarkt im Homebush-Center am Stadtrand abliefern. Danach würde er nach New Haven fahren, seinen Wagen mit gefrorenem Lamm aus Neuseeland beladen, ein paar Stunden am Hafen schlafen und wieder nach Schottland zurückkehren. Zu Jesse. Er vermisste sie. Normalerweise hätte er sich auf dem Hinweg ein paar Stunden Zeit genommen, um richtig zu schlafen, so wie es die gesetzlichen Vorschriften verlangten. Aber die Warnlampe der Kühlvorrichtung blinkte und die Temperatur stieg stetig. Er konnte es nicht riskieren, dass seine wertvolle Ladung aus Muscheln, Krabben, Garnelen und Lachs verdarb. Also musste er weiterfahren. Vor ihm leuchtete ein rotes Licht. Dann senkte sich eine Schranke. Der Bahnübergang Portslate. Die Fahrzeuge bremsten und kamen zum Stehen. Mit zischenden Bremsen hielt auch er an. Links von ihm stemmte sich ein blonder Mann gegen den Regen und schloss die Tür eines Maklerbüros namens Rand & Co. auf. Stuart fragte sich, wie es wohl wäre, einen solchen Job zu haben. Morgens aufzustehen, ins Büro zu fahren und abends zu seiner Familie heimzukehren, statt endlose Tage und Nächte allein im Lastwagen zu verbringen. Nur wusste er, dass er mit einem solchen Job nicht glücklich wäre. Er liebte die Freiheit der Straße. Er brauchte sie. Aus der Ferne mochte vieles besser aussehen. Aber wenn er eins gelernt hatte, dann, dass überall Scheiße herumlag. Und irgendwann trat man rein. Tony hatte ihr den Spitznamen Santa gegeben. Da Susie, an dem verschneiten Dezember-Nachmittag, an dem sie in dem Haus seiner Eltern in den Hamptons zum ersten Mal miteinander geschlafen hatten, dunkelrote Satan-Unterwäsche getragen hatte. Für ihn war das wie ein Geschenk zu Weihnachten gewesen. Seit jenem Tag waren sie völlig hin und weg voneinander. So sehr, dass Tony Revere das Vorhaben eines MBA-Studiums in Harvard aufgegeben hatte und stattdessen mit Susie von New York nach England gezogen war. Sehr zum Verdruss seiner dominanten Mutter. Nun studierten beide an der University of Brighton. »Du Faulpelz«, sagte er, »du gottverdammter Faulpelz!« »Na und?« »Ich habe heute keine Vorlesungen. Aber es ist halb neun.« »Weiß ich doch.« »Ich habe dich schon um acht gehört, dann um viertel nach, dann um fünf vor halb.« »Ich brauche meinen Schönheitsschlaf«, er schaute auf sie hinunter. »Du bist schön genug.« »Soll ich dir mal was sagen?« »Wir haben uns seit Mitternacht nicht mehr geliebt.« »Hast du mich über?« »Sieht so aus.« Sie hob die Hand und packte ihn sanft, aber energisch, unterhalb der Gürtelschnalle. Sie grinste, als er aufkeuchte. »Komm wieder ins Bett.« »Ich muss zu meinem Tutor, und danach habe ich eine Vorlesung.« »Worüber?« »Galbraithsche Herausforderungen an die heutige Erwerbsbevölkerung.« »Mensch, du Glückspilz!« »Du weißt, was passiert, wenn ich in diesem Semester keine guten Noten bekomme.« »Dann musst du heim in die Staaten zu Mami.« »Du kennst doch meine Mutter.« »Du hast also Angst vor ihr.« »Vor meiner Mutter haben alle Angst.« Susi setzte sich auf und schob ihr langes, dunkles Haar nach hinten. »Mehr als vor mir?« »Ist das der Grund, warum du hergekommen bist? Bin ich nur eine Ausrede, um vor ihr wegzulaufen?« Er beugte sich hinunter und küßte sie, schmeckte ihren schläfrigen Atem. »Habe ich dir schon mal gesagt, dass du hinreißend bist?« »Etwa tausendmal.« »Du bist auch hinreißend.« »Habe ich dir das schon mal gesagt?« »Etwa tausendmal. Du bist wie eine Schallplatte, die hängen geblieben ist.« Er hängte sich den Rucksack über die Schultern. Sie schaute ihn an. Er war groß und schlank, hatte das kurze, dunkle Haar zu unregelmäßigen Stacheln gegelt und trug einen Dreitagebart, den sie gern am Gesicht spürte. »Wann kommst du zurück?« »Sobald ich kann.« »Das ist nicht bald genug.« Er küsste sie noch einmal. »Ich liebe dich.« »Ich vergöttere dich.« Sie wedelte mit den Armen. »Mehr!« »Du bist das unglaublichste, schönste, liebenswerteste Geschöpf auf diesem Planeten.« »Mehr!« »In jeder Sekunde, die ich von dir getrennt bin, vermisse ich dich immer und immer und immer mehr.« Wieder wedelte sie mit den Armen. »Mehr!« »Jetzt wirst du allmählich gierig.« »Du machst mich gierig.« »Ich muss los, bevor es zu spät ist.« Er küsste sie noch einmal, setzte sich eine Baseballkappe auf und schob sein Mountainbike aus der Wohnung hinaus in den kalten, windigen Aprilmorgen. Als er die Haustür hinter sich schloss, atmete er tief die salzige Seeluft ein und schaute auf die Uhr. In zwanzig Minuten musste er bei seinem Tutor sein. Wenn er wie ein Irrer in die Pedale trat, könnte es gerade noch klappen. »Die Geräusche machen mich wahnsinnig«, sagte Carly. Tyler beugte sich auf dem Beifahrersitz ihres Audi Cabriolets über sein iPhone und konzentrierte sich ganz auf sein bescheuertes Spiel namens Angry Birds. Warum nur musste alles, was er machte, mit Lärm verbunden sein. »Wir sind spät dran«, sagte er, ohne aufzublicken, und spielte weiter. »Klaun, quick, attra, 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 attra.« »Tyler, bitte, ich habe Kopfschmerzen.« »Ach ja?«, er grinste. »Dann hättest du dich gestern Abend nicht so volllaufen lassen sollen. Wieder mal.« Sie zuckte zusammen, als sie den Ausdruck hörte. »Du hättest dich gestern Abend auch volllaufen lassen, um diesen Volltrottel zu ertragen.« »Geschieht ja ganz recht bei deinen Blinddates.« »Danke vielmals.« »Keine Ursache.« »Ich komme zu spät zur Schule, das gibt Ärger.« Er schaute angestrengt durch seine ovale Nickelbrille. »Ich rufe an und erkläre es.« »Du rufst immer an und erklärst es. Du bist verantwortungslos. Vielleicht sollte ich in eine Pflegefamilie gehen.« »Das wünsche ich mir schon seit Jahren.« Sie schaute durch die Windschutzscheibe auf die rote Ampel und den steten Verkehrsstrom, der sich vor ihnen über die Kreuzung quälte. Dann sah sie wieder auf die Uhr. Acht Uhr sechsundvierzig. Mit etwas Glück konnte sie Tyler an der Schule absetzen und rechtzeitig bei der Fußpflegerin sein. Toll. Was für ein Morgen. Zuerst ein Hühnerauge entfernen, dann ihr Mandant, Mr. Häufchen Elend. Kein Wunder, dass seine Frau ihn verlassen hatte. »Sie tut wirklich weh. Immer noch, Mom.« »Was denn?« »Ach so, deine Zahnspange.« Tyler berührte seinen Mund. »Sie ist zu eng.« »Ich mache einen Termin beim Kieferorthopäden.« Tyler nickte und konzentrierte sich wieder auf sein Spiel. Die Ampel sprang um. Sie nahm den rechten Fuß von der Bremse und gab Gas. Als die Nachrichten kamen, stellte sie das Radio lauter. An der nächsten Ampel bog sie nach rechts in die New Church Road und nahm einem Lastwagen die Vorfahrt, der wütend hubte. »Willst du uns umbringen?« »Nicht uns. Nur dich.« »Es gibt Behörden, die Kinder vor Eltern wie dir schützen.« Sie streckte den linken Arm aus und fuhr ihm durch das zerzauste, braune Haar. Er zog den Kopf weg. »Hey! Nicht durcheinander machen!« Sie warf ihm einen liebevollen Blick zu. Noch keine dreizehn, und schon waren die Mädchen hinter ihm hier. Er wurde seinem Vater mit jedem Tag ähnlicher, entwickelte die gleiche, raue Attraktivität. Manchmal erinnerte sein Gesichtsausdruck sie viel zu sehr an Cass. Dann kamen ihr auch nach fünf Jahren noch die Tränen. Um kurz nach neun hielt sie vor dem roten Tor der St. Christopher School. Tyler löste den Sicherheitsgurt und griff nach seinem Rucksack. »Hast du Friendmapper eingeschaltet?« Er schaute sie mitleidig an. »Ja, natürlich. Aber ich bin kein Baby mehr.« Friendmapper war eine GPS-App auf dem iPhone, mit der sie jederzeit feststellen konnte, wo er sich befand. »Solange ich für dein iPhone bezahle, bleibt es drin. So war es abgemacht.« »Du bist eine überbesorgte Mutter. Das könnte mich emotional ganz schön schädigen.« »Das Risiko muss ich eingehen.« Er stieg aus dem Auto und hielt zögernd die Tür fest. »Du solltest wieder ein eigenes Leben führen.« »Das hatte ich, bevor du geboren wurdest.« Er lächelte und knallte die Tür zu. Sie schaute ihm kurz nach, als er über den verlassenen Schulhof ging. Alle anderen Schüler waren bereits im Gebäude. Wann immer sie ihn aus den Augen ließ, hatte sie Angst um ihn. Nur wenn sie auf ihr iPhone schaute und den pulsierenden, dunkelroten Punkt sah, der ihr seinen Aufenthaltsort verriet, war sie beruhigt. Carly wendete den Wagen und fuhr in Richtung Portland Road. Sie fuhr schneller als erlaubt, weil sie den Termin einhalten wollte. Ihr Handy meldete eine SMS. Als sie die Einmündung zur Hauptstraße erreichte, warf sie einen Blick darauf. »War toll gestern Abend. Möchte dich wiedersehen. Kiss, kiss, kiss.« »Träum weiter, Schätzchen.« Sie schauderte, wenn sie nur an ihn dachte. »Dave aus Preston in Lancashire.« »Preston Dave«, hatte sie ihn bei sich genannt. Immerhin hatte sie ein ehrliches Foto von sich in der Single-Base hochgeladen, jedenfalls halbwegs ehrlich. Sie suchte ja auch keinen Mr. Universum. Nur einen netten Mann, der nicht fünfzig Kilo schwerer und zehn Jahre älter als auf seinem Foto war und den ganzen Abend nur davon redete, wie wunderbar er sei und wie toll die Frauen ihn im Bett fänden. War das zu viel verlangt. Der Gipfel aber war gewesen, dass der knauserige Kerl sie in ein unpassend teures Restaurant eingeladen und am Ende vorgeschlagen hatte, die Rechnung zu teilen. Sie hielt den Fuß auf der Bremse, beugte sich vor, nahm das Handy aus der Halterung und löschte entschlossen die SMS. Zufrieden steckte sie es wieder zurück. Dann bog sie vor einem weißen Lieferwagen nach links ab und gab Gas. Der Fahrer des Lieferwagens hupte und betätigte wütend die Lichthupe. Dann hängte er sich an ihrer Stoßstange. Sie streckte zwei Finger in die Höhe. In den kommenden Tagen und Wochen würde sie noch bitter bereuen, dass sie die SMS gelesen und gelöscht hatte. Hätte sie nicht jene kostbaren Sekunden an der Einmündung gewartet und an ihrem Handy herumgefummelt, sondern wäre eine halbe Minute früher nach links abgebogen, wäre alles ganz anders verlaufen. »Schwarz«, sagte Glenn Branson, der den großen Golfschirm über ihre Köpfe hielt. Detective Superintendent Roy Grace schaute zu ihm hoch. »Schwarz? Das ist die einzige Farbe!« Mit seinen 1,78 war Roy Grace gute 15 Zentimeter kleiner als sein jüngerer Kollege und Freund und deutlich weniger schick gekleidet. Mit beinahe 40 war er kein hübscher Mann und sah auch nicht aus wie ein Filmstar. Er hatte ein freundliches Gesicht mit einer schiefen Nase, die ihm ein etwas raues Aussehen verlieh. Er hatte sie sich dreimal gebrochen. Einmal bei einer Schlägerei und zweimal auf dem Rugbyplatz. Er trug das blonde Haar kurzgeschnitten und hatte klare blaue Augen, die an Paul Newman erinnerten. Er kam sich vor wie ein Kind im Süßwarenladen, als er dastand, die Hände tief in den Taschen seines Anoraks vergraben und den Blick über die gebrauchten Alfa-Romeos schweifen ließ, die auf dem Parkplatz des Händlers standen. Alle glänzten vor Politur und Regenwasser. »Ich mag Silber, dunkelrot und marineblau.« Seine Stimme ging fast im Lärm eines Lastwagens unter, der hinter ihnen hupend über die Hauptstraße fuhr. Detective Sergeant Branson, der einen cremefarbenen Regenmantel von Burberry und glänzende, braune Loafer trug, sagte, »Schwarz ist einfach die schönste Farbe.« »Das wird sich auch auszahlen, wenn du den Wagen wieder verkaufen willst. Außer natürlich, du willst ihn über eine Klippe fahren, so wie den letzten.« Sehr witzig. Roy Grace hatte seinen geliebten braunen Alfa-Romeo 147 bei einer Verfolgungsjagd im vergangenen Herbst zu Schrott gefahren und seither mit der Versicherung im Clinch gelegen. Erst vor Kurzem hatten sie sich auf einen jämmerlichen Vergleich geeinigt. »An sowas musst du denken, Oldtimer. Du näherst dich der Pensionierung, da musst du auf dein Geld achten.« »Ich bin 39, aber die 40 naht. Danke für die Erinnerung.« »Na ja, in deinem Alter lässt das Gedächtnis allmählich nach.« »Klappe. Außerdem ist Schwarz die falsche Farbe für einen italienischen Sportwagen.« »Es ist immer die beste Farbe.« Branson klopfte sich auf die Brust. »Sieh mich an.« »Ja.« »Was siehst du?« »Einen großen, kahlköpfigen Typen mit einem grausamen Krawattengeschmack.« »Die ist vom Paul Smith,« erwiderte sein Kollege nur leicht gekränkt. »Was ist mit meiner Hautfarbe? Die darf ich laut allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz nicht erwähnen.« Branson verdrehte die Augen. »Schwarz ist die Farbe der Zukunft.« »Na ja, ich bin so alt, dass ich das ohnehin nicht mehr erlebe, vor allem nicht, wenn ich weiter hier im Regen stehe. Mir ist eiskalt. Sieh mal, der gefällt mir.« Grace deutete auf ein rotes, zweisitziges Cabrio. »Träum weiter. Du wirst bald Vater schon vergessen.« »Was du brauchst, ist so etwas.« Glenn Branson deutete auf einen Renault Espace. »Danke. Ich stehe nicht auf Familienkutschen.« Grace ging einen Schritt auf einen schlanken, zweitürigen, silbernen Alpha Brera zu und schaute ihn sehnsüchtig an. »Den nicht,« sagte Branson, der ihm mit dem Regenschirm gefolgt war. »Zwei Türen. Wie willst du das Baby hinten reinsetzen?« Grace starrte den Brera an. Er war eines der schönsten Autos, das er je gesehen hatte. Er trat etwas näher heran. Da klingelte sein Handy. Es war Cleo, die in der 26. Woche schwanger war. Sie hörte sich fürchterlich an und konnte kaum sprechen. »Roy,« keuchte sie, »ich bin im Krankenhaus.« Er hatte genug von Mietlauf. Als sich die Bahnschranke hob, wechselte Stuart Ferguson zu einem Album von Erky Brooks. Die ersten Takte von »Pulse, a Singer« erklangen. Der Song, der bei seiner ersten Verabredung mit Jesse im Pub gelaufen war. Er lächelte, als er über die Bahngleise rollte und einen wackeligen Mopedfahrer im Auge behielt, der vor ihm fuhr. Die Scheibenwischer bewegten sich stetig hin und her. Er sehnte sich nach Jesse. Der Song war wunderschön und schmerzlich zugleich. Heute Abend würde er sie endlich wieder in den Armen halten. »In hundert Metern nach links abbiegen«, kommandierte die Frauenstimme in seinem Navi. »Ja, Chef«, knurrte er und schaute auf den Bildschirm, wo ein Pfeil ihn von der Boundary Road in die Portland Road schickte. Er setzte den Blinker, schaltete herunter und bremste rechtzeitig, um den schweren Lastwagen zu stabilisieren, bevor er auf der nassen Straße scharf abbog. In der Ferne sah er Scheinwerfer. Ein weißer Lieferwagen bedrängte mit Lichthupe einen anderen Wagen. »Arschloch«, dachte er. »Arschloch«, sagte Kali, als der weiße Lieferwagen ihren ganzen Rückspiegel ausfüllte. Sie hielt sich peinlich genau an das Tempolimit von 50, als sie auf der breiten Straße in Richtung Boundary Road fuhr. Unmittelbar vor ihr parkte er im Lieferwagen vor einem Küchenladen. Zwei Männer luden eine Kiste aus. Sie nahmen ihr die Sicht auf die Seitenstraße unmittelbar dahinter. Kali sah, dass ein LKW auf sie zugefahren kam, doch er war noch weit genug entfernt. Als sie ausscheren wollte, klingelte wieder ihr Handy. Sie warf einen Blick aufs Display und stellte verärgert fest, dass es schon wieder Preston Dave war. Als sie wieder auf die Straße blickte, tauchte plötzlich ein Radfahrer auf, der wie verrückt in die Pedale trat. Er fuhr bei Rot über einen Fußgängerüberweg und kam genau auf sie zu. Einen Moment lang geriet sie in Panik und fürchtete, sie selbst befände sich auf der falschen Straßenseite. Sie riss das Lenkrad nach links, trat auf die Bremse, holperte auf den Bordstein und verfehlte den Radfahrer nur knapp. Ihre Räder blockierten, als sie über das nasse Pflaster rutschten. Die leeren Stühle und Tische vor einem Straßencafé rasten auf sie zu. Als säße sie in der Achterbahn. Gelähmt vor Entsetzen umklammerte Kali das Lenkrad und konnte nur hilflos zusehen, wie die Hausfront des Cafés auf sie zukam. Ein Tisch zersplitterte. Sie hatte den Tod vor Augen. »Oh, Scheiße!« kreischte sie, als die Motorhaube ihres Autos unterhalb des Kaffeefensters gegen die Mauer prallte. Dann ertönte eine ohrenbetäubende Explosion. Sie spürte einen furchtbaren Ruck in der Schulter, ein weißer Schleier stieg auf und es roch nach Schießpulver. Glas zersplitterte auf der verzogenen Motorhaube. »Jesus!« keuchte sie. »Oh Gott! Oh, Jesus!« Autos konnten in Flammen aufgehen. Das hatte sie im Film gesehen. Sie musste raus. In wilder Panik löste sie den Gurt und wollte die Tür öffnen, aber sie bewegte sich nicht. Sie riss am Türgriff. Ihre Panik wuchs. Sie warf sich so fest, sie konnte gegen die Tür. Endlich ging sie auf und Kali purzelte aus dem Wagen, wobei sich ihre Füße im Gurt verfingen. Sie landete schmerzhaft auf dem nassen Pflaster. Einen Moment lang blieb sie liegen und hörte das Heulen einer Sirene über sich. Eine Alarmanlage. Dann erklang ein anderer Ton, diesmal menschlich. Ein Schrei. Hatte sie jemanden angefahren? Verletzt? Ihr Knie und die rechte Hand brannten höllisch, aber sie merkte es kaum, als sie sich aufrappelte, das zerstörte Kaffee betrachtete und über die Straße schaute. Sie erstarrte. Kurz hinter ihr hatte ein Lastwagen angehalten, ein riesiger Sattelschlepper, der seltsam verkantet dastand. Der Fahrer kletterte gerade aus dem Führerhaus. Leute rannten auf die Straße. Sie rannten an einem Mountainbike vorbei, das wie eine abstrakte Skulptur verbogen da lag. Sie rannten an einer Baseballkappe und winzigen Trümmern vorbei, auf etwas zu, das auf den ersten Blick wie ein aufgerollter Teppich aussah, aus dessen einem Ende eine dunkle Flüssigkeit auf den regenschwarzen Asphalt sickerte. Der Verkehr war zum Stillstand gekommen, die laufenden Menschen auch, als hätten sie sich in Statuen verwandelt. Es war, es betrachtete sie ein Bild. Dann stolperte Kali auf die Straße, vorbei an einem Auto. Das Geheul der Sirene übertönte beinahe den Schrei einer jungen Frau mit Regenschirm, die auf dem gegenüberliegenden Gehweg stand und auf den aufgerollten Teppich starrte. Kali verdrängte die Ahnung, dass es etwas anderes sein könnte. Dann sah sie den Turmschuh, der an einem Ende befestigt war, und begriff, dass es kein aufgerollter Teppich war. Es war ein abgetrenntes, menschliches Bein. Dann drehte sich alles, und sie erbrach sich auf die Straße. Um 9 Uhr morgens saßen Phil Davidson und Vicky Donoghue in ihrer grünen Sanitäterkleidung im Krankenwagen, einem Mercedes Sprinter. Sie parkten auf einem Polizeiparkplatz gegenüber vom Urturm in Brighton. Der Rettungsdienst hatte von allen Notdiensten am meisten zu tun, und sie hatten bereits ihren ersten Einsatz hinter sich. Es war ein Notruf der Kategorie B gewesen, eine ältere Dame, die auf der Straße vor ihrem Haus in Rottingdean gestürzt war. Man wusste nie, was als nächstes geschah. Und das gefiel Phil Davidson an seinem Beruf am besten. Keine zwei Tage, keine zwei Notrufe waren gleich. Die Notfälle waren in Kategorien von A bis C eingestuft, die auf dem Display zwischen den Sitzen erschienen, zusammen mit dem Einsatzort und den bekannten Tatsachen, die laufend aktualisiert wurden. Er warf einen Blick auf den Bildschirm, als wollte er den nächsten Einsatz herbeiwünschen. Vicky ging rasch im Starbucks nebenan auf die Toilette. Sie hatte gelernt, jede Gelegenheit zu nutzen, weil man in diesem Job nie wusste, wann man zu tun hatte. Als sie sich wieder hinters Steuer setzte, telefonierte ihr Kollege gerade mit seiner Frau. Es war erst ihre zweite Schicht mit Phil, aber sie arbeitete gerne mit ihm. Er war schlank, drahtig, Ende 30, mit kurz rasiertem Haar und langen Koteletten. Er wirkte wie der Schurke im Film, obwohl er ein ganz lieber Kerl war. Ein weichherziger Softie, der an seiner Familie hing und allen Menschen freundlich und beruhigend begegnete. Außerdem verband sie die gemeinsame Leidenschaft zu ihrem Beruf. Er beendete das Gespräch und schaute wieder aufs Display. Ungewöhnlich still bis jetzt. Nicht mehr lange. Sie saßen schweigend da. Der Regen prasselte auf den Rettungswagen. Weißt du, Phil, es ist komisch, aber ich war seit fast zwei Jahren bei keinem Verkehrsunfall mehr. Er schraubte seine Wasserflasche auf. Wenn du lange genug dabei bleibst, wird einer kommen. Irgendwann kommt alles an die Reihe. Du hattest noch kein Baby, er grinste. Eines Tages, er wurde vom plötzlichen schrillen Heulen der Sirene im Rettungswagen unterbrochen. Das Geräusch konnte einen wahnsinnig machen, vor allem mitten in der Nacht. Sie waren im Einsatz. Sofort schaute Phil auf den Bildschirm und las die Informationen. Notfall 00521. Kategorie B, Portland Road, Hove. Geschlecht unbekannt. Verkehrsunfall, drei Fahrzeuge, Fahrrad beteiligt. Er drückte einen Knopf, um den Ruf zu bestätigen. Die Adresse wurde automatisch ins Navigationssystem geladen. Phil schaute zu Vicky. Sieht aus, als ginge dein Wunsch heute in Erfüllung. Der Verkehr auf der Portland Road staute sich jetzt in beide Richtungen. Phil Davidson zog Chirurgenhandschuhe an und wappnete sich innerlich für die bevorstehende Aufgabe. Vor ihnen stand ein Lastwagen mit offener Fahrradtür. Mehrere Menschen hatten sich am Heck versammelt. Einer machte Fotos mit dem Handy. Auf der anderen Straßenseite war ein schwarzes Audi Cabrio in ein Café gerast. Auch hier stand die Fahrradtür offen, und daneben sah Vicky eine Frau, die wie betäubt vor sich hin starrte. Es waren noch keine anderen Einsatzfahrzeuge vor Ort. Bevor sie aus dem Wagen sprangen, warfen sie einen kurzen Blick auf die Szene, die sich ihnen bot. Die Frau neben dem Audi, die welliges, blondes Haar hatte und einen eleganten Regenmantel trug, hielt ein Handy ein Stück von ihrem Kopf entfernt, als wollte sie einen Ball werfen. Um sie herum lagen zerbrochene und umgekippte Tische und Stühle, doch waren dort auf den ersten Blick keine Verletzten zu sehen. Bis auf einen jungen Mann in Regenjacke, der Fotos mit seinem Handy machte, schien niemand von der Verwüstung Notiz zu nehmen. Alles konzentrierte sich auf die Hinterräder des LKW. Ein kleiner, stämmiger Mann von Mitte 40 eilte auf sie zu. Sein bleiches Gesicht, die weit aufgerissenen Augen und die bebende Stimme verrieten Vicky, dass er unter Schock stand. »Unter meinem LKW«, sagte er. »Er ist unter meinem LKW.« Er drehte sich um und zeigte mit der Hand. Ein Stück weiter entdeckte Vicky eine Fahrradlampe, einen Sattel und einen Reflektor auf der Straße. Daneben etwas, das sie auf den ersten Blick für einen Stoffschlauch mit einem Turnschuh daran hielt. Dann schnürte es ihr die Kehle zusammen und sie konnte die Galle nur mühsam hinunterschlucken. Sie und Phil liefen durch den Regen hinter den Vierachser und drängten sich vorsichtig durch die Menge. Eine junge Frau kniete halb unter dem LKW. machte aber sofort Platz. »Ich habe noch einen Puls gespürt.« Die Rettungssanitäter nickten zum Dank, knieten sich hin und schauten unter das Fahrzeug. Es war ziemlich dunkel und roch nach Erbrochenem, vermischt mit Motoröl und heißem Metall. Vicky sah einen jungen Mann mit kurzem dunklem Haar, das blutverschmiert war. Sein Gesicht war aufgerissen, der Körper verkrömt. Er hatte die Augen geschlossen. Er trug einen zerfetzten Anorak und Jeans. Ein Hosenbein hatte sich um den Radlauf gewickelt. Aus dem anderen ragte ein weißer, von zerfetztem Jeansstoff umgebener Knochenstumpf hervor. Anorak und T-Shirt waren am Bauch aufgerissen und eine Darmschlinge lag in einer Pfütze auf dem Asphalt. Vicky kroch als Erste unter den Wagen und fühlte den Puls. Sehr schwach. Die beiden Rettungssanitäter waren sofort über und über mit Öl, Schmutz und Blut verschmiert, so dass der blaue Stoff ihrer Kittel nicht mehr zu erkennen war. »Fiel nahe«, flüsterte Phil Davidson grimmig. Sie nickte und schluckte wieder Galle hinunter. Den Begriff kannte sie von dem tödlichen Unfall, der nicht weit von ihr geschehen war. Es war der Galgenhumor der Rettungssanitäter, ein Überlebensmechanismus, um mit entsetzlichen Anblicken fertig zu werden. Er stand für »Völlig im Eimer, leider noch am Leben«. Wenn die inneren Organe schon auf dem Asphalt lagen, gab es kaum eine Chance für das Opfer. Selbst wenn der Mann theoretisch noch am Leben war, würde ihn die Infektion töten. Sie wandte sich an ihren erfahreneren Kollegen. »Puls?« »Schwacher Radialpuls.« Das bedeutete, dass sein Blutdruck noch ausreichte, um einige Organe zu versorgen. »Bleiben und spielen«, flüsterte er. »Ich hole den Koffer.« »Bleiben und spielen« stand eine Stufe über »Aufsammeln und Abhauen«. Es hieß, dass die Chancen des Opfers zwar gering waren, sie aber alles versuchen würden, bis derjenige tatsächlich gestorben war. Eine Sirene näherte sich. Dann hörte Vicky, wie viel über Funk die Feuerwehr verständigte, die schweres Gerät zum Anheben des LKW mitbringen sollte. Sie drückte dem jungen Mann die Hand. »Haltet durch! Kannst du mich hören? Wie heißt du?« Keine Antwort. Sein Puls wurde schwächer, die Sirene lauter. Sie betrachtete den Bein stumpf. Fast kein Blut. Das einzig Positive. Menschliche Körper waren dafür geschaffen, mit Traumata umzugehen. Die Kapillargefäße schlossen sich. Der Körper versetzte sich selbst in einen Schockzustand. Wenn sie eine Aderpresse anlegen konnten und vorsichtig mit den Eingeweiden umgingen, hätte er vielleicht doch noch eine Chance. »Haltet durch! Halte einfach durch!« Sie schaute ihm ins Gesicht. Ein gut aussehender Junge. Aber er wurde immer blasser. »Bleib bei mir! Alles wird gut!« Der Puls war kaum noch spürbar. Sie bewegte seine Finger, suchte verzweifelt nach einer Bewegung. »Du schaffst es!« flüsterte sie. »Du kannst das! Na los! Nicht aufgeben!« Die Sache war persönlich geworden. Für Phil mochte es nur ein »Viel nahe« sein. Aber für sie war es eine Herausforderung. Sie wollte ihn in zwei Wochen im Krankenhaus besuchen und im Bett sitzend vorfinden, umgeben von Grußkarten und Blumen. »Na los!« drängte sie ihn, schaute auf den dunklen Bauch des Lastwagens, den schlammverkrusteten Radlauf, die verschmierten Träger des Fahrwerks. »Nicht aufgeben!« Phil kroch mit seiner roten Tasche und dem Blutungsset unter den LKW. Mehr konnte die moderne Medizintechnik einem Trauma-Opfer nicht bieten. Doch als er die rote Tasche öffnete, die Ampullen mit lebensrettenden Medikamenten, Instrumente und Überwachungsgeräte enthielt, erkannte Vicky, dass es reine Kosmetik war. Der Puls des Mannes war kaum noch zu spüren. Sie hörte das Heulen des Knochenbohrers. Es war der schnellste Weg, um die Notkanüle zu legen und Medikamente hineinzupumpen. Sie half Phil dabei, den Knochen unter dem Fleisch des intakten Beins zu ertasten. Der Profi in ihr brach sich Bahn, und sie schob alle Emotionen beiseite. Sie mussten es versuchen, sie würden es versuchen. »Bleib bei uns!« drängte sie. Phil Davidson schätzte im Geiste den Schaden ein, den die inneren Organe und Knochen genommen hatten. Es sah aus, als wäre das Becken zerschmettert, was allein schon zu massiven inneren Blutungen führte. Hinzu kamen alle anderen Verletzungen. Am besten der Junge starb schnell, dachte er, während er entschlossen weiterarbeitete. Roy Grace war entsetzt, wie Blas Clio aussah. Sie lag in einem Zimmer mit hellblauen Wänden, das mit medizinischen Geräten vollgestopft war. Die schöne Aussicht über Camptown, die man von der Entbindungsstation des Royal Sussex County Hospital hatte, bemerkte er kaum. Ein großer Mann Anfang 30 stand neben ihr und notierte gerade ein Messergebnis. Clio trug ein grünes Krankenhaus-Nachthemd, und ihr blondes Haar hatte seinen üblichen Glanz verloren. Sie begrüßte Roy mit einem schwachen Lächeln, als freute sie sich über seinen Besuch, schämte sich aber gleichzeitig, dass er sie so sah. An ihrer Brust war ein Gewirr aus Elektroden befestigt, und am Daumen trug sie einen Pulsmesser. »Tut mir leid«, sagte sie kleinlaut, als er ihre Hand drückte, und erwiderte seinen Druck ganz schwach. Furchtbare Panik stieg ihm auf. Hatte sie das Baby verloren? »Was ist passiert?« Der Mann blickte auf. Er trug einen Anstecker mit der Aufschrift »Dr. Anne Cross«, Assistenzarzt. »Sind Sie der Ehemann?« »Äh, Verlobter.« Er brachte das Wort kaum heraus. »Roy Grace.« »Ach ja, natürlich.« Der Assistenzarzt warf einen Blick auf Clios Verlobungsring. »Nun, Mr. Grace, Clio geht es gut, aber sie hat viel Blut verloren. Was ist passiert?« Ihre Stimme klang schwach. »Ich hatte gerade mit der Arbeit angefangen. Ich wollte eine Leiche für die Autopsie vorbereiten und begann plötzlich zu bluten, ganz stark. Als wäre etwas in mir explodiert. Ich dachte, ich würde das Baby verlieren. Dann bekam ich furchtbare Schmerzen wie Magenkrämpfe. Als nächstes lag ich auf dem Boden und Darren beugte sich über mich. Er hat mich hergefahren. Darren war ihr Assistent im Leichenschauhaus. Grace schaute sie mit einer Mischung aus Erleichterung und Ungewissheit an. Und das Baby? »Wir haben einen Ultraschall gemacht«, erwiderte der Assistenzarzt. »Der Befund nennt sich Plazenta Previa. Ihre Plazenta befindet sich ungewöhnlich weit unten. Was, was bedeutet das für unser Baby?« fragte Grace sorgenvoll. »Es gibt Komplikationen, aber Ihrem Baby geht es im Augenblick gut«, sagte Dr. Cross freundlich, doch mit einem düsteren Unterton in der Stimme. Dann drehte er sich zur Tür und nickte jemandem zu. Ein kräftig gebauter Mann mit Brille, der wie ein wohlwollender Bankmanager wirkte, kam herein. »Dr. Holbein, das ist Clios Verlobter.« »Freut mich«, ergab Grace die Hand. »Ich bin Des Holbein, der zuständige Gynäkologe. Gut, dass Sie hier sind, wir müssen nämlich einige Entscheidungen treffen.« Die Angst durchfuhr Roy Grace wie ein Stich. Doch die nüchterne Art des Gynäkologen wirkte beruhigend. In der 21. Woche war Clio zu einem Routine-Ultraschall hier. Damals sah alles gut aus. Allerdings hat das Baby seitdem nicht zugenommen, was kein gutes Zeichen ist. Es bedeutet, dass die Plazenta nicht richtig arbeitet. Sie reicht aus, um das Baby am Leben zu erhalten, aber nicht, um es wachsen zu lassen. Was bedeutet das? Des Holbein lächelte wie ein Bankmanager, der ein Darlehen gewährte, wenn auch zu härtesten Bedingungen. Nun, eine Möglichkeit wäre, es jetzt zu holen. Jetzt? Ja, aber in der 26. Schwangerschaftswoche lägen die Überlebenschancen nur knapp über 50 Prozent. In einem Monat würden sie auf über 90 Prozent steigen. Wenn wir es bis zur 34. Woche schaffen, liegen sie bei 98 Prozent. Er schaute beide nacheinander an, ohne eine Miene zu verziehen. Auf einmal spürte Grace einen völlig irrationalen Zorn auf diesen Mann. Er redete von ihrem Kind. Er ratterte fröhlich irgendwelche Prozentzahlen herunter, als ginge es um eine Sportwette. Was würden Sie uns denn raten? fragte Grace. Was würden Sie tun, wenn es Ihr Kind wäre? Wenn wir es jetzt holen, ist die Gefahr, dass Ihr Baby stirbt, sehr groß. Falls es überlebt, muss es mehrere Monate in einem Inkubator verbringen, was dem Baby und der Mutter nicht gut tut. Letztlich liegt die Entscheidung bei Ihnen. Aber wir sollten Cleo für ein paar Tage hier behalten und versuchen, den Blutkreislauf zu stützen, was die Blutung hoffentlich stillen wird. Kann ich danach denn wieder arbeiten? Ja, aber nicht schwer heben. Und Sie müssen sich zwischendurch ausruhen. Außerdem müssen wir Sie für den Rest der Schwangerschaft überwachen. Könnte so etwas wieder passieren, wollte Grace wissen. Ehrlich gesagt, die Chancen stehen 50 zu 50. Bei der zweiten Blutung müssen Sie den Rest der Schwangerschaft im Krankenhaus verbringen. Hat unser Baby irgendwelchen Schaden genommen, erkundigte sich Grace. Der Gynäkologe schüttelte den Kopf. Zu diesem Zeitpunkt besteht keine Gefahr. Nur ein Teil der Plazenta arbeitet nicht so gut. Die Plazenta ist ein Organ, genau wie eine Niere oder Lunge. Ein Baby kann auf einen Teil ohne weiteres verzichten. Ist die Plazenta jedoch zu sehr geschwächt, wächst es nicht richtig und kann in extremen Fällen sterben. Wieder drückte Grace Cleos Hand und küsste sie auf die Stirn. Ihm war schlecht vor Angst. Alles wird gut, Liebes, sagte er, doch sein Mund war trocken. Cleo nickte und brachte ein düsteres Lächeln zustande. Ja. Grace warf einen Blick auf die Uhr und wandte sich an die beiden Ärzte. Könnten wir einen Augenblick allein sein? Ich habe gleich eine Besprechung. Selbstverständlich. Die Ärzte verließen das Zimmer. Roy drückte sein Gesicht an Cleos und legte ihr behutsam die Hand auf den Bauch. Er kam sich furchtbar unzulänglich vor. Verbrechern konnte er das Handwerk legen. Doch in diesem Augenblick war er anscheinend nicht in der Lage, irgendwas für die Frau, die er liebte, und ihr ungeborenes Baby zu tun. Ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr. Ihre Hand strich über seine Wange. Ich liebe dich auch. Du bist nass. Regnet es noch? Ja. Hast du dir das Auto angesehen? Den Alpha? Ich habe einen kurzen Blick darauf geworfen. Ich weiß nicht, ob er praktisch ist. Er hielt ihre Hand und küßte den Verlobungsring an ihrem Finger. Er verlieh ihm jedes Mal ein seltsames Gefühl. Ein Gefühl grenzenloser Freude. Aber noch immer gab es ein großes Hindernis für ihre Heirat. Die zahllosen Formalitäten, die erforderlich waren, um seine seit zehn Jahren vermisste Frau Sandy für tot erklären zu lassen. Er ging peinlich genau dabei vor. Auf Anweisung der Behörden hatte er vor kurzem Anzeigen in den Lokalzeitungen und den großen Tageszeitungen aufgegeben und alle Leute, die Sandy in den vergangenen zehn Jahren eventuell gesehen hatten, gebeten, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Bisher hatte sich niemand gemeldet. Ein befreundeter Kollege und seine Frau wollten Sandy im vergangenen Sommer in München gesehen haben. Doch obwohl er seine Bekannten bei der deutschen Polizei verständigt hatte und selbst hingeflogen war, war nichts dabei herausgekommen. Inzwischen war er sich sicher, dass die beiden sich geirrt hatten. Dennoch hatte er es den Behörden gemeldet, die verlangten, dass er auch in deutschen Zeitungen inserierte, was er getan hatte. Er musste auch eine eidesstattliche Erklärung über alle Personen abgeben, bei denen er Nachforschungen angestellt hatte. Darunter auch die letzte Person, die Sandy lebend gesehen hatte. Es war eine Kollegin in der medizinischen Einrichtung gewesen, in der Sandy halbtags gearbeitet hatte. Sie hatte gesehen, wie sie am Tag ihres Verschwindens um 13 Uhr das Büro verlassen hatte. Man hatte ihren Golf 24 Stunden später auf dem Kurzzeitparkplatz am Flughafen Gatwick gefunden. Am Morgen ihres Verschwindens hatte es zwei Transaktionen mit ihrer Kreditkarte gegeben. Einmal 7 von 50 beim Drogeriemarkt Boots und 16 von 42 an der Tankstelle des Tesco-Supermarktes. Sie hatte keine Kleidung und auch sonst nichts mitgenommen. Sie war auf keiner Überwachungskamera innerhalb der Stadt gesehen worden. Er empfand es in gewisser Weise als Therapie, diese Formulare auszufüllen. Endlich konnte er die Suche abschließen. Und mit etwas Glück würde das Verfahren rechtzeitig erledigt sein, damit sie noch vor der Geburt des Babys heiraten konnten. Er seufzte schweren Herzens und rückte Cleo wieder die Hand. Ich könnte es nicht ertragen, wenn dir etwas zustieße. Das könnte ich nicht. In seinen acht Jahren bei der Verkehrspolizei hatte PC Dan Pattenden gelernt, dass man gewöhnlich das blanke Chaos vorfand, wenn man als erster an der Unfallstelle eintraf. Das galt vor allem bei Regen. Am schlimmsten aber war, dass er dank der Budgetkürzungen allein im Wagen saß, als er mit Blaulicht und Sirene die Portland Road entlanghaste. Er fuhr langsamer, als er sich der Unfallstelle näherte. Durch die regennasse Windschutzscheibe bot sich, wie erwartet, ein absolut chaotisches Bild. Ein Kühltransporter stand auf der Straße, daneben ein Rettungswagen. Auf dem Asphalt lag ein verbogenes Fahrrad. Ein zerbrochener Reflektor, eine Baseballkappe, ein Turnschuh. Überall standen Menschen, manche ganz starr vor Schock, andere machten Fotos mit dem Handy. Auf der anderen Straßenseite hatte ein schwarzes Audi Cabrio die Außenmauer eines Cafés gerannt. Er stellte den BMW-Streifenwagen quer auf der Straße ab. Das war immer der erste Schritt, um den Unfallort abzusperren. Hoffentlich kam bald Verstärkung. Er brauchte etwa 20 Leute gleichzeitig. Ein durchnester junger Mann im Jogginganzug eilte auf ihn zu. »Ein Lieferwagen! Ein weißer Lieferwagen hat eine rote Ampel überfahren. Er hat ihn erwischt und ist weggefahren.« »Haben Sie das Kennzeichen erkannt?« Der Mann schüttelte den Kopf. »Nein, tut mir leid, es ging so schnell.« »Können Sie den Lieferwagen beschreiben?« »Ich glaube, es war ein Forbes, ein Transit, und ich meine, er hatte keine Aufschrift.« Pattenden gab die Informationen an die Zentrale weiter und eilte zu dem LKW. Er registrierte das abgetrennte Bein auf der Straße, ging aber weiter und kniete sich neben die Sanitäter. Er warf einen kurzen Blick auf den verstümmelten, bewusstlosen Radfahrer und die Eingeweide auf der Straße. Im Augenblick war er zu beschäftigt, um sich von dem Anblick abschrecken zu lassen. »Was können Sie mir sagen?« Eigentlich war die Frage überflüssig. Der männliche Sanitäter, den er vom Seen kannte, schüttelte den Kopf. »Sieht nicht gut aus. Wir verlieren ihn.« Es war die einzige Information, die der Polizeibeamte im Augenblick brauchte. Alle Todesfälle im Straßenverkehr wurden als mögliches Tötungsdelikt behandelt, bis das Gegenteil erwiesen war. Er lief zu seinem Wagen und rief dabei in die Menge, »Wer den Unfall gesehen hat, kommt bitte zum Streifenwagen. Ich brauche Ihren Namen und Ihre Telefonnummer.« Aus dem Kofferraum holte er ein faltbares Schild mit der Aufschrift »Straße gesperrt. Polizei« und stellte es kurz hinter seinem Wagen auf. Weitere Einsatzfahrzeuge trafen ein. Er sah einen zweiten Rettungswagen und den Notarztwagen. Vor allem aber konzentrierte er sich darauf, die Fahrer des LKW und des Audi inmitten der Masse Schaulustiger und Zeugen zu identifizieren. Eine elegant gekleidete Frau mit regennassem Haar stand in der Nähe der offenen Fahrertür des Audi und starrte wie gebannt auf den LKW. Er eilte zu ihr hinüber. »Sind Sie die Fahrerin dieses Wagens?« Sie nickte mit leerem Blick und schaute unverwandt über seine Schulter. »Sind Sie verletzt? Brauchen Sie ärztliche Hilfe?« Er tauchte aus dem Nichts auf, aus der Seitenstraße, und fuhr genau auf mich zu. »Ich musste ausweichen, sonst hätte ich ihn erwischt.« »Wen?« Er beugte sich vor, um an ihrem Atem zu riechen. Ein schwacher Hauch von Alkohol. »Den Radfahrer«, sagte sie wie betäubt. »Haben Sie einen weißen Lieferwagen gesehen?« »Er war genau hinter mir. Er ist ganz dicht aufgefahren.« Pattenden warf einen raschen Blick auf den Audi. Obwohl die Motorhaube zusammengedrückt war und die Airbags sich geöffnet hatten, wirkte das Wageninnere intakt. »Gut, Madame. Würden Sie bitte für einige Minuten in Ihren Wagen steigen?« Er nahm sie sanft bei den Schultern und drehte sie von der Unfallstelle weg. Er schob sie zu ihrem Auto und sah zu, wie sie einstieg. Die Tür ließ sich nur mühsam öffnen, vermutlich waren die Scharniere verbogen. Zu seiner Erleichterung tauchte die schlanke Gestalt seines diensthabenden Vorgesetzten, Sergeant Paul Wood, auf, der mit entschlossener Miene auf ihn zukam. Nun blieb nicht mehr alles an ihm hängen. Carly saß wie betäubt in ihrem Auto und war dankbar für den Regen, der Windschutzscheibe und Seitenfenster undurchsichtig machte. Es war 9.21 Uhr. Scheiße. Sie rief im Büro an und sprach mit ihrer fröhlichen Sekretärin Susanne. Sie könne noch nicht sagen, wann sie im Büro sein werde, und Susanne solle ihren Termin bei der Fußpflegerin absagen. Dann brach sie plötzlich in Tränen aus. Sie hängte ein und überlegte, ob sie ihre Mutter oder ihre beste Freundin Sarah Ellis anrufen sollte. Sarah arbeitete in einer Anwaltskanzlei in Crawley und war Carlys Fels in der Brandung gewesen, nachdem ihr Ehemann Cass vor fünf Jahren im Skiurlaub in Kanada bei einem Lawinenunglück umgekommen war. Sie wählte die Nummer und hoffte verzweifelt, Sarah möge da sein. Zu ihrer Erleichterung meldete sie sich beim fünften Klingeln. Doch bevor Carly etwas sagen konnte, schluchzte sie gleich los. Da klopfte jemand ans Fenster und die Autotür wurde geöffnet. Der Polizist, der vorhin mit ihr gesprochen hatte, schaute in den Wagen. Er war ein kräftig gebauter Mann, Mitte dreißig, mit ernstem Gesicht. In der Hand hielt er eine Art Messgerät. »Wenn Sie bitte aussteigen würden, Madam?« »Ich rufe zurück, Sarah«, stotterte sie und stieg aus. Der Polizeibeamte hielt ein kleines Instrument in einem schwarz-gelben, wasserdichten Kasten in der Hand. »Ich benötige eine Atemprobe von Ihnen.« Sie nickte und zog die Nase hoch. »Haben Sie in den vergangenen zwanzig Minuten Alkohol getrunken?« »Wer trank denn schon vor neun Uhr morgens?« Doch dann überfiel sie die Panik. »Verdammt! Wie viel hatte sie gestern Abend getrunken?« »Nicht so viel. Es war sicher längst abgebaut.« Also schüttelte sie den Kopf. »Haben Sie in den letzten fünf Minuten geraucht?« »Nein. Aber ich könnte jetzt eine gebrauchen.« Sie zitterte. Ihre Kehle war wie zugeschnürt. Er erkundigte sich nach ihrem Alter. »Einundvierzig.« Er tippte es in das Gerät ein und nahm weitere Einträge vor. Dann hielt er ihr das Gerät hin, aus dem ein Röhrchen herausragte. »Jetzt holen Sie bitte Tiefluft, legen die Lippen fest um das Röhrchen und blasen kräftig und fortgesetzt, bis ich sage, Sie sollen aufhören.« Carly holte Tiefluft und atmete aus. Sie wartete auf seinen Hinweis, doch er schwieg. Als sie keine Luft mehr in den Lungen hatte, hörte sie einen Piepton und er nickte. »Vielen Dank.« Ängstlich betrachtete sie sein Gesicht. Ihre Nerven ließen sie am ganzen Körper erzittern. Dann wurde seine Miene härter. »Leider muss ich Ihnen sagen, dass der Test positiv ausgefallen ist.« Er zeigte ihr das Display. Dort stand nur ein Wort zu lesen. »Positiv.« Er konnte nicht positiv sein. Scheiße. Wie viel hatte sie gestern Abend wirklich getrunken? »Mrs. Chase, dieses Gerät zeigt an, dass Ihr Alkoholspiegel womöglich über der vorgeschriebenen Promillegrenze liegt. Ich verhafte Sie aufgrund der positiven Atemprobe. Sie müssen nichts sagen, aber es kann Ihrer Verteidigung schaden, wenn Sie bei der Befragung Dinge zurückhalten, die später vor Gericht bekannt werden. Alles, was Sie sagen, kann als Beweismittel verwendet werden.« Noch vor wenigen Minuten hatte Carly geglaubt, der Tag könne nicht schlimmer werden. »Staub! Verstanden! Siehst du das? Kannst du das denn nicht sehen?« Die junge Frau betrachtete mit leerem Blick die Stelle, auf die ihre Arbeitgeberin deutete. Ihr Englisch war nicht sehr gut, und sie konnte die Frau nicht verstehen, die so schnell sprach, dass alle Wörter zu einem einzigen Nasalengeheul zusammenflossen. War dieses schwachsinnige Hausmädchen denn blind? Fernanda Revere, bekleidet mit einem kirschroten Jogginganzug von Versace und Turnschuhen von Chimichu, marschierte wütend in die Küche, wobei ihre Armreifen klimperten. Sie war eine zierliche Frau von 42, die ihr Aussehen an verschiedenen Stellen chirurgisch aufgebessert hatte und die Falten mit regelmäßigen Botox-Spritzen in Schach hielt. Ihr Ehemann Lou hing auf einem Barhocker an der Kochinsel, frühstückte einen Bagel und ignorierte sie so gut er konnte. Auf seinem Kindl hatte er das Wall-Street-Journal aufgerufen. Im Fernseher über ihn sprach Präsident Obama. Fernanda blieb vor den beiden marmornen Spülbecken stehen, die groß genug waren, um ein Elefantenbaby darin zu baden. Das große Erkerfenster bot einen schönen Blick über den gepflegten Rasen, das Gebüsch am Ende des Gartens und die Dünen, hinter denen der Atlantik lag. Fernanda hatte im Augenblick allerdings keinen Sinn für die schöne Aussicht. Sie fuhr mit dem Zeigefinger über die Regale über der Spüle und hielt ihn dem Hausmädchen unmittelbar vor die Nase. »Sehst du das, Manny? Weißt du, was das ist? Es nennt sich Staub!« Die junge Frau schaute unbehaglich auf den dunkelgrauen Fleck, der den elegant manikürten Finger ihrer Arbeitgeberin zierte. Fernanda Rivera schleuderte ihr kurzes, blondiertes Haar zurück und wischte den Staub am Nasenrücken des Hausmädchens ab. Die junge Frau zuckte zusammen. »Eigentlich solltest du es besser wissen, Manny. Ich dulde keinen Staub in meinem Haus verstanden. Passt das in deinen dummen Kopf, oder soll ich deinen blöden Hintern zurück auf die Philippinen treten?« »Schatz«, sagte ihr Mann, »halt mal die Luft an! Die Kleine muss das erst noch lernen!« Lou Rivera schaute hoch zu Obama. Der Präsident engagierte sich in einer neuen diplomatischen Initiative für Palästina. »Ein bisschen Diplomatie könnte er in seinem eigenen Haus auch gut gebrauchen.« Nun ging sie auf ihren Mann los. »Ich höre nicht auf dich, wenn du solche Klamotten trägst. Darin siehst du zu dumm aus, um etwas Intelligentes zu sagen.« »Das sind meine Golfsachen, die trage ich doch immer.« »Ja, und du siehst immer lächerlich darin aus«, dachte sie. »Und warum musst du dich wie ein Clown anziehen, wenn du Golf spielen gehst?« »Under anderem, damit wir einander auf dem Platz erkennen können«, sagte er ausweichend. »Warum trägst du kein Blaulicht auf dem Kopf?« Sie schaute zur Wanduhr hoch und dann zu ihrem Handgelenk. »Zwanzig nach neun. Zeit fürs Yoga.« »Bis später«, sie winkte rasch und lieblos, als verscheuchte sie eine Fliege. Früher hatten sie sich umarmt und geküsst, wenn sie auch nur für eine Stunde auseinandergehen mussten. Lou wusste nicht, wann das aufgehört hatte. Und es war ihm, ehrlich gesagt, auch egal. Kali saß auf dem Rücksitz des Streifenwagens. Der Regen ran übers Fenster, die Tränen liefen ungehindert über ihre Wangen. Sie fuhren auf der A27 in Richtung Norden. Sie schaute hinaus auf die vertraute, grasbewachsene Landschaft um Brighton, die im Regen verschwamm. Sie kamen sich losgelöst vor, als befände sie sich außerhalb ihres Körpers. Der Beamte bremste, als sie an einem Art-Deko-Gebäude vorbeifuhren, das Kali an ein müdes, altes Kreuzfahrtschiff erinnerte. Dann hielten sie neben einem blauen Schild mit der Aufschrift »Untersuchungsgefängnis Brighton«. Der Beamte streckte die Hand durchs Fenster und zog eine Plastikkarte durch ein Lesegerät. Sofort glitt das Tor auf. Sie fuhren eine steile Rampe hinauf und in eine von mehreren Ladebuchten, in der Dämmerlicht herrschte. Der Beamte stieg aus, öffnete die hintere Tür und hielt Kali am Arm fest, als sie ausstieg. Es kam ihr vor, als wollte er ihr nicht helfen, sondern sie am Weglaufen hindern. Vor ihnen befand sich eine grüne Tür mit einem kleinen Sichtfenster. Er zog die Karte erneut durch ein Lesegerät und die Tür ging auf. Dann schob er Kali in einen kahlen, länglichen Raum, in dem es keinerlei Möbel außer einer harten Bank gab. »Setzen Sie sich!« Sie gehorchte und stützte das Kinn auf die Hände. Sie versuchte, sich zu erinnern, wie viel sie gestern Abend genau getrunken hatte. »Zwei Gläser Sauvignon Blanc im Pub.« Oder waren es drei gewesen? Dann einen Cosmopolitan im Restaurant. »Wein zum Abendessen.« Scheiße! Die Tür hinter ihr glitt auf. Der Beamte bedeutete ihr, hindurchzugehen, und blieb eng an ihrer Seite. Sie war seine Gefangene. Sie betraten einen großen, hell erleuchteten Raum, in dessen Mitte sich ein halbrunder Arbeitsbereich befand, der an eine Schalterhalle erinnerte. Dort saßen Männer und Frauen in weißen Hemden mit schwarzen Schulterstücken und schwarzen Krawatten. An den Wänden befanden sich grüne Metalltüren, und durch die Fenster schaute man in die Befragungsräume. Es war eine andere Welt. Kalis Begleiter führte sie zu dem Schalterbereich, dessen Theke ihr fast bis zum Kopf reichte. Dahinter saß ein gleichgültig wirkender Mann, Mitte 40. Er nickte verbindlich, sah aber aus, als wäre er mit allen Wassern gewaschen. Sie hörte wie betäubt zu, als der Verkehrspolizist die Umstände der Verhaftung schilderte. Dann wandte sich der Mann hinter der Theke direkt an sie und sprach mit ernster Stimme, als täte er ihr einen Gefallen. »Ich bin Sergeant Cornford. Sie haben gehört, was soeben gesagt wurde. Ich bestätige Ihre Festnahme. Haben Sie das verstanden?« Carly nickte. Er schob ein gefaltetes gelbes DIN A4-Blatt über die Theke, das die Überschrift »Rechte und Vollmachten der Sussex Police« trug. »Es könnte hilfreich für Sie sein, Mrs. Chase. Sie haben das Recht, jemanden über Ihre Festnahme in Kenntnis zu setzen und einen Anwalt hinzuzuziehen. Oder sollen wir Ihnen einen Pflichtanwalt stellen?« »Ich bin selbst Anwältin. Ich möchte, dass Sie meinen Partner Ken Ackett von Ackett Arlington verständigen.« Carly sah voller Genugtuung, wie er die Stirn runzelte. Ken Ackett galt als bester Strafrechtsanwalt der Stadt. »Ich rufe dort an. Ich muss Ihnen aber mitteilen, dass Sie zwar das Recht haben, einen Anwalt zu sprechen, dass das Verfahren wegen Trunkenheit am Steuer aber nicht verzögert werden darf. Ich erteile hiermit die Erlaubnis, Sie zu durchsuchen.« Der Mann stellte zwei grüne Plastiktabletts auf die Theke und gab eine Anweisung über die Sprechanlage. PC Pattenden trat beiseite, als eine junge Beamtin herüberkam und sich blaue Gummihandschuhe überstreifte. Sie betrachtete Carly mit neutraler Miene und begann, sie von oben bis unten abzuklopfen. Dann durchwühlte sie ihre Manteltaschen, bat sie, die Stiefel auszuziehen, kniete sich hin und suchte zwischen ihren Zehen. Carly fand es schrecklich demütigend. Als die Frau fertig war, unterzeichnete Carly eine Quittung und wurde in einen kleinen Raum geführt, in dem ein gut gelaunter Polizist, der ebenfalls Handschuhe trug, ihre Fingerabdrücke nahm. Dann machte er mit einem Wattestäbchen in ihrem Mund einen DNA-Abstrich. Als nächstes führte sie PC Pattenden in einen kleinen Raum, der wie ein Labor aussah. Links befanden sich eine Reihe weißer Kücheneinheiten mit Spülbecken und Kühlschrank und eine graublaue Maschine mit einem Videomonitor. PC Pattenden deutete auf eine Kamera an der Wand. »Ich weise Sie darauf hin, dass alles, was in diesem Raum geschieht, aufgezeichnet wird. Haben Sie das verstanden?« »Ja«, dann erklärte er das Atemtestgerät. Er benötige zwei Atemproben von ihr, die niedrigere Messung werde verwendet. Sollte sie über 40, aber unter 51 liegen, könne sie auch eine Blut- oder Urinprobe abgeben. Carly blies in das Röhrchen und hoffte verzweifelt, dass sie sich jetzt unter der Grenze befände und der Albtraum wenigstens teilweise vorbei wäre. Zu ihrem Entsetzen betrug der Wert 55. Sie schüttelte den Kopf. »Das, das kann ich nicht glauben. So viel habe ich nicht getrunken, ehrlich nicht.« »Dann machen wir jetzt den zweiten Versuch«, entgegnete er ruhig. Wieder betrug der Wert 55. Roy Greys Handy klingelte. Er ließ Cleos Hand los, holte es aus der Tasche und meldete sich. Es war Glenn Branson. »Wie geht es ihr?« »Danke, es wird schon wieder.« Cleo schaute ihn an und er streichelte ihr über die Stirn. »Wir hatten einen Anruf von der Verkehrspolizei«, erklärte Glenn Branson. »Tödlicher Unfall in der Portland Road. Sieht nach Fahrerflucht aus. Sie erbitten die Hilfe der Kripo, da es sich um fahrlässige Tötung, vielleicht sogar um Totschlag handelt.« Als diensthabender, leitender Beamter war Roy Greys in dieser Woche für alle Kapitalverbrechen zuständig. Für Glenn, den er als seinen Protégé betrachtete, wäre es eine gute Gelegenheit, seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. »Hast du Zeit?« »Ja.« »Gut. Schick jemanden von der Spurensicherung hin.« »Dann hilfst du den Ratten und siehst zu, ob sie alles haben, was sie brauchen.« Verkehrspolizisten waren als schwarze Ratten bekannt. Der Ausdruck stammte aus der Zeit, in der alle Streifenwagen schwarz gewesen waren. Noch heute trugen einige stolz ein Abzeichen mit einer schwarzen Ratte. »Bin schon unterwegs!« Als Greys das Handy einsteckte, ergriff Cleo seine Hand. »Es geht mir gut, Schatz. Fahr ruhig zur Arbeit.« Er sah sie skeptisch an und küsste sie noch einmal auf die Stirn. »Ich liebe dich.« »Ich dich auch.« »Ich will dich nicht hier lassen.« »Du musst aber die bösen Jungs fangen.« »Ich will, dass sie alle hinter Schloss und Riegel sitzen, bevor Bump geboren wird.« Sie wirkte so zerbrechlich und verletzlich in ihrem Bett, mit ihrem gemeinsamen Kind im Bauch. Cleo wollte vor der Geburt nicht wissen, ob es ein Junge oder ein Mädchen werden würde. Deshalb hatten sie ganz selbstverständlich begonnen, ihr Baby wie die kleine Beule zu nennen. die Cleos Bauch anfangs gebildet hatte und die nun mit jeder Woche deutlich größer wurde. Bump! Cleo hatte ihm zurück ins Leben geholfen, nachdem er viele furchtbare Jahre wegen Sandy durch die Hölle gegangen war. Er würde sie doch nicht auch noch verlieren. Er betrachtete ihr blasses, zartes Gesicht, ihre blauen Augen, die wunderbare Stupsnase, den anmutigen Hals, das trotzige Lächeln und wusste, wusste tief im Herzen, dass alles gut würde. »Bump und mir wird nichts passieren«, sagte sie und drückte seine Hand, als könnte sie seine Gedanken lesen. »Aller Anfang ist schwer. Fah ins Büro und fang die bösen Jungs.« Nachdem er sich von Cleo verabschiedet und versprochen hatte, später wiederzukommen, bog er vom Parkplatz aus in St. James Street. Um ins Büro zu gelangen, hätte er links abbiegen müssen, doch stattdessen fuhr er in Richtung Portland Road, wo der Unfall stattgefunden hatte. Er wollte Glenn in diesem Jahr für die Beförderung zum Inspektor vorschlagen. Er besaß die nötigen Fähigkeiten und vor allem die wesentliche Eigenschaft, die alle guten Polizisten auszeichnete, einen hohen Grad an emotionaler Intelligenz. Wenn er sich aus den Trümmern seiner gescheiterten Ehe retten konnte, würde er diese berufliche Prüfung ebenso gut bestehen. Um diese Tageszeit herrschte wenig Verkehr in der Stadt und der Regen war in ein leichtes Nieseln übergegangen. Die Portland Road mit ihren Geschäften und Cafés war von weitläufigen Wohngebieten umgeben. Meist herrschte hier viel Betrieb, doch an diesem Morgen lag die Gegend still da, wie eine Geisterstadt. Ein schwarzes Audi Cabrio war auf der anderen Straßenseite gegen eine Mauer gefahren. Bevor er Branson begrüßen konnte, tauchte wie aus dem Nichts Kevin Spinella auf, der junge Kriminalreporter des Argus. Es gab keinen Tatort, an dem er nicht zugegen war. Er kaute Kaugummi mit seinen kleinen scharfen Zähnen, die Grace an eine Ratte erinnerten. Sein kurzes Haar klebte ihm nass am Kopf und er hatte den Kragen des dunklen Regenmantels hochgeklappt. Guten Morgen, Detective Superintendent, scheußlich, was? Das Wetter? Spinella grinste und machte eine komische Bewegung mit dem Kiefer, als wäre sein Kaugummi irgendwo stecken geblieben. Nein, Sie wissen schon, was ich meine. Sieht aus, als könnte es ein Mord gewesen sein. Glauben Sie das auch? Grace vermied es, unhöflich zu werden. Ich bin gerade erst gekommen. Wenn wir etwas herausfinden, erfahren Sie es als Erster. Beinahe hätte er hinzugefügt, Sie erfahren es ja auch, wenn wir es Ihnen nicht sagen. Er wusste genau, dass Spinella einen Informanten bei der Sussex Police hatte. Doch war es ihm bisher nicht gelungen, diesem auf die Schliche zu kommen? Er wandte sich ab, trug sich auf dem Klemmbrett des Polizeihelfers ein, bückte sich unter dem Absperrband hindurch und begrüßte seinen Kollegen Glenn Branson. Sie gingen zusammen zu dem LKW, bis sie außer Hörweite des Reporters waren. Was haben wir? Einen jungen Mann unter dem LKW. Sie haben einen Studentenausweis gefunden. Er heißt Anthony Rivera, studierte hier in Brighton an der Uni. Jemand ist hingefahren, um seine vollständigen Personalien festzustellen. Die Unfalluntersuchung hat bisher herausgefunden, dass er aus einer Seitenstraße, der St. Helier Street, nach rechts auf die falsche Seite der Portland Road abgebogen ist. Daraufhin musste der Audi auf den Gehweg ausweichen. Dann wurde das Opfer von einem weißen Lieferwagen angefahren, der eine rote Ampel missachtet hat, ein Ford Transit oder ein ähnliches Fabrikat. Er fuhr hinter dem Audi. Der Lieferwagen schleuderte ihn über die Straße unter die Räder des Lastwagens, der in der Gegner Richtung fuhr. Dann hat der Fahrer des Lieferwagens Fahrerflucht begangen. Grace überlegte. Kann jemand den Fahrer beschreiben? Branson schüttelte den Kopf. Wir haben eine Menge Zeugen. Ein Team überprüft alle Häuser in der Gegend auf Überwachungskameras. Ich habe die Verkehrspolizei alarmiert. Sie sollen jeden weißen Lieferwagen im Umkreis von zwei Fahrstunden anhalten. Aber das ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Grace nickte. Amtliches Kennzeichen? Bis jetzt noch nicht, aber mit einem bisschen Glück bekommen wir etwas von einer Überwachungskamera. Was ist mit den Fahrern des Audi und des Lastwagens? Die Fahrerin des Audi befindet sich in Haft. Der Atemtest war positiv. Der Lkw-Fahrer steht unter Schock. Paul Wood von der Unfalluntersuchung hat sich seinen Fahrtenschreiber angeschaut. Er hat die zulässige Fahrzeit um Stunden überschritten. Sieht ja toll aus, sagte Grace sarkastisch. Eine angetrunkene Fahrerin, ein übermüdeter Fahrer und einer, der die Biege gemacht hat. Ein gutes Beweisstück haben wir allerdings. Man hat Teile eines kaputten Außenspiegels gefunden, der vom Lieferwagen zu stammen scheint. Und darauf steht eine Seriennummer. Gut. Grace deutete auf die Straße. Was befindet sich unter der Jacke? Das rechte Bein des Radfahrers. Grace schluckte. Ein Glück, das ich vorher gefragt habe. Wenn möglich, setzte man speziell ausgebildete Familienbetreuer ein, um Todesnachrichten zu überbringen. Stand niemand zur Verfügung, mussten andere Beamte diese Aufgabe übernehmen. Sie war äußerst unbeliebt und blieb zu deren Leidwesen meist an Verkehrspolizisten hängen. PC Tony Omotoso war ein kräftig gebauter, dunkelhäutiger Polizist mit zehn Jahren Erfahrung bei der Einheit. Er hatte den Rucksack des Opfers nach Informationen über Angehörige durchsucht und der nützlichste Fund war der Studentenausweis des Verstorbenen gewesen. Ein Besuch in der Verwaltung der Universität hatte ergeben, dass Tony Rivera amerikanischer Staatsbürger war, 21 Jahre, und mit der Studentin Susan Kaplan, einer englischen Staatsbürgerin aus Brighton, zusammenlebte. Sie konnte ihnen hoffentlich weitere Informationen liefern und den Toten offiziell identifizieren. Um sich moralische Unterstützung zu verschaffen, fuhr Omotoso noch einmal zum Unfallort und holte seinen Schichtkollegen Ian Appleton ab. Dieser hatte Familie, und obwohl schlimme Verkehrsunfälle zum Tagesgeschäft gehörten, konnte er, wie die meisten Kollegen, bei jugendlichen Toten nicht abschalten. Sie fuhren schweigend die Westbourne Villas entlang, eine breite Straße, die von der New Church Road zum Meer führte und von freistehenden viktorianischen Villen gesäumt wurde. Vor ihnen erstreckte sich drohend das dunkelgraue Wasser des Ärmelkanals. Dunkel wie ihre Herzen. Sie stiegen vor einer Villa aus, die für eine Studentenunterkunft erstaunlich schick aussah. Unter dem Vordach war der Boden mit Mosaikfliesen ausgelegt. Bei Wohnung Nummer 8 stand Kaplan Revere auf dem Klingelschild. PC Omotoso klingelte. Kurze Zeit später fragte eine verschlafene Stimme. Hallo? Susan Kaplan? Hm. Hm. Wer ist da? Wir sind von der Polizei. Dürfen wir reinkommen? Wir möchten gern mit Ihnen sprechen, sagte Omotoso freundlich, aber entschlossen. Gut, zweiter Stock, die Tür am Ende. Geht es um meine Handtasche? Ihre Handtasche? fragte er verblüfft. Dann ertönte ein heiseres Summen und ein lauter Klick. Sie traten in einen Flur, der nach dem letzten Abendessen, irgendetwas mit gekochtem Gemüse, nach altem Holz und altem Teppich roch. Am Ende der zweiten Treppe öffnete sich eine Tür, deren Farbe abblätterte. Ein hübsches Mädchen von etwa 20 im weißen Bademantel begrüßte sie mit einem verschlafenen Lächeln. Ihr schulterlanges, dunkles Haar war völlig zerzaust. Sagen Sie nichts, ja, haben Sie gefunden, das wäre super. Sie nahmen die Mützen ab. In dem engen Flur roch es nach frischem Kaffee und einem männlichen Eau de Cologne. Was gefunden? wollte Tony Omotoso wissen. Meine Handtasche. Ihre Handtasche? Ja, die hat mir irgendeinen Arsch geklaut, als wir am Samstag im Escape-2 tanzen waren. Es war eine hübsche Wohnung, dachte er bei sich, als er in den offenen Wohnbereich trat, wenn auch unordentlich und spärlich möbliert. Typisch Studenten. Es tut mir leid, Susann. Aber wir sind nicht wegen Ihrer Handtasche hier. Davon weiß ich gar nichts. Wir kommen von der Verkehrspolizei. Er registrierte, wie verwirrt sie plötzlich aussah. Laut den Angaben der Brighton University leben Sie mit Tony Revere zusammen, ist das richtig? Sie nickte und wirkte jetzt misstrauisch. Leider hat Tony mit seinem Fahrrad einen Verkehrsunfall gehabt. Sie schaute ihn wie erstarrt an. Zu meinem Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass der Unfall tödlich war. Dann schwieg er, da er die Betroffene selbst sprechen lassen wollte. Auf diese Weise würde sie es schneller begreifen. Sie meinen, Tony ist tot? Ja. Es tut mir schrecklich leid. Sie schwankte, worauf P.C. Upperton ihren Arm ergriff und sie zu dem großen braunen Sofa führte. Sie saß einen Augenblick schweigend da, während die beiden Polizisten verlegen daneben standen. Dann begann sie zu zittern. Kleine Wellen, die durch ihren ganzen Körper liefen. Sie schüttelte den Kopf. »Oh, Scheiße!« sagte sie unvermittelt. »Oh, Scheiße!« Sie schien in sich zusammenzufallen und vergrub das Gesicht in den Händen. »Oh, Scheiße!« »Sagen Sie, dass das nicht wahr ist!« »Gibt es jemanden, der heute bei Ihnen bleiben kann, eine Freundin, Verwandte, die wir anrufen können?« erkundigte sich Tony Omotoso. Sie kniff die Augen zu. »Was ist passiert?« »Es gab einen Zusammenstoß mit einem LKW, aber wir kennen noch nicht alle Einzelheiten.« Lange Stille. Sie schlang die Arme um den Körper und begann zu schluchzen. »Susan, gibt es eine Nachbarin, die wir verständigen können?« »Nein, ich... ich... wir haben nicht... ich... oh, Scheiße, Scheiße, Scheiße!« Omotosos Funkgerät knisterte. Er stellte es leiser. Wieder herrschte Stille. »Wir müssen sicher gehen, dass es sich um Tony Revere handelt. Wären Sie bereit, die Leiche später zu identifizieren, nur damit es keine Verwechslung gibt.« »Seine Mutter ist ein Kontrollfreak!« platzte es aus ihr heraus. »Die müssen Sie fragen!« »Ich werde mit jedem sprechen, den Sie mir nennen, Susan. Haben Sie Ihre Nummer?« »Sie wohnt in New York, in den Hamptons. Sie hasst mich aus tiefster Seele.« »Warum?« »Ich kann Ihnen versichern, sie steigt ins erste Flugzeug.« »Wäre es Ihnen lieber, wenn Sie Tony identifizierte.« Sie schluchzte wieder. »Es wäre besser.« »Sie würde mir ohnehin nicht glauben.« Tooth war klein. Damit hatte er seit seiner Kindheit zu kämpfen gehabt. Die anderen Kinder hatten sich deswegen über ihn lustig gemacht. Aber meist nur einmal. Er war eines der winzigsten Babys, die der Gynäkologe Harvey Shannon aus Brooklyn jemals entbunden hatte, obwohl er keine Frühgeburt war. Seine Mutter war so zugedröhnt, dass sie die Schwangerschaft sechs Monate lang nicht bemerkt hatte. Doch der Gynäkologe sah ein noch größeres Problem. Das Zentralnervensystem des Jungen schien vollkommen falsch verdrahtet. Er schien keine Schmerzrezeptoren zu besitzen. Man konnte dem winzigen Würmchen eine Nadel in den Arm stechen, ohne dass es reagierte, während normale Babys aus vollem Hals losbrüllten. Tooths Mutter starb an verunreinigtem Heroin, als er drei Jahre alt war. Seine Kindheit verbrachte er in den unterschiedlichsten Pflegefamilien in ganz Amerika. Er blieb nie lange, weil ihn keiner leiden konnte. Er machte den Leuten Angst. Als er elf war und wegen seiner Größe gehänselt wurde, lernte er Kampfsport und konnte bald jeden, der ihn in Zorn versetzte, übel verletzen. So übel, dass er keine Schule länger als ein paar Monate besuchte. Die anderen Kinder hatten so große Angst vor ihm, dass man ihn immer wieder nach kurzer Zeit der Schule verwies. In der letzten Schule lernte er, mit seiner Anormalität Geld zu verdienen. Mit dem Kampfsport hat er sich auch eine ungeheure Selbstkontrolle angeeignet und war in der Lage, bis zu fünf Minuten lang die Luft anzuhalten. Nun forderte er die anderen gegen Geld heraus. Oder sie durften ihm für einen Dollar pro Schlag so fest wie möglich in den Magen boxen. Für fünf Dollar durften sie ihm einen Kugelschreiber in den Arm oder ins Bein bohren. Näher kam er seinen Klassenkameraden nie. Er hatte in seinem ganzen Leben noch keinen richtigen Freund gehabt. Auch mit 41 nicht. Nur seinen Hund, Yossarian. Allerdings waren Tooth und sein Hund weniger Freunde als Partner, genau wie die Leute, für die er arbeitete. Der Hund war ein hässliches Exemplar. Er hatte verschiedenfarbige Augen. Eins leuchtend rot, das andere grau. Und sah aus wie eine Kreuzung aus Dalmatiner und Mops. Er war nach einer Figur in einem der wenigen Bücher benannt, die Tooth zu Ende gelesen hatte. Catch-22. Das Buch begann damit, dass sich ein Typ namens Yossarian gegen jede Vernunft auf den ersten Blick in seinen Kaplan verliebt. Dieser Hund wiederum hatte sich gegen jede Vernunft auf den ersten Blick in ihn verliebt. Er war ihm vor vier Jahren auf einer Straße in Beverly Hills nachgelaufen, als Tooth gerade ein Haus zwecks Einbruch ausspionierte. Es war eine breite, ruhige, elegante Straße mit sonnengedörrten Bäumen, großen, freistehenden Häusern und viel schimmerndem Chrom in den Einfahrten. Die Rasenflächen sahen aus wie mit der Nagelschere geschnitten, die Sprenger zischten vor sich hin, und eine Armee hispanischer Gärtner machte sich an den Beten zu schaffen. Der Hund passte nicht in diese Straße. Vielleicht war er von einem hispanischen Lastwagen gesprungen, oder jemand hatte ihn aus dem Auto geworfen, weil er hoffte, dass die reichen Leute Mitleid mit ihm hätten. Stattdessen hatte er ihn gefunden. Von Tooth bekam er Futter, kein Mitgefühl. Mit Mitgefühl hatte er nichts am Hut. Was, was passiert jetzt? fragte Carly den Polizisten. Ich möchte, dass Sie hier unterschreiben. Dan Patterton reichte ihr einen weißen Papierstreifen, auf dem »Test Carly Chase« stand. Ein Stück weiter unten stand Probe 1, 10.42 Uhr, 55, und Probe 2, 10.45 Uhr, 55. Ihre Hand zitterte so sehr, dass sie kaum unterschreiben konnte. »Ich bringe Sie jetzt in eine Zelle, in der Sie auf Ihren Anwalt warten können.« Er unterzeichnete den Zettel ebenfalls. »Man wird Sie im Gegenwart Ihres Anwalts erstmalig befragen. Danach können Sie auf Kaution freigelassen werden.« »Ich habe eine wirklich wichtige Besprechung mit einer Mandantin«, sagte sie. »Ich muss ins Büro«, er lächelte mitfühlend. »Alle, die in den Unfall verwickelt sind, haben etwas Wichtiges zu tun, aber es steht leider nicht in meiner Macht, daran etwas zu ändern.« Er deutete zur Tür und führte sie sanft am rechten Arm hinaus. »Es tut mir leid, Mrs. Chase, aber Sie stehen unter dem dringenden Tatverdacht, in angetrunkenem Zustand einen tödlichen Unfall verursacht zu haben. Sie wollte schlucken, doch Ihr Mund war wie ausgedörrt. »Ist der Radfahrer gestorben?«, flüsterte sie. »Leider ja.« »Das war ich nicht. Ich habe ihn nicht angefahren. Ich bin gegen die Mauer geprallt, weil ich ihm ausgewichen bin. Ich bin ihm ausgewichen, weil er auf der falschen Straßenseite fuhr. Ich hätte ihn sonst erfasst.« Als er sie durch den Empfangsbereich führte, wandte sie sich in plötzlicher Panik zu ihm. »Mein Auto! Es muss abgeschleppt werden! Es muss in die Werkstatt! Ich...« »Wir kümmern uns darum. Es wird leider beschlagnahmt.« Sie gingen durch einen schmalen Flur und blieben vor einer grünen Tür mit einer kleinen Glasscheibe stehen. Er öffnete und schob sie zu ihrem Entsetzen in eine Zelle. »Hier soll ich doch nicht bleiben!« Hier werden sie warten, bis ihr Anwalt kommt. »Aber was ist mit meinem Wagen? Wann wird er repariert?« Das hängt davon ab, was der Ermittlungsleiter sagt. Vermutlich erst nach der gerichtlichen Untersuchung und dem Prozess. »Das kann Monate dauern!« »Sie können Ihre persönlichen Dinge aus dem Wagen holen und wird Ihnen mitteilen, wo er untergestellt ist. Jetzt muss ich Sie allein lassen. In Ordnung?« Es war nicht in Ordnung. Ganz und gar nicht. Aber sie war zu entsetzt, um weiter zu diskutieren. Also nickte sie nur schwach. Dann schloss er die Tür. Carly starrte zu der Überwachungskamera hinauf. Dann drehte sie sich zu der Bank und betrachtete das Milchglasfenster, das weit oben in die Wand eingelassen war. Sie setzte sich auf die Bank und versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen. Doch sie konnte nur an den Unfall denken, der wieder und wieder in ihrem Kopf ablief. Tod. Der Radfahrer war tot. Eben noch kam er auf sie zugefahren, aus dem Nichts. Jetzt war er tot. Sie hatte ihn nicht erwischt, das wusste sie ganz genau. Verdammt! Er war auf der falschen Straßenseite gefahren. Plötzlich öffnete sich die Tür. Sie sah einen großen, dünnen Mann im weißen Hemd. Neben ihm stand Ken Eggert. Manche Kollegen behaupteten, der Strafverteidiger erinnere Sie an den jungen Dustin Hoffman. Und in diesem Augenblick kam er wirklich vor, wie ein Held aus einem Film. Eggert galt nicht umsonst als einer der besten Strafverteidiger von Brighton & Tove. Wenn jemand Sie aus diesem Schlamassel holen konnte, dann er. Als sie seinen selbstsicheren Blick sah, zerbrach etwas in ihr, und sie verlor die Fassung. Mit Tränen in den Augen stolperte sie ihm entgegen. Um kurz vor fünf saß Roy Grace in seinem Büro und trank Tee. Er war fast kalt, weil Roy sich ganz darauf konzentriert hatte, im Internet nach Informationen über Clios Gesundheitszustand zu suchen. Der Tee störte ihn nicht weiter. Er war an kaltes Essen und lauwarme Getränke gewöhnt. Da er seit über 20 Jahren bei der Polizei war, hat er längst begriffen, dass Essen und Trinken zwischendurch allein schon ein Luxus waren. Seit er am Morgen das Krankenhaus verlassen hatte, hat er mehrfach dort angerufen. Vermutlich hielt ihn die Stationsschwester für einen Zwangsneurotiker. Er warf einen Blick auf die dicke Akte, die vor ihm lag. Als Leiter der Abteilung Kapitalverbrechen und diensthabender leitender Ermittler war er mit allen aktuellen Fällen vertraut. Für einige Polizeibeamte endete die Arbeit, sobald der Verdächtige verhaftet war. Doch für ihn war es nur die erste Stufe. Eine Verurteilung zu erwirken, war häufig schwieriger und zeitraubender, als die Täter zu fassen. Roy Grace lehnte sich zurück und schaute aus dem Fenster. An klaren Tagen konnte er in der Ferne die Dächer der Stadt und manchmal auch den Ärmelkanal erkennen. Heute aber war alles in einen grauen, winterlichen Dunst getaucht. Er wandte sich wieder zum Bildschirm und rief die neuesten Meldungen auf. Das machte er jede halbe Stunde. Hier fanden sich alle gemeldeten Vorfälle mit laufenden Aktualisierungen. Außer dem Unfall auf der Portland Road gab es nichts, was ihn betraf. In den vergangenen sechs Wochen waren drei Morde geschehen, und das bei einem Jahresdurchschnitt von 20 Morden in Sussex. Deshalb würde er das Ermittlungsteam in Sachen tödlicher Unfall mit Fahrerflucht möglichst klein und kompakt halten. Die bisherigen Beweismittel und Augenzeugenberichte wiesen auf einen eindeutigen Fall hin. Es klopfte, und DC Nick Nicholas kam herein. Sie hatten doch 17 Uhr gesagt, Chef. Grace nickte. Gleich nebenan im Büro von Chief Superintendent Scarrett. Er folgte dem Kollegen dorthin. Grace war stolz darauf, dass er Nicholas, der Fußballstürmer gewesen war, in einen Dreiviertelspieler der Rugby-Mannschaft der Polizei verwandelt hatte, die er managte. Seit der Geburt seines Sohnes vor einigen Monaten war der junge Kollege leider mit den Gedanken woanders und ständig erschöpft. Nicholas setzte sich an den langen Konferenztisch. Kurz darauf kam Detective Sergeant Bella Moy herein. Sie war eine fröhliche Frau von Mitte 30 mit mausbraunem Haar, die sich nachlässig kleidete. In einer Hand hielt sie eine Packung Malteser, in der anderen eine Wasserflasche. Wenn sie ein bisschen auf sich achten würde, hätte sie ganz attraktiv aussehen können. Dann folgte DC Emma Jane Boutwood, ein schlankes, attraktives Mädchen mit wachem Gesicht. Wie durch ein Wunder hatte sie sich erholt, nachdem sie vor neun Monaten von einem gestohlenen Lieferwagen fast zerquetscht worden wäre. Die S. Norman Potting folgte ihr auf dem Fuß. Die Pensionsregelung für Polizisten sah einen Ruhestand nach 30 Dienstjahren vor. Wenn man länger arbeitete, brachte das nur Nachteile. Doch Potting ging es nicht um Geld. Er war einfach gerne Polizist und schien fest entschlossen, so lange wie möglich dabei zu bleiben. Auch wenn sich Grace bisweilen über ihn ärgerte, musste er dem Mann widerwillig Respekt zollen. Norman Potting war ein Polizist der alten Schule. Ein Rottweiler in einer Welt voller politisch korrekter Schoßhündchen. Er hatte einen Bierbauch, kämmte die verbliebenen Haare über die Glatze und trug einen Anzug, der aussah, als hätte ihn sein Vater nach der Entlassung aus der Weltkriegsarmee gekauft. Er roch ständig nach Pfeifentabak und Mottenkugeln. Er setzte sich hin und atmete hörbar aus. Bella Moy, die ihn nicht ertragen konnte, schaute ihn argwöhnisch an. Roy Grace schaute in seine Notizen, als Glenn Branson hereinkam und sich setzte. Ihm folgte James Biggs, ein Inspektor der Verkehrspolizei, den die Abteilung Kapitalverbrechen in diesem Fall hinzugezogen hatte. Gut, dies ist die erste Besprechung der Operation Violin, der Ermittlung im Todesfall Tony Revere, Student an der Brighton University. Er stellte Biggs, einen freundlichen, sachlich wirkenden Kollegen, seinem Team vor. »James, möchten Sie für uns die Ereignisse des heutigen Tages zusammenfassen?« Der Inspektor schilderte die tragischen Vorfälle des Morgens und konzentrierte sich besonders auf die Augenzeugenberichte, denen zufolge sich ein weißer Lieferwagen vom Unfallort entfernt hatte, nachdem er eine rote Ampel missachtet und den Radfahrer angefahren hatte. Bisher gäbe es zwei mögliche Sichtungen des Lieferwagens auf Überwachungskameras, doch sei die Qualität nicht ausreichend, um das amtliche Kennzeichen zu entziffern. Die erste Sichtung zeige einen Ford Transit, der sich keine 30 Sekunden nach dem Zusammenstoß in östlicher Richtung vom Unfallort entfernt habe. Die zweite Sichtung sei eine Minute später erfolgt und zeige einen Lieferwagen, bei dem an der Fahrerseite der Außenspiegel fehlen. Er sei nach einem knappen Kilometer rechts abgebogen. Diese Sichtung sei von Bedeutung, weil man am Unfallort Teile eines Außenspiegels gefunden habe. Man überprüfe jetzt die Seriennummer auf dem Gehäuse. In etwa einer Stunde beginnt die Autopsie, erklärte Grace. Glenn Branson wird mich dort vertreten. Sein Kollege verzog das Gesicht und hob die Hand. Grace nickte. Chef, ich habe eben mit dem Familienbetreuer der Verkehrspolizei gesprochen, der für diesen Fall zuständig ist. Er hat einen Anruf von einem Beamten der New Yorker Polizei erhalten. Der Verstorbene war amerikanischer Staatsbürger und studierte Wirtschaftswissenschaften an der Brighton University. Ich weiß nicht, ob es von Bedeutung ist, aber der Mädchenname seiner Mutter lautet Giordino. Alle Blicke waren jetzt auf ihn gerichtet. Sagt euch der Name etwas? Allgemeines Kopfschütteln. Sal Giordino? Noch immer keine Reaktion. Mal der Pate gesehen? Diesmal nickten alle. Mit Marlon Brando? Dem Boss der Bosse? Dem Paten? Dem Mann? Dem Kapo der Kapos? Ja, sagte Grace. Nun, das ist ihr Vater. Sal Giordino ist der derzeitige Pate von New York. Wenn ein amerikanischer Staatsbürger im Ausland starb, verständigte gewöhnlich das New Yorker Interpol-Büro die örtliche Polizei, die daraufhin den Angehörigen die Todesnachricht überbrachte. Im Falle von Tony Rivera wäre dies die Bezirkspolizei von Suffolk gewesen, die für die Hamptons zuständig war. Bei einer so berüchtigten Familie wie den Giordinos ging man jedoch anders vor. Alle bekannten Angehörigen der Gangsterfamilie, selbst entfernte Cousins, waren in den polizeilichen Datenbanken markiert. Stieß einem von ihnen etwas zu, erfuhren die betreffenden polizeilichen Dienststellen sofort davon. Detective Investigator Pat Lennigan saß an seinem Schreibtisch in Brooklyn, als Interpol anrief. Lennigan stöberte gerade im bezahlbaren Teil des Online-Katalogs von Tiffany, weil er für seine Frau Lorna ein Geschenk zum 30. Hochzeitstag suchte. Sofort schnappte er sich einen Stift und konzentrierte sich ganz auf den Anruf. Er war ein hochgewachsener Mann irischer Abstammung mit Aknenarben im Gesicht und einem grauen Bürstenhaarschnitt. Er war 55 und hatte 30 Jahre Erfahrung mit den Wise Guys, wie die New Yorker Polizei die Mafiosi nannte. Er kannte viele der Gangsterfamilien persönlich. Es war von Vorteil, dass er selbst in Brooklyn aufgewachsen war, wo die meisten Clans lebten. Die Gambinos, Genoveses, Kolumbos, Luccheses, Giordinos und Bonanos. Lennigan hörte sich an, was der Beamte von Interpol zu sagen hatte. Die Sache mit der Fahrerflucht gefiel ihm nicht. Vergeltung war ein wesentlicher Bestandteil der Gangsterkultur. Jede Familie hatte ihre Feinde. Alte Rivalen und auch neue, die sie sich beinahe täglich schufen. Am besten, er fuhr nach East Hampton und schaute persönlich bei der Familie vorbei. Er besuchte die Wise Guys gern zu Hause. Dort bekam man einen völlig anderen Eindruck als auf Polizeiwachen oder in Kneipen. Und wenn er ihnen die schockierende Nachricht überbrachte, würden sie vielleicht irgendetwas ausplaudern. Dreißig Minuten später hatte er den Nudelsalat mit Huhn gegessen, den ihm seine Frau mitgegeben hatte, und eine Cola Light und einen Kaffee getrunken. Er rückte seine Krawatte zurecht, zog die Sportjacke über und holte seinen Partner Dennis Butel ab. Sie stiegen in einen schlammbraunen Fort Crown Victoria und machten sich auf den Weg. Pat Lennigan war ein Anhänger Obamas und engagierte sich in seiner Freizeit für verwundete Veteranen. Dennis Butel hingegen war ein waschechter Republikaner, der seine Freizeit als Aktivist der Waffenlobby und auf der Jagd verbrachte. Sie waren, wie Feuer und Wasser, stritten ständig und standen einander dennoch nahe. Am Frühnachmittag herrschte wenig Verkehr auf Long Island, und so blieb es auch während der 90 Minuten, die sie bis zu den Hamptons brauchten. Das Navigationssystem schickte sie in die Ausläufer von East Hampton mit seinen großzügigen, im Grünen liegenden Häusern und einer Reihe weißgestrichener, teuer aussehender Geschäften. Sie bogen rechts ab und fuhren eine baumbestandene Straße mit einer gelben, durchgezogenen Mittellinie entlang. »Weißt du, worauf du dich in den Hamptons immer verlassen kannst?«, fragte Butel in seinem gepflegten Bostoner Akzent. »Worauf denn?« Wenn Lennigan sprach, hörte es sich an, als rollten Murmeln in seinem Mund herum. Butel deutete auf ein gewaltiges Herrenhaus im Kolonialstil, mit Säulen vor der Tür. »Hier findest du keinen einzigen pensionierten Polizisten.« »Ungewöhnlich auch keine Wise Guys«, konterte Pat Lennigan. »Die Mutter des Jungen ist mit Lou Revere verheiratet.« »Stimmt.« »Und der ist der Bankier des Mobs, oder?« »Angeblich hat er den Republikanern bei der letzten Wahl zehn Millionen gespendet.« »So mehr Grund, ihn hochzunehmen.« Als die gelbe Linie endete, wurde die Straße ganz schmal. Auf beiden Seiten standen kleine Pylonen mit Bändern dazwischen. Das Navigationssystem teilte ihnen mit, sie hätten ihr Ziel erreicht. Unmittelbar vor ihnen befand sich ein hohes, grau gestrichenes Tor. Pat hielt an, öffnete das Fenster und drückte einen Knopf an der Sprechanlage. Das Zyklopenauge einer Überwachungskamera schaute misstrauisch auf sie hinunter. »Tja, hallo, bitte?« fragte eine Stimme in gebrochenem Englisch. »Polizei!« Pat hielt seine Dienstmarke vor die Kamera. Sekunden später schwangen die Tore auf und ließen sie hindurch. Vor ihnen ragte jenseits seiner gewaltigen Rasenfläche und in Mitten von Pflanzen, die aus einem tropischen Regenwald zu stammen schienen, ein eindrucksvolles, modernes Haus empor. Als sie ausstiegen und sich umschauten, öffnete sich die Haustür und ein philippinisches Hausmädchen in Uniform blickte ihnen nervös entgegen. »Wir suchen Mr. und Mrs. Revere!«, erklärte Pat und zeigte erneut die Dienstmarke vor. Sein Kollege tat es ihm nach. Sie wurde noch nervöser und Pat verspürte Mitleid. Die Frau wurde nicht gut behandelt, das konnte man erkennen. Sie sagte etwas, das sie nicht verstehen konnten und führte sie in eine gewaltige Eingangshalle mit grauem Steinboden und einer prachtvollen, geschwungenen Treppe, die nach oben und unten führte. Die Wände waren mit aufwendig verzierten Spiegeln und abstrakter moderner Kunst geschmückt. Sie folgten ihren nervösen Handbewegungen in einen palastartigen Wohnraum mit hoher Decke. Alle Möbel waren antik, Sofas, Stühle, ein Chaiselong. Durch ein Panoramafenster blickte man auf einen Rasen, Büsche und den Atlantik. Hier drinnen war der Steinboden mit Teppichen ausgelegt und es roch ein wenig süß und moschusartig wie in einem Museum. Im Zimmer saß eine attraktive, aber hart aussehende Frau Anfang 40, kurzes blondes Haar und maßgeschneiderte Nase, rosa Jogginganzug und glitzernde Turnschuhe. In einer Hand hielt sie eine Packung Marlboro Light, in der anderen ein Feuerzeug. Als sie eintraten, schüttelte sie eine Zigarette heraus, steckte sie in den Mund und zündete sie an, als wollte sie sie herausfordern. »Ja«, sie nahm einen Zug und stieß den Rauch in Richtung Decke aus. Lennigan zeigte erneut seine Marke vor. »Detective Investigator Lennigan und Detective Investigator Bootle. Sind Sie Mrs. Fernanda Revere?« Sie schüttelte den Kopf, als wollte sie imaginäre lange Haare nach hinten werfen. »Warum wollen Sie das wissen?« »Ist Ihr Ehemann hier?«, fragte Lennigan geduldig. »Er spielt Golf.« »Tut mir leid, dass ich es Ihnen alleine mitteilen muss, Mrs. Revere. Sie haben einen Sohn namens Tony?« Sie wollte an Ihrer Zigarette ziehen, schaute ihn aber besorgt an. »Ja?« »Die Polizei aus Brighton in England hat uns mitgeteilt, dass Ihr Sohn heute Morgen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist.« Die Beamten setzten sich unaufgefordert hin. Schweigen. »Was?« Pat Lennigan wiederholte seine Worte. Sie starrte sie an wie eine Bombe, die jeden Augenblick hochgehen konnte. »Sie wollen mich verarschen, oder?« »Leider nicht. Es tut mir sehr leid. Kann sich jemand um Sie kümmern, bis Ihr Mann nach Hause kommt. Nachbarn oder Freunde.« »Sie verarschen mich, stimmt's?« »Sagen Sie mir, dass Sie mich verarschen!« Die Zigarette brannte weiter. Sie klopfte die Asche in einen großen Kristallaschenbecher. »Leider nicht, Mrs. Revere.« Ihre Pupillen weiterten sich. »Sie verarschen mich!« wiederholte sie nach langem Schweigen. Pat sah, wie ihre Hände zitterten. Sie drückte die Zigarette so heftig aus, als wollte sie jemanden damit erstechen. Dann schleuderte sie den Aschenbecher gegen die Wand, wo er knapp unter einem Gemälde zersplitterte. »Nein!« sagte sie. Ihr Atem ging immer schneller. »Nein!« Sie griff nach dem Tisch, auf dem der Aschenbecher gestanden hatte, und schlug ihn zu Boden, dass die Beine abbrachen. »Nein!« kreischte sie. »Nein!« »Das ist nicht wahr!« »Sagen Sie, dass es nicht wahr ist!« »Sagen Sie es!« Die beiden Beamten saßen schweigend da. Dann riss sie ein Gemälde mit Madonna und Kind von der Wand und hämmerte es auf ihre Knie, bis die Leinwand zerriss. »Raus!« kreischte sie. »Raus!« 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 Cleo schlief in ihrem Krankenhausbett. Der Ärmel des blauen Nachthemds war ihr über den Ellbogen gerutscht. Grace, der seit einer Stunde an ihrem Bett saß, schaute von ihrem Gesicht zu den zarten, blonden Härchen auf ihrem schlanken Arm und dachte, wie reizend sie aussah, wenn sie schlief. Dann fiel sein Blick auf das graue Plastikband, das sie ums Handgelenk trug, und die Angst überkam ihn aufs Neue. Was er besonders an ihr liebte, war ihre positive Haltung, dass sie immer das Gute in jedem Menschen sah und jeder Lage etwas Positives abgewinnen konnte. Sie würde eine wunderbare Mutter werden. Die Vorstellung, sie könnten ihr Baby verlieren, war unerträglich. Schlimmer noch, es gab auch noch die undenkbare Gefahr, dass Cleo selbst sterben könnte. Er dachte an den tödlichen Unfall vom Morgen, Die ersten Augenzeugenberichte lagen vor. Der Radfahrer war auf der falschen Straßenseite gefahren. Aber das war nicht ungewöhnlich, so etwas kam öfter vor. Handelte es sich um einen Mordanschlag, hatte er dem Fahrer des Lieferwagens die perfekte Gelegenheit gegeben. Woher aber hätte der Fahrer wissen sollen, dass der Mann gerade zu diesem Zeitpunkt auf der falschen Straßenseite fahren würde? Die Theorie passte vorn und hinten nicht, wenngleich der Lieferwagen eine rote Ampel überfahren hatte. Die Verbindung zu der New Yorker Gangsterfamilie behagte Roy Grace allerdings nicht. Er konnte es nicht präzisieren, hatte aber ein ungutes Gefühl dabei. Bevor er das Büro verließ, hatte er Sao Giordino begoogelt, und was er las, gefiel ihm gar nicht. Obwohl der Mann im Gefängnis saß, war seine umfangreiche Mannschaft noch aktiv, ignorierte das Gesetz und ging ebenso rücksichtslos wie jede andere Gangsterfamilie gegen ihre Rivalen vor. Könnten ihre Fangarme bis nach Brighton reichen? Drogen spielten eine große Rolle in dieser Stadt. Brighton hatte neun Jahre in Folge den wenig schmeichelhaften Titel »Drogenhauptstadt Großbritanniens« erhalten. Bisher war es dem Nachrichtendienst der Polizei nicht gelungen, Verbindungen zu amerikanischen Gangsterfamilien aufzubauen. Könnte sich das demnächst ändern? Dann klingelte sein Telefon. Er verließ das Zimmer, um Cleo nicht zu wecken. Es war Norman Potting, der noch fleißig in der Soko-Zentrale arbeitete. »Är, Boss, ich habe eben einen Anruf von Interpol in New York erhalten. Die Eltern des verstorbenen jungen Radfahrers, Tony Revere, sind in einem Privatjet hierher unterwegs. Sie landen um sechs Uhr morgens in Gatwick. Ich dachte, das sollten Sie wissen. Sie haben ein Zimmer im Royal York gebucht. Die Verkehrspolizei schickt einen Familienbetreuer, der mit Ihnen ins Leichenschauhaus geht. Allerdings dachte ich, Sie möchten auch jemanden von unserer Abteilung hinschicken. »Gute Idee, Norman«, sagte Grayson, bedankte sich. Andererseits wollte er keinen Verdacht wecken. Sie könnten sich wundern, wenn ein hochrangiger Beamter wie er bei Ihnen auftauchte. Er wählte die Nummer von Glenn Branson. »Hallo, Oldtimer!« Es hörte sich an, als hätte Branson getrunken. Er war ziemlich abstinent gewesen, bevor seine Ehe gescheitert war. Inzwischen machte Grace sich Sorgen wegen seines Alkoholkonsums. »Ich hoffe, du willst morgen nicht ausschlafen.« »Worum geht's?« »Ich brauche dich noch mal.« »Im Leichenschauhaus.« Um 7.15 Uhr, genau zwölf Stunden nachdem er das Leichenschauhaus verlassen hatte, stellte Glenn Branson seinen Wagen erneut auf dem verlassenen Besucherparkplatz ab. Er schaltete den Motor aus und presste die Finger an die Schläfen, um den hämmernden Schmerz in seinem Kopf zu lindern. Sein Mund war trocken, seine Kehle ausgedörrt, obwohl er Unmengen Wasser getrunken hatte. Außerdem hatte er vor einer Stunde, gleich nach dem Aufwachen, zwei Paracetamol geschluckt, doch sie wirkten nicht. Er bezweifelte, ob sie überhaupt noch wirken würden. Die Kater wurden schlimmer, vermutlich, weil er immer mehr trank. Gestern Abend hatte er eine ganze Flasche Rotwein geleert. Eigentlich wollte er nur ein Glas zu dem Hühnerfrikassee aus der Mikrowelle trinken, doch auf einmal war die Flasche leer gewesen. Er ertränkte seinen Zorn, wollte den schrecklichen Schmerz in seinem Herzen betäuben, die ständige Sehnsucht nach seinen Kindern, den scharfen Stich im Magen, wann immer er an den neuen Mann dachte, der jetzt mit seiner Frau zusammenlebte, irgendein schleimiger Hypothekenverkäufer, den er am liebsten umgebracht hätte. Und zu allem Überfluss wimmelte es in ihrem Scheidungsantrag, der in einem weißen Umschlag neben ihm auf dem Beifahrersitz lag, von Lügen. Am Nachmittag hatte er einen Termin mit seinem Anwalt, dem er die Scheidungspapiere übergeben wollte. Außerdem wollte er sich wegen der finanziellen Konsequenzen und des Kontaktes zu den Kindern beraten lassen. Niedergeschlagen stieg er aus dem Auto und öffnete den Regenschirm. Es nieselte mal wieder. Die frische Luft belebte ihn ein wenig, doch er blickte mit Unbehagen auf die geschlossene Tür der Ladebucht. Wenn er sich dem Leichenschauhaus näherte, überlief ihn jedes Mal ein Schauer, und mit einem Kater war es noch schlimmer. Das Gebäude wirkte grauer und dunkler als sonst. Von vorn sah es aus wie ein Vorort-Bungalow, von hinten eher wie ein Lagerhaus. Die Leichen wurden diskret auf der Hinterseite angeliefert. Kurz darauf bog Bella Moyes Violetta Nissan Mika um die Ecke und parkte neben ihm. Roy Grace hatte vorgeschlagen, sie solle dabei sein, weil sie nicht nur eine erfahrene Ermittlerin, sondern auch eine ausgebildete Familienbetreuerin war. Glenn öffnete ihr höflich die Tür und hielt den Regenschirm über sie. Seine Kollegin tat ihm irgendwie leid. Sie war eine gute Ermittlerin, aber modisch gesehen eine absolute Katastrophe. Sie hatte ein hübsches Gesicht, doch ihr Haarschnitt war ohne jede Form, und sie kleidete sich wie immer plump und nachlässig. Sie besaß einfach keinen Stil, von der langweiligen Swatch mit dem verschlissenen Armband bis hin zu ihrem Auto, das in seinen Augen eine richtige Omakutsche war. Es war, als hätte sie sich mit 35 Jahren in einem Leben eingerichtet, das nur aus Arbeit und der Pflege ihrer Mutter bestand. Ein weiteres Auto kam angefahren, ein blauer Ford Mondeo mit DC-Patenten am Steuer. Neben ihm hockte ein Mann von Anfang 50 mit zurückgekämmtem schwarzem Haar, das von silbernen Strähnen durchzogen war, und der argwöhnisch reinschaute. Von der Seite erinnerte er Branson an einen Dachs. Hinter ihm saß eine Frau. Der Dachs stieg aus und gähnte, dann schaute er sich müde und niedergeschlagen um. Er trug einen teuer aussehenden hellbraunen Crombie-Coat mitsamt Kragen, braune Loafer mit goldenen Schnallen und einen Smaragdring. Seine gelbliche Haut zeugte von künstlicher Sonnenbräune und einer schlaflosen Nacht. Er hatte soeben seinen Sohn verloren. Und wer immer er auch in der Verbrecherwelt sein mochte, Glenn empfand Mitleid mit ihm. Dann flog die hintere Tür auf, als wäre sie explodiert. Branson atmete eine Parfumwolke ein, als die Frau die Beine aus dem Auto schwang und ausstieg. Sie war etwas größer als ihr Mann und hatte ein attraktives, aber hartes Gesicht, das angespannt war vor Trauer. Ihr kurzes, blondes Haar war tadellos frisiert und ihr kamelhaarfarbener Mantel, die dunkelbraune Handtasche und die passenden Stiefel aus Krokoleder zeugten von dezentem Luxus. »Mr. und Mrs. Revere?« Er trat auf sie zu und streckte die Hand aus. Die Frau schaute ihn an, als wäre er Luft und wandte sich verächtlich ab. Offenbar sprach sie nicht gern mit Schwarzen. Der Mann lächelte sanft und nickte. »Lou Revere, das ist meine Frau Fernanda.« Sein Händedruck war überraschend fest. »Ich bin Detective Sergeant Branson. Dies sind Detective Sergeant Moy und DC Patterson. Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Den Tod Ihres Sohnes bedauern wir außerordentlich. Hatten Sie eine gute Reise?« »Absolut beschissen, wenn Sie es genau wissen wollen«, sagte die Frau, ohne ihn anzusehen. »In der Maschine gab es kein Eis. Können Sie sich das vorstellen? Kein Eis? Nur ein paar abgestandene Sandwiches? Müssen wir hier im Scheißregen herumstehen?« »Natürlich nicht«, gehend er hinein. Er deutete nach vorn. »Liebes«, sagte der Mann. »Liebes«, er schaute die beiden Ermittler entschuldigend an. »Es war last minute. Ein Geschäftspartner war gerade angekommen, die Maschine stand neu in LaGuardia. Sonst wären wir erst viel später geflogen, vielleicht sogar erst morgen.« Glenn Branson führte sie zur Vorderseite des Gebäudes und blieb vor der kleinen blauen Tür mit der Milchglas-Scheibe stehen. Darüber hing eine Überwachungskamera. Er klingelte. Cleo Morris-Assistent Darren Wallace öffnete ihnen und bat sie mit einem freundlichen Lächeln herein. Sie gingen in ein kleines Büro, wo man sie mit Philip K. bekannt machte, der das Corona's Office vertrat. Darren Wallace führte sie durch den gefließten Korridor, vorbei am Glasfenster des Isolationsraumes und der Tür zum Autopsieraum, in dem drei nackte Leichen lagen. Sie erreichten ein kleines Besprechungszimmer mit einem achteckigen Tisch, an dem acht schwarze Stühle standen. »Kann ich Ihnen Tee oder Kaffee anbieten?« fragte Darren Wallace und bat sie, Platz zu nehmen. Das amerikanische Paar schüttelte den Kopf und blieb stehen. »Scheiße! Wir sind doch nicht bei Starbucks!« sagte Fernando Revere. »Ich bin hergeflogen, um meinen Sohn zu sehen, nicht um blöden Kaffee zu trinken!« »Liebes«, ihr Mann hob warnend die Hand. »Kannst du mal damit aufhören? Du hörst dich an wie ein beschissener Papagei!« Darren Wallace und die Polizisten schauten sich an. Dann wandte sich Philip K. an die Amerikaner. Er sprach ruhig, aber mit fester Stimme. Leider hat Ihr Sohn bei dem Unfall schwere Abschürfungen erlitten. Wir haben ihn auf die bessere Seite gedreht. Gewiss wollen Sie sich so an ihn erinnern. Ich schlage vor, dass Sie ihn durch das Sichtfenster betrachten. »Ich bin nicht den ganzen Weg geflogen, um mir meinen Sohn durch ein Fenster anzusehen!« erwiderte Fernanda Revere in eisigem Ton. »Ich will ihn aus der Nähe sehen, verstanden! Ich will ihn umarmen! Es ist kalt da drinnen! Er braucht seine Mom!« Wieder wurden unbehagliche Blicke gewechselt. Dann sagte Darren Wallace, »Natürlich, wenn Sie mir bitte folgen wollen, aber wir haben Sie gewarnt.« Sie gingen durch einen spartanisch eingerichteten Warteraum mit weißen Stühlen und einem Automaten für Heißgetränke. Die drei Polizisten warteten hier, während Darren Wallace das Ehepaar in den schmalen Andachts- und Besichtigungsraum führte. In der Mitte befand sich ein Tisch, auf dem ein menschlicher Körper unter einer cremefarbenen, seitig glänzenden Decke lag. Fernanda Revere stieß ein tiefes, kehliges Schluchzen aus. Ihr Mann legte den Arm um sie. Darren Wallace schlug behutsam die Decke zurück und entblößte den Kopf des jungen Mannes, der auf der Seite lag. Seine spezielle Ausbildung hatte ihn gelehrt, wie man mit solch heiklen Situationen umging. Doch selbst er konnte nicht vorhersagen, wie jemand auf den Anblick eines geliebten Menschen reagierte. Er war oft dabei gewesen, wenn Mütter schrien. Doch noch nie in seinem Leben hatte er etwas erlebt, wie das Geheul, das aus dieser Frau hervorbrach. Es hörte sich an, als hätte man die Pforten der Hölle aufgestoßen. Erst nach über einer Stunde verließ Fernanda Revere den Raum. Sie konnte kaum gehen und wurde von ihrem erschöpft wirkenden Mann gestützt. Darren Wallace führte die beiden an den Tisch im Besprechungszimmer. Fernanda setzte sich und zündete sich eine Zigarette an. Tut mir leid, aber Rauchen ist hier drinnen nicht gestattet, erklärte Darren höflich. Sie nahm einen tiefen Zug und schaute ihn an, als hätte er nichts gesagt. Branson schob ihr diplomatisch seine leere Kaffeetasse hin. Die können Sie als Aschenbecher benutzen. Nun übernahm ihr Mann das Kommando und sprach leise, aber entschlossen, wobei er die Polizeibeamten nacheinander anschaute. Meine Frau und ich würden gern wissen, was genau passiert ist. Wie unser Sohn gestorben ist. Wir haben bisher alles nur aus zweiter Hand erfahren. Was können Sie uns sagen? Branson und Bella wandten sich zu Dan Pattenden. Leider konnten wir uns noch kein vollständiges Bild machen, erklärte der Verkehrspolizist. An dem Unfall waren drei Fahrzeuge beteiligt. Nach den Zeugenaussagen, die uns bisher vorliegen, ist ihr Sohn aus einer Nebenstraße auf die Hauptstraße, die Portland Road, abgebogen. Er fuhr auf der falschen Straßenseite genau auf einen Audi zu. Die Fahrerin scheint ausgewichen zu sein und prallte gegen die Mauer eines Cafés. Ihr Atemtest fiel positiv aus. Sie wurde wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer verhaftet. Ist ja super, sagte Fernanda Rivera und zog an ihrer Zigarette. Zum augenblicklichen Zeitpunkt können wir nicht sagen, inwieweit sie am eigentlichen Unfallgeschehen beteiligt war. Pattenden warf einen Blick auf seinen Notizblock. Ein weißer Ford Transit, der sich dicht hinter ihr befand, hat anscheinend eine rote Ampel ignoriert und ihren Sohn angefahren. Durch den Aufprall wurden ihr Sohn und das Fahrrad über die Straße vor einen Sattelschlepper geschleudert, der in Gegenrichtung fuhr. Dieser Zusammenstoß hat dann vermutlich die tödlichen Verletzungen verursacht. Es herrschte tiefe Stille. Wir haben festgestellt, dass der LKW-Fahrer die zulässige Fahrzeit überschritten hatte, warf Dan Pattenden ein. Fernanda Rivera warf die Zigarettenkippe in die Kaffeetasse und griff wieder nach dem Päckchen. Wirklich toll! Sie zündete sich mit verächtlicher Miene eine neue Zigarette an. Eine einzelne Träne ran über ihre Wange. »Was ist nun mit diesem weißen Lieferwagen?« fragte der Mann. »Was ist mit dem Fahrer?« »Er ist weiter gefahren, ohne anzuhalten, und uns liegt zurzeit keine Personenbeschreibung vor. Es wurde eine umfassende Suchmeldung herausgegeben. Wir hoffen, dass Aufnahmen von Überwachungskameras Bilder des Fahrers liefern können.« »Nur damit ich das richtig verstehe«, sagte Fernanda Rivera. »Sie haben eine betrunkene Fahrerin, einen Lkw-Fahrer, der zu lange am Steuer gesessen hat, und den Fahrer des Lieferwagens der Fahrerflucht begangen hat. Ist das richtig?« Pattenden schaute sie vorsichtig an. »Ja. Im Verlauf der Ermittlungen werden wir hoffentlich noch weitere Informationen erhalten.« »Sagten Sie hoffentlich?« drängte sie. Ihre Stimme klang ätzend wie Schwefelsäure. Sie deutete auf die geschlossene Tür. »Das da drinnen ist mein Sohn.« Sie schaute zu ihrem Mann. »Unser Sohn?« »Was glauben Sie, wie wir uns fühlen?« Pattenden sah sie an. »Natürlich kann ich mich nicht in Sie hineinversetzen, Mrs. Rivera. Meine Kollegen und ich können nur versuchen, den Unfall so genau wie möglich nachzuvollziehen. Ich empfinde tiefes Mitgefühl mit Ihnen und Ihren Angehörigen. Ich bin hier, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihnen zu versichern, dass wir unser Möglichstes tun werden, um den Tod Ihres Sohnes aufzuklären.« Er reichte ihr seine Visitenkarte. »Hier können Sie mich erreichen, jederzeit, rund um die Uhr. Ich werde Ihnen sagen, was immer ich weiß.« Sie ließ die Karte auf dem Tisch liegen. »Haben Sie schon einmal ein Kind verloren?« Er schaute sie wortlos an. »Nein. Ich habe Kinder, kann mir aber nicht vorstellen, wie das ist. Ich kann mir nicht annähernd vorstellen, was Sie jetzt durchmachen. Und es wäre vermessen, es zu versuchen.« »Ja«, sagte sie eisig, »Sie haben recht. Versuchen Sie es gar nicht erst.« Tuth und sein Partner Yossarian saßen auf der Terrasse der Sharkbite Sports Bar, von der man auf dem Fluss am Südende des Turtle Cove-Yachthafens auf Providencios Island blickte. Die knapp 50 Kilometer lange und 8 Kilometer breite Insel, die von den einheimischen Provo genannt wurde, lag in der Karibik südlich der Bahamas. Sie war die wichtigste Ferienregion der Turks- und Caicos-Inseln, aber noch weitgehend unerschlossen. Und das war Tuth nur recht. Wenn sie richtig touristisch wurde, würde er weiterziehen. In der Bar war Happy Hour, und im klimatisierten Innenraum wimmelte es von Briten, Amerikanern und Kanadiern im Exil, die einander meist kannten und sich jeden Freitagabend hier betranken. Tuth redete nie mit ihnen. Er redete ohnehin nicht gern. Er hatte Geburtstag und war damit zufrieden, ihn mit seinem Partner zu verbringen. Hier stellte niemand Fragen, und jedem war alles egal. Die Leute ließen Tuth und seinen Partner in Ruhe, und er ließ die Leute in Ruhe. Er wohnte in einer Erdgeschosswohnung auf der anderen Seite des Flusses, wo sein Partner nach Lust und Laune in den kleinen Garten scheißen konnte. Seine Putzfrau fütterte den Hund, wenn er auf Geschäftsreise war, was zwei- oder dreimal im Jahr vorkam. Die Turks- und Caicos-Inseln waren ein britisches Überseegebiet, das die Briten nicht mehr brauchten und sich auch nicht leisten konnten. Allerdings lag es strategisch günstig zwischen Haiti, Jamaika und Florida und bildete daher einen beliebten Zwischenstopp für Drogenschmuggler und illegale Einwanderer, die von Haiti in die USA wollten. Die Briten taten, als würden sie alles überwachen, hatten jedoch eine Marionette als Gouverneur eingesetzt und überließen die eigentliche Arbeit der korrupten einheimischen Polizei. Die amerikanische Küstenwache zeigte Präsenz, war aber nur an dem interessiert, was auf See geschah. Für Tooth und sein Geschäft interessierte sich niemand. Er trank noch zwei Bourbon, rauchte vier Zigaretten und machte sich dann mit seinem Partner auf den Heimweg über die dunkle, verlassene Straße. Es könnte der letzte Abend seines Lebens sein, oder auch nicht. Das würde er bald herausfinden. Tooth hatte mit 15 die Schule abgebrochen und sich eine Weile herumgetrieben. In New York fing er sich wieder und arbeitete zuerst als Lagerist und dann bei Grumman auf Long Island, wo Kampfflugzeuge gebaut wurden. Als George Bush Senior im Irak einmarschiert war, hatte Tooth sich zur Armee gemeldet. Dort stellte man fest, dass er dank seiner angeborenen Ruhe ein einzigartiges Talent besaß. Nach zwei Stunden vor Ort meldete ihn sein Vorgesetzter für die Scharfschützen-Ausbildung an. Dort entdeckte Tooth seine wahre Berufung. Davon zeugten auch mehrere Auszeichnungen, die bei ihm an der Wand hingen. Dann und wann betrachtete er sie distanziert, als befände er sich in einem Museum, in dem das Leben eines längst verstorbenen Fremden nachgezeichnet wurde. Er besaß auch eine gerahmte Tapferkeitsurkunde, die man ihm verliehen hatte, nachdem er einen verwundeten Kameraden aus der Schusslinie gezogen hatte. Darauf stand unter anderem »ein großer amerikanischer Patriot«. Tooth las auch diese Worte, während er am Abend seines 42. Geburtstags seinen letzten Blick auf die Medaillen und die gerahmte Urkunde warf. Dann ging er wie an jedem Geburtstag mit seinem Partner und einem Glas Bourbon auf den Balkon. Er rauchte noch eine Zigarette, trank noch einen Whisky und ging im Geist seine Finanzen durch. Bei seinem augenblicklichen Verbrauch würde das Geld fünf Jahre reichen. Auf seinem Schweizer Konto hatte er 2,5 Millionen Dollar deponiert, die ihm ein gewisses Polster verschafften. Aber er wusste ja nicht, wie lange er noch leben würde. An jedem Geburtstag schenkte er sich selbst eine runde russisches Roulette. Er legte die Patrone in eine der sechs Kammern, drehte die Trommel, horchte auf das metallische Klicken, setzte die Waffe an die Schläfe und drückte einmal ab. Traf der Hammer eine leere Kammer, war es Schicksal. Er ging hinein, öffnete den Waffenschrank und holte den Revolver heraus. Die Kugel befand sich seit zehn Jahren in der Kammer. Er öffnete die Waffe und ließ die 38er Patrone in seine Hand fallen. Vorsichtig steckte Tooth die Patrone wieder in die Kammer, drehte die Trommel, horchte auf das Klicken. Vielleicht traf es ihn diesmal. Vielleicht auch nicht. Er setzte den Lauf des Revolvers an die Schläfe, genau dort, wo die Patrone die größte Zerstörung anrichten würde. Dann drückte er ab. Die Morgenbesprechung hielt Grace im Konferenzraum ab, da weitere Kollegen hinzugekommen waren, darunter Tracy Stocker von der Spurensicherung, der Polizeifotograf James Gattrell, Paul Wood von der Unfalluntersuchung und dessen eigener Leiter der Spurensicherung. Grace hatte sein eigenes Team um zwei Personen erweitert. Den jungen DC Alec Davis, der ihn schon als Schutzpolizist beeindruckt hatte und den er nun vorzeitig für die Kripo angefordert hatte. Er war ein ruhiger, schüchtern wirkender Mann und leitete jetzt das Team, das alle Geschäfte im Umkreis von eineinhalb Kilometern um die Unfallstelle auf Überwachungskameras überprüfte. Der andere Kollege war David Hose, ein großer, charmanter Detective Constable Mitte 40. James Bix hatte auf einer weißen Wandtafel die Position der Fahrzeuge aufgezeichnet, wie man sie unmittelbar nach dem Zusammenstoß mit dem Radfahrer vorgefunden hatte. Roy Grace las aus seinen Notizen vor. Donnerstag, 22. April, 8.30 Uhr. Dies ist die zweite Besprechung der Operation Violin, der Ermittlung in Sachen des Todes von Tony Rivera, Student an der Brighton University. Durchgeführt an Tag 2 nach seinem Zusammenstoß in der Portland Road, Hove, mit einem nicht identifizierten Lieferwagen und in der Folge mit einem Sattelschlepper der Aberdeen Ocean Fisheries. Nicht anwesend sind D.S. Branson, P.C. Pattenden und D.S. Moy, die zurzeit mit den Eltern des Toten, die aus den USA hergeflogen sind, die Leiche in Augenschein nehmen. Er wandte sich an Sergeant Wood. Paul, du fängst am besten an. Wood stand auf. Wir haben die Informationen der Zeugen, die Schleuderspuren und das Muster der Trümmer in das CAD-Programm eingespeist, das wir zurzeit für die Simulation von Unfällen benutzen. Wir haben zwei Perspektiven des Unfalls erstellt, die erste aus der Sicht des Audi. Er griff nach einer Fernbedienung und drückte einen Knopf. Als die Animation endete, herrschte Stille. Schließlich wandte sich Grace an James Bix. Auf dieser Simulation sieht es so aus, als hätte die Fahrerin des Audi, Mrs. Carly Chase, den Radfahrer überhaupt nicht berührt. Nach den bisherigen Zeugenaussagen ist es auch so gewesen. Aber ich bin nicht davon überzeugt, dass wir die ganze Geschichte kennen. Möglicherweise hatte sie nur Pech und lediglich am Abend vorher getrunken, aber es ist noch zu früh, um sie als Schuldige auszuschließen. Grace schaute die Leiterin der Spurensicherung an. Tracy, haben Sie etwas für uns? Tracy Stocker war ein winziges Energiebündel und eine der angesehensten Mitarbeiterinnen der Spurensicherung. Ja, Chef, wir haben etwas gefunden, das wichtig sein könnte. Die Überreste eines Außenspiegels, der von dem Ford Transit stammen könnte. Er trägt auch eine Seriennummer. Die Firma hat uns mitgeteilt, dass sie aus dem Herstellungsjahr 2006 stammt. Ich warte jetzt auf Nachricht, wie viele Lieferwagen dieser Farbe in diesem Jahr gebaut wurden. Der Spiegel selbst ist zerbrochen, aber ich habe Fingerabdrücke nehmen lassen. Die meisten Leute stellen ihre Außenspiegel von Hand ein. Das könnte etwas bringen. Gut gemacht, Tracy. Grace schaute zu Alec Davis. Wie sieht es mit den Überwachungskameras aus? Der Junge DC schüttelte den Kopf. Sir, wir haben uns alle Bilder angesehen, aber Sie liefern einfach nicht genügend Details. Gut, wir sollten den Radius vergrößern. Falls der Lieferwagen mit 50 Stundenkilometern gefahren ist, wären das eineinhalb Kilometer pro zwei Minuten. Weiten Sie den Radius auf 15 Kilometer aus und lassen Sie mich wissen, wie viele Leute Sie dafür brauchen. Dann hob Norman Potting die Hand. Boss, angesichts der Verbindung zur New Yorker Mafia sollten wir zumindest in Betracht ziehen, dass dies mehr als ein bloßer Verkehrsunfall ist. Ich weiß, dass wir die Lieferwagen überprüfen müssen, aber könnte nicht mehr dahinter stecken. Gute Frage, Norman. Ich persönlich halte es für unwahrscheinlich, dass dies ein Bandenmord ist. Natürlich müssen wir sicherstellen, dass der Tod nichts mit der Mafia zu tun hat. Wir brauchen weitere Informationen. Er schaute zu Alan Sorretti, einer fähigen Analystin, die er ins Team geholt hatte. Alan hat bereits Kontakte zur New Yorker Polizei aufgenommen, um herauszufinden, ob Tony Rivers Familie oder die seiner Mutter mit anderen Familienmitgliedern im Streit liegt. Oder mit anderen Clans. Sein Handy klingelte. Er entschuldigte sich und nahm das Gespräch an. Sein Chef, ACC Rick, teilte ihm mit, er müsse ihn umgehen sprechen. Er schien nicht gerade bester Laune zu sein. Als er mit dem silbernen Ford Focus Kombi an der Sicherheitsschranke von Mailing House, der Zentrale der Sussex Police, hielt, verspürte Roy Grace das gleiche Kribbeln im Magen wie früher, wenn er in der Schule zum Direktor gerufen wurde. Er nickte dem Wachposten zu, als er durch die Schranke fuhr und scharf nach rechts abog. Peter Ricks Büro befand sich im Erdgeschoss des Hauptgebäudes, eines hübschen Herrenhauses im Queen Anne-Stil. Von dort aus blickte man durch ein großes Fenster auf die kiesbestreute Auffahrt und den kreisförmigen Rasen dahinter. Grace wusste, dass er bei dem neuen ACC, der seinen Posten am Jahresanfang übernommen hatte, bislang einen guten Eindruck hinterlassen hatte. Er fand ihn sympathisch, hatte aber dennoch immer das Gefühl, er müsse ihn mit Samthandschuhen anfassen. Rick war ein eleganter, distinguiert wirkender Mann in den Vierzigern mit frischer Gesichtsfarbe, konservativem Haarschnitt und einem Tonfall, der verriet, dass er eine Privatschule besucht hatte. Der Mann war freundlich, aber sachlich. »Wie ich hörte, ist Ihre Freundin im Krankenhaus, Roy«, sagte Rick. Grace war überrascht. »Ja, Sir, es gibt Probleme mit der Schwangerschaft.« »Das tut mir leid«, sagte Rick. »Falls Sie Urlaub brauchen, sagen Sie es.« »In der wievielten Woche ist sie?« »In der 26.« »Hoffen wir, dass alles gut geht«, sagte der ACC stirnrunzelnd. »Vielen Dank, Sir. Sie wird morgen entlassen. Also scheint keine unmittelbare Gefahr zu bestehen.« Als Ricks Sekretärin mit Kaffee für die beiden hereinkam, warf der ACC einen nachdenklichen Blick auf ein Blatt, das vor ihm lag. »Operation Violin«, sagte er. Dann schaute er Grace grinsend an. »Wie gut, dass Ihr Computer Sinn für Humor hat«, Grace sah ihn fragend an. »Sinn für Humor?« »Erinnern Sie sich nicht an den Film »Manche mögens heiß?« »Da hatten die Gangster Maschinengewehre in ihren Geigenkästen.« »Ach ja, natürlich, daran hatte ich nicht gedacht.« Er grinste, verspürte aber einen leisen Stich. Es war Sandys absoluter Lieblingsfilm gewesen.« Das Lächeln verschwand vom Gesicht des Assistant Chief Constable. »Roy, ich mache mir Sorgen wegen dieser Mafia-Verbindung.« Grace nickte. »Die Eltern sind jetzt hier, um die Leiche zu identifizieren.« »Ich weiß.« »Was mir nicht gefällt, ist die Tatsache, dass wir uns auf fremdem Terrain bewegen.« »Ich fürchte, die Sache könnte schieflaufen.« »In welcher Hinsicht zwar?« Ricks Gesicht verdunkelte sich. »Wir befinden uns mitten in einer verdammten Rezession.« »Die Wirtschaft dieser Stadt hat darunter zu leiden. Der Tourismus kränkelt. Da können wir es verdammt noch mal nicht gebrauchen, dass die verfluchte amerikanische Mafia hier Schlagzeilen macht.« »Wir haben eine gute Beziehung zum Argus. Das können wir sicher unter Kontrolle halten.« »Meinen Sie?« Allmählich wirkte Rick richtig wütend. So hatte Grace ihn noch nie erlebt. »Wenn wir vorsichtig mit der Zeitung umgehen und sie vor der überregionalen Presse mit Informationen versorgen, dürfte das möglich sein,« »Und was ist dann mit der Belohnung?« Das Wort traf Grace wie ein Hammerschlag. »Belohnung?« fragte er überrascht. Rick winkte ihn auf seine Seite des Schreibtischs, tippte auf eine Taste und deutete auf den Bildschirm. Grace sah den Schriftzug des Argus in schwarzen, rot unterstrichenen Buchstaben. Darunter stand zu lesen, »Neueste Schlagzeilen«, aktualisiert um 9.25 Uhr. »Tochter eines Mafia-Bosses bietet 100.000 Dollar Belohnung für Mörder ihres Sohnes.« Entmutigt las Grace weiter, »Fernanda Rivera, die Tochter des New Yorker Mafia-Paten Sal Giorgino, der zurzeit elf lebenslängliche Haftstrafen wegen Mordes verbüßt, erklärte heute Morgen vor dem Tod des Leichenschauhauses gegenüber Kevins Piniella, dem Reporter des Argus, dass sie eine Belohnung von 100.000 Dollar für Informationen aussetzte, die zur Identifizierung des Lieferwagenfahrers führen, der für den Tod ihres Sohnes Tony Rivera verantwortlich ist. »Wissen Sie, was mir daran am wenigsten gefällt, Roy?« Grace ahnte es. Die Formulierung im Zusammenhang mit der Belohnung, Sir? Rick nickte. »Identifizierung«, sagte er. »Das Wort gefällt mir nicht. Üblicherweise sagt man, für Informationen, die zur Verhaftung und Verurteilung führen. Die Geschichte mit der Identifizierung passt mir nicht. Das geht in Richtung Selbstjustiz.« Möglicherweise war die Frau einfach übermüdet und hat es nicht so gemeint. Grace merkte selbst, wie unbeholfen das klang. Rick schaute ihn vorwurfsvoll an. »Letztes Mal haben Sie gesagt, dieser Spinella fräße Ihnen aus der Hand?« »Nicht ganz, Sir. Ich habe gesagt, ich hätte eine gute Arbeitsbeziehung zu ihm, würde aber befürchten, dass er irgendwo bei der Polizei einen Maulwurf hat. Das hier dürfte der Beweis sein. Für mich beweist das etwas anderes, Roy.« Auf einmal fühlte Grace sich äußerst unbehaglich. Und zwar, dass meine Vorgängerin, Alison Vosper, recht hatte, als sie mir riet, sie im Auge zu behalten. Grace fuhr am Stadtrand von Brighton entlang zum Krankenhaus. Er kochte vor Wut und fühlte sich sehr gedemütigt. Er wählte die Nummer von Kevin Spinella. Sein Handy war auf Freisprechen geschaltet. Der Reporter meldete sich sofort. »Sie haben soeben Ihren guten Draht zu mir und der Kripozentrale ein für allemal zerstört,« tobte Grace. »Detektiv-Superintendant Grace? Was ist denn los?« Spinella klang nicht ganz so selbstsicher wie sonst. »Sie wissen verdammt gut, was los ist.« »Ich rede von Ihrer Titelseite. Ich kann nicht fassen, wie verantwortungslos Sie gewesen sind.« »Das haben wir auf Ersuchen von Mrs. River gebracht.« »Ohne sich die Mühe zu machen, das Ermittlungsteam vorher zu fragen?« Einen Moment herrschte Stille. Dann sagte Spinella, der zunehmend kleinlauter wurde, »Ich dachte, das sei nicht nötig.« »Und Sie haben wohl auch nicht an die Konsequenzen gedacht, was?« »Wenn die Polizei eine Belohnung aussetzt, liegt sie in der Regel bei 5000 Pfund. Was wollen Sie damit erreichen? Dass die Leute in Brighton in Pick-ups mit Waffenständern auf dem Dach auf den Straßen patrouillieren? In der Heimat von Mrs. River mag das so laufen. Aber bei uns geht das anders. Und Sie haben genügend Erfahrung, um das zu wissen.« Grace legte auf und rief Glenn Branson zurück, der sich zwischenzeitlich gemeldet hatte. »Hi, Oldtimer!« sagte sein Kollege, bevor Grace ein Wort herausbekam. »Dieser Arsch von Spinella hat uns vor dem Leichenschauhaus aufgelauert. Heute Abend dürfte etwas im Arges stehen.« Die Online-Ausgabe bringt schon jetzt was. Grace fasste den Artikel zusammen und berichtete, wie ACC Rick ihn zur Sau gemacht und was das Gespräch mit dem Reporter ergeben hatte. »Leider konnte ich nichts tun, Chef. Er stand genau vor dem Leichenschauhaus, wusste, wer sie waren und nahm sie beiseite.« »Wer hat ihm den Tipp gegeben?« »Eine Menge Leute müssen gewusst haben, dass die Eltern herkommen. Nicht nur bei der Gripo. Es könnte auch jemand aus dem Hotel gewesen sein.« »Zu Spinella sage ich nur eines. Er hat die Finger überall drin.« Grace fuhr auf der A27 nach Westen. »Was sagst du zu der Formulierung bezüglich der Belohnung? Kommt sie dir verdächtig vor? Ich meine, dass es um die Identität des Fahrers geht und nicht in erster Linie um Verhaftung und Verurteilung.« »Hundert Riesen«, knurrte Glenn Branson in einer Imitation des Paten. Er sprach, als hätte er den Mund voller Käselsteine. »Das ist ein Angebot, das niemand ablehnen kann.« »Ach, halt die Klappe!« Doch bei sich dachte Grace, dass sein Kollege durchaus Recht haben konnte. Der Privatjet der Revers hatte gerade erst abgehoben, als sich Fernanda bereits den ersten Wodka gönnte. Lou Revers mochte es nicht, wenn seine Frau zu viel trank, und seit ihre drei Kinder ausgezogen waren, griff Fernanda abends fast immer zur Flasche. Für sie war es normal geworden, gegen acht Uhr betrunken durchs Haus zu stolpern. Je mehr sie trank, desto übler wurde ihre Laune. Und sie fing an, Lou an allem die Schuld zu geben, was ihr gerade in den Sinn kam. Vor allem aber hatte sie ihm immer die Schuld daran gegeben, dass ihr jüngster Sohn Tony, den sie vergötterte, mit dieser Schlampe in England lebte. »Wenn du ein Mann wärst«, pflegte sie zu brüllen, »dann hättest du Tony gezwungen, sein Studium in Amerika abzuschließen. Mein Vater hätte nie geduldet, dass sein Sohn einfach so weggeht.« Lou zuckte nur mit den Achseln und sagte, »Die Generation von heute ist eben anders. Man muss seine Kinder machen lassen, was sie wollen. Tony ist ein kluger Junge und braucht als Mann seine Unabhängigkeit. Ich vermisse ihn auch, aber es ist doch gut, dass er so selbstständig handelt.« »Es ist gut, dass er seine Familie verlässt. Du meinst wohl meine Familie?« Genau das meinte er, auch wenn er es nie ausgesprochen hätte. Insgeheim jedoch hoffte er, dass Tony sich aus den Fängen der Giordinos befreien und ein eigenes Leben aufbauen würde. Manchmal wünschte er sich, er hätte selbst den Mut besessen. Doch dafür war es zu spät. Lou liebte seine Frau trotz ihres Benehmens. Er war stolz auf ihr Aussehen, auf die luxuriösen Partys, die sie organisierte, und auch im Bett konnte sie immer noch ganz schön wild sein, falls sie sich nicht vorher ins Koma getrunken hatte. Auch war seine Tatsache, dass ihre familiären Verbindungen seiner Karriere nicht gerade geschadet hatten. Lou Revere hatte in Harvard studiert und als Buchhalter angefangen. Obwohl er einer New Yorker Familie entstammte, die mit den Giordinos konkurrierte, hatte er zunächst nicht vorgehabt, sich in die Welt des Verbrechens zu begeben. Das änderte sich an dem Abend, an dem er Fernanda auf einem Wohltätigkeitsball kennengelernt hatte. Damals war er schlank und gut aussehend gewesen, und er hatte ihr gefallen, weil er sie zum Lachen brachte. Außerdem erinnerte er sie mit seiner inneren Stärke angeblich an ihren Vater. Sergio Dino war von Lou's strategischem Verstand beeindruckt und wollte das Beste für seine Tochter, und das erreichte er in seinen Augen, indem er dem Mann half, den sie heiraten wollte. Innerhalb von fünf Jahren stieg Lou Revere zum Finanzberater der Giordino-Familie auf und übernahm die Wäsche von hunderten Millionen, die aus Drogenhandel, Prostitution und Markenpiraterie stammten. Während dieser Zeit hatte Lou Revere sich und seiner engeren Familie geschickt den Rücken freigehalten. Als man Sal Giordino zunächst wegen Steuerhinterziehung anklagte, kam Lou ungeschoren davon. Ein enger vertrauter Giordinus, der den Verlust seines gesamten Vermögens befürchtete, schloss einen Deal mit der Staatsanwaltschaft und sagte drei Monate lang gegen den Capo aus. Was als Steuerermittlung angefangen hatte, endete in einer Verurteilung wegen Verschwörung zum Mord in siebzehn Fällen. Sal Giordino würde im Gefängnis sterben. Doch das alte Ungeheuer zeigte sich ungerührt. Wann immer ihn ein Reporter fragte, was es für ein Gefühl sei, nicht mehr lebend, das Gefängnis zu verlassen, knurrte er nur, irgendwo muss ich ja sterben. Inzwischen war Fernanda betrunken. Die Crew des Gulfstream Jets hatte nach den Erfahrungen während des Hinfluges ihren Vorrat an Grey Goose Wodka, Eis und Cranberry Saft aufgefüllt und auch eine Auswahl an Essen besorgt, das Fernanda noch nicht angerührt hatte. Am Ende des siebenstündigen Fluges hatte sie eine Flasche Wodka ausgetrunken und machte sich an die zweite. Sie hielt das Glas noch immer umklammert, als die Maschine um 14.15 Uhr Ortszeit auf dem Republic Airport von East Farmingdale aufsetzte. Lou half ihr die Gangway hinunter. Sie bemerkte kaum, was um sie herum vorging, als sie die Einwanderungskontrolle passierten. Eine Viertelstunde später wühlte sie im Barschrank des Lincoln Town Car, in dem sie die kurze Strecke bis nach East Hampton zurücklegten. »Meinst du nicht, es reicht, Liebes?« Lou streckte vorsichtig die Hand aus. »Mein Vater will wissen, was zu tun ist,« nuschelte sie. »Aber du weißt gar nichts, oder?« Unbeholfen blätterte sie durch die Favoritenliste in ihrem iPhone, schaute glinzelnd auf die Namen und Nummern, die vor ihren Augen verschwammen. Dann tippte sie auf den Namen ihres Bruders. Sie war gerade nüchtern genug, um darauf zu achten, dass die Trennscheibe zum Fahrerbereich geschlossen und die Sprechanlage ausgeschaltet war. Dann hob sie das Telefon ans Ohr. »Hach, scheiße, die blöde Mailbox! Ich bin's, Ricky, ruf mich an! Ich muss dringend mit dir reden!« Lou schaute sie an. Worum geht es? Ihr Bruder war ein Ekelpaket, faul, aalglatt und widerlich. Er hatte die rücksichtslose Gewalttätigkeit seines Vaters geerbt, nicht aber die Cleverness des alten Mannes. »Ich sage dir, worum es geht!« Sie drehte sich um und funkelte ihn an. Ihre glasigen Augen waren hart wie Diamanten. »Mein Sohn ist tot! Ich will die betrunkene Schlampe, den Lieferwagenfahrer und den Lkw-Fahrer verstanden! Sie sollen leiden!« Roy Grace saß mit seinem Team im Konferenzraum. Samstag, 24. April, 8.30 Uhr. Dies ist die vierte Besprechung der Operation Violin in Sachen Tony Revere. Bei der Besprechung am Vorabend hatte PC Alec Davis Aufnahmen gezeigt, die aus der Überwachungskamera eines Wettbüros stammten, das sich gegenüber der Unfallstelle befand. Das Video war körnig, zeigte aber, dass der Audi den Radfahrer knapp verfehlt hatte. Inspektor James Bix hatte nach einer weiteren Befragung der Fahrerin und der Untersuchung ihres Wagens bestätigt, dass kein Kontakt zwischen Fahrrad und Audi stattgefunden hatte. Daher hätten sie die Absicht, sie lediglich wegen Trunkenheit am Steuer zu belangen. Die Besprechung konzentrierte sich vor allem auf die mögliche Schadensbegrenzung, nachdem die Familie die gewaltige Belohnung ausgesetzt hatte. Sie hatte überall Schlagzeilen gemacht und zu Verschwörungstheorien geführt. Danach war Tony Revere von einer Gangsterfamilie aus Brighton oder einem rivalisierenden Mafia-Clan ermordet worden oder hatte als Undercover-Agent für die CIA gearbeitet. Glenn Branson und Bella Moy hatten dem Team vom Besuch der Eltern im Leichenschauhaus berichtet und beschrieben, wie die Revers reagiert hatten. Beide waren einer Meinung, dass die Eltern offenkundig an einen tragischen Unfall und nicht an einen Mordanschlag glaubten. Dann übernahm Grace. Es freut mich, dass ich von einem möglichen Durchbruch heute Morgen berichten kann. Ein Fingerabdruck, der von dem kaputten Außenspiegel stammt, der vermutlich beim Zusammenstoß mit dem Radfahrer abgebrochen ist, konnte identifiziert werden. Alle Augen waren auf ihn gerichtet. Plötzlich wurde es ganz still im Raum. Nur Norman Pottings Handy meldete sich mit der Titelmelodie von Indiana Jones. Er drückte das Gespräch weg und murmelte eine Entschuldigung. Der Abdruck stammt von Jürgen Pries, einem 31-jährigen verurteilten Drogenhändler, der die letzten drei Wochen einer sechsjährigen Haftstrafe im Fort Prison verbüßt. Er absolviert ein Rehabilitationsprogramm, bei dem er tagsüber auf einer Baustelle in Arundel arbeitet. Am Mittwoch, dem 21. April, dem Tag des Unfalls, kehrte er abends nicht ins Gefängnis zurück. Den Namen kenne ich, sagte Norman Potting. Ha, ein kleiner Scheißer. Den habe ich vor Jahren mal wegen Autodiebstahls hochgenommen. War einer von den Unruhestiftern aus Moleskuhm. Wissen Sie, was er jetzt macht, Norman? Wo er sein könnte? Warum sollte jemand so etwas riskieren, wenn er nur noch drei Wochen absitzen muss? Ja, ich weiß, wen ich fragen muss, Boss. Grace machte sich eine Notiz dazu. Gut, halten Sie mich auf dem Laufenden. Ich habe unmittelbar vor dieser Besprechung mit Lisa Satterington, einer leitenden Angestellten des Gefängnisses, telefoniert. Sie hat gesagt, Pries habe sich tadellos betragen, eine Ausbildung als Stuckateur gemacht, Bewerbungen geschrieben. Sie sagt, sie kenne ihn gut und es passe gar nicht zu seinem Charakter. Chef, es könnte nützlich sein, im Gefängnis die Belohnung zu erwähnen, warf Nick Nicholas plötzlich ein. Vermutlich weiß jemand dort drinnen, was Pries vorhatte. Die wissen immer über die Pläne der anderen Bescheid. Gute Idee, sagte Grace. Norman, Sie fahren hin und sehen zu, ob jemand mit Ihnen reden will. Geht in Ordnung, Boss. Ich weiß auch, wo ich mich in Brighton selbst umhören kann. Ein Typ wie Ewan Pries kann sich nicht lange verstecken. Vor allem nicht, wenn hunderttausend Dollar auf seinen Kopf ausgesetzt sind, sagte Grace. Wie jeden Morgen stand Tooth in der Dämmerung auf, bevor die Sonne zu heiß wurde. Zusammen mit seinem Partner lief er regelmäßig 15 Kilometer in den ausgedörrten Hügeln in der Nähe seines Hauses. Wenn er nach eineinhalb Stunden zurückkam, trainierte er noch mit Gewichten in dem kleinen klimatisierten Fitnessstudio, das er sich im Gästezimmer eingerichtet hatte, während Rosserian geduldig aufs Frühstück wartete. Danach folgte das Kampfkunsttraining. Hinter den feindlichen Linien waren Schusswaffen manchmal unpraktisch gewesen. Doch Tooth konnte auch mit bloßen Händen kämpfen. Sie waren ihm sogar lieber als Messer. Mit bloßen Händen konnte man Menschen sehr viel mehr Schmerzen zufügen. Man musste nur die richtigen Stellen kennen. Man konnte ihre Trommelfelle, Augäpfel oder Hoden zum Platzen bringen. Man konnte ihnen sehr wehtun, bevor man sie tötete, ohne eine Blutspur zu hinterlassen. Er übte die Bewegungen ein, arbeitete vor allem mit den Handmuskeln, schlug mit Gewichten an den Händen gegen den Punching Ball und übte das Zudrücken. Er mochte klein sein, konnte aber mit der linken oder rechten Hand einen Ziegelstein zermalmen. Als er im Fitnessraum fertig war, ging er unter die Dusche, schüttete seinem Partner Trockenfutter in den Napf und kippte eine Dose Nassfutter darüber. Er stellte das Futter auf den Balkon und setzte sich kurz darauf mit seinem eigenen Frühstück dazu. Er aß mit Wasser angerührtes Energiepulver und schaute dabei auf das flache Wasser der Turtle Bay Curve und die Boote, die am Ponton unterhalb der Sharkbite Sports Bar vertreut waren. Es war ein schöner Tag, wie die meisten Tage auf dieser Insel, und der Seewetterbericht war gut. Bald würden er und Yossarian mit dem Boot hinausfahren, das Sidescan so nah einschalten und angeln. Was immer er fing, würde er mit seinem Partner teilen. Sie steckten zusammen in diesem beschissenen Leben und kümmerten sich umeinander. Plötzlich klingelte sein Handy. Er warf einen Blick auf das schwarze Gerät, das neben ihm auf dem Tisch lag. Eine New Yorker Nummer wurde angezeigt, die er nicht kannte. Er drückte den Anruf weg und dachte nach. Nur ein Mensch kannte die Nummer seines augenblicklichen Prepaid-Handys. Tooth hatte fünf dieser Handys in seinem Safe liegen. Er nahm immer nur einen Anruf entgegen und vernichtete das Telefon danach. Diese Vorsichtsmaßnahme hatte sich als hilfreich erwiesen. Der Mann, der für eine New Yorker Gangsterfamilie arbeitete, verstand Tooth, und der wiederum vertraute ihm. Er nahm die SIM-Karte aus dem Handy und hielt sie so lange an die Flamme seines Feuerzeugs, bis sie geschmolzen war. Dann holte er ein neues Telefon aus dem Safe, überzeugte sich davon, dass seine Rufnummer unterdrückt wurde, und wählte. »Ja«, meldete sich umgehend eine Männerstimme. »Sie haben angerufen?« »Man sagte mir, Sie könnten helfen.« »Kennen Sie meine Bedingungen?« »Die gehen in Ordnung. Wann können wir uns treffen? Heute Abend?« Tooth ging im Kopf die Flugzeiten durch. Er kannte den Flugplan nach Miami und die Anschlussflüge in verschiedene Großstädte. In einer Stunde wäre er abflugbereit. »Der Typ, der Ihnen die Nummer gegeben hat, wird Ihnen eine weitere Nummer geben. Rufen Sie mich um 18 Uhr darunter an und geben Sie mir die Adresse durch.« Dann hängte er ein. Um kurz nach halb drei verabschiedete sich Roy Grace von seinem Teen in Sussex Haus. Er werde zur Besprechung um halb sieben zurück sein. Dann fuhr er nach Hause, um nach der Post zu sehen und den Zustand des Hauses zu überprüfen. Der Makler hatte für morgen eine Besichtigung angekündigt. Außerdem wollte er sichergehen, dass sein Goldfisch Marlon genug zu fressen hatte. Er vertraute Glenn nicht so ganz, der im Augenblick nur an seine gescheiterte Ehe denken konnte. Es war ein sonniger Nachmittag und in der Luft lag das erste Versprechen des nahenden Sommers. Als er die vertraute Church Road entlang fuhr, überkam ihn eine plötzliche Traurigkeit. Zehn Jahre zuvor war er jedes Mal aufgeregt gewesen, wenn er durch die breite Wohnstraße kam, weil er gleich zu Hause sein würde. Zu Hause bei Sandy. Die Häuser auf beiden Seiten waren gleich, Doppelhaushälften im Pseudo-Tudor-Stil, mit drei Schlafzimmern, Garage, kleinem Vorgarten und Garten hinter dem Haus. Hier hatte sich im Laufe der Jahre wenig verändert, außer den Automodellen. Ab und zu kam ein Verkaufsschild, wie das vor seinem Haus, dazu. Als er in die Einfahrt bog, kam es ihm vor wie ein Geisterhaus. In den vergangenen Monaten hatte er Sandys Kleider in Kartons gepackt und in Second-Hand-Läden gebracht, doch trotzdem war ihre Gegenwart immer noch deutlich zu spüren. In letzter Zeit musste er allen Mut zusammennehmen, um das Haus zu betreten, weil die Erinnerungen immer schmerzlicher wurden. Das Haus war damals völlig heruntergekommen gewesen, als sie es im Rahmen einer Testamentsvollstreckung gekauft hatten. Mit ihrem großartigen Geschmack und ihrer Leidenschaft für Zen-Minimalismus hatte Sandy es in ein cooles, modernes Zuhause verwandelt. Nun aber waren Gebäude und Zen-Garten völlig verwildert, und es kehrte langsam in seinen ursprünglichen Zustand zurück. Vielleicht würde ein anderes junges Paar, erfüllt von Glück und großen Träumen, es kaufen und in etwas ganz Besonderes verwandeln. Zur Zeit aber sah es auf dem Immobilienmarkt nicht gut aus. Graham Rand, der Chef der Maklerfirme, hatte vorgeschlagen, den Preis zu senken, was Grace auch getan hatte. Es war Frühling. Vielleicht erholte sich der Markt, und mit etwas Glück wurde das Haus endlich verkauft. Zu seiner Überraschung war die Post ordentlich auf dem Tisch in der Diele aufgestapelt, und zu seiner noch größeren Überraschung schien der Raum geputzt worden zu sein. Ebenso das Wohnzimmer, das Glenn in den vergangenen Monaten in eine Müllhalde verwandelt hatte. Grace eilte nach oben und schaute ins Schlafzimmer. Auch das wirkte makellos. Das Bett war ordentlich gemacht. Hier drinnen sah es aus wie in einem Musterhaus. Sollte das Glänzwerk sein? Seltsam. Aber alles wirkte noch fremder als zuvor. Es schien, als wäre Sandys Geist zurückgekehrt. Sie war geradezu von Ordnung besessen gewesen. Marlons Futterbehälter war voll, und soweit man das bei einem Goldfisch sagen konnte, schien er sich über Roy's Besuch zu freuen. Er schwamm einige Runden in seinem Glas, bevor er das Gesicht an die Scheibe drückte und mehrfach das Maul auf- und zumachte. Grace warf einen Blick aus dem Fenster und erlitt den nächsten Schock. Der Rasen war gemäht. Was war nur in seinen Freund gefahren? Hatte das Schild ihn in Panik versetzt? Hoffte er, Grace werde es sich anders überlegen, wenn er das Haus aufräumte? Er schaute auf die Uhr. Es war kurz vor drei. Er hatte gesagt, er werde Cleo nach der Visite im Krankenhaus abholen. Er machte sich eine Tasse Tee und schaute die Post durch, wobei er die Werbung in den Papierkorb warf. Dann stieß er auf einen Brief, der an Mrs. Sandy Grace adressiert war. Es war eine Einladung zu einer privaten Vernissage in einer Kunstgalerie in Brighton. Sandy hatte sich sehr für moderne Kunst interessiert. Er warf sie weg. Da musste jemand wirklich eine uralte Adressliste im Computer haben. Zwanzig Minuten später fuhr er die Promenade entlang in Richtung Camptown und grübelte über den aktuellen Fall. Ewan Preece, der Fahrerflucht begangen hatte. Sie konnten noch nicht beweisen, dass er tatsächlich der Fahrer gewesen war, auch wenn man seine Fingerabdrücke am Spiegel gefunden hatte. Die Tatsache, dass er nicht ins Gefängnis zurückgekehrt war, deutete jedoch auf seine Schuld hin. Mit etwas Glück würden sie ihn innerhalb weniger Tage schnappen und herausfinden, weshalb er die Biege gemacht hatte. Vermutlich dachte Grace, weil er um neun Uhr am Mittwochmorgen eigentlich auf einer Baustelle in der Nähe des Gefängnisses hätte arbeiten sollen, statt in vier Kilometern Entfernung in einem Lieferwagen durch Brighton zu fahren. Höchstwahrscheinlich samt illegaler Ladung. Auf der Straße, die zum Kreisverkehr gegenüber dem Palace Pier führte, den man sehr zum Missfallen von Roy Grace in Brighton Pier umbenannt hatte, staute sich der Verkehr. Während er mit dem Auto langsam dahin kroch, beobachtete er voller Neugier ein Paar, das seinen Kinderwagen über die Promenade schob. Daran erkannte er, dass er sich definitiv verändert hatte. Früher hatte er sich nie auch nur im Entferntesten für Babys interessiert. Doch in den vergangenen Wochen ertappte er sich dabei, dass er mit einem Lächeln Kleinkinder in Buggies betrachtete. Jemand hatte den Münchner Merkur auf dem hölzernen Biertisch liegen lassen. Sie saß allein im Seehaus im Englischen Garten. Auf der Titelseite der Lokalzeitung sah man einen großen silbernen Bus, der gegen eine Leitplanke gepreilt und auf die Seite gekippt war. Drumherum standen Rettungshelfer in orangefarbenen Westen. Auf einer Trage war ein zugedecktes, blutiges Opfer zu erkennen. Die Schlagzeile, die sie im Kopf ins Englische übersetzte, lautete »Sieben Tote bei Busunglück auf Autobahn«. Obwohl sie inzwischen fließend Deutsch sprach, dachte sie immer noch in Englisch und träumte bisweilen auch auf Englisch. Sie fragte sich, ob sich das eines Tages ändern würde. Sie hatte deutsches Blut. Ihre Großmutter mütterlicherseits stammte aus einer kleinen Stadt in der Umgebung und sie empfand Bayern zunehmend als ihre wahre geistige Heimat. Sie liebte München und vor allem diesen Park. Wenn möglich, kam sie jeden Samstagmorgen her. Heute war der Aprilsonnenschein ungewöhnlich warm und sie war dankbar für die Brise, die vom See herüberwehte. Obwohl sie nur ein T-Shirt, eine Jogginghose und Turnschuhe trug, schwitzte sie stark nach ihren zehn Kilometern. Dankbar nahm sie einen tiefen Zug aus der kalten Flasche Mineralwasser, die sie gerade gekauft hatte. Dann saß sie ganz still da, atmete den süßen Duft von Gras und Seewasser, von Holz und sauberer Luft ein. Plötzlich wehte von irgendwo Zigarettenrauch herüber. Sofort überkam sie eine leise Traurigkeit, die Erinnerung an den Mann, den sie einmal so geliebt hatte. Sie griff nach der Zeitung, die keinem zu gehören schien. Es gab Augenblicke wie diesen, in denen sie sich nach Einsamkeit zähnte und wenige kostbare Momente, in denen sie diese tatsächlich fand. Das gehörte zu den Dingen, die sie bei ihren Samstagmorgenläufen am meisten schätzte. Es gab immer so vieles, über das sie nachdenken musste, aber nicht genügend Zeit, um sich darauf zu konzentrieren. Ihre neuen Herren gaben ihr jede Woche neue Denkanstöße. Diese Woche hatten sie gesagt, bevor du neue Horizonte suchen kannst, musst du zuerst den Mut finden, das Ufer aus den Augen zu verlieren. Hatte sie vor zehn Jahren nicht genau das getan? Dann überfiel sie mit der nächsten Rauchwolke ein neuerlicher Schmerz. Sie hatte einen schlechten Tag erwischt, eine schlechte Woche, zweifelte an allem, fühlte sich allein und trostlos und verunsichert. Sie war 37, alleinstehend, hatte zwei gescheiterte Beziehungen hinter sich. Und was lag vor ihr? Im Augenblick gar nichts. Um sich abzulenken, las sie in der Zeitung den Artikel über das Busunglück. Auf der nächsten Seite ging es um die Schließung einer Fabrik, die sie nicht interessierte. Sie blätterte weiter. Und erstarrte. Sie schaute wie gebannt auf die Wörter, konnte ihren Augen nicht trauen, übersetzte alles für sich ins Englische. Es war eine Anzeige, nicht groß, nur eine Spalte breit. Sie lautete »Sandra Sandy Christina Grace, Ehefrau von Roy Jack Grace aus Hove, City of Brighton and Hove, East Sussex, England.« Seit zehn Jahren vermisst, vermutlich tot, zuletzt gesehen in Hove, East Sussex. Sie ist eine Meter siebzig groß, schlank und hatte, als sie zuletzt gesehen wurde, schulterlanges blondes Haar. Falls niemand der Kanzlei Edwards & Edwards LLP unter der nachstehenden Adresse Beweise dafür erbringen kann, dass sie noch lebt, wird der offizielle Antrag auf Todeserklärung gestellt. Sie las die Anzeige wieder und wieder. Und wieder. »Weißt du, worauf ich mich wirklich freue?« fragte Cleo. »Wonach ich absolut gierig bin?« »Nach wildem Sex?« erwiderte Roy Grace hoffnungsvoll und warf ihr einen Seitenblick zu. Sie waren auf der Rückfahrt vom Krankenhaus und Cleo sah schon tausendmal besser aus. Sie hatte wieder Farbe bekommen und strahlte fröhlich. »Ich möchte dein Ego nicht verletzen, aber im Augenblick gibt es etwas, »Wonach ich mich noch mehr sehne als nach deinem Körper, Detective Superintendent Grace.« »Und was könnte das sein?« »Etwas, das ich nicht haben kann.« »Ein großes Stück Brie und ein Glas Rotwein.« »Na super.« »Ich muss jetzt also mit Käse um deine Zuneigung konkurrieren.« »Mmm, nicht konkurrieren, der Käse gewinnt sowieso.« Nachdem er in den vergangenen Tagen solche Angst um Cleo und ihr Baby gehabt hatte, schien auf einmal alles wieder gut. Cleo ging es prächtig, sie war fröhlich und lebhaft wie immer. Auch mit dem Baby war alles in Ordnung. Die Predigt von A.C.C. Rick nahm sich dagegen sehr unbedeutend aus. »Ich liebe dich so sehr,« sagte er. »Ehrlich?« »Ja.« »Ganz sicher?« »Selbst mit meinem dicken Bauch und trotz der Tatsache, dass ich Käse lieber mag als dich?« »Ich mag deinen Bauch.« »Dann habe ich noch mehr zu lieben.« Plötzlich griff sie nach seiner linken Hand und legte sie auf ihren Bauch. Er spürte, wie sich etwas bewegte, winzig und doch stark und hatte vor Freude einen Kloß in der Kehle. Ihr war nicht mehr nachlaufen zumute. Sie brauchte Alkohol. Als die Kellnerin kam, bestellte sie eine Mass und schaute wieder auf die Anzeige im Münchner Merkur. Blinder Zorn brodelte in ihr. Sie musste ihn irgendwie unterdrücken, das hatte sie gelernt, Anti-Aggressionstraining. Sie konnte es eigentlich ganz gut, musste sich aber sehr darauf konzentrieren. Die Spirale in ihrem Verstand zurückdrehen bis zu dem Punkt, bevor sie wütend geworden war. Dem Augenblick, bevor sie die Anzeige im Münchner Merkur entdeckte. Sie faltete die Zeitung zu und schob sie weg. Das machte sie ein bisschen ruhiger. Aber sie hatte mit sich zu kämpfen. Der Zorn in ihr drohte auszubrechen, und das durfte sie nicht zulassen. Ihre Wut durfte nicht die Oberhand gewinnen. Sie hatte ihr Leben schon zu lange beherrscht, und das war weder gut noch klug. Dann fragte sie sich, warum? Und ist es wirklich wichtig? Sie hatte ihn im Auge behalten, vor allem in den letzten Jahren, seit sie den Argus online lesen konnte. Das Leben eines zunehmend prominenten Polizeibeamten konnte man mühelos verfolgen. Über ihn wurde häufig berichtet. Er ging noch immer der Arbeit nach, die er so liebte. Er war ein beschissener Ehemann, aber ein toller Polizist. Als Ehefrau kam man immer an zweiter Stelle. Manche akzeptierten es. Aber das war nicht das Leben gewesen, das sie sich wünschte. Hatte sie jedenfalls gedacht. Doch nun, da sie allein lebte, zweifelte sie zunehmend an ihrem Entschluss. Und diese Anzeige beunruhigte sie mehr, als sie sich das jemals vorgestellt hatte. Tod? Ich? Wie bequem für dich, Detective Superintendent Roy Grace, Leiter der Abteilung Kapitalverbrechen in Sussex. Bist du glücklich? Weißt du noch, wie wir über Glück diskutiert haben? Du erinnerst dich doch sicher an den Abend, an dem wir uns in der Kneipe in Browns betrunken haben. Und du mir erzählt hast, es sei zwar möglich, glückliche Augenblicke zu erleben, aber nur ein Idiot könne immer glücklich sein. Du hattest recht. Sie schlug die Zeitung auf und las die Anzeige noch einmal. Wieder wallte Zorn in ihr auf, ein lautloser Zorn, ein Feuer, das gelöscht werden musste. Die Worte fielen ihr wieder ein. Sie sagte sie im Geiste auf. Leben heißt nicht, auf das Ende des Sturms zu warten. Du musst lernen, im Regen zu tanzen. Während sie die Worte immer und immer wiederholte, wurde sie allmählich ganz ruhig. Grace war gerade auf dem Weg zur Abendbesprechung, als sein Handy klingelte. Es war Kevin Spinella. Detective Superintendent, hätten Sie einen Augenblick Zeit für mich? Tut mir leid. Nicht mal eine Nanosekunde oder eine Pikosekunde, nicht einmal eine Femtosekunde. Haha, sehr witzig. Ein Millionstel einer Milliardstel Sekunde. Nicht einmal das können Sie für mich erübrigen? Sie wissen tatsächlich, was das ist? Grace war ein wenig verblüfft. Ich wusste gar nicht, dass Sie auch Physiker sind. Ja, das Leben steckt voller Überraschungen. Also, haben Sie Zeit, über die Operation Violin zu sprechen? Ich muss zu einem Meeting. Ihre Abendbesprechung? Grace konnte sich nur mit Mühe beherrschen. Gab es eigentlich etwas, das dieser kleine Scheißer nicht wusste? Genau. Sie scheinen meinen Tagesablauf besser zu kennen als ich. Spinella achtete nicht auf die spitze Bemerkung. Ihr Hauptverdächtiger, Jund Schies, Grace schwieg. Sein Gehirn arbeitete auf Hochtouren. Woher wusste der Reporter das nun wieder? Wir haben noch gar keinen Hauptverdächtigen, erklärte er und dachte angestrengt nach, wie er Spinella nutzbringend einsetzen konnte. Er spielte auf Zeit. Wir möchten gerne mit Jund Pies sprechen, damit wir ihn von den Ermittlungen ausschließen können. Ich bin mir sicher, die Belohnung von 100.000 Dollar wird Ihnen dabei helfen, den Fahrer des Lieferwagens zu finden. Vermutlich sind schon eine Menge Anrufe hereingekommen. In Wahrheit waren es erstaunlich wenige gewesen, was Grace überraschte. Normalerweise meldeten sich bei einer Belohnung alle möglichen Idioten und Verrückten. Andererseits konnte er Spinellas Anruf nutzen und Druck auf alle Ausüben, die wussten, wo sich Pies aufhielt. Ja, log er, die Reaktionen der Öffentlichkeit sind erfreulich und wir gehen einigen vielversprechenden Hinweisen nach, die als Reaktion auf die beträchtliche Belohnung eingegangen sind. Grace beendete das Gespräch und betrat die Soko-Zentrale 1. Also, Samstag, 24. April, 18.30 Uhr, dies ist die siebte Besprechung der Operation Violin. Er schaute die Leiterin der Spurensicherung an. Tracy, ich hörte, es gibt eine neue Entwicklung? Ja, Chef, antwortete Stocker. Wir haben eine positive Identifizierung des Lieferwagens von Ford. Sie haben die Seriennummer des Außenspiegels analysiert und bestätigt, dass sie zum Modell des Jahrgangs 2006 gehört. Betrachtet man die Zeit und den Fundort des Bruchstücks, können wir mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass es von unserem verdächtigen Ford Transit stammt. Sergeant Paul Wood von der Unfalluntersuchung meldete sich zu Wort. Es wäre sinnvoll, alle Werkstätten zu kontaktieren und nachzufragen, ob jemand einen Transit mit kaputtem Außenspiegel gebracht hat. Die werden häufig beschädigt. Grace machte sich eine Notiz und nickte. Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Aber derjenige müsste ganz schön blöd sein, wenn er ihn so schnell zur Reparatur brächte. Vermutlich hat er ihn irgendwo untergestellt. Dann wandte er sich an Potting. »Norman, haben Sie etwas Neues aus dem Ford Prison gehört?« Der Kollege schürzte die Lippen, bevor er antwortete. »Ja, Chef. Ich habe mit Lisa Satterington, einer leitenden Angestellten des Gefängnisses, gesprochen, zu der sie auch Kontakt hatten.« Grace nickte. »Die gute Neuigkeit ist«, fuhr Potting fort, »dass sich die Sache mit der Belohnung im Gefängnis herumgesprochen hat. Mehrere Insassen, die mit ihm Kontakt hatten, haben sich an die Leitung gewendet und Hinweise gegeben, wo er sich aufhalten könnte. Ich habe eine Liste mit sechs Adressen und Kontaktpersonen, die sofort bearbeitet werden kann.« »Gute Arbeit, Nonnen.« Potting gestattete sich ein selbstzufriedenes Lächeln und trank einen Schluck Tee. »Es gibt aber auch eine schlechte Neuigkeit.« »Juan Preece hatte einen Freund im Gefängnis. Die beiden kennen sich seit Jahren.« Er schaute in seine Notizen. »Warren Tully.« Ein ähnlicher Vorstrafenkatalog wie Preece. »Die beiden waren dicke Freunde da drinnen. Daher wollte ich mit Tully reden. Jemand ging in die Zelle, um ihn ins Büro zu holen, und fand ihn erhängt vor.« Im Raum herrschte Schweigen, während das Team die Nachricht verdaute. DC David House fragte, »Was wissen wir über ihn?« Er hatte noch zwei Monate abzusitzen, verheiratet, drei kleine Kinder, mit der Ehe war anscheinend »Alles in Ordnung.« Lisa Satterington kannte ihn auch. Sie versicherte mir, er habe sich auf seine Entlassung und das Wiedersehen mit den Kindern gefreut. »Das ist jetzt reine Spekulation, aber für mich hört es sich an, als hätte Warren Tully gewusst, wo Preece zu finden ist,« meinte Huss. »Und deshalb ist er gestorben?«, fragte Grace. »Es war also kein Selbstmord?« »Die Ermittlungen wurden eingeleitet. Das Gefängnis arbeitet eng mit der Abteilung Kapitalverbrechen der West Area zusammen,« antwortete Potting. »Wie schwer ist es, sich in diesem Gefängnis zu erhängen,« erkundigte sich Glenn Branson. »Leichter als in den meisten,« sagte Potting, »da es ein offener Volkzug ist, haben die Gefangenen sehr viel mehr Bewegungsfreiheit und sind öfter allein. Wenn man sich erhängen möchte, dürfte das kein Problem sein.« »Und auch nicht jemand anderen zu erhängen?«, fragte Huss. Es folgte ein langes, unbehagliches Schweigen. »Hunderttausend Dollar sind eine Menge Geld für jemanden, der im Knast sitzt,« sagte Glenn. »Es ist für jeden eine Menge Geld,« bemerkte Nick Nicholas. »Jedenfalls mehr als genug, um dafür zu töten,« fügte Huss düster hinzu. PC Alec Davis hob die Hand und sagte schüchtern, »Sir, angenommen Warren Tully wusste, wo Priest ist und wurde wegen der Belohnung getötet, dann muss der Täter ebenfalls wissen, wo Priest ist.« Fernanda Revere hockte auf der Kante des grünen Sofas. Mit einer Hand hielt sie ein Glas umklammert, mit der anderen eine Zigarette. Sie klopfte die Asche alle paar Sekunden ungeduldig in einen Kristallaschenbecher. Dann legte sie die Zigarette abrupt hin, griff nach ihrem Handy und funkelte es an. Draußen tobte ein Sturm. Wind und Regen peitschten über den Atlantik, durch die Dünen das wilde Gras und die Büsche. Das gewaltige Wohnzimmer, mit seiner Galerie, den verschnörkelten Möbeln und den Wandteppichen, kam ihr an diesem Abend wie ein Museum vor. Im Kamin knisterte ein Feuer, doch es schenkte ihr keine Wärme. Im Fernsehen lief ein Footballspiel, die New York Giants gegen wen auch immer, und ihr Bruder schrie dann und wann auf. Fernanda interessierte sich einen Scheißdreck für Football. Ein blödes Männerspiel. Sie schaute ihren Bruder misstrauisch an. Er saß ihr mit einem Glas Whisky in der Hand gegenüber und saugte an einer Zigarre, die so groß wie ein Dildo war. Er wird doch auftauchen, oder? Ist er zuverlässig? Kennst du den Typen? Er ist zuverlässig. Einer der Besten. Er sitzt im Auto und müsste jeden Augenblick hier sein. Ricky griff nach dem braunen Umschlag, den er vorbereitet hatte, prüfte noch einmal den Inhalt, legte ihn zufrieden weg und konzentrierte sich wieder auf das Spiel. Ricky Giordano war vierzig Jahre alt und hatte das italienische Aussehen seines Vaters geerbt, wenn auch nicht dessen kräftige Gesichtszüge. Seine waren ein bisschen weichlich, wie bei einem Baby und von Aknenarben gezeichnet. Hast du mit dem Typen schon mal Geschäfte gemacht? Wollte Fernanda wissen. Er wurde mir empfohlen, Ricky lächelte selbstzufrieden, von einem Geschäftspartner. Und er hat einen ganz besonderen Vorteil. Er kennt sich in Brighton aus. Hat da mal einen Job erledigt. Er tut, was wir von ihm verlangen. Das möchte ich ihm auch geraten haben. Sie sollen leiden. Das hast du ihm doch gesagt, oder? Er weiß Bescheid. Tooth saß auf dem Rücksitz des linken Town Car. Er war lässig, aber schick gekleidet, trug einen Sportmantel, ein Hemd mit offenem Kragen, Chinos und braune Lederslipper. Ein Outfit, in dem er sich überall sehen lassen konnte. Neben ihm auf dem Sitz stand seine braune Reisetasche. Der Fahrer hatte sie in den Kofferraum packen wollen, als er ihn am Kennedy Airport abgeholt hatte. Doch Tooth ließ sie nie aus den Augen. Er gab sie auch nie auf, sondern nahm sie stets als Handgepäck mit. In der Tasche befanden sich saubere Unterwäsche, ein Ersatzhemd, Hose, Schuhe, sein Laptop, vier Handys, drei Pässe und verschiedene gefälschte Dokumente, die in drei ausgehöhlten Taschenbüchern versteckt waren. Tooth reiste nie mit Waffe. Er nahm nur eine gewisse Menge des Psychokampfstoffs Benzilsäure-Ester mit, der in zwei Deostiften in seinem Kulturbeutel versteckt war. Außerdem trug er die besten Waffen am Ende seiner Arme. Seine Hände. Im Scheinwerferlicht sah er, wie sich die hohen grauen Tore elektrisch öffneten. Sie fuhren weiter, bis vor ihnen die Umrisse eines eindrucksvollen, modernen Anwesens auftauchten. Der Fahrer öffnete die Hintertür und Tooth stieg aus. Die Haustür wurde sofort von einem nervös wirkenden philippinischen Hausmädchen in Uniform geöffnet. Ein feindselig aussehender Mann mit Bierbauch trat dazu, der eine dicke Zigarre in der Hand hielt. Tooth betrat eine gewaltige Eingangshalle mit grauem Steinboden. Eine imposante Wendeltreppe schraubte sich nach oben. Der Mann streckte ihm eine fleischige Hand mit glitzernden Ringen entgegen. »Mr. Tooth? Ricky Giordino! Ich hoffe, Sie hatten eine gute Reise!« Tooth berührte nur kurz die klamme Hand des Mannes und ließ sie so schnell los, als handelte es sich um ein verwesendes Nagetier. Er schüttelte nicht gern Leuten die Hand. An Händen waren Bazillen. Die Reise war in Ordnung. »Kann ich Ihnen etwas anbieten? Whisky, Wodka, ein Glas Wein? Wir haben alles da.« »Ich trinke nicht bei der Arbeit.« Das Lächeln verschwand aus Rikis Gesicht und wich einem verlegenen Glotzen. »Ein Wasser vielleicht?« Ich habe im Auto Wasser getrunken. »Gut, alles bestens. Möchten Sie Ihre Tasche abstellen?« »Nein.« »Dann kommen Sie mit.« Mit der Tasche in der Hand folgte ihm Tooth durch einen Korridor, der mit einem eleganten antiken Tisch ausgestattet war, auf dem verzierte chinesische Vasen standen. Der Mann betrat ein Wohnzimmer, das ihn an die Halle eines englischen Schlosses erinnerte, die er mal in einem Film gesehen hatte. Auf dem Sofa saß eine Schlampe in dunkelblauem Wildlederdress und rauchte eine Zigarette. Neben ihr stand ein überquellender Aschenbecher, und ihr gegenüber saß ein Loser, der sich einen Haufen Idioten anschaute, die Football spielten. »Riskiere ich etwa für solche Arschlöcher mein Leben?« »Damit die in ihren schicken Häusern sitzen und mit ihren teuren Handys telefonieren und sich auf einem Großbildschirm irgendwelche Schwachköpfe ansehen können, die einem Ball hinterher rennen?« Riski holte rasch den braunen Umschlag, schob Tooth zurück durch den Korridor in die Halle und führte ihn eine Treppe hinunter in den Keller. Er folgte dem Mann durch einen gewaltigen Billardraum, in dem der Tisch beinahe verloren wirkte. In einer Ecke gab es eine Bar mit Lederrockern und einem Weinkühlschrank mit Glastür. Der Mann sog wieder an seiner Zigarre, und eine graue Rauchwolke verhüllte sein Gesicht. »Meine Schwester ist ganz schön durcheinander, hat ihren jüngsten Sohn verloren, hat sehr an ihm gehangen.« Tooth sagte nichts. Der Mann bedeutete, er solle ihm folgen, und ging ins Nebenzimmer. Jetzt war Tooth richtig beeindruckt. Vor ihm befand sich eine Bowlingbahn in Originalgröße. Der Holzboden war poliert und makellos sauber. Die Kugeln warteten im Return. Die Wand neben der Bahn war mit einer Fototapete beklebt, die gefüllte Bücherregale zeigte. »Spielen Sie?« Statt zu antworten, wählte Tooth eine Kugel aus und steckte die Finger in die Bohrungen. Tooth trug nicht die richtigen Schuhe, also lief er vorsichtig an und ließ die Kugel rollen. In der Stille des Kellers rumpelte sie wie ferner Donner und traf den vorderen Pin wie geplant knapp neben der Mitte, was die erwünschte Wirkung zeigte. Alle zehn Pins fielen sofort um. »Toller Wurf! Wirklich nicht übel!« Der Mann paffte wieder an seiner Zigarre, blies die Wangen auf und stieß den dichten Rauch aus. Er drückte den Reset-Knopf und sah zu, wie die mechanische Halterung die Pins aufhob und wieder anordnete. Tooth holte eine Packung Lucky Strike aus der Tasche und zündete sich eine an. Nach dem ersten Zug riss der Mann sie ihm aus der Hand und drückte sie in einem Onyx-Aschenbecher aus. »Ich will nicht, dass das billige Ding meine Havanna verdirbt. Wenn Sie eine Zigarre wollen, fragen Sie einfach. Verstanden?« »Ich rauche keine Zigarren.« »Und Sie rauchen hier drin keine Zigaretten!« er funkelte Tooth herausfordernd an. »Die Frau oben hat auch eine Zigarette geraucht.« »Aber Sie sind mit mir hier unten. Entweder wir machen die Geschäfte auf meine Weise oder gar nicht.« »Ich weiß nicht, ob mir Ihre Haltung gefällt, Mr. Tooth.« Tooth erwog sehr sorgfältig, ob er den Mann umbringen sollte. »Es wäre leicht, dauerte nur ein paar Sekunden.« Doch die Bezahlung war attraktiv. In letzter Zeit waren die Jobs dünn gesät. Er griff nach einer neuen Kugel, und ihm gelang der nächste Strike. »Sie sind gut, was?« fragte der Mann zähneknirschend. Tooth antwortete nicht. »Sie waren mal in einem englischen Ort namens Brighton? So wie Brighton Beach hier in New York?« »Ich kann mich nicht erinnern.« »Sie haben einen Job für meinen Cousin erledigt, haben sich um einen estnischen Schiffskapitän gekümmert, der im Hafen auf eigene Rechnung Drogenladungen verkickte.« »Man hat die Leiche nie gefunden.« Ricky nickte anerkennend. Tooth zuckte mit den Schultern. »Mein Vorschlag ist folgender. In dem Umschlag hier befinden sich die Namen und alles, was wir über sie wissen. Meine Schwester ist bereit, eine Million Dollar zu zahlen. Eine Hälfte jetzt, die andere bei Abschluss. Sie will, dass alle leiden. Und zwar richtig. Das ist doch Ihre Spezialität, nicht wahr?« »Wie leiden?« »Man erzählt sich, Sie hätten den Trick des Iceman mit der Ratte nachgemacht. Stimmt das?« »Ich mache niemanden nach.« »Gut. Sie weiß, Kreativität zu schätzen. Wir sind also im Geschäft?« »Die ganze Summe in bar und vorher,« sagte Tooth. »Ich verhandle nicht.« »Sieiße! Wissen Sie eigentlich, mit wem Sie es zu tun haben?« Tooth, der ein ganzes Stück kleiner war als er, schaute ihn eindringlich an. »Ja? Und Sie?« Er schüttelte eine weitere Zigarette aus der Packung und steckte sie in den Mund. »Haben Sie Feuer?« Ricky Giordino starrte ihn an. »Sie haben Mumm. Das muss ich Ihnen lassen.« Er drückte wieder auf Reset. »Wie kann ich sicher sein, dass Sie den Auftrag erfüllen?« »Dass Sie dreimal treffen!« Tooth wählte die nächste Kugel aus, brachte sich in Position, lief an und ließ sie rollen. Wieder kippten alle zehn Pins um. Er steckte die Hand in die Tasche und holte ein Plastikfeuerzeug heraus, das er provozierend in die Höhe hielt. Diesmal überraschte ihn Ricky Giordino, der ein goldenes Dunhill hervorzog, es klickend öffnete und die Flamme an die Zigarette hielt. »Ich glaube, wir beide verstehen uns schon sehr gut.« Tooth zündete die Zigarette an, antwortete aber nicht. Mit Verstehen hatte er nichts am Hut. »Selbstsicherer, erfolgreicher, zärtlicher und mitfühlender Mann, 46, mag Rock und Klassik, belgische Schokolade, Bushcraft, Aufrichtigkeit und Treue, möchte all das mit intelligenter, warmherziger Frau 40 bis 50 teilen.« »Buschcraft?« Carly hatte sich auf dem Sofa mit einem Glas Rioja zusammengerollt. Im Fernsehen kam gleich Top Gear. Um sich herum hatte sie die Sonntagsbeilagen der Zeitung ausgebreitet. Es war ihr erster Alkohol seit dem Unfall, und sie brauchte ihn, denn sie war sehr niedergeschlagen. Die Mandanten sagten oft, sie flöße ihnen Selbstvertrauen ein, weil sie so taff sei. Doch in Wirklichkeit war sie überhaupt nicht taff. Das war nur gespielt. Eine Maske. Die Carly Chase bei der Arbeitmaske. Wäre sie wirklich taff gewesen, hätte sie ihre Mandanten nach Feierabend vergessen können. Doch das konnte sie nicht, jedenfalls nicht alle. Cass hatte manchmal gesagt, sie kümmere sich zu sehr um ihre Mandanten und lasse sich von ihren Problemen herunterziehen. Doch sie konnte nichts dagegen tun. Gute Ehen wie ihre verliehen einem eine wunderbare innere Stärke und das Gefühl, ein erfülltes Leben zu führen. Schlechte Ehen wie die ihrer Mandanten, die weinend und zitternd vor ihr saßen und mit unsicherer Hand Erklärungen unterschrieben, waren die reinsten Gefängnisse. Der Argus hatte jeden Tag Berichte über den Unfall gebracht. Nur heute nicht, weil die Zeitung am Sonntag glücklicherweise nicht erschien. Am Donnerstag hatte die Schlagzeile die Belohnung von 100.000 Dollar angekündigt, die die Familie des toten Jungen für Hinweise auf den Fahrer des Lieferwagens ausgesetzt hatte. Auf der zweiten Seite war ihr Foto zu sehen, Anwältin aus Brighton, verhaftet. Zu Hause und in ihrem Leben schien alles schief zu gehen, was nur schief gehen konnte. Sie war in düsterer Stimmung. Das Montagmorgengefühl stellte sich zwölf Stunden zu früh ein. Wie so oft seit ihrer Kindheit. Seit Kess tot waren die Sonntagabende am schlimmsten. Etwa um diese Zeit, vor fünf Jahren, waren zwei Polizisten vor ihrer Tür aufgetaucht. Ein Beamter der Royal Canadian Mounted Police aus Whistler in Kanada hatte sich über Interpol mit ihnen in Verbindung gesetzt und darum gebeten, ihr mitzuteilen, dass ihr Mann beim Heliskiing von einer Lawine verschüttet worden und vermutlich umgekommen war. Nach weiteren vier Tagen bangen Wartens, in denen sie entgegen aller Vernunft auf ein Wunder gehofft hatte, hatte man seine Leiche geborgen. Sie betrachtete einen größer werdenden braunen Fleck auf der Tapete gegenüber. Feuchtigkeit. Das Haus fiel um sie herum auseinander. Sie musste eine Entscheidung treffen, entweder gründlich renovieren oder endlich ausziehen. Aber wohin? Außerdem gefiel es ihr noch immer. Sie spürte die Anwesenheit von Kess, vor allem hier im Wohnzimmer. Sie trank noch Wein und wedelte einen besonders widerlichen Furz von Otis weg, der zu ihren Füßen schlief. Dann stellte sie den Fernseher lauter. Normalerweise kam Tyler ins Zimmer gestürmt und rollte sich neben ihr auf dem Sofa zusammen, weil Top Gear seine Lieblingssendung war. Eine der wenigen, die sie sich zusammen anschauten. »Tyler!« rief sie. »Top Gear fängt an!« Damit weckte sie Otis, der aufsprang, die Ohren spitzte und plötzlich knurrend aus dem Zimmer lief. Seit dem Unfall war Tyler in einer seltsamen Stimmung. Sie wusste nicht, woran es lag, aber es beunruhigte sie. Fast kam es ihr vor, als gäbe er ihr die Schuld an den Ereignissen. Doch wenn sie den Unfall zum tausendsten Mal im Geist durchspielte, gelangte sie wieder zum selben Schluss, dass sie keine Schuld traf. »Tyler!« rief sie noch einmal, doch ihr Sohn antwortete nicht. Sie ging nach oben. Hoffentlich schaute er sich die Sendung nicht in seinem Zimmer an. Doch zu ihrer Überraschung saß er am Schreibtisch, vor sich die Erinnerungskiste an seinen Vater. Für einen Zwölfjährigen hatte Tyler einen ungewöhnlichen Berufswunsch. Er wollte Kurator in einem Museum werden, genauer gesagt in einem naturhistorischen Museum. Dieser Ehrgeiz zeigte sich auch in seinem kleinen Zimmer, das wie ein Museum eingerichtet war und seine wechselnden Vorlieben widerspiegelte. Seine Bücherregale waren mit Plastikpflanzen und Reptilienmodellen vollgestellt. Dazwischen drängten sich Tim- und Struppi-Bände und Star-Wars-Bücher, naturgeschichtliche Lexika, Werke über Paläontologie. An den Wänden hingen sorgsam ausgewählte und gerahmte Fotos von Tieren und Fossilien und selbstgezeichnete Cartoons, die nach Themen unterteilt waren. Es gab auch eine Abteilung, die Tim und Struppi gewidmet war, und seine Musikecke, in der das Schlagzeug stand. An der Wand hingen eine Gitarre und eine Bongo und auf einem Regal lag sein Cornett, daneben ein Buch mit dem Titel »Jeden Tag ein neuer Turm«. »Tyler, Top Gear hat angefangen«, sagte sie. Er rührte sich nicht. Er saß schweigend da in seiner grauen Regenjacke mit dem Schriftzug der New York Jets, vor sich den alten Schuhkarton, den er mit Gegenständen gefüllt hatte, die ihn an seinen Vater erinnerten. Er hatte Tastatur und Mauspad beiseite geschoben und breitete den Inhalt des Kartons auf dem wenigen Platz aus, den ihm Lavalampe, Teleskop, Mikroskop und Diaprojektor noch ließen. Er holte das gepunktete Seidentaschentuch seines Vaters heraus, das blaue Brillnetui, den Angelschein, eine Dauerkarte von Brighton & Hove Albion, eine Schachtel mit Fliegen zum Forellenfangen, und eine kleine Zeichnung, auf der sein Vater als geflügelter Engel zu sehen war, der einem Wegweiser zum Himmel folgte. Kali ging vorsichtig um das Schlagzeug herum und legte ihm die Hände auf die Schultern. »Was ist los?«, fragte sie sanft. Er holte das Angelmesser seines Vaters heraus, ohne sie zu beachten. In diesem Augenblick knurrte Otis drohend. Dann hörte sie die Hundeklappe und erschoss mit wütendem Gebell in den Garten hinaus. Verwirrt trat sie ans Fenster und schaute hinunter. Es war noch nicht ganz dunkel, und aus ihren Fenstern und denen ihrer Nachbarn fiel Licht. Sie blickte über den abfallenden Rasen vorbei an den Teichen zum Sommerhaus und sah Otis, der wild bellend durch den Garten rannte. Was suchte er dort? »Ein Fuchs«, dachte sie, »vielleicht nur ein Fuchs.« Sie drehte sich zu Tyler und sah überrascht, dass er weinte. Sie ging zu ihm, kniete sich nieder und umarmte ihn. »Was ist los, Liebling?« »Sagst du's mir?« Er starrte sie an, die Tränen liefen hinter seiner Brille herunter. »Ich... ich habe Angst.« »Wovor denn?« »Seit deinem Unfall habe ich Angst. Du könntest noch einen haben.« Er schaute sie an. »Ich will nicht noch eine Erinnerungskiste machen müssen, Mami. Ich will nicht eine von dir machen müssen.« Kali drückte ihn an sich. »Ich gehe nicht weg, verstanden.« »So schnell wirst du mich nicht los.« Sie küßte ihn auf die Wange. Draußen im Garten stimmte Otis ein noch wilderes Gebell an. Sie stand auf und trat ans Fenster, schaute wieder hinaus und verspürte ein wachsendes Unbehagen. Ohne neue Entwicklungen konnte die anfängliche Energie, von der die Ermittlungen in einem großen Kriminalfall profitierten, schnell verpuffen. Roy Grace hatte es immer als eine seiner wesentlichen Aufgaben betrachtet, Konzentration und Energie seines Teams aufrechtzuerhalten. Sechster Tag der Ermittlungen, 8.30 Uhr. Ein nassgrauer Morgen. Im Besprechungsraum herrschte Frustration. Norman Potting fasste in Worte, was alle dachten. »Desa June Preece ist ungeziefer und dämlich.« »Wir haben es nicht mit einem klugen Kopf zu tun. Das ist ein Kretin, der im Schleim am Boden des Genpools lebt. Meine Popel sind schlauer als der.« Bella Moy verzog angewidert das Gesicht. »Danke, Norman. Was genau möchten Sie damit sagen?« »Es haben Sie doch gehört, Bella.« »Er ist nicht schlau genug, um sich zu verstecken.« »Jedenfalls nicht für längere Zeit. Jemand wird ihn verpfeifen, falls ihn die Polizei nicht vorher fasst. Eine Belohnung von 100.000 Dollar. Der Kerl hat keine Chance.« Potting deutete auf eine Tafel, auf der mit großen roten Buchstaben der Name June Preece verzeichnet und eingekreist war. Von seinem Namen verliefen Verbindungslinien zu anderen, zu Familienangehörigen, Freunden, Bekannten, Kontaktpersonen. »Einer von denen weiß, wo Preece steckt.« »Er ist hier in der Gegend, da bin ich mir sicher.« Grace nickte. Jemand wie Preece würde kaum Kontakte außerhalb seiner kleinen, kriminellen Welt unterhalten. Vermutlich war die Stadtgrenze von Brighton & Heath sein persönlicher Horizont. Das aber machte es noch ärgerlicher, dass dieser kleine Ganove seit fünf Tagen auf freiem Fuß war, ohne dass ihn jemand gesehen hatte. Grace fand er sich an P.C. Davis, der müde aussah. »Gibt es etwas zu berichten, Alec?« »Ja, Chef«, er gähnte. »Tut mir leid. Ich bin die ganze Nacht aufgewesen und habe die Aufzeichnungen der Überwachungskameras geprüft. Es gab mehrere Sichtungen eines Lieferwagens, auf denen die Beschreibung passt, und zwar innerhalb des fraglichen Zeitrahmens. »Hat eine Kamera das Kennzeichen erwischt?« Er schüttelte den Kopf. »Nein, aber wir haben mehrere ziemlich verlässliche Sichtungen, weil man den fehlenden Außenspiegel erkennen kann.« »War der Fahrer zu sehen?«, wollte Glenn Branson wissen. Davis nickte. »Ja, aber es reicht nicht aus, um ihn zu identifizieren.« »Ich habe Chris Heaver aus der Fotoabteilung das Material gegeben. Er wird versuchen, es aufzubereiten.« »Gut.« »Ich könnte mir vorstellen, dass er irgendwo mitten in Southwick untergetaucht ist,« sagte Alec Davis, stand auf und wankte müde zu einer anderen Tafel, an der ein großformatiger Stadtplan hing. »Mein Gedankengang ist folgender. Das Fahrzeug wurde zuletzt hier gesehen,« er deutete auf die Stelle. »Diese Überwachungskamera befindet sich außen an einem spirituosen Laden in der Nähe von Southwick Green. Ab diesem Punkt gibt es bisher keine weiteren Richtungen.« Er schaute Grace an. »Dies könnte bedeuten, dass er sich noch in der Gegend aufhält, Sir.« Er beschrieb mit dem Finger einen Kreis um Southwick und Portslade, wobei er auch die nördlichen Ausläufer des Hafens von Shoreham einschloss. »Gute Arbeit.« »Ich bin Ihrer Meinung. Stellen Sie einen Plan auf und lassen Sie ein Befragungsteam und Beamte aus der Gegend das Gebiet Straße für Straße durchkämmen.« Grace wandte sich wieder seiner Liste zu. »Der letzte Punkt der Tagesordnung ist das Fort Prism.« »Glen und Bella, ihr fahrt dorthin und seht zu, was ihr aus den Insassen herausholen könnt, die Preece oder Warren Tully-Kampton.« »Ich habe mit Lisa Satterington gesprochen, die für Preece zuständig war. Sie stellt eine Liste der fraglichen Personen auf.« »Haben wir schon den Autopsiebericht zu Tully-Chef?«, erkundigte sich Nick Nicholas. »Ich warte noch darauf,« antwortete Grace. »Ihr sprecht mit allen Informanten, die ihr kennt.« »Verbreitet die Nachricht, dass wir Preece suchen und dass es eine Belohnung gibt. Nicht alle lesen Zeitung oder hören Radio.« »D.C. Boutwood hob die Hand.« »Chef, ich habe mit einem Undercover-Mitglied der Operation Reduction gesprochen, der mit mehreren Informanten arbeitet.« »Preece hat sich in der letzten Woche bei keinem seiner regelmäßigen Kontakte gemeldet.« »Ich glaube, wenn auf meinen Kopf hunderttausend Dollar Belohnung ausgesetzt wären, würde ich das auch nicht tun,« dachte Grace, sagte aber nur, »offenbar hält er sich sehr bedeckt, E.J.« Aber er wird irgendwo auftauchen. Hätte er eine Kristallkugel besessen, hätte er vielleicht eine andere Redewendung gebraucht. Tooth verließ den Mietwagenbereich des Parkhauses, beschrieb eine Schleife um den Flughafen und fuhr dann ins Langzeitparkhaus. Er rollte durch die Reihen der Fahrzeuge und hielt Ausschau nach einem Toyota Yaris, der mit seinem von Farbe und Baujahr her identisch war. Nach 20 Minuten hatte er fünf Fahrzeuge gefunden. Drei davon parkten in verlassenen Bereichen weit ab der Überwachungskameras. Rasch entfernte er bei allen die Nummernschilder und verstaute sie in seinem Kofferraum. Dann zahlte er die Mindestgebühr, verließ das Parkhaus und fuhr zum Premier Inn, einem Hotel in Flughafennähe. Dort verlangte er ein Zimmer im zweiten Stock mit Blick auf Parkplatz und Haupteingang. Er bevorzugte Zimmer im zweiten Stock. Von außen konnte man nicht gesehen werden, und wenn er im Notfall aus dem Fenster springen musste, war die Sache nicht allzu gefährlich. Außerdem teilte er der Empfangsdame mit, dass er ein Päckchen von FedEx erwartete. Er schloss die Zimmertür ab, stellte die Tasche aufs Bett und holte den braunen Umschlag heraus, den er von Riggi Giordino erhalten hatte. Drei Fotos, drei Namen. Stuart Ferguson, ein stämmiger Mann, 45, rasierter Kopf, dreifach Kinn. Er trug ein grünes Polohemd mit dem Aufdruck Aberdeen Ocean Fisheries. Carly Chase, 41, eine halbwegs attraktive Frau, die eine schicke schwarze Jacke über einer weißen Bluse trug. Jörn Pries, 31, ein Schleimscheißer mit gegeltem Haar, dunkler Regenjacke, grauem T-Shirt. Bei den ersten beiden Personen hatte er auch die Adressen erhalten, bei Pries nur eine Telefonnummer. Er holte eines seiner Handys heraus und schob die SIM-Karte hinein, die er am Flughafen gekauft hatte. Dann wählte er die Handynummer. Ein gereizt klingender Mann meldete sich beim sechsten Klingeln. »Ja«, »Ricky sagt, ich soll anrufen.« »Ja, sicher. Moment«, Tuth hörte ein kratzendes Geräusch. Dann meldete sich die Stimme leiser und verstohlener. »Jetzt geht es besser. Gar nicht so gut reden, wenn Sie verstehen.« Tuth verstand nicht. »Sie haben eine Adresse für mich?« »Das stimmt. Ricky denkt an die Abmachung, oder?« »Wollen Sie mir jetzt die Adresse geben oder sich ins Knie ficken?« Der Mann gab ihm die Adresse. Tuth notierte sie auf dem hoteleigenen Notizblock und legte auf, ohne sich zu bedanken. Dann entfernte er die SIM-Karte, hielt das Feuerzeug daran, bis sie geschmolzen war, und spülte sie in der Toilette hinunter. Für Carly fing die Woche nicht gut an. Der einzige Hoffnungsschimmer war, dass sie mit etwas Glück nicht ganz so beschissen werden würde wie die letzte. Doch mit der Mandantin, die gerade im Büro Platz genommen hatte, begann der Montag nicht gerade vielversprechend. Ken Ackert hatte ihr mitgeteilt, dass die gerichtliche Anhörung nächste Woche Mittwoch stattfinden sollte. Er würde versuchen, ihren Audi so bald wie möglich von der Polizei zurückzubekommen. Doch der Wagen war stark beschädigt und würde vermutlich nicht innerhalb der nächsten zehn Tage repariert werden. Sie würde mit Sicherheit ihren Führerschein verlieren, mit etwas Glück, nur für ein Jahr. Ihre Freundin Claire May, deren Sohn ebenfalls St. Christophers besuchte, hatte Tyler heute Morgen zur Schule mitgenommen und würde ihn auch wieder nach Hause bringen. Sie hatte Carly angeboten, das so lange wie nötig zu übernehmen, wofür sie ihr sehr dankbar war. Carly hatte nie darüber nachgedacht, wie verloren sie ohne Auto wäre, war aber fest entschlossen, sich davon nicht unterkriegen zu lassen. Cass hatte immer gesagt, sie solle auch in negativen Dingen etwas Positives finden. Und das würde sie verdammt noch mal versuchen. Die Akte ihrer Mandantin lag aufgeschlagen vor ihr. Mrs. Christine Goodenough, 52. Die Frau mochte einmal eine Figur gehabt haben, war nun aber nur noch eine formlose Masse, und ihr graues Haar schien im Hundesalon frisiert worden zu sein. Sie legte die fleischigen Hände auf ihre Handtasche, die sie besitzergreifend auf dem Schoß hielt, als traute sie Carly nicht über den Weg. Sie schien empört. »Ich habe seit letzter Woche darüber nachgedacht. Nicht nur, dass er schnarcht, was er glattweg abstreitet. Es ist auch sein Pinkeln in der Nacht.« Bei dem Wort verzog sie das Gesicht. »Das macht er nur, um mich zu ärgern.« Carly machte große Augen. »Wie habe ich das zu verstehen?« »Er pinkelt mitten ins Wasser. Das plätschert furchtbar. Pünktlich um zwei jeden Morgen, dann noch mal um vier. Wenn er rücksichtsvoll wäre, würde er ans Porzellan pinkeln. An der Seite, oder?« Carly musste an Cass denken. Sie konnte sich nicht daran erinnern, dass er nachts jemals gepinkelt hätte, außer wenn er völlig betrunken war. »Meinen Sie wirklich?« Obwohl Carly ihr Geld in einer Kanzlei verdiente, die sich auf Ehesachen spezialisiert hatte, versuchte sie stets, ihre Mandanten von einem Gerichtsverfahren abzubringen. Sie fand es viel befriedigender, wenn sie ihre Probleme gütlich regelten. »Vielleicht ist er nur müde und kann sich nicht aufs Zielen konzentrieren.« »Müde! Er macht das mit Absicht. Darum hat Gott den Männern doch einen Dödel gegeben, oder? Damit sie beim Pinkeln zielen können.« Gott hatte wirklich an alles gedacht. Carly unterdrückte die Versuchung, es laut auszusprechen. »Ich glaube, das können Sie dem Richter bei der Anhörung nur schwer begreiflich machen.« »Ja, aber nur, weil die Richter alle Kerle mit kleinen Dödeln sind, nicht wahr?« Carly schaute die Frau an und versuchte, ihre berufliche Integrität und Neutralität zu wahren. Dennoch gelangte sie sehr schnell zu dem Schluss, dass sie an der Stelle des Ehemanns schon längst versucht hätte, die Kuh um die Ecke zu bringen. Tooth war nicht gerade glücklich, als er in die Wohnstraße einbog und über eine Bremsschwelle fuhr. Die Bäume boten wenig Schutz. Die Straße war auf beiden Seiten auf weiten Strecken gut einsehbar. Hier konnte man sich schwer verstecken. Er fand das Haus mit der Nummer 209 sofort. Es lag genau gegenüber den Geschäften und hatte eine angebaute Garage. In diesem Haus war angeblich sein erstes Opfer, Jön Priess, untergetaucht. Er fuhr vorbei, bog in verschiedene Seitenstraßen und kehrte fünf Minuten später zu seinem Ziel zurück. In der Nähe des Hauses entdeckte er eine Lücke zwischen einem klapprigen Wohnmobil und einem cremefarbenen VW-Käfer mit rostigen Kotflügeln. Es war eine günstige Position, von der aus er das Haus gut im Auge behalten konnte. Es schien in einem schlechten Zustand zu sein. Der weiße Anstrich war grau geworden, die Fensterbänke wirkten verrottet. Im Vorgarten standen schwarze Müllsäcke und eine rostige Waschmaschine, die schon seit Jahren dort zu vergammeln schien. Er holte noch einmal das Foto von Jön Priess hervor und betrachtete es genau. Der Mann sah aus wie ein Arschloch. Er würde ihn erkennen, wenn er das Haus verließ oder betrat. Vorausgesetzt, seine Informationen stimmten und er befand sich tatsächlich noch in Nummer 209. Andere wichtige Dinge wusste er hingegen nicht, beispielsweise, wer sonst noch dort wohnte. Doch damit käme schon klar. Wer einen Mann wie Jön Priess versteckte, war vermutlich auch nicht besser als Ungeziefer. Dann plötzlich erstarrte er. Zwei Polizisten in Uniform bogen um die Ecke. Er sah zu, wie sie an einer Haustür klingelten. Kurz darauf versuchten sie es noch einmal und klopften. Einer holte ein Notizbuch heraus und schrieb etwas hinein, bevor sie zum nächsten Haus gingen und die Prozedur wiederholten. Man musste kein Genie sein, um zu begreifen, wonach sie suchten. Doch die Tatsache, dass sie überhaupt hier unterwegs waren, hatte ihn eiskalt erwischt. Er sah zu, wie sich die beiden Beamten abwandten und zum nächsten Haus gingen. Sie kamen immer näher. Er dachte fieberhaft nach. Wegfahren war eine Möglichkeit. Aber die Polizisten waren so nah, dass er vielleicht Aufmerksamkeit erregen würde. Das wollte er auf jeden Fall verhindern. Er schaute zu den Geschäften hinüber. Es wäre besser, in aller Ruhe abzuwarten. Die beiden Polizisten sprachen kurz miteinander und teilten sich auf. Einer überquerte die Straße und betrat das erste Geschäft. Sein Kollege klopfte an die Haustür von 209. Tooth steckte sich eine Zigarette in den Mund und zündete sie an, während er die Fenster des Hauses im Auge behielt. Niemand öffnete auf das Klopfen. Dann bemerkte er, wie sich ganz flüchtig ein Vorhang im ersten Stock bewegte. Die Bewegung war so winzig, dass sie ihm fast entgangen wäre. Gut. Jetzt wusste er also, dass jemand dort drinnen war. Jemand, der einem Polizisten nicht die Tür aufmachte. Sehr schön. Der Beamte klopfte erneut und drückte die Klingel. Kurz darauf noch einmal. Dann ging er weiter, doch statt sich das nächste Haus vorzunehmen, kam er genau auf sein Auto zu. Tooth blieb ruhig. Er zog an seiner Zigarette und ließ das Foto von Jürgen Preece auf den Boden zwischen seinen Füßen fallen. Der Polizist hatte sich gebückt und klopfte ans Beifahrerfenster. Tooth drehte den Zündschlüssel um und öffnete das Fenster. Der Polizist war Mitte zwanzig, hatte scharfe, aufmerksame Augen und einen ärmsten Gesichtsausdruck. Guten Morgen, Sir. Morgen. Wir suchen nach einem weißen Fortransit, der am vergangenen Mittwoch durch diese Gegend gekommen sein muss. Er fuhr auffällig, vermutlich zu schnell. Ist Ihnen etwas aufgefallen? Tooth schüttelte den Kopf. Nein. Vielen Dank. Ähm, dürfte ich fragen, was Sie hier machen? Es ist nur eine Formalität. Mit der Frage hatte Tooth gerechnet. Ich warte auf meine Freundin. Sie lässt sich die Haare machen, er deutete auf den Friseursalon namens Janes. Wenn sie wie meine Frau ist, dürfte das noch eine Weile dauern. Der Beamte schaute ihn noch einmal an, richtete sich auf und ging zum nächsten Haus. Tooth schloss das Fenster und betrachtete ihn im Rückspiegel. Plötzlich blieb der Polizist stehen und schaute noch einmal zu seinem Auto. Dann ging er zur Haustür. Tooth beobachtete, wie er und sein Kollege sämtliche Häuser an der Straße abarbeiteten, bis sie außer Sicht waren. Dann fuhr er weg. Es hatte keinen Sinn, bei Tageslicht hier herumzuhängen. Er würde in der Dunkelheit wiederkehren. Bis dahin gab es noch viel zu tun. Roy Grace war müde und ein bisschen niedergeschlagen, als er sich mit einem Kaffee an seinen Schreibtisch in der Soko-Zentrale einsetzte. Ewan Preece war untergetaucht und niemand wusste, wie lange er sich noch verstecken würde. Morgen wäre der Unfall schon eine ganze Woche her. Und trotz der Belohnung war der Mann angeblich kein einziges Mal gesehen worden. Dienstag, 27. April, 8.30 Uhr, eröffnete Grace die Morgenbesprechung. Wir haben aus dem Ford Prison neue Informationen über den Tod von Ron Tully erhalten. Er schaute zu Glenn Branson und dann zum Rest seines Teams, das jeden Tag wuchs. Zuletzt war Dears Duncan Crocker hinzugekommen. Er war 47 und hatte welliges Haar mit Geheimratsecken, das an den Schläfen grau wurde. Er war immer gut aufgelegt und entspannte sich auch nach dem düstersten Arbeitstag bei einem anständigen Drink. Effizient war er und ein erfahrener Ermittler, der großen Wert auf Details legte. Glenn Branson sagte, »Ich habe den Autopsiebericht über Tully, Chef. Er hing in seiner Zelle an einer Stahlstrebe. Das Seil hatte er aus zerrissenen Bettlaken geknüpft. Die Akte des Gefängnisses weist keine potenzielle Selbstmordgefahr aus. Und genau wie Jörn Preece sollte Tully in nur drei Wochen entlassen werden.« Branson schaute in seine Notizen. »Es gibt Hinweise, dass in der Zelle ein Kampf stattgefunden hat, und man entdeckte an der Leiche mehrere blaue Flecken. Der Rechtsmediziner sagt, er scheine zunächst erwürgt und dann erst erhängt worden zu sein. Außerdem fand man unter einigen Fingernägeln menschliches Gewebe, das zur DNA-Analyse geschickt wurde. Das Ergebnis müsste eigentlich heute oder morgen vorliegen. Dann schaute er Roy Grace an, als wollte er sich rückversichern. Grace lächelte. Er war stolz auf seinen Schützling. Laut Lisa Sattrington, die mit einigen Gefangenen gesprochen hat, die Preece und Tully näher kannten, hat Tully ständig von der Belohnung geredet. Sie alle hätten aus dem Fernsehen und dem Arges davon erfahren. Er prallte damit, dass er wisse, wo Preece sich aufhalte, und wog die Loyalität gegenüber seinem Freund gegen die Versuchung von 100.000 Dollar ab. Wusste er wirklich etwas? fragte Bella Moy. Branson hob den Finger und tippte auf seine Tastatur. Jeder Gefangene in einem britischen Gefängnis hat einen PIN-Code für das Gefängnistelefon. Sie müssen die Nummern angeben, die Sie anrufen. Wir hören jetzt die Aufzeichnung eines Anrufs von Warren Tully bei Ewan Preece. Er tippte wieder auf die Tastatur. Dann hörte man ein lautes Knistern und eine kurze, gedämpfte Konversation zwischen zwei schmierig klingenden Ganovenstimmen. »Scheiße! Wo steckst du hier?« »Bist nicht zurückgekommen. Was ist los?« »Hab ein kleines Problem.« »Na Scheiße! Was für ein Problem? Du schuldest mir was, da steckt mein Geld drin.« »Ja, ja. Immer die Ruhe.« »Hat den kleinen Unfall.« »Bist am Gefängnistelefon.« »Klar!« »Warum kein privates?« »Weil ich keins hab.« »Scheiße! So eine Scheiße!« »Ich tauch jetzt unter, klar. Keine Sorge. Wir sehen uns. Und verpiss dich.« Man hörte ein Schepp an. Dann war das Gespräch beendet. »Untertauchen«, sagte Grace nachdenklich. »Um unterzutauchen, muss man jemanden haben, dem man vertraut.« Er stand auf und ging an die Tafel, an der sie den Stammbaum von Ewan Preece skizziert hatten. »Chef!« Duncan Crocker stand auf. »Ich habe schon daran gearbeitet.« Er trat an die Tafel. Preece hat drei Schwestern. Mandy ist vor vier Jahren mit ihrem Mann nach Australien ausgewandert. Die zweite, Amy, lebt in Salt-Dean. Am nächsten stand Preece aber seiner jüngsten Schwester, Evie. Sie wurden verhaftet, als er vierzehn und sie zehn war. Sie waren in eine Wäscherei eingebrochen. Zwei Jahre später war sie bei ihm, als er mit einem geklauten Auto eine Spritztür unternahm. »Es wäre natürlich toll, wenn sie zufällig in Southwick wohnte,« sagte Grace. »Chef!« Preece wohnt in Southwick.« Grace spürte, wie Adrenalin durch seinen Körper schoss. Begeistert schlug er mit der Faust auf den Schreibtisch. »Gute Arbeit, Duncan.« »Haben Sie die genaue Adresse?« »Natürlich!« »209 Manor Hall Road.« Die Besprechung erschien plötzlich nicht mehr so wichtig. Grace wandte sich an Nick Nicholas. »Wir brauchen einen Durchsuchungsbefehl für dieses Haus,« sein Kollege nickte. Er sagte zu Branson, »Wir mobilisieren die Kollegen vor Ort und statten ihm einen Besuch ab.« Er sah auf die Uhr. »Wenn der Durchsuchungsbefehl schnell genug vorliegt, erwischen wir ihn mit ein bisschen Glück beim Frühstück im Bett.« Eineinhalb Stunden später fuhren Grace und Branson langsam am Haus 209 Manor Hall Road in Southwick vorbei. Branson saß am Steuer, während sein Kollege das Haus beobachtete. Die Vorhänge waren geschlossen, was darauf hinwies, dass sich die Bewohner im Haus aufhielten, womöglich noch schliefen. Das Garagentor war geschlossen. Mit etwas Glück stand der Lieferwagen dort drinnen. Grace funkte die anderen Fahrzeuge seines Teams an, während Branson am vereinbarten Treffpunkt einen Häuserblock weiter südlich anhielt und wendete. Sie hatten herausgefunden, dass Evie Preece sich von ihrem Lebensgefährten getrennt hatte und anscheinend allein im Haus wohnte. Sie war 27 und hatte ein Vorstrafenregister wegen Körperverletzung und Drogenhandels. Man hatte ihr für sechs Monate untersagt, das Stadtzentrum von Brighton zu betreten. Ihre drei Kinder von drei unterschiedlichen Männern befanden sich in Pflegefamilien. Sie und ihr Bruder waren zwei vom gleichen Schlag. Zweifellos würde sie ihnen einen herzlichen Empfang bereiten. Grace entdeckte im Rückspiegel schon den Wagen des Hundeführers. Kurz darauf hielt der weiße Minibus an, in dem acht Mitglieder des Local Support Teams saßen und blockierte die Straße. Zwei weitere Streifenwagen hatten am Ende der Straßeposition bezogen. Jason Hazard, der Inspektor des Local Neighborhood Teams, schaute zu ihnen herein, worauf Grace den Daumen in die Höhe reckte. Rock'n'Roll Die drei Fahrzeuge fuhren scharf an und kamen vor dem Haus zum Stehen. Alle sprangen auf den Gehweg. Zwei Hundeführer liefen am Haus vorbei in den Garten. Die Mitglieder des Local Support Teams in ihren blauen Anzügen, den Knieschützern aus Hartplastik, den militärisch wirkenden Helmen mit geschlossenem Visier und den schweren schwarzen Handschuhen stürmten zur Haustür. Die ersten Mitglieder des Teams hämmerten mit den Fäusten gegen die Tür und brüllten. »Polizei! Aufmachen!« Das war wie Einschüchterungstaktik. Ein Beamter holte mit dem Rambock aus, worauf die Tür zersplitterte. Alle sechs stürmten hinein und brüllten. »Polizei! Polizei!« Grace und Branson traten hinter ihnen in eine winzige Diele, in der es nach abgestandenem Zigarettenrauch stank. Das Adrenalin pumpte durch Grays Körper. Seine Augen schossen in alle Richtungen, jederzeit konnte ein Bewaffneter auftauchen. Er wusste, dass er und Glenn bei weitem nicht so gut geschützt waren wie die übrigen. Sie trugen nur schusssichere Westen unter den Jacken. Die Mitglieder des Teams teilten sich auf, liefen in die verschiedenen Zimmer. »Polizei! Bleiben Sie, wo Sie sind! Keine Bewegung!« Die beiden Ermittler standen in der engen, kahlen Diele und hörten über sich Türen schlagen. Schwere Schritte. Dann die Stimme der Kollegin Vicky Jones, die besorgt rief. »Sie sollten besser reinkommen, Sir!« Er und Glenn gingen durch die offene Tür zu ihrer Rechten und betraten ein kleines, furchtbar überfülltes Wohnzimmer, das nach altem Rauch und Urin stank. Er bemerkte eine Couch mit hölzernem Rahmen, Wein und Bierflaschen auf einem verdreckten Teppich, ungewaschene Kleidung und einen gewaltigen Plasmafernseher an der Wand. Eine zuckende, stöhnende Frau lag mit dem Gesicht nach unten auf dem verschmutzten Boden. Sie trug einen flauschigen rosa Morgenmantel, war mit grauem Klebeband an Händen und Füßen gefesselt und außerdem geknebelt. »Oben ist niemand!« brüllte Jason Hassett. »Die Garage ist leer!« meldete eine andere Stimme. Grace rannte nach oben, schaute in die beiden Schlafzimmer und das Bad, kehrte zurück und kniete sich neben die Frau, während Vicky Jones und ein anderes Teammitglied das Klebeband von ihrem Mund und die übrigen Fesseln entfernten. Die Frau war Mitte zwanzig und hatte dichtes, kurzes Haar und ein hartes Gesicht. Sie legte los, so wie ihr Mund frei war. »Aschlöcher! Warum braucht ihr so lange? Scheiße, wie spät ist es?« »Fünf nach zehn«, antwortete Vicky Jones. »Wie heißen Sie?« »Evy Preece!« »Sind Sie verletzt?« Sie wandte sich an ihren Kollegen. »Ruf einen Krankenwagen!« »Scheiße! Ich brauch keinen Krankenwagen! Ich brauch was zu trinken und eine Kippe!« Grace schaute sie an. Er hatte keine Ahnung, wie lange sie hier schon gelegen hatte, doch sie wirkte erstaunlich gefasst für eine Frau, die gefesselt und geknebelt worden war. Er fragte sich, ob die ganze Sache vorgetäuscht war. Dieser Frau konnte man nicht über den Weg trauen. »Wo ist ihr Bruder?« »Welcher Bruder?« »Jun!« »Im Gefängnis, wo ihr Schweine ihn hingesteckt hat!« »Er ist also nicht hier gewesen«, drängte Grace. »Hier ist keiner gewesen!« »Jemand hat in ihrem Gästebett geschlafen.« »Muss wohl der Mann im Mond gewesen sein.« »Und der hat sie auch gefesselt.« »Steht wohl auf Sadomaso, was?« »Ich will einen Anwalt!« »Sie sind doch gar nicht verhaftet, Ivy.« »Sie bekommen nur einen Anwalt, wenn man Ihnen etwas vorwirft.« »Dann werfen Sie mir was vor!« »Kein Problem.« »Ich werfe Ihnen vor, meine Ermittlungen zu behindern.« »Sagen Sie mir jetzt, wer in Ihrem Gästezimmer geschlafen hat?« Sie schwieg. »Derselbe, der Sie gefesselt hat?« »Nein!« »Gut«, dachte er. »Das war ein großer Schritt nach vorn.« Bei der Abendbesprechung brachte Grace sein Team auf den neuesten Stand. Ivy Preece konnte keine Angaben zum Angreifer machen. Doch die Tatsache, dass sie sich zögernd zu einer medizinischen Untersuchung bereit erklärt hatte, verriet ihm, dass der Überfall nicht vorgetäuscht gewesen war, wie er vermutet hatte. Das Haus war eine solche Müllkippe, dass man nur schwerlich herausfinden würde, ob es von Einbrechern durchsucht worden war. Nach Ansicht der Polizeiärztin war das Hämatom am Hals auf einen heftigen Schlag zurückzuführen. Sie fügte hinzu, dass die Stelle seitlich am Hals, knapp oberhalb des Schlüsselbeins, auf einen Täter hinwies, der Erfahrungen mit Kampfsport hatte. Dort schlug man zu, wenn man sein Opfer sofort bewusstlos machen wollte. Dies deckte sich auch mit Iwis Geschichte, nach der sie gegen elf Uhr am Vorabend in den Garten gegangen war, um die Katze hinauszulassen, und gefesselt auf dem Boden des Wohnzimmers wieder zu sich gekommen war. Sie bestritt weiterhin entschieden, dass ihr Bruder im Haus gewesen sei und irgendein Fahrzeug in ihrer Garage abgestellt habe, obwohl es Beweise für das Gegenteil gab. Der erste war eine Pfütze Motoröl auf dem Boden, die frisch aussah. Der zweite und noch wichtigere Hinweis war die Tatsache, dass man im Haus Männerkleidung entdeckt hatte. Ein paar Turnschuhe und Jeans im Gästezimmer, sowie ein T-Shirt in der Waschmaschine. Alles in Yon Prees Größe. Wer immer hier eingedrungen war, hatte sich geschickt angestellt. Nicht nur beim Einbruch, sondern auch beim Überfall und der Fesselung. Bislang hatten sie keine Fingerabdrücke gefunden, keine DNA-Spuren oder sonstigen Hinweise. Sie standen noch am Anfang. Doch es sah nicht gut aus. In den nächsten Tagen machte das Team um Roy Grace keine wesentlichen Fortschritte, obwohl die DNA, die man unter den Fingernägeln von Warren Tully gefunden hatte, zu einem Verdächtigen innerhalb des Gefängnisses führte, einem gigantischen Kerl namens Lee Rogan. Er saß wegen bewaffneten Raubs und schwerer Körperverletzung und sollte in wenigen Monaten auf Bewährung entlassen werden. Rogan war verhaftet worden, weil man ihn verdächtigte, Warren Tully ermordet zu haben. Doch er brachte zu seiner Verteidigung vor, dass sie am Abend seines Todes wegen Geld gestritten hätten. Er hatte offenkundig weder offiziell telefoniert, noch ein Handy in seiner Zelle versteckt. Falls es ihm um die Belohnung gegangen war, gab es bislang keine Beweise dafür. Dank ihres gewieften Rechtsbeistandes namens Layton Lloyd, mit dem Grace schon oft zu tun gehabt hatte, verweigerte Evie Preece inzwischen jede Aussage und war nach 18 Stunden auf Kaution freigekommen. Grace ließ ihr Haus überwachen, falls der Bruder zurückkehren sollte. Eigentlich unwahrscheinlich. Doch Preece war dumm genug. Er hatte außerdem mit Detective Investigator Pat Lannigan, einem hilfsbereiten Ermittler der Staatsanwaltschaft aus New York, gesprochen, der ihm Hintergrund Informationen zu den Eltern des verstorbenen Jungen lieferte. Es war immer ein schlechtes Zeichen, wenn Kevin Spinella Roy nicht mehr anrief, und er hatte inzwischen seit mehreren Tagen nichts von ihm gehört. Also berief er für den nächsten Tag eine Pressekonferenz ein, weil er auf neue Hinweise aus der Öffentlichkeit hoffte. Außerdem sollte der Unfallhergang im Beisein der Medien rekonstruiert werden. Er wollte der Familie Revers zeigen, dass man alles unternahm, um den Mann zu finden, der sich beim tödlichen Unfall ihres Sohnes so herzlos verhalten hatte. Um elf Uhr am darauf folgenden Morgen drängten sich die Journalisten im Besprechungszimmer von Sussex House. Die Verbindung zur Mafia, wie auch die gewaltige Belohnung, hatten bei den Medien große Aufmerksamkeit geweckt. Grace appellierte an alle Personen, die sich am Morgen des 21. April im Umkreis der Portland Road befunden hatten, noch einmal zu überlegen, ob sie nicht doch einen weißen Ford Transit gesehen hatten. Sie wurden eingeladen, am nächsten Tag zur Rekonstruierung des Unfalls zu kommen. Dazu zeigte er eine Reihe von Fotos, die bei der Polizei und im Gefängnis aufgenommen worden waren. Als er unmittelbar nach der Pressekonferenz in sein Büro zurückging, warf er einen Blick auf sein Blackberry. Um vierzehn Uhr stand eine Besprechung an, bei der er zugegen sein musste. Glenn Branson trat zu ihm. »Für einen Oldtimer machst du das mit den Pressekonferenzen richtig gut.« »Ja, das musst du noch lernen. Wir brauchen die Presse, auch wenn wir sie nicht immer leiden können.« »Was hältst du davon, selbst mal einer abzuhalten?« Branson schaute ihn an. »Wie bitte?« In diesem Augenblick klingelte Grace Handy. Er nickte entschuldigend und meldete sich. Es war Tracy Stocker. »Roy, Sie sollten besser kommen. Ich bin im Hafen von Shoram. Ich glaube, wir haben Presse gefunden.« Der Hafen von Shoram war Teil eines Industriegebiets. Als sie ankamen, erhaschte Grace zwischen Lagerhäusern hindurch einen Blick auf das kabbelige Wasser des Aldrington-Beckens, dem äußersten östlichen Ende des Hafenkanals. Dann entdeckten er und Branson einen Streifenwagen mit blinkendem Blaulicht. In der Nähe parkten weitere Fahrzeuge, unter anderem von der Spurensicherung, und ein zweiter Streifenwagen stand seitlich zwischen zwei Gebäuden und blockierte so ein offenes Tor, das sich in der Mitte eines Maschendrahtzaunes befand. Dahinter lag der Kai. Zwischen den Gebäuden verlief ein Absperrband, das von einer Streifenpolizistin bewacht wurde. Sie stiegen aus, wobei der feuchte, böige Wind an ihren Kleidern zerrte, gingen zu der Beamtin und nannten ihren Namen. »Sie müssen sich bitte umziehen, Sir«, sagte sie zu den beiden und nickte respektvoll. »Anweisung der Spurensicherung.« Sie kehrten zum Wagen zurück und zwängten sich in blaue Papieranzüge mit Kapuze. Als sie fertig waren, gingen sie unter der Absperrung hindurch zum Kai. Grace hielt nach Überwachungskameras Ausschau, konnte zu seiner Enttäuschung aber keine entdecken. Vor sich sah er das Heck des großen gelben Einsatzwagens, der Specialist Search Unit, den Bug eines verteuten Fischerbootes, einen rostigen Gabelstapler, einen Müllhaufen und jenseits des Wassers die Lagerhäuser und Stapel einer der größten Holzfirmen im Hafen. Er hatte diesen Teil der Stadt immer geliebt. Er holte tief Luft und atmete den typischen Geruch von Salz, Öl, Teer und Tauen ein, der ihn an seine Kindheit erinnerte. Damals war er mit seinem Vater hergekommen, um am Ende der Mole zu angeln. Als sie um die Ecke bogen, entdeckten sie ein Gewimmel von Polizeibeamten in Schutzanzügen. Grace erkannte sofort die stämmige Figur von Tracy Stocker und den Polizeifotografen James Gattrell. Mitten auf dem Kai stand ein heruntergekommener weißer Ford Transit, dessen Dach und Seiten mit Schlamm verschmiert waren. Aus den Türdichtungen sickerte Wasser. Der Rückspiegel an der Fahrerseite fehlte. Vier Stahltrossen verliefen unter den Radläufen nach oben zur Winde eines mobilen Krans, der neben dem Wagen aufgestellt war. Grace warf nur einen kurzen Blick auf den Kran und konzentrierte sich dann auf den Mann auf dem Fahrersitz. Der Rähglos hinter dem Lenkrad hing. Tracy Stocker begrüßte Grace und Branson. Sie wurde von einem stämmigen, rau aussehenden Mann von Mitte 50 begleitet. Roy und Glenn, hallo, sagte Tracy fröhlich. Das ist Keith Wadey, stellvertretender technischer Leiter des Hafens. Grace wandte sich an Tracy. Habt ihr schon die Kennzeichen überprüft? Ja, Chef, sie sind falsch. Die Seriennummer wurde von Fahrgestell und Motorblock gefeilt. Also dürfte er gestohlen sein. Mehr wissen wir bis jetzt noch nicht. Grace bedankte sich und wandte sich an Wadey. Was haben wir? Er schaute wieder zu der Gestalt im Lieferwagen. Nun, Sir, Wadey sprach Grace und seinen Kollegen an. Wir führen regelmäßige Sidescan-Sonar-Untersuchungen des Kanals durch, um mögliche Blockaden und Verschlammungen zu prüfen. Gestern Nachmittag gegen halb fünf haben wir ungefähr 40 Meter vom Rand des Kais entfernt in einer Wassertiefe von etwa acht Metern ein Fahrzeug gefunden. Grace nickte. Die Sicht dort unten ist gleich null. Die Strömung, die beim Öffnen und Schließen der Schleusentore entsteht, wirbelt die tieferen Schlammschichten auf. Das Fahrzeug war über einen Meter tief im Schlamm versunken. Möglicherweise war es Selbstmord. Das kommt nicht so selten vor. Anscheinend hat er nämlich keinerlei Versuche unternommen, sich aus dem Wagen zu befreien. Grace betrachtete die Umgebung. In der Nähe stand ein großes, rostiges Lagerhaus aus Metall mit einem Container vor der Tür. Was ist das da? Das gehört jetzt Dutman, einer Firma für Baumaterialien. Sie haben es vor einigen Monaten gekauft, es stand mehrere Jahre leer, ein Insolvenzfall. Arbeitet da jemand? Wird es bewacht? Keine Wachleute oder Kameras, Sir. Wird das Gebäude nachts verschlossen? Ja, mit Vorhängeschloss und Kette, aber das Tor stand offen, als wir heute Morgen kamen. Grace ging zur Fahrertür des Lieferwagens. Wie lange hat er im Wasser gelegen? Ich tippe auf höchstens drei oder vier Tage, antwortete Wadey. Grace schaute durchs offene Fenster. Auch das Fenster an der Beifahrerseite war geöffnet, ebenso die Hintertüren. Damit das Fahrzeug schneller sank? Obwohl die Leiche durch Gase aufgebläht war, war das Gesicht noch schmal, mit Schlamm verschmiert, die Augen waren weit aufgerissen und blickten entsetzt. In Wirklichkeit sah Ewan Preece noch blasser aus als auf den Fotos, und das Haar klebte verfilzt an der Kopfhaut. Dennoch war er eindeutig zu erkennen. Dann schaute Grace sich die Hände des Toten an. Preece hielt das Lenkrad mit grimmiger Entschlossenheit umklammert, als hätte er geglaubt, sich damit retten zu können. Das allerdings ergab keinen Sinn. »Der Totengriff«, sagte eine weibliche Stimme hinter ihm. Er drehte sich um und entdeckte Sergeant Lorna Dennison Wilkins, die die Specialist Search Unit leitete. »Totengriff?« »Leichenstarre.« »Das plötzliche Eintauchen ins Wasser beschleunigt sich stark. Wenn jemand ertrinkt und sich in diesem Augenblick an etwas festhält, ist es sehr schwer, die Finger zu lösen.« Er schaute wieder auf die Hände von Preece. Die Finger lagen eng um das Lenkrad. »Wir haben noch nicht versucht, sie zu lösen, um keine Spuren zu zerstören.« Aus Erfahrung wusste Roy Grace, wie viel Wert diese Frau darauf legte, einen möglichen Tatort nicht zu kontaminieren. Warum aber hielt sich Preece am Steuer fest? War er vor lauter Entsetzen erstarrt? Grace wusste nur eins. Wäre er selbst von einem Hafenkei ins Wasser gefahren, hätte er alles nur Erdenkliche versucht, um sich aus dem Wagen zu befreien. Er zog sich Latexhandschuhe über, beugte sich durchs Fenster und versuchte, den rechten Zeigefinger des Toten vom Lenkrad zu lösen. Er rührte sich nicht. Roy Grace und Tracy Stocker verständigten telefonisch die Rechtsmedizinerin des Innenministeriums, die die Leiche vor Ort genauer untersuchen sollte. Bis sie aus London da wäre, würde es noch eine Weile dauern, sodass sich das Team auf eine längere Wartezeit im kalten Hafen gefasst machte. Nadyushka de Sancha würde also zu ihnen kommen, was die Stimmung sofort trub. Die eindrucksvolle, rothaarige Spanierin war nicht nur fachlich versiert, schnell und äußerst hilfsbereit, sondern auch sehr schön. Als leitender Ermittler war Roy Grace verpflichtet, der Autopsie beizuwohnen. Was bedeutete, dass er nicht die geringste Chance hatte, es heute Abend wie geplant mit Cleo ins Musical Jersey Boys nach London zu schaffen. Cleo würde es zumindest verstehen, anders als Sandy, wie er mit einem plötzlichen Anflug von Traurigkeit dachte. Obwohl sie in seiner Erinnerung immer weiter verblasste, war es, als umfinge ihn eine dunkle Wolke, sobald er sich an sie erinnerte. Sandy hatte ihm immer Vorwürfe gemacht, obwohl er ihr genau erklärt hatte, dass er bei einer Mordermittlung eben alles andere stehen und liegen lassen musste. Über ihm schrie eine Möwe. Er sah auf die Uhr. Fast halb eins. Er schaute noch einmal durch Seitenfenster in den Wagen. Prees schmale, scharfe Gesichtszüge hatten sich nicht verändert. Doch seine Haut hatte einen geisterhaften, beinahe durchsichtigen Schimmer angenommen. Immerhin war er noch nicht angenagt worden. Er trug ein weißes, verdrecktes T-Shirt, schwarze Jeans und hatte nackte Füße. Komisch, dass er barfuß gefahren sein sollte, dachte Grace, und erinnerte sich an die Turnschuhe, die man im Gästezimmer der Schwester gefunden hatte. War er in solcher Eile aufgebrochen, dass er sie nicht mehr anziehen konnte? Ein würdeloses Ende eines kurzen, traurigen und verschwendeten Lebens. Immerhin hatte man Prees vor den Krebsen gerettet. Vielleicht war es bei diesem Dreckskerl auch umgekehrt. Eine Stunde später beendete Grace seine sorgfältige Begehung der Umgebung. Er hatte vor allem nach Kameras Ausschau gehalten, die die Zufahrtswege zum Kai filmten, aber nichts gefunden. Ihm war eiskalt, und er nahm dankbar den Kaffee entgegen, den man ihm im Einsatzfahrzeug anbot, in dem man gemütlich um einen Tisch sitzen konnte. Er und Branson stiegen die Stufen hinauf und rieben sich die eiskalten Hände. Ein Polizeibeamter war in einen nahegelegenen Supermarkt geschickt worden, um Sandwiches zu besorgen. Kurz darauf kamen Philip K. und Tracy Stocker dazu und verkündeten, »Nadjushka de Sancha werde in wenigen Minuten eintreffen.« Dann meldete sich eine Stimme in Grays Funkgerät. Es war der Wachposten am Eingang. »So, hier ist jemand für Sie.« Er sagt, Sie erwarteten ihn schon, Kevin Spinella. Grace erwartete ihn mit der gleichen Sicherheit wie Schmeißfliegen an einer verwesenden Leiche. Er bog um die Ecke und ging zur Absperrung. »Guten Morgen, Detective Superintendent!« Grace klopfte auf seine Uhr. »Eigentlich ist es schon Nachmittag.« Er schaute den Reporter vorwurfsvoll an. »Sie sind doch sonst immer auf der Höhe der Zeit.« »Ha, ha!« Grace schaute ihn fragend an, sagte aber nichts. »Ich habe gehört, Sie haben eine Leiche in einem Lieferwagen. Ich staune, dass Sie so lange gebraucht haben. Wir sind schon seit Stunden hier. Sie gehen nicht zufällig davon aus, dass es sich um Yon Preece handelt? Im Lieferwagen liegt eine Leiche, aber sie wurde noch nicht identifiziert.« »Könnte es der Lieferwagen sein, nach dem Sie suchen?« Plötzlich bemerkte er Nadyushka de Sancha, die in Schutzanzug und weißen Stiefeln auf sie zukam, in der Hand ihre große schwarze Tasche. »Es ist noch zu früh, um das zu sagen. Das wäre alles,« sagte Grace, nickte der Rechtsmedizinerin zu und gab ihr ein Zeichen, dass er gleich zu ihr kommen würde. »Vielleicht sind Sie so nett und teilen mir mit, wenn Sie Leiche und Lieferwagen identifiziert haben,« versuchte es Spinella erneut. »Sehr witzig.« Nadyushka trug sich ins Register ein und schlüpfte unter dem Absperrband hindurch. »Die Rechtsmedizinerin des Innenministeriums?«, fragte Spinella. »Sieht aus, als hätten Sie es mit einem Mordfall zu tun.« Grace drehte sich um und funkelte ihn an. »Ist mal was anderes, es als letzter zu erfahren, oder?« Zufrieden wandte er sich ab und begleitete Nadyushka zu Preece. Da er wusste, dass sie gern allein arbeitete, kehrte er zum Rest des Teams in den warmen Einsatzwagen zurück. Eine halbe Stunde später kam Nadyushka die Stufen herauf. »Roy, ich muss Ihnen etwas zeigen.« Er zwängte sich in seinen Anorak und folgte ihr zu dem weißen Lieferwagen. Die Gerichtsmedizinerin blieb neben der offenen Fahrertür stehen. »Ich denke, wir können einen Unfall definitiv ausschließen und mit großer Sicherheit auch einen Selbstmord.« Er schaute sie fragend an. Sie deutete auf einen kleinen, zylinderförmigen Gegenstand, den Grace vorhin nicht bemerkt hatte. Er war an der Sonnenblende auf der Fahrerseite befestigt. »Sehen Sie mal, das ist eine digitale Unterwasserkamera mitsamt einem Sender. Und sie ist eingeschaltet, wenn gleich die Batterie leer ist.« Grace runzelte die Stirn und ärgerte sich, weil er sie nicht selbst entdeckt hatte. Wie zum Teufel war ihm das Ding entgangen. Es maß zwei bis drei Zentimeter im Durchmesser und war etwa acht Zentimeter lang, mit einem dunkelblauen Metallgehäuse und einem Fischaugenobjektiv. Wozu sollte sie gut sein? Hatte Priest sich selbst gefilmt? Nadjushka riss ihn aus seinen Gedanken, indem sie auf die Hände des Mannes deutete und ihn belustigt ansah. »Der Totengriff wird durch die Leichenstarre verursacht«, Grace nickte. Sie streckte ihre Hand im Latexhandschuh aus und hob einen der Alabaster-weißen Finger an. Die Haut von der Fingerspitze blieb am Lenkrad kleben. Sie sah aus wie eine Blase mit winzigen Armen. »Ich muss noch einige Untersuchungen im Labor durchführen, aber hier ist irgendein Klebstoff im Spiel. Für mich sieht es aus, als hätte man dem armen Mann die Hände ans Lenkrad geklebt.« Grace überlegte. Priest war also höchstwahrscheinlich ermordet worden. Jemand hatte seine Hände ans Lenkrad geklebt. Aber die Kamera im Fahrzeug wach Fragen auf. Hatte der Mörder sie dort angebracht? Irgendein sadistischer Bekannter von Priest, der sein Versteck gekannt hatte? Oder war die ganze Sache vielleicht noch düsterer? Die Mafia-Verbindung ließ ihm keine Ruhe. Konnte es ein Vergeltungsschlag sein? Nur das Team aus dem Hafen und die Leute im Leichenschauhaus wussten, dass die Hände des Mannes ans Lenkrad geklebt worden waren. Grace hatte vor, die Information zunächst vertraulich zu behandeln. Falls sie in den nächsten Stunden an die Presse gelangte, wüsste er jedenfalls, wo er nach der Schwachstelle suchen musste. Er bedankte sich bei Nadjuska de Sancha und rief Norman Potting in der Soko-Zentrale 1 an. Er sollte mit einigen Kollegen herausfinden, wo in Brighton und Umgebung zuletzt eine solche Kamera gekauft worden war. Dann rief er Detective Investigator Pat Lennigan an, seinen Verbindungsmann zu den Reverse, und erkundigte sich, ob die Eltern des toten Jungen seiner Ansicht nach so weit gehen würden, einen Auftragskiller anzuhören. Lennigan erklärte, dass sie das Geld, die Macht und die nötigen Verbindungen besaßen und dass für Leute wie sie vollkommen andere Regeln galten. Er würde versuchen, etwas herauszufinden. Manchmal bekam die Polizei Wind von solchen Mordaufträgen. Er versprach, sich so bald wie möglich bei Grace zu melden. Schweren Herzens legte Grace auf. Plötzlich hoffte er, dass Priest von irgendeinem Kleinkriminellen aus der Gegend getötet worden war. Die Vorstellung, einen Mafia-Killer mitten in Brighton zu haben, war für niemanden angenehm. Weder für die Tourismusbehörde, noch für seinen Chef oder ihn selbst. Samstag, 1. Mai, 8.30 Uhr, verkündete Roy Grace seinem Team. Dies ist die 18. Besprechung der Operation Violin. Zunächst möchte ich vermelden, dass Jürgen Priest eindeutig identifiziert wurde. Schade, dass die Stadt Brighton einen so aufrechten Bürger verloren hat, Chef, sagte Norman Potting. Und auf so klebrige Art und Weise. Manche lachten. Grace schaute ihn vorwurfsvoll an. Vielen Dank, Norman. Verzichten Sie jetzt mal auf Ihren Humor. Es gibt ernste Dinge zu besprechen. Bellamoy warf sich ein Malteser in den Mund und zerbiss es mit einem Knirschen. Es wird einige Tage dauern, bis uns die toxikologischen Berichte vorliegen. Aber die Autopsie hat schon wichtige Ergebnisse erbracht. Zunächst einmal gleicht das Hämatom an seinem Hals dem, das wir bei seiner Schwester Ivi entdeckt haben, die sich angeblich an nichts erinnern kann. Laut Nadjushka de Sancha passt das zu einem Schlag aus den asiatischen Kampfsportarten, der mit der Handkante beigebracht wird und sofortige Bewusstlosigkeit zur Folge hat. Womöglich wurde auch Priest auf diese Weise von seinem Angreifer überwältigt. Er schaute in seine Notizen. Das Meerwasser in seinen Lungen weist darauf hin, dass er noch lebte, als der Lieferwagen im Wasser versank und der Tod durch Ertrinken eintrat. Wie ist der Lieferwagen ins Wasser gelangt, wenn der Mann bewusstlos war, wollte Nick Nicholas wissen. Es dürfte schwierig gewesen sein, ihn hineinzuschieben, denn sobald die Vorderräder über die Kante des Kais rollen, setzt der Unterboden auf. Hätte er nicht hineingefahren werden müssen? Ein guter Einwand. Dutman, dem dieser Teil des Kais gehört, hat ausgesagt, dass sein Gabelstapler bewegt wurde. Möglicherweise hat man den Lieferwagen damit ins Wasser geschoben. Wurde der Klebstoff schon analysiert? fragte DS Duncan Crocker. Wir haben ihn ins Labor geschickt. Das Ergebnis liegt noch nicht vor. Es wurde aber keine Tube oder Ähnliches im Fahrzeug gefunden. Nein, die Specialist Search Unit hat den Umkreis, in dem das Fahrzeug gefunden wurde, gründlich mit Tauchern abgesucht. Sie werden die Suche heute fortsetzen und auch den gesamten Kais überprüfen. Aber ich habe das Gefühl, dass sie nichts finden werden. Wie kommst du darauf, Chef? wollte Glenn Branson wissen. Weil es nach der Arbeit eines Profis aussieht. Alle Anzeichen sprechen dafür. Grace schaut in die Runde. Ich glaube, wir haben es hier mit einem Mordanschlag aus der Unterwelt zu tun. Was bedeutet das für unsere Ermittlungen, Sir? fragte Emma Jane Boutwood. In den 1930er Jahren galt diese Stadt als Mordhauptstadt Europas, erwiderte Grace. Ich werde nicht zulassen, dass Leute glauben, sie könnten hier jemanden für ein Kopfgeld töten und damit durchkommen. Denn genau damit haben wir es zu tun. Wenn es ein professioneller Mordanschlag der Mafia war, könnte der Täter schon wieder in Amerika sein, gab Nick Nicholas zu bedenken. Oder wo immer er herkommen mag. In Evie Preece Garage gibt es keine Verbindungstür ins Haus, sagte Grace. Falls unser Mann Preece ausgenockt hat, hätte er ihn aus dem Haus in die Garage tragen müssen. Und das in dieser dicht besiedelten Gegend. Möglicherweise hatte der Täter Glück, und es hat ihn wirklich niemand gesehen. Aber ich veranlasse eine Haus-zu-Haus-Befragung in ihrer Straße und in Hafennähe. Er warnte sich an D.C. House. David, gibt es was Neues aus dem Gefängnis? Bisher nicht, Boss, erwiderte er. Es ist die übliche Situation, alle rücken zusammen, keiner hat was gesehen oder gehört. Sie arbeiten noch daran, überprüfen alle aufgezeichneten Telefonate im fraglichen Zeitraum, aber das kann mehrere Tage dauern. Grace schaute zu D.C. Boutwood und D.C. Nicholas, denen er die Ermittlungen in Sachen Kamera übergeben hatte. Schon etwas zu berichten? E.J. schüttelte den Kopf. Bisher nicht, Sir, bei der Kamera handelt es sich um eine Canon, die sowohl hier wie auch in Übersee häufig verkauft wird. Na toll. Wir suchen also nach der Nadel im Heuhaufen. So in etwas, Sir. Okay. Er schaute Emma Jane eindringlich an. Das können wir doch am besten. Wir geben unser Bestes, Sir. Dienstagabend, 23.23 Uhr. Es war trocken, die Autobahn dunkel und belebt. Nur Rücklichter, Scheinwerfer und der gelegentliche Blinker. Tuth fuhr konzentriert, legte sich die nächsten Schritte zurecht, bedachte Alternativen, malte sich das beste und schlimmste Szenario aus. Endlich hielt der LKW, den er von Aberdeen aus verfolgt hatte, an einer Tankstelle. Seit der letzten Pause auf der A74M südlich von Lockerbie hatte der Fahrer fünf Stunden am Steuer gesessen. Tuth folgte den Rücklichtern des LKW in die Ausfahrt und eine leichte Steigung hinauf. Als hätte er Tuths Wünsche erhört, steuerte der Fahrer den Kühllaster mit Anhänger an zwei Reihen geparkter LKW vorbei und fuhr in eine Parklücke ganz am Ende in einem besonders dunklen Bereich des Parkplatzes. Tuth schaltete das Licht aus. Er bremste, sprang aus dem Wagen und lief geduckt über den Parkplatz. Keine Anzeichen von Aktivität, keine Überwachungskameras. Stuart Ferguson tastete in der Kabine seines 24-Tonner-Sattelschleppers eines Kühltransporters von Renault nach der Handbremse, bevor ihm einfiel, dass er sich an einer anderen Stelle als in dem Volvo befand, den er normalerweise fuhr. Der war noch von der Sussex Police beschlagnahmt und würde vermutlich auch dort bleiben, bis die Untersuchung bezüglich des tödlichen Unfalls, der zwei Wochen zurück lag, abgeschlossen war. Er schaltete Motor und Licht aus und mit ihnen verstummte auch Stevie Wonder im CD-Player. Er war immer noch tief erschüttert und litt unter Albträumen. In den vergangenen Wochen hatte ihn Jesse mehrmals geweckt, weil er im Schlaf geweint und geschrien hatte. Er sah noch immer den armen Karl vor sich, der ihm auf der Straße entgegenschoss, den Lenker fest umklammert, und im Rückspiegel das abgetrennte Bein, das ein Stück hinter dem Fahrzeug lag. Hinzu kam, dass er große Angst um seinen Job gehabt hatte. Inmitten dieser ganzen Dunkelheit war Jesse, die ihr erstes gemeinsames Kind erwartete, ein Silberstreif am Horizont gewesen und hatte sich liebevoll um ihn gekümmert. Er sehnte sich danach, seine Ladung gefrorener Fische und Meeresfrüchte loszuwerden und am Donnerstagmorgen zu ihr zurückzukehren. Aber vorerst freute er sich auf einen starken Kaffee und etwas Süßes, das ihn auf dem letzten Abschnitt bis Sussex wachhalten würde. Er stieg aus dem Führerhaus und verschloss die Tür. Als sein rechter Fuß den Asphalt berührte, spürte er einen Schlag am Hals und in seinem Kopf tanzten wirbelnde weiße Streifen, gefolgt von einem elektrischen Funkenregen, wie eine psychedelische Leitshow, dachte er noch, bevor alles um ihn dunkel wurde. Tooth kniete, den schlaffen Körper des kleinen, stämmigen Mannes in den Armen und schaute sich um. Auf der Autobahn summte der Verkehr. Ein Dieselmotor sprang lautstark an. Von fern erklang Musik aus seinem geparkten LKW. Er schleifte den Mann das kurze Stück bis zu seinem Wagen. Er zog ihn auf den Rücksitz, schloss die Türen, fuhr ein kleines Stück und hielt in einer stockdunklen Ecke, in der kein anderes Auto parkte. Er zog dem Mann das Polohemd aus der Hose und tastete mit dem Daumen die Wirbelsäule ab, bevor er sorgfältig von oben bis C4 herunterzählte. Dann riß er ihn aus dem Wagen, hob ihn an und ließ den Körper hart auf seine Knie prallen. Er hörte ein Knacken. Den Trick hatte er beim Militär gelernt, um Feinde lautlos zu verkrüppeln. Er hatte eine Stelle ausgewählt, die den Fahrer nicht töten würde. Er konnte nur nicht mehr weglaufen. Dann manövrierte er ihn wieder in den Wagen und machte sich an die Arbeit. Zunächst fesselte und knebelte er ihn mit Klebeband. Dann quetschte er ihn in den Spalt zwischen Vorder- und Rücksitz und bedeckte ihn mit einem Teppich, den er dabei hatte, falls ihn die Polizei unverhofft anhalten sollte. Jetzt blieb nur noch eine Aufgabe, für die er einen Schraubenzieher brauchte. Mittwoch, 5. Mai, 8.30 Uhr. Dies ist die 26. Besprechung der Operation Vyrdin. Und wer treten verdammt noch mal auf der Stelle, hätte er am liebsten hinzugefügt. Doch solche Tiefpunkte gab es bei fast jeder Ermittlung. Roy Grace war schlecht gelaunt. Seine größte Sorge galt Cleo, die fast in Ohnmacht gefallen war, als sie morgens aus der Dusche kam. Sie bestand darauf, das Wasser sei lediglich zu heiß gewesen. Doch er wollte sie umgehend ins Krankenhaus bringen. Sie hatte sich geweigert und gesagt, es gehe ihr bestens. Sie hätten zu wenig Personal im Leichenschauhaus und könnten nicht auf sie verzichten. Bevor wir die einzelnen Berichte durchgehen, fasse ich noch mal kurz zusammen. Er stand auf und deutete auf die Tafel, auf der drei rote Überschriften zu sehen waren. Eine erste Theorie lautet, dass keine Verbindung zwischen dem Mord an Preece und dem Tod des Radfahrers Tony Rivera besteht. Preece hat sie ständig Feinde gemacht. Er könnte sich mit jemandem um einen Drogenrevier gestritten oder einen Kumpel hintergangen haben. Duncan Crocker hob die Hand. Bei diesem Ansatz stört mich die Sache mit der Kamera, Chef. Warum haben sie ihn nicht einfach getötet, weshalb die teure Kamera ruimieren? Da gebe ich Ihnen recht. Darauf kommen wir noch zurück. So, die zweite lautet, dass Preece von jemandem getötet wurde, der auf die Belohnung scharf war. Gilt da nicht auch die Frage, mit der Kamera, gab Bella Moy zu bedenken. Vielleicht wollte der Mörder, dass Preece vor laufender Kamera ein Geständnis ablegt. Mag sein, sagte Glenn Branson. Die Kamera hat etwas übertragen. Wir wissen nur nicht, was oder an wen. Unter Wasser hatte er vermutlich nicht mehr viel zu sagen, gluckste Norman Potting. Einige mussten ein Grinsen unterdrücken. In diesem Moment klingelte das Handy von Grace. Er hob entschuldigend die Hand und meldete sich. Am anderen Ende war Kevin Spinella. Und was der ihm erzählte, verschlechterte seine Laune zusehends. Tooth war müde, musste aber sein Programm durchziehen. Das Tempo war entscheidend. Lies man es schleifen, konnte die Polizei einen sehr schnell einholen. Er musste ihnen immer zwei Schritte voraus sein. Andererseits lief man Gefahr, Fehler zu machen, wenn man müde war. Er hielt sich mit Adrenalin und Minutenschlaf aufrecht, so wie beim Militär hinter den feindlichen Linien. Fünf Minuten dösen, und er war wieder einsatzbereit. Das hatte er in der Scharfschützen-Ausbildung gelernt. Auf diese Weise konnte er tagelang funktionieren, notfalls auch Wochen. Er schaute sich unterwegs die Gegend an. Man musste kein Genie sein, um zu sehen, dass hier wohlhabende Menschen wohnten. Freistehende Häuser, gepflegte Rasenflächen, schicke Autos. Zu seiner Linken lag ein großer Park, Tennisplätze, ein Spielplatz mit Kindern, die von ihren Müttern beaufsichtigt wurden. Tuth verzog das Gesicht. Er mochte keine Kinder. Eine Frau packte die Scheiße ihres Hundes in eine Plastiktüte. Leute spielten Fußball. Diese Gegend war so sicher, wie sie in einem Land, das seit 500 Jahren alle Invasionsversuche zurückgeschlagen hatte, nur sein konnte. Hier musste man sich keine Gedanken über marodierende Soldaten machen, die die Männer töteten und die Frauen und Kinder vergewaltigten. Im Gegensatz zu anderen Orten auf dieser Welt, an denen er gewesen war. Dies hier war die Kuschelecke der Zivilisation. Die Kuschelecke, die Carly Jays sich erkauft zu haben glaubte. Er bog in ihre Straße ein. Hove Park Avenue. Er war schon am vergangenen Abend hier gewesen, auf dem Rückweg von Springs Smoked Salmon. Dies hier würde leichter. Er würde leicht sein und seinem Klienten gefallen. Ganz sicher. Als Grace pünktlich um 15.30 Uhr das Büro von Peter Rick betrat, kochte er noch immer beim Gedanken an das Gespräch mit Kevin Spinella. Der SEC sah sehr elegant aus in seinem Nadelstreifenanzug und der bunt getupften Krawatte. »Und wie läuft es, Roy?« fragte Rick fröhlich. Grace brachte ihn über die Ermittlungsansätze auf den neuesten Stand und berichtete von der Untersuchung des Mordes an Warren Tully. Dann reichte er ihm eine Übersicht und ging die wichtigsten Punkte mit Rick durch. »Das mit der Kamera gefällt mir nicht, Roy«, sagte der ACC. »Da passt etwas nicht zusammen.« »Was denken Sie, Sir?« Ricks Sekretärin brachte ein Tablett mit einer Teetasse, einer Zuckerschale und einem Tellerkekse. Das hatte es bei Ricks Vorgängerin für ihn nicht gegeben. Sein Chef bat ihn, sich zu bedienen, und er verschlang einen Keks mit Marmelade und nahm einen mit Schokofüllung ins Visier. Leider machte sich sein Chef selbst darüber her. Kaunt sagte Rick, »Es kommt öfter vor, dass Straftäter ihre Gewalttaten mit der Handykamera filmen, Happy Schlepping und so weiter. Aber das hier ist zu ausgeklügelt. Weshalb sollte sich jemand so viel Mühe machen und vor allem so viel Geld investieren? Genau das habe ich mir auch gedacht, Sir. Und zu welchem Schluss sind Sie gelangt? Ich bleibe für alles offen. Aber ich denke, dass jemand hinter der Belohnung her war. Das bringt mich zu einer anderen Frage. Wir haben ein echtes Problem mit Kevin Spinella, dem Kriminalreporter vom Argus. Ach ja? Er hat mich vorhin angerufen. Obwohl wir uns nach Kräften bemüht haben, die Tatsache, dass die Hände von Ewan Preeze ans Lenkrad geklebt waren, vor der Presse geheim zu halten, hat er davon erfahren. Grace berichtete von der undichten Stelle, durch die Spinella seit einem Jahr Informationen erhielt. Haben Sie irgendeinen Verdacht? Bisher nicht. Also wird der Argus die Geschichte mit dem Sekundenkleber bringen? Nein, ich konnte Spinella überreden, sie vorerst zurückzuhalten. Gut gemacht. Royce Handy klingelte. Er entschuldigte sich und ging ran. Es war Tracy Stalker, und sie hatte keine guten Neuigkeiten. Grace stellte einige kurze Fragen, beendete das Gespräch und schaute seinen Chef an, der die Übersicht der Ermittlungsansätze eingehen studierte. Bedauere, aber wir haben noch eine Leiche, Sir. Er verließ das Büro und eilte zu seinem Wagen. Zu den vielen Dingen, die Roy Grace an Brighton liebte, gehörte auch die klare Trennung zwischen Stadt und umliegender Landschaft. Die Vororte wucherten nicht in die Umgebung hinein. Die vierspurige A27 bildete eine klare Trennungslinie zwischen der Stadt und den Hügeln der Downs. Er fuhr so schnell, er es wagte, mit Blaulicht und heulender Sirenen. Zu seiner Linken erstreckten sich die Felder unter dem fast wolkenlosen Nachmittagshimmel. Ein Stück weiter südlich tauchten die ersten Häuser von Hangleton auf. Dahinter, noch weiter im Süden, lag Shoreham mit seinem Hafen. Wann immer er auf dem Weg zu einem Tatort war, arbeitete Roy Grace im Geiste eine Checkliste ab. Erinnerte sich an die Kernpunkte im Handbuch für Mordermittlungen, der Bibel aller Kripoleute. Er fuhr zügig durch das malerische Dorf Poynings, das noch hübschere Dorf Falking, und bog hinter dem Shepard ein Dogpup, in das er Sandy bei ihren ersten Verabredungen eingeladen hatte, nach rechts ab. Dann gab er auf der Straße, die am Fuß der Downs entlang führte, richtig Gas. Springs Smirked Salmon war eine Institution in Sussex und genoss einen ausgezeichneten Ruf. Er hatte schon in vielen Restaurants gegessen, die mit ihrem Räucherfisch warben und sich immer gewundert, warum die Firma mitten im Nirgendwo angesiedelt war. Vielleicht, weil es hier keine Nachbarn gab, die sich über den Fischgeruch beschwerten. Er kam an einigen landwirtschaftlichen Gebäuden und Wohnhäusern vorbei und fuhr langsamer, als die Straße steil abfiel. Hinter der nächsten Kurve parkte ein Streifenwagen mit Blaulicht. Dazu weitere Polizeifahrzeuge. Tracy Stockers Kombi und der Einsatzwagen der Spurensicherung. Er hielt hinter dem letzten Fahrzeug, schaltete den Motor aus, die Standleuchte ein und stieg aus. Als er sich in den Papieranzug zwängte, roch er Holzrauch und den schärferen Geruch von Fisch, die sich mit dem Duft von frischem Gras mischten. Der Zugang zur Räucherei war mit einem blau-weißen Band abgesperrt und wurde von einem jungen Constable, den er nicht kannte, bewacht. Grace wies sich aus. Guten Tag, Sir, sagte der Constable leicht nervös. Grace streifte Latexhandschuhe über und duckte sich unter dem Band hindurch. Der Polizist führte ihn einen steilen Weg zwischen zwei Reihen von Schuppen entlang. Vor ihnen tauchte eine Gruppe von Leuten in Schutzanzügen auf, darunter Tracy Stocker. »Warum treffen wir uns nicht mal unter erfreulicheren Umständen, Roy?« fragte sie fröhlich. Er grinste. Sie drehte sich um und ging vor. Grace nickte einigen Kollegen zu und folgte ihr zu einer Reihe grauer, eingeschossiger Schuppen, die alle ein dickes Bitumendach und eine weiße Schiebetür aufwiesen. Die Tür des ersten Schuppens stand offen. Plötzlich roch er Erbrochenes. Das war kein gutes Zeichen. Tracy trat beiseite und bedeutete ihm einzutreten. Ein eisiger Luftzug wehte ihm entgegen. Dann drang ihm der nahezu überwältigende Geruch von Räucherfisch in die Nase. Vor sich sah er eine feste Wand aus großen, kopflosen, dunkelrosa Fischen, die an robusten Haken von einer Deckenschiene hingen. Es gab vier Reihen mit schmalen Gängen dazwischen, die gerade breit genug für eine Person waren. Sofort wanderten seine Augen zur dritten Reihe. Auf den ersten Blick sah es aus, als hing ein großes, plumpes Tier mit geschwärztem Fleisch zwischen den Fischen. Ein Schwein, dachte er flüchtig. Dann erst deutete sein Gehirn den Anblick richtig, und er erkannte, was es in Wirklichkeit war. Sie liebte den Ausblick auf die Isar, die an dieser Stelle durch die grünen Maximiliananlagen floss, und saß gern am Fenster ihrer Wohnung im vierten Stock, von der man auf die lebhafte Wiedenmeierstraße schaute. Leute führten ihre Hunde aus, joggten oder schoben Kinderwagen am Ufer entlang. Am meisten aber liebte sie den Blick aufs Wasser. Aus diesem Grund ging sie auch so gern in den englischen Garten und setzte sich an den See. In der Nähe des Wassers zu sein, war wie eine Droge. Das Meer bei Brighton vermisste sie mehr als alles andere. Sie liebte München, aber manchmal sehnte sie sich nach dem Meer. Ab und zu sehnte sie sich auch nach etwas anderem, dem Alleinsein. Sicher, manchmal hatte sie die erzwungene Einsamkeit gehasst, wenn ihr Mann zum Dienst musste und ihre gemeinsamen Pläne von jetzt auf gleich über den Haufen warf. Dann hatte sie bisweilen ein ganzes Wochenende allein verbracht und die folgenden Wochenenden ebenfalls. Der italienische Autor Gian Vincenzo Gravina hatte geschrieben, »Der Langweiler ist ein Mensch, der dich deiner Einsamkeit beraubt, ohne dir Gesellschaft zu leisten.« So fühlte sich ihr neues Leben allmählich an. Er war so verdammt anspruchsvoll. Ihr neues Leben drehte sich nur noch um ihn. Sie sah auf die Uhr. Bald würde er zurückkommen. So war es jetzt immer. Jede Stunde ihres neuen Lebens wurde registriert. Auf ihrem Computerbildschirm war die Online-Ausgabe des Argus zu sehen. Seit sie die Anzeige gelesen hatte, die Roy Grace im Münchner Merkur aufgegeben hatte, studierte sie täglich diese Zeitung. Wenn er sie nach all den Jahren für tot erklären lassen wollte, musste es einen Grund dafür geben. Und ihr fiel nur ein Grund ein. Sie holte tief Luft und mahnte sich an das Mantra, mit dem sie ihren Zorn im Zaum halten konnte. Schließlich fühlte sie sich so gefestigt, dass sie die Seite mit den Aufgeboten aufrufen konnte. Sie ging die Namen durch. Seiner war nicht dabei. Wie jeden Tag lockte sie sich mit einem Gefühl der Erleichterung aus. Im Laufe der Jahre hatte Roy Grace viele schlimme Dinge gesehen. Die meisten konnte er mit zunehmender Erfahrung verarbeiten. Doch dann und wann stieß er auf etwas, das ihn nicht mehr losließ. Wenn das geschah, lag er schlaflos im Bett und sah es wieder und wieder vor seinem inneren Auge. Oder er wachte schreiend aus einem Albtraum auf. Diesen Anblick hier würde er auch mit nach Hause nehmen. Es war entsetzlich, doch er musste einfach hinsehen und daran denken, wie sehr der Mann in seinen letzten Augenblicken gelitten hatte. Der Mann war klein und stämmig, hatte einen Kurzhaarschnitt, einen Dreifachkinn und tätowierte Handrücken. Er war nackt. Seine Kleider lagen auf dem Boden, als hätte er baden oder schwimmen wollen. Sein blauer Overall, die Socken und ein grünes Polohemd mit der Aufschrift Aberdeen Ocean Fisheries lagen säuberlich zusammengefaltet neben seinen Arbeitsstiefeln. Seine Haut war stellenweise vom Rauch geschwärzt und an seinem Kopf, im Gesicht und an den Händen hatten sich winzige Eiskristalle gesammelt. Er hing an einem schweren Haken, dessen scharfe Spitze durch seinen Gaumen gedrungen und knapp unter dem linken Auge wieder ausgetreten war. Am schlimmsten aber war der Gesichtsausdruck des Mannes, die hervorquellenden, entsetzten Augen. Die eisige Luft roch stark nach Räucherfisch, aber auch nach Urin und Exkrementen. In einem der anderen Räucherschuppen war ebenfalls eingebrochen worden. Hatte man den armen Mann erst dort eingesperrt und dann hergebracht, damit ihm die Kälte den Rest gab? »Es wird dir nicht gefallen, was ich dir zu sagen habe, Roy«, sagte Tracy Stocker munter und scheinbar ungerührt. Grace starrte wie gebannt auf die Leiche. Wurde er bereits identifiziert? »Laut Mr. Harris, dem die Firma hier gehört, ist dies der Fahrer, der in den tödlichen Unfall auf der Portland Road verwickelt war. »Stuart Ferguson«. Grace schaute sie an. Bevor ihre Worte ganz zu ihm durchgedrungen waren, sprach sie weiter. »Ich glaube, du musst ein bisschen näher herankommen, Roy. Ich möchte dir etwas zeigen.« Tracy trat einige Schritte vor und er folgte ihr. Dann drehte sie sich um und deutete auf die Innenwand, etwa 30 Zentimeter oberhalb der Tür. »Kommt dir das bekannt vor?« Grace starrte auf den zylinderförmigen Gegenstand mit dem schimmernden Objektiv. Wieder eine Kamera. Nachdem ihre letzte Mandantin an diesem Tag gegangen war, diktierte Carly ihrer Sekretärin Suzanne ein paar Notizen. Dann rief sie die Nachrichten ihrer Mandanten auf der Mailbox ab. Die letzte stammte von ihrer Freundin Claire May, die Tyler zur Schule gefahren und wieder abgeholt hatte. Er hatte auf dem Rückweg die ganze Zeit geweint, wollte aber nicht sagen, warum. Wenigstens war ihre Mutter da, um sich um ihn zu kümmern. Wenn Carly nach Hause kam, würde sie sich in Ruhe mit ihm unterhalten. Sie bestellte ein Taxi und verließ die Kanzlei. Während der gesamten Rückfahrt war sie in Gedanken versunken. Sie hatte in einem kurzen und fairen Prozess am gleichen Morgen für ein Jahr den Führerschein verloren und musste eine Geldstrafe von tausend Pfund zahlen, was, wie Ken ihr nach der Verhandlung verriet, die untere Grenze darstellte. Außerdem hatte sie das Angebot für einen Fahrkurs angenommen, mit dem sie den Führerscheinentzug auf neun Monate verkürzen konnte. Als sie vor der Haustür hielten, zeigte der Taxameter neun Pfund. Sie gab dem Fahrer zehn. Als sie ausstieg, rief er, »Schöne Schuhe, Größe sechs, nicht wahr? Gut getippt!« Sie musste unwillkürlich lächeln. Er lächelte nicht zurück, sondern nickte nur und schraubte seine Thermosflasche auf. Ein komischer Typ. Als sie die Treppe zur Haustür hochstieg, drehte sie sich nicht mehr um, sondern suchte in der Handtasche nach dem Schlüssel. Auf der anderen Straßenseite saß Tooth in seinem gemieteten Toyota, der dringend eine Wäsche brauchte, und tippte etwas in sein elektronisches Notizbuch. Junge, 16.45 Uhr zu Hause, Mutter, 18 Uhr zu Hause. Dann gähnte er. Es war ein langer Tag gewesen. Carly hörte das Klappern von Geschirr aus der Küche. Es roch nach Lasagne. Ihre Mutter hatte sich schon ums Abendessen gekümmert. Durchs Fenster fiel Sonnenlicht herein. Plötzlich traf sie die Erkenntnis, dass der Sommer ohne Führerschein sehr schwierig werden würde mit Wucht. Scheiß drauf, dachte sie. Sie war entschlossen, positiv zu denken und sich nicht hängen zu lassen. Das war sie Teiler und sich selbst schuldig. Ihre Mutter war in der Küche beschäftigt. Sie trug eine Schürze mit der Aufschrift »Vertrauen Sie mir, ich bin Anwalt« und begrüßte Carly mit einer Umarmung und einem Kuss. Du Ärmste, was für ein Tag! Ihre Mutter war ihr ganzes Leben lang für sie dagewesen. Sie war Mitte sechzig, hatte kurzes kastanienbraunes Haar und war eine noch immer gut, wenn auch traurig aussehende Frau. Das Schlimmste ist jedenfalls vorbei, erwiderte Carly und bemerkte den Argus auf dem Küchentisch. Bin ich drin? Nur ein paar Zeilen, auf Seite fünf. Wie geht es Tyler? Gut, er ist oben und spielt mit diesem netten Freund Harrison, glaube ich. Er ist gerade vorbeigekommen. Ich ihr mal Hallo sagen. Musst du los? Ich mache dir noch etwas zu essen. Worauf hast du Lust? Es ist noch Lasagne und Salat da. Mir ist nach einem riesengroßen Glas Schwein. Ich bin dabei. Es klingelte an der Tür. Carly schaute ihre Mutter fragend an und warf einen Blick auf die Uhr, viertel nach sechs. Tyler hat gesagt, gleich käme noch ein Freund, sie wollen irgendein Kampfspiel am Computer machen. Carly öffnete die Tür und sah sich einem großen schwarzen Mann von Mitte dreißig gegenüber, der einen schicken Anzug und eine moderne Krawatte trug. Begleitet wurde er von einer bieder aussehenden Frau im gleichen Alter. Der Mann hielt einen Ausweis der Sussex Police in die Höhe. Detective Sergeant Branson, das ist meine Kollegin Detective Sergeant Moy von der Kripo Sussex. Dürfen wir hereinkommen? Wir müssen dringend mit Ihnen sprechen. Er warf einen vorsichtigen Blick über die Schulter. Seine Kollegin schaute die Straße auf und ab. Wir müssen alleine mit Ihnen sprechen, erklärte Tiers Branson. Kali führte sie ins Wohnzimmer und machte ihrer Mutter ein beruhigendes Zeichen. Sie deutete auf die beiden Sofas, schloss die Tür und warf einen verlegenen Blick auf den braunen, stetig wachsenden Fleck an der Wand. Dann setzte sie sich auf das Sofa gegenüber und schaute die beiden Polizeibeamten trotzig an. Was würden Sie ihr jetzt vorwerfen? Mrs. Chase? Wir haben Grund zu der Annahme, dass Sie sich in unmittelbarer Lebensgefahr befinden, sagte Glenn Branson. Wie bitte? Dann bemerkte sie den großen braunen Umschlag in seiner Hand. Es geht um den Verkehrsunfall vor zwei Wochen, bei dem Tony Revere, Student an der Brighton University, ums Leben gekommen ist. Wissen Sie, wer der Radfahrer war? fragte er. Ja, ich habe es in der Zeitung gelesen. Es ist sehr traurig und belastend, dass ich in die Sache verwickelt war. Ist Ihnen auch bewusst, dass es sich bei seiner Mutter um die Tochter eines Mannes handelt, der angeblich die New Yorker Mafia anführt? Das habe ich gelesen und von der Belohnung, die sie ausgesetzt hat. Mir kam es vor wie etwas aus der Vergangenheit, so wie in einem Mafia-Film. Branson schaute seine Kollegin an. Mrs. Chase, ich bin Familienbetreuerin, erklärte diese. Als Anwältin dürfte Ihnen dieser Begriff geläufig sein. Ich möchte Sie bei Ihren nächsten Schritten beraten. Der Fahrer des Weißen Ford Transit ist tot. Man hat seine Leiche im Hafen von Shoreham gefunden. Ich habe im Argus was Sie nicht gelesen haben ist, dass dieser Fahrer in den Unfall verwickelt war und auch nicht, dass er ermordet wurde. Ermordet? Ja. Ich kann Ihnen keine Einzelheiten nennen, aber Sie müssen uns bitte vertrauen. Wir sind heute zu Ihnen gekommen, weil man vor wenigen Stunden auch den Fahrer des LKW, an dem Unfall beteiligt war, ermordet aufgefunden hat. Ein eisiger Schauer überlief Carly. Es könnte nur ein außergewöhnlicher Zufall sein, erklärte Glenn Branson, aber die Polizei hat gewisse Pflichten. Wir haben die Lage bewertet und sind zu dem Schluss gekommen, dass Ihr Leben in Gefahr sein könnte. Das kann nicht wahr sein, dachte Carly. Das ist ein schlechter Witz. Irgendwo muss es eine Pointe geben. Ihr juristischer Verstand meldete sich. Das Entnis über den Unfall erzwingen. Dann sagte Branson, Mrs. Chase. Wir können verschiedene Maßnahmen treffen, um sie zu schützen. Eine davon wäre, sie an einem sicheren Ort irgendwo in der Stadt unter zu bringen. Was sagen Sie dazu? Sie starrte ihn an, wobei ihre Angst noch größer wurde. Wie meinen Sie das? Es wäre so etwas wie Zeugenschutz, Mrs. Chase. Darf ich fragt hatte. Sie wollen mich von hier weg bringen? Carly. Wir könnten Sie und Ihre Familie in einem anderen Haus unterbringen, nur vorübergehend. Wenn die Bedrohung bestehen bleiben sollte, würden wir sie möglicherweise unter einem neuen Namen und mit einer neuen Identität irgendwo in England ansiedeln. Carly schaute sie an wie ein gehetztes Tier. Meinen Namen ändern? Eine neue Identität? In eine andere Wohnung in Brighton ziehen? Jetzt sofort? Jetzt sofort, wiederholte Glenn Branson. Wir bleiben hier, während sie packen und sorgen für die Begleitung. Carly riss die Arme in die Höhe. Einen Moment mal. Das ist doch Wahnsinn. Ich lebe in dieser Stadt. Mein Sohn geht hier zur Schule. Meine Mutter wohnt hier. Ich kann nicht einfach alles stehen und liegen lassen. Schon gar nicht heute Abend. Ihre Stimme zitterte. Ich war an dem Unfall doch gar nicht beteiligt. Sicher, ich bin zu schnell gefahren und wurde dafür verurteilt. Aber ich habe den armen Kerl doch gar nicht erwischt, Herr Gott noch mal. Das wissen wir, Carly, erwiderte Bellamoy. Die Eltern des toten Jungen haben alle Informationen über den Unfall erhalten. Aber wie mein Kollege schon sagte, die Polizei hat die Pflicht, toten Jungen herausgefunden und müssen leider sagen, dass sie zu einem solchen Racheakt durchaus fähig sind. Es ist ein Teil ihrer Kultur, sie leben in einer anderen Welt. Das ist ja toll. Ihre Angst verwandelte sich in Zorn. Sie brauchte dringend einen Drink und eine Zigarette. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Die beiden schüttelten den Kopf. Carly saß einen Moment ganz still da und dachte angestrengt nach, konnte sich aber kaum konzentrieren. Wollen Sie damit sagen, dass die Familie einen Auftragsmörder oder wie immer man das nennt angeheuert hat? Das ist durchaus möglich, antwortete Bella Moy sanft. Aber das hier ist mein Zuhause. Das ist unser Leben. Unsere Freunde wohnen hier. Tyler hat schon seinen Vater verloren. Soll er jetzt auch noch alle seine Freunde verlieren? Verlangen sie ernsthaft von mir, dass ich mich mit meinem Sohn ab heute Abend verstecke, meinen Job kündige? Und selbst wenn wir in eine völlig andere Gegend ziehen, wenn diese Leute es ernst meinen, finden sie uns trotzdem. Ich werde den Rest meines Lebens in Angst leben, wann immer es an die Tür klopft oder im Haus knistert oder ein Zweig im Garten knackt. Wir zwingen sie nicht, ihr Haus zu verlassen, sagte Bellamoy. Wir meinen nur, dass es die beste Option wäre. Falls sie beschließen, hier zu bleiben, werden wir uns um ihren Schutz kümmern, erklärte Glenn Branson. Wir stellen Überwachungskameras und Personenschutz zur Verfügung, aber das gilt nur für zwei Wochen. Zwei Wochen? Wieso? Ist das eine Frage des Geldes? Branson hob die Hände. Das sind unsere beiden besten Optionen. Er holte ein Dokument aus dem Umschlag. Das müssen Sie bitte durchlesen und unterschreiben. Carly warf einen Blick darauf. Es gedruckt vor sich zu sehen, löste eine noch tiefere Angst in ihr aus. Anhang Sussex Police Benachrichtigung über eine Bedrohung der persönlichen Sicherheit. Sehr geehrte Mrs. Chase, mir liegen Informationen vor, nach denen ihre persönliche Sicherheit gefährdet ist. Obwohl die Sussex Police alle möglichen Schritte einleiten wird, um die Gefahr auf ein Minimum zu beschränken, kann die Polizei sie nicht rund um die Uhr vor dieser Bedrohung schützen. Wenn sie mir die genaue Anschrift ihrer jeweiligen Unterkunft mitteilen, werde ich dafür sorgen, dass die Polizei sie bezüglich der oben genannten Sicherheitsmaßnahmen beraten wird, bezeichnet Detective Superintendent Roy Grace. Carly las das Dokument und schaute danach die beiden Beamten an. Eines ist mir noch nicht ganz klar. Wollen Sie damit sagen, dass ich auf mich allein gestellt bin, wenn ich nicht umziehen will? Bella schüttelte den Kopf. Nein, Carly, wie dir es Branson schon sagte, werden wir sie für einen Zeitraum von zwei Wochen rund um die Uhr bewachen und wir bauen ihnen Überwachungskameras ein, wir tun unser Bestes, können aber nicht für ihre Sicherheit garantieren. Soll ich das unterzeichnen? Bella nickte. Bei dieser Unterschrift geht es gar nicht um mich, oder? Damit schützen sie sich nur selbst. Falls ich getötet werde, können sie beweisen, dass sie ihr Bestes getan haben, sehe ich das richtig? Sie sind doch ein intelligenter Mensch, erwiderte Glenn Branson. Wir alle bei der Sussex Police werden sie schützen, aber wenn sie nicht wegziehen wollen, was ich durchaus verstehen kann, und auch nicht in ein sicheres Versteck gesperrt werden wollen, sind unsere Möglichkeiten begrenzt, wir müssen zusammen arbeiten, er legte seine Karte vor Carly auf den Couchtisch, Detective Sergeant Moy ist ihre unmittelbare Kontaktperson, aber sie können auch mich jederzeit anrufen, Carly griff nach einem Stift, na toll, sagte sie, während sie das Dokument unterzeichnete, ihr war schlecht vor Angst. Sie sollten alle wissen, dass ich gar nicht gut gelaunt bin, erklärte Roy Grace zu Beginn der Morgenbesprechung. Punkt eins der Tagesordnung sind die Informationen, die jemand wiederholt an unseren Freund Kevin Spinella vom Argus weitergegeben hat. Er schaute in 35 ernste Gesichter. Die furchtbare Entdeckung vom Vortag hatte selbst die hart gesottensten Kollegen erschüttert. Ich verdächtige keinen von ihnen. Aber jemand muss ihm erzählt haben, dass die Hände von Preece ans Lenkrad geklebt waren. Entweder handelt es sich um ein Mitglied dieses Teams, der Specialist Search Unit, einen Mitarbeiter des Hafens oder des Leichenschauhauses. Irgendwann werde ich diese Person finden und wenn ich das tue, wird sie ihres Lebens nicht mehr froh. Habe ich mich klar ausgedrückt? Alle nickten. Wer ein ausgeglichener Mensch war, der selten die Fassung verlor? Daher waren sie umso überraschter. Unsere Medienstrategie kann von entscheidender Bedeutung sein. Wir sind davon überzeugt, dass ein Profikiller in Brighton unterwegs ist, der aller Wahrscheinlichkeit nach von der Familie Revere aus New York beauftragt wurde, den Tod ihres Sohnes zu rächen. Wir müssen sehr behutsam mit den Medien umgehen, um uns Sir, sagte DC Stacey Horbin, eine intelligent aussehende junge Frau mit modischem Kurzhaarschnitt, die neu ins Team gekommen war. An welche Gefährdung denken Sie dabei? Ich denke, wir können der Öffentlichkeit versichern, dass Branson Bella und ich waren gestern um kurz nach 18 Uhr bei ihr. Wir haben Mrs. Chase angeboten, sie von hier weg zu bringen, aber sie hat sich aus privaten und beruflichen Gründen geweigert. Offen gesagt, halte ich das für unklug. Die Esmoy hat die Nacht bei ihr zu Hause verbracht, bis heute Morgen die Kameras installiert wurden. Seit gestern Abend um 21 Uhr befindet sich ein Überwachungsteam im Umkreis ihres Hauses. Bislang gab es keine Zwischenfälle. Und was ist mit Reverse Familie in New York? erkundigte sich Nicholas. Redet jemand mit ihnen? Ich habe unseren Kontaktmann bei der New Yorker Polizei informiert, er kümmert sich darum. Er hat mir erzählt, dass die Morde vom Stil her an einen früheren Mafiamörder erinnern. Ein charmantes Exemplar namens Richard Kuklinski, auch bekannt als der Iceman. Er hat Kühlhäuser benutzt, und es war seine Spezialität, die Opfer zu fesseln, in eine Höhle zu legen und zu filmen, wie sie bei lebendigem Leib von Ratten gefressen wurden. Es gibt nur ein Problem mit Kuklinski. Er ist vor vier Jahren im Gefängnis gestorben. Chef, hat dieser Kuklinski seine Opfer auch zuerst gelähmt? Meines Wissens nicht, Nick. Außerdem hat unser Mann nur Ferguson gelähmt. Bei Preece hat die Autopsie nichts derartiges ergeben. Warum hat er das wohl getan? Grace zuckte mit den Schultern. Vielleicht aus Sadismus? Oder damit er leichter zu überwältigen war? Boss, welche Informationen werden Sie zum Tod des LKW-Fahrers an die Presse geben? Erkundigte sich Emma Jane Boutwood. Fürs Erste nur, dass ein Mann tot in einem Kühlhaus der Firma Springs Smoked Sermon aufgefunden wurde, sagte Grace. Ich wünsche keine Spekulationen, sollen die Leute vorerst ruhig glauben, es handele sich um einen Arbeitsunfall. Er warf einen Blick auf sein Handy, als könnte jeden Augenblick der unvermeidliche Anruf von Spinella kommen. Ich habe noch nicht beschlossen, was wir darüber seinen Leuten einen herausfordernden Blick zu, ohne jemand Besonderen zu fixieren. Gut. Nach Informationen seiner Arbeitgeber hat Stuart Ferguson die Firma mit dem Kühllaster am Dienstag um kurz nach 14 Uhr verlassen. Wir müssen unbedingt diesen LKW finden. Er schaute DC Horbin an. Stacy, ich beauftrage Sie damit, die Route des LKW zu überprüfen und wann er zwischen Aberdeen und dem Ort, an dem er sich jetzt befindet, gesehen worden ist. Mit einer ANPR-Suche durften wir einen großen Teil der Strecke nachverfolgen können. An vielen britischen Autobahnen und Hauptverkehrsstraßen standen ANPR-Kameras zur automatischen Nummernschilderkennung. Sie filmten die Kennzeichen aller vorbeifahrenden Fahrzeuge und speisten sie in eine Datenbank ein. Ja, Sir. Grace bedankte sich und wandte sich an Norman Podding. Wie steht es mit der Kamera? Wir haben sämtliche Einzelhändler befragt, die sie verkaufen, einschließlich der Second-Hand-Läden. Einer von ihnen war so freundlich, die Seriennummer zu überprüfen. Er vermutet, dass dieses Modell nicht in Großbritannien erhältlich ist, sondern wohl nur in den USA. Ich hatte noch keine Gelegenheit, das Exemplar aus dem Kühlhaus zu überprüfen, aber es sieht identisch aus. Als die kam von Duncan Steele, einem der Sicherheitsleute im Eingangsbereich. Mrs. Chase ist unten, Grace runzelte die Stirn. Hier im Gebäude? Ja, sie sagt, sie müsse dich dringend sprechen. Vielleicht ist sie zur Vernunft gekommen. Tooth saß in seinem Hotel am Schreibtisch, vor sich den Laptop. In der Ferne waren das North Terminal des Flughafens Gatwick und der blaue Himmel darüber zu sehen. Es würde nicht mehr lange dauern, bis er in einem Flugzeug durch diesen blauen Himmel fliegen würde, nach Hause, auf die Turks und Caicos Inseln, wo der Himmel fast immer blau war. Zwischen seinen Lippen baumelte eine Lucky Strike. Er schaute auf den Bildschirm, machte sich Gedanken, klickte sich durch die Bilder. Fotos der Hove Park Avenue, in der Carly Chase wohnte. Vorder, Rück und Seitenansichten ihres Hauses. Gestern Abend war er dort gewesen und hatte den dunklen Audi mit der schattenhaften Gestalt am Steuer bemerkt. Die Polizei war nicht dumm. Im Laufe der Jahre lernte man, dass man den Feind niemals unterschätzen durfte. Vermutlich hatte er nicht alle Leute gesehen, die das Haus überwachten. Manche waren womöglich zu Fuß unterwegs, verbargen sich im Garten oder neben dem Haus. Er hatte die Gespräche drinnen über die winzigen Richtmikrofone mitgehört, die er im Garten angebracht und auf das Haus gerichtet hatte. Er hatte mitbekommen, dass die Polizei gestern Abend bei ihr gewesen war und dass sie das Haus nicht verlassen wollte. Er schaute in seine Notizen. Der Junge war heute um 8.25 in Schuluniform von einer Frau in einem schwarzen Range Rover abgeholt worden, in dem zwei weitere Kinder saßen. Um 8.35 hatte Carly Chase das Haus in einem Streifenwagen verlassen. Um 9.05 hatte er bei ihr im Büro angerufen und sich als in der Kanzlei war. Wo steckte sie? Carly Chase setzte sich neben Glenn Branson an den kleinen runden Besprechungstisch in Roy Grace Büro. Grace kam dazu. »Freut mich, Sie kennenzulernen, Mrs. Chase, sagte er. Bedauere, dass es unter so unerfreulichen Umständen geschieht. Möchten Sie etwas trinken?« Die Angst schnürte ihr die Kehle zu. »Ich...« Es geht schon, danke. Sie spürte, wie ihr rechter Fuß zuckte. Es ließ sich nicht unterdrücken. Die beiden Polizisten schauten sie eindranglich an, was sie nur noch nervöser machte. »Ich wollte mit ihnen reden,« stammelte sie und schaute die Kriminalbeamten nacheinander an. »Detektiv Sergeant Branson und seine Kollegin haben mir gestern Abend die Situation erklärt. Ich habe die ganze Nacht darüber nachgedacht. Ich weiß nicht, ob ihnen bekannt ist, dass ich Scheidungsanwältin bin.« Er nickte. »Ich weiß einiges über sie.« »Ich glaube eher an Kompromisse als an Konfrontation,« erklärte sie. »Ich versuche eher, ihn zu retten als sie zu zerstören. Das ist immer meine Philosophie gewesen.« Grace nickte noch einmal. »Das ist eine sehr noble Einstellung.« Sie schaute ihn von der Seite an, als überlegte sie, ob er sich über sie lustig machte. »Nach meiner Erfahrung reden die Leute einfach zu wenig miteinander. Ihr Fuß zuckte noch stärker.« Grace starrte sie an. Er hatte keine Ahnung, worauf sie hinaus wollte. »Vor fünf Jahren habe ich meinem Mann bei einem Skiunfall verloren. Er wurde in Kanada von einer Lawine verschüttet. Meine erste Reaktion war, ein Flugzeug nach Kanada zu besteigen, seinen Bergführer zu finden, der überlebt hatte, und ihn mit eigenen Händen zu töten. »Verstehen Sie das?« Grace schaute zu Branson, der hilflos mit den Schultern zuckte. »Jeder geht anders mit seiner Trauer um. Genau, erwiderte Carly. Deshalb bin ich hier.« Sie wandte sich an Glenn. »Gestern Abend haben sie mir gesagt, mein Leben sei in Gefahr, weil die Eltern des armen Jungen, der bei dem Unfall gestorben ist, einen Mörder beauftragt hätten. Aber ich war nicht schuld an dem Unfall. Der Junge selbst hat die Sache verschuldet, weil er auf der falschen Straßenseite gefahren ist. Branson wollte schon antworten, doch es hier nicht mit normalen, rational denkenden Menschen zu tun. Die Revers sind Leute, die Differenzen nicht vor Gericht beilegen, sondern durch körperliche Gewalt. Ich kann nicht andauernd in Angst leben, Mr. Grace, Verzeihung, Detective Superintendent. Es gibt immer eine Lösung für ein Problem, und ich glaube, ich habe auch in diesem Fall eine gefunden. Die beiden Polizeibeamten schauten sie prüfend an. Ach ja? Ja. Ich habe letzte Nacht kein Auge zugetan und überlegt, was ich machen soll. Ich habe mich entschieden, diese Leute aufzusuchen. Ich werde nach New York fliegen, um von Frau zu Frau mit Mrs. Revers zu sprechen. Sie hat ihren Sohn verloren, ich habe meinen Ehemann verloren. Keine Rache der Welt wird Cass zurück bringen oder meinen Schmerz lindern. Ich muss einen Weg vorn zu schauen und das Gleiche gilt auch für sie und ihren Mann. Ich weiß auch ein bisschen was über Verluste, erklärte Roy Grace sanft. Ich habe diese Erfahrung gemacht und kann sie nachvollziehen. Aber nach dem, was ich über diese Familie weiß, halte ich einen Besuch für keine gute Idee. Sie schwieg kurz. Sie würden mich also davon abhalten, dorthin zu fliegen? Grace breitete die Arme aus. Das steht nicht in meiner Macht, aber ich kann nicht für ihre Sicherheit garantieren, wenn sie es tun. Ich könnte ihnen einen Beamten mitgeben, aber der würde außerhalb seiner Zuständigkeit ohnehin nicht viel ausrichten. Ich fliege allein, erwiderte sie entschlossen. Ich kann mich um mich selbst kümmern. Ich komme damit klar. Ich habe ständig mit schwierigen Leuten zu tun. Glenn Branson bewunderte ihre Entschlossenheit und wünschte insgeheim, diese verängstigte und doch so mutige Frau würde ihn bei seiner Scheidung vertreten und nicht der Waschlappen, für den er sich entschieden hatte. Mrs. Chase sagte Roy Grace. Uns liegen einige Informationen über die Familie Reverfor. Möchten Sie sie hören, bevor Sie ihre endgültige Entscheidung treffen? Ich habe nach ihnen gegoogelt, erwiderte sie. Es gibt eine Menge über Sal Giordino, aber kaum etwas über seine Tochter. Und nach dem, was sie mir über deren Welt erzählt haben, habe ich doch umso mehr Grund, diese Frau zur Vernunft zu bringen, oder? Diese Leute sind für Vernunft nicht zugänglich, erklärte Grace. Geben Sie mir wenigstens die Chance, es zu versuchen, haben Sie die Adresse. Möchten Sie Mrs. Revere nicht vorher anrufen oder anmailen, um zu sehen, wie sie reagiert? Nein, es muss persönlich passieren, von Mutter zu Mutter. Die beiden Kriminalbeamten sahen einander an. Ich kann die Adresse unter einer Bedingung herausfinden, sagte Roy Grace. Und die wäre? Nach langem Schweigen fragte sie, habe ich eine Wahl? Nein, antwortete er. Um zehn Uhr siebzehn meldete sich der Laptop mit einem Signal. Im Haus von Carly Chase wurde telefoniert. Tooth klickte auf die Datei und horchte. Sie telefonierte mit einer Frau namens Claire, die in einem Reisebüro zu arbeiten schien. Nachdem sie die Verfügbarkeit geprüft hatte, buchte sie für Carly Chase für 14.45 Uhr einen British Airways Flug von London nach New York. Dann sprachen sie über Hotels. Die Reisevermittlerin reservierte ein Zimmer im Sheraton am Kennedy Airport. Tooth warf einen Blick auf die Uhr und lächelte. Sie hatte ja keine Ahnung, wie leicht sie es sie machte. Dann folgte der nächste Anruf. Die Frau hieß Sarah und schien ihre Freundin zu sein. Carly Chase erklärte ihr, dass Tyler am nächsten Morgen um 11.30 Uhr einen Termin beim Kieferorthopäden habe, weil seine Zahnspange Schmerzen verursache. Normalerweise hätte ihn seine Oma hingebracht, doch deren Arzt habe bei ihr ein CT angeordnet, weil ihm etwas in ihrem Bauch nicht gefiel. Carly erklärte, eigentlich habe sie selbst mit Tyler zum Kieferorthopäden gehen wollen, aber ihr sei etwas Dringendes dazwischen gekommen, ob Sarah das wohl übernehmen könne. Carly Chase gab ihr die Adresse und bedankte sich. Tooth schaute auf seinen Notizblock, auf dem er die Flugdaten notiert hatte. Sie hatte nur einen Hinflug gebucht. Er ahnte, wohin sie wollte und fragte sich, wie sie wohl beim Bowling wäre. Das können wir nicht zulassen, sagte Roy Grace zu Wir sind rechtlich nicht befugt, sie davon abzuhalten, erwiderte sein Kollege. Das weiß ich auch. Ich würde in ihrer Situation vermutlich das Gleiche tun. Vor einer Stunde hatte Carly Chase sein Büro verlassen. Grace musste viele dringende Dinge erledigen, vor allem die Organisation der Pressekonferenz. Aber er hatte sich nicht auf diese Angelegenheit konzentrieren können, weil er sich Sorgen um Carly machte. Ich wüsste gern, wie Carly Chase tickt, erwiderte Grace. Das ist einfach. Das kann ich dir sagen, ohne als Seelenklempner 250 Mäuse pro Stunde in Rechnung zu stellen. Sie hat Angst. Kapierst du das, Oldtimer? Sie hat beschissene Angst. Und das kann ich ja nicht verdenken. Die hätte ich auch. Grace nickte. Es ist beschissen, wenn Leute das Gefühl haben, wir könnten sie nicht beschützen, oder? Das können wir ja, aber nur, wenn sie beschützt werden wollen, erwiderte Grace. Sollen wir sie einfach allein nach New York fliegen lassen? Müsste sie nicht jemand begleiten, vielleicht Bella? Von den Kosten einmal abgesehen, sind wir dort in keiner Weise zuständig. Wir können nur hoffen, dass die New Yorker Polizei sich um ihre Sicherheit kümmert. Wir werden das Haus bewachen. Immerhin sind ihre Mutter und ihr Sohn alleine dort und als Vorsichtsmaßnahme auch jemanden hinterher schicken, wenn er zur Schule gebracht wird. Unser Kontaktmann in New York scheint ein fähiger Mann zu sein. Er wird viel besser wissen, was zu tun ist, als unsere Leute. Carly wartete in einer langen gewundenen Schlange in der überfüllten Einwanderungshalle des Kennedy Airports. Alle paar Minuten sah sie besorgt auf die Uhr, die sie fünf Stunden zurückgestellt hatte und las noch einmal die weißen Zollformulare durch, die sie im Flugzeug ausgefüllt hatte. Nach 20 Minuten hatte sie endlich die gelbe Linie erreicht und war als nächste an der Reihe. Die Beamtin von der Einwanderungsbehörde, eine fröhliche, rundliche, schwarze Frau, plauderte endlos mit dem dürren Mann mit Rucksack, der vor Carly stand. Als er endlich weiterging, trat sie vor und zeigte ihren Pass. Sie wurde gebeten, in eine Kameralinse zu schauen und die Finger auf ein elektronisches Kissen zu drücken. Während sie fest zudrückte, runzelte die Frau vor ihrem Bildschirm die Stirn. Sie müssen mitkommen! Verwirrt folgte Carly ihr hinter die Reihe der Schalter und durch eine Tür am Ende des Raums. Mehrere bewaffnete Einwanderungsbeamte standen plaudernd umher. Im Nebenzimmer saßen müde aussehende Menschen unterschiedlicher Hautfarbe, die meist ins Leere starrten. »Mrs. Carly Chase aus Großbritannien«, verkündete die Frau mit lauter Stimme. Ein großer Mann im karierten Sportsakko schlenderte auf sie zu. »Mrs. Chase? Ja? Ich bin Detective Investigator Lennigan von der Bezirksstaatsanwaltschaft Brooklyn. Die Polizei in Sussex hat mich um sie zu kümmern. »Sehe ich es richtig, dass Sie die Privatadresse von Mr. und Mrs. Revere für mich haben? Ja, ich werde sie dorthin bringen.« Sie schüttelte den Kopf. »Ich habe schon einen Wagen bestellt. Ich muss allein dorthin. Das kann ich nicht zulassen, Mrs. Chase, völlig ausgeschlossen. Er sprach in einem entschiedenen Ton, der ihr zeigte, dass seine Entscheidung definitiv und unumstößlich feststand. »Die Fahrt dauert etwa zweieinhalb Stunden, wir fahren im Konvoi. Ich werde draußen warten, aber nur unter einer Bedingung. Sie werden mir alle 15 Minuten eine SMS schicken, damit ich weiß, dass es Ihnen gut geht. Wenn Sie den Plan nicht einhalten, komme ich rein, verstanden? »Gibt es keine andere Möglichkeit? Sicher doch. Ich kann veranlassen, dass die Einwanderungsbehörde Sie in den ersten Flieger zurück nach London setzt. Danke. Gern geschehen, Lady. Auf dem Rücksitz des linken Town Car war es still und dunkel. Carly saß in Gedanken versunken da, wobei sie gelegentlich einen Schluck Wasser aus einer der kleinen Flaschen trank, die in der Halterung in der mittleren Armlehne steckten. Sie hatte zu Hause angerufen, sobald sie im Wagen saß, und ihrer Mutter gesagt, dass alles in Ordnung sei. Sie erinnerte sie an Tylers Termin beim Kiefer Orthopäden und wünschte ihr viel Glück bei ihrer Untersuchung. Ihre Großmutter war an Darmkrebs gestorben, und nun hatte der Arzt etwas im Bauch ihrer Mutter entdeckt, das ihm nicht gefiel. Die Vorstellung, sie könnte krank werden und sterben, war einfach zu viel. Carly hoffte und betete verzweifelt, dass die Untersuchung nichts Schlimmes ergeben würde. Dann versuchte sie, sich die Worte zurechtzulegen, die sie zu den Reverse sagen wollte, falls man sie überhaupt hereinließ. Dann und wann drehte sie sich um und schaute aus dem Rückfenster. Detective Investigator Lennigans dunkelgrauer Wagen blieb ihnen auf den Fersen. Seine Gegenwart hemmte sie, und sie hatte das Gefühl, sie wäre besser alleine gekommen, wenn sie überhaupt die Chance auf ein Gespräch mit Fernanda Revere haben wollte. Ihre Kopfschmerzen wurden stärker, genau wie ihre Zweifel. Ihr ganzes Selbstvertrauen war dahin. Sie spürte eine wachsende Angst, versuchte im Geiste, sich in Würde sie an ihrer Stelle fühlen. Dann erreichten sie eine Stadt. East Hampton, sagte der Pfarrer. Carlys Magen zog sich zusammen, ihre Nerven flatterten. Die Angst wurde noch größer, als der Wagen vor einer Tankstelle rechts abbog und in eine baumbestandene Straße mit einer doppelten gelben Linie in der Mitte rollte. Ihr klares Denken löste sich in einem Nebel von Panik auf. Sie atmete tiefer, schwitzte, hyperventilierte beinahe. Sie drehte sich um und sah, dass Lennigan ebenfalls abgebogen war. Auf einmal wirkte seine Gegenwart tröstlich. Der Wagen fuhr langsamer und hielt an. Genau vor ihnen befand sich ein hohes grau gestrichenes Tor mit Eisenspitzen. Es gab eine Sprechanlage und ein Warnschild mit der Aufschrift Bewaffneter Sicherheitsdienst. Soll ich klingeln? fragte der Fahrer. Sie drehte sich um und schaute durchs Rückfenster. Der Ermittler stieg aus, also tat sie es ihm nach. Viel Glück, Lady, sagte Lennigan. Mal sehen, ob die sie reinlassen. Falls ja, warte ich hier. In 15 Minuten erwarte ich die erste SMS. Denken Sie dran, okay? Sie wollte antworten, brachte aber kein Wort heraus. Ihr schickte nur. Er speicherte seine Nummer in Carlys Handy ab und tippte okay ein. Das schicken Sie mir alle 15 Minuten. Die Luft war ruhig und mild. Carly hatte sich zwanglos aber konservativ gekleidet. Sie trug einen leichten beige farbenen Regenmantel über einer dunkelgrauen Jacke, einer schlichten weißen Bluse, schwarze Jeans und schwarze Stiefel. Ihr ganzes Selbstbewusstsein hatte sich in Luft aufgelöst und trotz des Adrenalins war sie noch fertiger als zuvor. Sie drückte die eckige Metalltaste. Sofort schien ihr ein Licht ins Gesicht. Darüber war eine Überwachungskamera auf sie gerichtet. Eine Stimme meldete sich in gebrochenem Englisch. Ja, wer ist da? Carly zwang sich in die Kamera zu lächeln. Ich bin aus England gekommen, um mit Mr. und Mrs. Warten sie erwartet? Nein, aber ich glaube, sie wissen, wer ich bin. Ich war in den Unfall ihres Sohnes Toni verwickelt. Sie bitte warten. Das Licht ging aus. Eine Minute später glitten die Tore beinahe lautlos auseinander. Man hörte nur ein leises elektrisches Surm. Krank vor Angst stieg sie wieder in den Wagen. Carly stieg aus dem Fahrzeug in die stille des Abends. Vor ihr ragte die Fassade eines gewaltigen modernen Herrenhauses auf. Es sah dunkel und abweisend aus. Drinnen brannte kaum Licht. Sie drehte sich zur Limousine um, als wollte sie es sich anders überlegen. Die parkte einige Meter entfernt auf einer mit Holzhäckseln bestreuten Einfahrt, ganz in der Nähe eines Porsche Cayenne. In der Ferne konnte sie schwach das ruhelose Rauschen des Meeres hören. Sie atmete die prickelnde salzige Luft ein und den Duft von frisch gemähtem Gras. Das alles war beängstigend normal. Diese Leute lebten ihr Leben, als wäre es ganz normal. Bevor Carly es sich anders überlegen konnte, wurde die Haustür geöffnet und eine Frau kam mit unsicheren Schritten heraus. Sie trug einen türkisfarbenen Jogginganzug und glitzernde Turnschuhe. Unter ihrem kurzen blonden Haar sah man ein attraktives aber hartes Gesicht. Sie hielt in einer Hand ein Martini-Glas und in der anderen eine Zigarette. Ihre ganze Haltung wirkte feindselig. Carly ging zögernd auf sie zu. Mrs. River? Sie versuchte zu lächeln, doch es funktionierte irgendwie nicht. Fernanda River? Die Frau schaute sie aus kalten, harten Augen an. Es war, als blickte sie direkt in ihre Seele. Sie haben wirklich Nerven? Die Worte klangen undeutlich und verbittert. Sie sind in meinem Haus nicht willkommen. Steigen Sie wieder in Ihr Auto und verschwenden Sie! Die Frau machte ihr Angst, doch Carly ließ sich nicht abschrecken. Sie hatte sich auf alle möglichen Reaktionen vorbereitet, auch auf diese, obwohl sie nicht damit gerechnet hatte, dass Fernanda betrunken sein könnte. Ich bin von England her geflogen, um mit Ihnen zu sprechen, sagte sie. Ich bitte Sie nur um wenige Minuten Ihrer Zeit. Ich gebe nicht vor, Sie zu verstehen, was Sie durchgemacht haben, aber wir haben etwas gemeinsam. Tatsächlich? Wir atmen! Das dürfte so ungefähr alles sein, was wir gemeinsam haben. Darf ich hereinkommen? Ich werde gehen, sobald Sie es verlangen, aber lassen Sie uns bitte für ein paar Minuten miteinander reden. Fernanda Revere zog an ihrer Zigarette, stieß den Rauch durch Mund und Nase aus und warf die Kippe mit einer verächtlichen Bewegung ihrer juwelengeschmückten Hand weg. Sie landete mit einem Funkenregen in der Einfahrt. Dann taumelte sie rückwärts, wobei ihr Glas überschwappte und bedeutete Kali, sie solle eintreten. Der Hass in ihren Augen wurde durch die Neugier kaum gemildert. Kali betrat eine pompöse Eingangshalle und folgte der Frau, die mehrmals gegen die Wand prallte, durch einen mit Antiquitäten eingerichteten Flur. Dann betraten sie ein palastartiges Wohnzimmer mit einer Galerie. Ein Mann von Mitte 50 lümmelte in einem vollkommen deplatzierten modernen Ledersessel. Er hatte dichte schwarze Augenbrauen und trug das graue Haar mit Gel zurückgekämmt. Er schaute sich ein Baseballspiel im Fernsehen an, in einer Hand eine Bierdose, in der anderen eine dicke Zigarre. Die Frau ging zu ihm, nahm die Fernbedienung von einem antiken Holztisch und schaute sie an, als hätte sie noch nie in ihrem Leben einen derartigen Gegenstand gesehen. Dann stellte sie den Ton ab und ließ die Fernbedienung auf den Tisch fallen. Hey, was zum protestierte der Mann. Wir haben Besuch, Lou, Fernanda deutete auf Carly. Sie ist extra aus England gekommen. Ist das nicht nett? fragte sie eisig. Blue River bedachte Carly mit einem schwachen Lächeln und wedelte geistesabwesend mit der Hand. Weißt du, wer die Schlampe ist? Lou River stellte den Ton wieder an. Nein, hör mal, ich brauche ein bisschen Ruhe. Bitte der Dame was zu trinken an. Er schaute Carly gleichgültig an. Einen Drink? Ich würde lieber sterben, als dieser verfluchten Schlampe irgendwas anzubieten, erklärte Fernanda River und wankte zu einem antiken Barschrank, dessen Türen bereits geöffnet waren. Dann füllte sie ihr Glas ungeschickt aus einem silbernen Cocktailshaker, wobei sie die Hälfte verschüttete. Sie trank, stellte das Glas ab und taumelte zurück zu ihrem Mann. Diesmal schaltete sie den Fernseher ganz aus. Hey! Sie ließ die Fernbedienung auf den Teppich fallen und trat mit aller Gewalt darauf. Plastik splitterte. Kalis Angst wuchs. Die Frau war verrückt und absolut unberechenbar. Herr im Himmel! Der Ehemann stellte das Bier ab und hiefte sich aus dem Sessel. Dann sagte er zu seiner Frau, weißt du eigentlich, wie wichtig dieses verdammte Spiel ist? Weißt du das? Interessiert es dich überhaupt? Er ging zur Tür. Fernanda packte ihn am Arm und ließ das Glas fallen, das auf dem Boden zerbrach. Scheiße! Weißt du eigentlich, wer die Schlampe ist? Das ist die Schlampe, die unseren Sohn getötet hat. Hast du das kapiert? Kalis Augen wanderten zwischen den beiden hin und her. Sie wollte ruhig bleiben, aber ihre Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Der Mann hielt abrupt inne und drehte sich zu ihr. Dann schaute er zu seiner Frau. Fernanda Revere ging an den Barschrank, wobei sie sich so vorsichtig bewegte, als müsste sie einen Hindernisparcours bewältigen. Plötzlich klang Lou Revers Stimme bedrohlich. Der leicht verärgerte Typ von vorhin hatte sich in Luft aufgelöst. »Was zum Teufel machen Sie hier? Reicht es nicht, dass Sie uns so viel Schmerz bereitet haben?« »Darum geht es nicht, Mr. Revere,« antwortete sie mit bebender Stimme. »Ich würde nur gern mit Ihnen und Mrs. Revere sprechen und erklären, was passiert ist. Wir wissen, was passiert ist.« »Sie waren betrunken und unser Sohn ist gestorben,« fügte seine Frau verbittert hinzu. Dann taumelte sie auf sie zu und verschüttete dabei noch mehr von ihrem Drink. Carly nahm alle Kraft zusammen. »Es tut mir furchtbar leid für Sie beide. Ich bedauere Ihren Verlust zutiefst, aber es gibt Dinge über diesen Unfall, die Sie erfahren müssen, die ich gerne wüsste, wenn es mein Kind wäre. Können wir uns bitte hinsetzen und darüber sprechen? Wenn Sie wollen, dass ich gehe, werde ich das tun. Aber bitte lassen Sie mich vorher erzählen, was passiert ist. »Wir wissen, wie es passiert ist,« erwiderte Fernanda Rivera. Dann wandte sie sich an ihren Mann. »Schmeiß die Schlampe raus!« »Sie hat Toni getötet und beschmutzt jetzt unser Zuhause!« »Lass sie einfach reden, Schatz,« sagte er, ohne Carly dabei aus den Augen zu lassen. »Ich kann nicht glauben, dass ich jemanden geheiratet habe, der so blöd ist,« brüllte sie. »Wenn du sie nicht raus wirfst, gehe ich. Ich bleibe nicht in einem Haus mit ihr, sag ihr das! Lass uns mit ihr reden, Schatz! Schmeiß sie raus! Verdammte Scheiße!« Mit diesen Worten stürmte Fernanda aus dem Zimmer und knallte die Tür zu. Carly schaute Lourever an. Sie fühlte sich sehr unbehaglich. Er deutete mit dem Finger auf sie. Sie wollten reden. Also, reden sie! Sie schaute ihn schweigend an und überlegte, wie sie ihn am besten beruhigen konnte. »Was ist los?« Hat es ihnen die Sprache verschlagen? »Nein, ich kann natürlich nicht nachvollziehen, wie sie sich fühlen. Ach, nein!« fragte er mit unerwarteter Bitterkeit. »Ich habe einen Sohn. Habe? Sie Glückliche! Meine Frau und ich hatten auch einen Sohn, bevor eine betrunkene Autofahrerin ihn getötet hat. So ist es nicht gewesen.« Durchs Fenster hörte Carly ein Geräusch wie von einer Autotür. »Ach, nein, so ist es nicht gewesen.« In diesem Augenblick sah Lourever aus, als wollte er sie am liebsten erwürgen. Er hob die Hände, ballte sie zu Fäusten und öffnete sie wieder. Sie zögerte einen Moment, bevor sie auf Senden drückte, aber sie musste sich behaupten, musste irgendwie zu diesem Mann durchdringen. Er war ihre einzige Chance. Während Pertleinigen neben seinem Auto stand und Zigarre rauchte, hörte er, wie ein Motor angelassen wurde. Dann öffneten sich die Tore. Kam die verrückte Engländerin etwa schon wieder zurück? Doch zu seiner Überraschung tauchte ein Porsche Cayenne mit einer Frau am Steuer auf, die rücksichtslos durch das Tor schoss und dann wie eine wilde Gas gab. Er merkte sich das Kennzeichen, bevor die Rücklichter in einer Kurve verschwanden. Das sah nicht gut aus. Er warf einen Blick auf sein Handy. Keine SMS, kein Anruf. Das gefiel ihm ganz und gar nicht. Fernanda Revaire bremste vor der Einmündung an der Tankstelle, holte eine Packung Zigaretten aus der Handtasche und steckte sich eine zwischen die Lippen. Dann drückte sie den Zigarettenanzünder hinein, bog links ab und schoss auf den Highway. In ihrem betrunkenen Zustand verschwamm ihr alles vor Augen. Sie überholte ein langsames Taxi und gab weiter Gas. 110, 130, 140 Meilen pro Stunde. Sie Sie lenkte mit einer Hand zwischen den Lippen die Zigarette, deren Rauch ihr in die Augen stieg. Sie wühlte in ihrer Handtasche, zog das diamantenbesetzte Handy heraus und schaute blinzelnd aufs Display. Alles war verschwommen. Sie hielt es näher ans Gesicht, suchte die Nummer ihres Bruders und wählte. Sie überholte einen Sattelschlepper, lenkte mit einer Hand. Nur weg von hier, weg von der Schlampe, die ihr Haus heimgesucht hatte. Es klingelte sechsmal, dann meldete sich die Mailbox. Ach, Scheiße! Wo bist du, Ricky? brüllte sie. Was zum Teufel ist los? Diese englische Schlampe ist zu uns gekommen, hörst du mich? Die Schlampe, die Tony umgebracht hat, ist bei uns zu Hause. Warum ist sie nicht tot? Ich habe dich bezahlt. Warum ist sie nicht tot? Was geht dir vor, verdammt nochmal? Sie drückte das Gespräch weg und warf das Handy auf den Beifahrersitz. Sie wusste nicht, wohin sie fuhr, nur weg von dem Haus, hinein in die Dunkelheit. Je weiter, desto besser. Sie überholte einen weiteren Wagen. Die Nacht rauschte dahin, die entgegenkommenden Lichter rasten vorbei. Tony war tot. Dieser menschliche Abschaum hatte ihm sein Leben genommen. Ein Arschloch in einem Lieferwagen, ein Arschloch in einem Lastwagen und die betrunkene Schlampe, die jetzt den Nerv hatte, mit ihrer jammernden Stimme in ihrem Haus aufzutauchen. Die Tachonadel hing bei 180, vielleicht auch 200, sie konnte sie kaum noch erkennen. Auf dem Beifahrersitz blinkte ein Licht, ihr Handy klingelte, sie griff danach und hielt es vor sich. So konnte sie gerade noch den Namen ihres Bruders entziffern. Sie meldete sich, wobei sie an einem weiteren Wagen vorbeischoss und mit einer Hand in eine enge Linkskurve steuerte. Die Zigarette zwischen ihren Lippen war bis zum Filter heruntergebrannt. Er liefen die Tränen über die Wangen. Ricky, ich dachte, du würdest das regeln. Wie konntest du diese dämliche Schlampe zu uns kommen lassen? Wie? Hör mal, es ist alles bestens. Bestens? Sie ist in mein Haus gekommen und das soll bestens sein? Kannst du mir das vielleicht erklären? Wir haben einen Plan. Sie steuerte den Wagen durch die Kurve. Dann folgte eine noch schärfere Biegung nach rechts. Sie schoss zu schnell hinein, trat auf die Bremse und der Wagen schlingerte heftig in beide Richtungen. Scheiße! Sie ließ das Telefon fallen. Die Kippe landete zwischen ihren Beinen. Helle Lichter kamen ihr entgegen. Sie wurden immer heller und griller. Eine Hupe ertönte, sie riss das Steuer herum. Der Cayenne beschrieb eine Pirouette. Plötzlich drehte sich das Lenkrad mit solcher Gewalt, dass es ihr aus den Händen glitt und wie von selbst rotierte. Dann ein furchtbarer Aufprall. ein gewaltiges metallisches Scheppern, als würden zwei riesige Ölfässer aneinander schlagen. Im nachfolgenden Schweigen drang Rickys Stimme aus dem Handy. Hey, Baby! Fernanda? Schwesterchen! Baby! Alles klar? Hör mal, alles bestens! Hör doch! Baby! Aber sie hörte ihn nicht mehr. Meine Frau ist völlig durcheinander wegen Ihnen, sagte Lou Revere. Sie hat ohnehin schon so viel durchgemacht, genau wie ich. Ich weiß nicht, was sie sich hierbei gedacht haben. Aber wir wollen sie nicht in unserem Haus haben. Sie sind hier nicht willkommen. Er deutete mit der Zigarre auf sie. Ich bringe sie jetzt hinaus. Bitte geben sie mir eine Chance, flehte Carly, die den Tränen nahe war. Sie hatten ihre Chance, Lady, bevor sie sich entschieden haben, betrunken, ins Auto zu steigen. Das ist mehr, als mein Sohn hatte. So ist es nicht gewesen, Mr. Revere. Bitte glauben Sie mir, so ist es nicht gewesen. Er hielt inne, und sie dachte einen Moment lang, er werde nachgeben. Dann schwang er die Zigarre in noch größerem Zorn. Natürlich ist es nicht so gewesen, Lady. Uns liegt der toxikologische Bericht über unseren Sohn vor. Sie haben nichts gefunden, keinen Tropfen Alkohol, keine Spur von Drogen. Er senkte den Kopf wie ein Stier, der zum Angriff übergeht. Wie war denn Ihr toxikologischer Befund? Na, verraten Sie mir das? Na los, ich höre, Sie haben eine volle Aufmerksamkeit. Sie durchdringen, doch er machte ihr Angst. Es war, als lauerte etwas Bösartiges und Wildes unter seiner Haut. Ich höre, wiederholte er, ich höre nichts, aber ich höre. Vielleicht sollte ich morgen wieder kommen. Darf ich das? Er machte einen Schritt auf sie zu, bebend vor Zorn. Ja, machen Sie das ruhig, aber wenn Sie sich meinem Haus auch nur auf hundert Kilometer reiße ich sie hiermit. Er hob seine zitternden Hände. Haben Sie mich verstanden? Carly nickte. Ihr Mund war wie ausgedörrt. Da geht es raus. Sobald sie in der Dunkelheit stand, schlug die Haustür hinter ihr zu. Roy Grace war gerade eingeschlafen, als sein Handy klingelte und vibrierte. Er rollte sich auf die Seite und griff danach. Der Wecker stand auf 1.37 Uhr. Schon gut. Ich bin wach, knurrte Clio. Er schaltete die Nachttischlampe ein und drückte die grüne Taste. Ja? Es war Duncan Crocker. Sind Sie wach, Boss? Roy rappelte sich auf und wäre beinahe über Humphrey gestolpert, der erschrocken aufjaulte. Ah, einen Moment, Duncan. Nur im T-Shirt tappte er aus dem Zimmer, begleitet von dem Hund, der aufgeregt an ihm hochsprang und die scharfen Krallen schmerzhaft in sein Bein bohrte. Er ging nach unten, gefolgt von einem wild bellenden Hund, schaltete das Licht ein und schob auf dem Sofa eine Ausgabe von Sussex Life beiseite, die bei den Immobilienseiten aufgeschlagen war. Clio hatte sich plötzlich auf Haussuche begeben. Tut mir leid, Duncan. Was ist los? Wir sollten uns doch melden, sobald wir Fergusons Lkw gefunden haben, Boss. Soeben hat die Verkehrspolizei von Thames Valley angerufen. Er befindet sich auf dem Parkplatz einer Tankstelle bei Newport Paniel an der M1. Gute Arbeit. Wie wird die Tankstelle überwacht? Sie haben Kameras an den Eingängen Ich stelle ein Suchteam zusammen, Duncan. Wenn Sie sich bitte um die Kameras kümmern würden, dann fahren Sie nach Hause und schlafen. Gut gemacht. Danke, Boss. Grace rief umgehend Tracy Stocker an und entschuldigte sich für die Störung. Er brachte sie auf den neuesten Stand und bat sie, ein Team nach Newport Paniel zu schicken, das zweieinhalb Stunden von Brighton entfernt lag. Dann könnten die Leute in der Morgendämmerung mit der Arbeit beginnen. Angesichts der neuesten Entwicklungen besprach er auch die Strategie, die das Suchteam verfolgen musste. Er machte sich einen Kaffee und ging damit ins Wohnzimmer. Ihm war ein bisschen kalt, aber er hatte keine Lust, sich warmer anzuziehen. Roy setzte sich mit dem Laptop aufs Sofa, rühte in seinem Kaffee und wartete darauf, dass der Rechner hochfuhr. Dann googelte er Also öffnete er Google Earth und gab den Namen ein. Die Erdkugel erschien. Es wurde auf eine Nahaufnahme der Autobahn M1 und ihrer Umgebung gesumt. Er trank von seinem Kaffee und dachte angestrengt nach. Ferguson musste in einem anderen Fahrzeug nach Sussex gebracht worden sein. Dem mutete er, dass ihm der Täter gefolgt war und auf eine passende Gelegenheit gewartet hatte. Falls das stimmte, konnte sich der Täter nur wenige Fahrzeuge hinter Fergusons LKW befunden haben. Er stellte den Kaffee ab, sprang auf und lief unruhig umher. Humphrey gesellte sich dazu und wollte spielen. Sitz, zischte er und wählte die Nummer der Soko Zentrale 1. noch eine Aufgabe für Sie. Wir brauchen die Kennzeichen der Fahrzeuge, die unmittelbar vor der Tankstelle in der Nähe von Fergusons LKW gefahren sind. Und zwar der fünf Fahrzeuge vor und der 20 hinter ihm. Ich will genau wissen, welche Fahrzeuge zur gleichen Zeit wie er an der Tankstelle abbogen und wohin sie danach gefahren sind. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Ferguson sich in einem davon befunden hat, entweder freiwillig oder unter Zwang. Ich gehe davon aus, dass es sich in einem Mietwagen handelt. Also suchen wir bevorzugt nach einem neuen Modell Kleinwagen bis Mittelklasse. Ich tue, was ich kann, aber es dürfte ein bisschen dauern, bis alle Fahrzeuge überprüft sind. Reicht es bis zur Morgenbesprechung? Nein, das reicht nicht, dachte Grace. Aber er musste realistisch sein. Einige Meter weiter stand Detective Investigator Lannigan neben seinem Wagen und hielt Carlys Fahrer an. Und fragte er mit einem neugierigen, aber mitfühlenden Blick. Sie hatten Recht, sagte sie und zuckte hilflos mit den Schultern. Sie war noch schockiert von der Art und Weise, in der Lou Revere mit ihr gesprochen hatte. Ist es nicht so gelaufen, wie sie geplant hatten? Nein. Warum Carly holte ihre Zigaretten aus der Handtasche, zündete eine an und nahm einen tiefen Zug. Sie war betrunken, konnte nicht klar denken. Ich muss es noch einmal versuchen, vielleicht kann ich morgen wieder kommen, wenn sie nüchtern ist. Er schaute sie nachdenklich an. Wir fahren jetzt erst mal in ihr Hotel, dort trinken wir was, und sie erzählen mir in aller Ruhe, was passiert ist. Meinen Sie, es hat Sinn, wenn ich mit Mr. Revere spreche? Ich glaube nicht. Nicht heute Abend. In Ordnung. Weiß der Fahrer, wohin sie müssen? Ins Sheraton JFK Airport Hotel. Ich fahre hinter ihnen her. Sie zog noch zweimal an ihrer Zigarette, drückte sie aus, stieg ein und gab dem Fahrer Anweisungen. Sie ließ die Ereignisse der vergangenen zehn Minuten noch einmal Revue passieren. Sie war innerlich aufgewühlt, nervös und müde zugleich. Der Albtraum schien immer schlimmer zu werden. Draußen glitt die Dunkelheit vorbei. Zunächst fiel er gar nicht auf, dass ihnen keine Autos entgegen kamen. Plötzlich blitzten rote Lichter auf. Der Fahrer trat auf die Bremse und hielt am Ende des Staus an. Sie nickte. Dann klopfte Lennigan an ihr Fenster. Sie ließ die Scheibe herunter. Wollen Sie mitkommen? Es sieht aus, als wäre Mrs. Revere an dem Unfall dort vorn beteiligt. Die Straße wurde gesperrt. Ein Unfall? Fernanda Revere? Ja, eröffnete ihr die Tür. Angst überkam sie. Sie stieg zitternd aus. Die Nachtluft schien viel kälter als noch vor zehn Minuten. Sie wickelte sich in ihren Regenmantel und folgte dem Ermittler an einer Reihe von Autos vorbei bis zu einem Streifenwagen, der quer auf der Straße parkte. Die rotierenden Lichter warfen rote Strahlen in alle Richtungen. Dahinter stand eine Reihe von Pylonen. Unmittelbar hinter dem Streifenwagen entdeckte sie das zerschmetterte Wrack eines Autos, das sich quer in die Vorderseite eines weißen LKW geschoben hatte. Kali blieb abrupt stehen. Das Sie schaute Lennigan an. Wie geht es ihr? Haben sie gehört, ob es ihr gut geht? Ist sie verletzt? Die Sirenen wurden lauter. Lennigan ging zwischen den Pylonen hindurch, ohne zu antworten. Kali eilte ihm nach. Ein Polizist, ein junger, dicklicher Mann mit Brille und einer Mütze, die ihm zu groß war, vertrat ihnen den Weg. Bitte zurückbleiben! Lennigan zeigte seine Dienstmarke. Er winkte sie vorbei und wandte sich ab, als ein Krankenwagen und ein Löschzug mit kreischenden Bremsen anhielten. Rechts sah Kali einen Mann im Arbeits-Overall, der orientierungslos umherstolperte. Er stand offensichtlich unter Schock. Lennigan hatte seine Taschenlampe eingeschaltet. Im Lichtstrahl sah sie etwas, das an eine brutale Skulptur in einem Museum für moderne Kunst erinnerte. Die Vorderräder des LKW waren durch den Aufprall ein Stück nach hinten geschoben worden und befanden sich jetzt weit hinter dem Fahrerhaus. Der goldene Porsche war so stark zerstört, dass er fast einen rechten Winkel bildete. Das Auto klemmte wie das schreckliche Zerbelt eines Schneepfluges vor dem LKW. Jesus! schrie Lennigan. Oh Scheiße! Er trat zurück und hob den Arm, um Kali den Anblick zu ersparen, doch es war zu spät. Im Licht der Taschenlampe sah sie zwei Beine, die von den Knien abwärts in einer türkisfarbenen Jogginghose steckten. Die Oberschenkel waren nackt. Der Unterleib war nur noch eine schwarz-rote Masse, aus der etwas herausragte, das wie eine gigantische weiße Gräte aussah. Ein Teil der Wirbelsäule begriff sie und umklammerte unwillkürlich Lennigens Arm. Galle stieg ihr in den Mund. Fernanda Revere war in zwei Teile zerrissen worden. Bebend vor Schock und Entsetzen wandte sie sich ab. Sie taumelte einige Meter, fiel auf die Knie und erbrach sich, die Augen blind vor Tränen. Was würde jetzt geschehen? Lennigin begleitete sie zurück ins Hotel. Nach einem großen Whisky und zwei Gläsern Pinot Noir in der Hotelbar hatte sich Carly halbwegs beruhigt, stand aber immer noch unter Schock. Sie ging hoch in ihr Hotelzimmer und wollte versuchen Schlaf zu finden. Doch die Klimaanlage war zu kalt und zu laut. Carly drückte alle möglichen Knöpfe, aber es wurde nicht besser. Sie konnte auch kein zusätzliches Bettzeug finden, legte sich schließlich vollständig bekleidet unter die Decke, während eine Flut düsterer Gedanken auf sie einprasselte. Um kurz nach sechs war sie wieder hellwach und stand auf, ging ans Fenster und öffnete die Jalousien. Licht flutete herein. Der dunkelblaue Himmel war wolkenlos. Ihr Blick wanderte von einem Flugzeug zu dem labyrinthischen Industriegebiet und der vielbefahrenen Straße dreißig Stockwerke unter ihr. In diesem Moment klingelte ihr Handy. Hallo? Hi Carly! Es war Justin Ellis, Sarahs Mann, und er hörte sich merkwürdig an. Ja, alles klar? fragte sie gezwungen. Sie brauchte dringend eine Tasse Tee und eine Kopfschmerztablette. Nein, nicht so ganz. Ich glaube, es hat ein Missverständnis wegen Tyler gegeben. Wie meinst du das? Wegen der Sache beim Kiefer Orthopäden. Habe ich Mist gebaut? Sie einen Blick auf den Radiowecker und rechnete. Sie kam immer mit der Zeitverschiebung durcheinander. Was ist denn los, Justin? Ich sollte ihn doch zum Kiefer Orthopäden fahren. Ich bin jetzt an der Schule, um ihn abzuholen. Aber sie haben mir gesagt, du hättest ein Taxi bestellt. Carly setzte sich auf die Bettkante. Ein Taxi? Ich habe kein... Dann überfiel sie eine entsetzliche dunkle Angst. Vor einer halben Stunde hat ihn ein Taxi abgeholt, erklärte Justin leicht verärgert. Hast du das vergessen? Mein Gott, Justin, oh mein Gott, sag, dass das nicht wahr ist. Was meinst du? Ruf die Polizei, Justin, ich habe kein Taxi bestellt. Tuth ärgerte sich über den Stau auf der Promenade. So war es nicht geplant. Eigentlich hatte er für diesen Teil der Fahrt nur zehn Minuten veranschlagt. Jetzt waren es schon 22. Sie kamen kaum voran, weil vor ihnen der gesamte Verkehr wegen einer Baustelle auf eine Spur geleitet wurde. Das Geräusch hinter ihm ärgerte ihn auch, aber immerhin war der Junge abgelenkt, wenigstens etwas. Er betrachtete ihn im Rückspiegel. Er trug seinen roten Schulbläser und eine Nickelbrille und schaute konzentriert auf irgendein Computerspiel. Plötzlich schaute der Junge hoch. Wo fahren wir hin? Ich dachte, wir müssen zum Drive. Das hier ist nicht der richtige Weg. Tuth verlegte sich auf seinen englischen Akzent. Ich habe eine Nachricht bekommen, dass dein Kieferorthopäde heute in der anderen Praxis arbeitet. Drüben am Regency Square. Okay. Tuth fuhr an den Reihenhäusern im Regency Stil vorbei, die alle weißgestrichen und ziemlich heruntergekommen waren. Einige hatte man in Wohnungen aufgeteilt, andere in Hotels umgewandelt. Am Ende der Straße bog er nach rechts ab und kurfte die Rasenfläche in der Mitte des Platzes und fuhr wieder in Richtung Promenade. Dann Tiefgarage ab. Mitten auf der Rampe musste er niesen. Er hielt an und zog ein Taschentuch hervor, nieste noch einmal hinein. Gesundheit, sagte Tyler. Tuth drehte sich um. Er hielt etwas Schwarzes in seiner Hand, das an den Abzug einer Waffe erinnerte. Ein heftiger Luftstrom traf Tyler im Gesicht, begleitet von einem scharfen Zischen. Plötzlich fiel ihm das Atmen schwer und er holte tief Luft, während die Luft aus der Kapsel immer noch auf ihn einströmte. Tuth sah zu, wie sich die Augen des Jungen schlossen, fuhr weiter die Rampe hinunter, öffnete das Fenster und nahm das Taschentuch vom Gesicht. Er fuhr bis auf die unterste Ebene, wo nur ein einziges Fahrzeug parkte. Sein gemieteter Toyota mit einem neuen Kennzeichen. Um 11.25 Uhr saß Roy Grace am Schreibtisch und nahm letzte Änderungen an seiner Presseerklärung vor, die er um zwölf verlesen wollte. Bei der Morgenbesprechung hatte es keine Fortschritte zu den Ermittlungsansätzen gegeben. Das Team für die Außenermittlungen hatte den Käufer der fraglichen Kameras nicht gefunden. Niemand hatte etwas Ungewöhnliches in der Nähe von Evie Preece Haus bemerkt und auch das Team, das den Mord im Fort Prison untersuchte, hatte keinen Durchbruch erzielt. Sein Telefon klingelte. Es war Tracy Stocker, die von der Tankstelle in Newport Pernal anrief. Roy, eine interessante Sache haben wir gefunden. Die Kippe einer Lucky Strike. Ich weiß noch nicht, ob es wichtig ist, aber die Marke ist in Großbritannien relativ selten. Grace, der Gelegenheitsraucher war, kannte sich mit Zigarettenmarken einigermaßen aus. Lucky und davon ging er aus, die Morde an Preece und Ferguson das Werk eines Profikillers waren, bestand durchaus die Möglichkeit, dass er Amerikaner war und die Reverse ihn hergeschickt hatten. Er verspürte eine leise Erregung, obwohl dieser banale Gegenstand durchaus harmlos sein konnte. Konnten sie einen Fingerabdruck davon nehmen? Es war schwierig, Fingerabdrücke von Zigarettenkippen zu nehmen und hing sehr davon ab, wie sie in der Hand gehalten worden waren. Nein, wir schicken sie zur chemischen Analyse ein, aber mit der DNA haben wir unter Umständen mehr Glück. Er lächelte, denn wenn es jemanden gab, der Erfolg haben würde, dann Tracy. Er bat sie, ihn auf dem Laufenden zu halten. Als er einhängte, klingelte sein Telefon erneut. Diesmal war es Duncan Crocker und er hörte sich an, als hätte er die ganze Nacht nicht geschlafen. Boss, wir haben zwei mögliche Treffer, also zwei Fahrzeuge, die zur gleichen Zeit wie Stuart Ferguson in Newport Perniel eingetroffen sind. Der eine ist ein Vauxhall Astra, der andere ein Toyota Yaris, beides weit verbreitete Mietfahrzeuge, erklärte der Detective Sergeant. Den Astra konnten wir eliminieren, weil er vom Vertreter einer Siebdruckfirma gefahren wurde, aber der Yaris könnte interessant sein. Tatsächlich? Sie hatten Recht, Sir, es ist ein Mietwagen von Avis am Flughafen Gettwig. Ich habe ihn markiert und um 8 Uhr heute Morgen hat ihn eine Kamera auf der M11 bei Brentwood registriert. Eine örtliche Verkehrsstreife hat ihn angehalten. Am Steuer saß eine 27-jährige Frau, die in Brentwood wohnt und auf dem Weg zur Arbeit war. Grace runzelte die Stirn. Was sollte das jetzt heißen? Das hört sich nicht an, als hätten sie den richtigen Wagen erwischt. Einen Moment noch, Sir. Als die junge Dame ausstieg, bemerkte sie, dass sie falsche Nummernschilder am Wagen hatte. Jemand muss sie ausgetauscht haben. Während sie an der Tankstelle war? Sie kann es nicht beschwören, Sir. Sie weiß nicht, wann sie das letzte Mal aufs Nummernschild geschaut hat. getauscht hat? Haben sie ihre Kennzeichen markiert? Ja, Sir. Bisher ohne Ergebnis. Gute Arbeit. Melden sie sich, sobald jemand den Wagen sieht. Selbstverständlich, Sir. Haben sie jemanden zu Avis geschickt? Ja, Sarah Papish und Emma Jane Boutwood. Wer ist Sarah Papish? fragte Grace verwundert. Ist gerade erst zum Team gekommen, kluges Mädchen aus Neuseeland, eine dienstliche Entsendung. In Glenn Branson herein. Und wie fast immer in letzter Zeit sah er aus, als trüge er die ganze Last der Welt auf seinen Schultern. Grace wartete schon auf die neueste Fortsetzung seiner Scheidungssaga, doch stattdessen stützte der Kollege seine gewaltigen Hände auf die Stuhllehne und beugte sich vor. Wir haben eine Entwicklung, Oldtimer, aber sie gefällt mir nicht. Eben hat mich Carly Chase aus New York angerufen. Jetzt hatte er Grace volle Aufmerksamkeit. Ihre Mission läuft nicht so, wie sie es erwartet hatte? So kann man es ausdrücken, Boss. Gestern Abend wurde Tony Rivers Mutter bei einem Autounfall getötet. Einen Moment lang war er zu schockiert, um klar denken zu können. Was ist passiert? Dazu komme ich gleich. Das ist nämlich unser geringstes Problem. Wir haben ein noch viel größeres. Der zwölfjährige Sohn von Carly Chase ist verschwunden. Verschwunden? Wie meinst du das? Sieht aus, als wäre er entführt worden. Grace schaute den Kollegen an. Sein Magen fühlte sich an, als wäre er mit Eiswasser gefüllt. Wann, wann ist das passiert? Branson setzte sich, verschränkte die Arme und fuhr fort. Eine seiner Lehrerinnen bekam einen Anruf. Das Taxi warte draußen. Sie wusste, dass er abgeholt werden sollte, weil seine Mutter ihnen Bescheid gegeben hatte. Sie hat nicht nachgefragt. Hat sie den Fahrer gesehen? Nicht richtig. Er trug eine Baseballkappe. Sie hat sich auch nicht auf ihn konzentriert. Ihr ging es nur darum, dass Tyler sicher ins Auto gelangte. Daher hat sie vom Schultor aus zugesehen. Sie lassen ihre Schüler also einfach in Taxis steigen, ohne nachzufragen? Es gibt sehr strenge Vorschriften, erwiderte Branson. Die Eltern müssen vorher die Erlaubnis erteilen, was Carly Chase getan hatte. Anscheinend wurde Tyler öfter von Taxis gebracht und abgeholt, sodass niemand Grund zu Misstrauen hatte. Grace dachte angestrengt nach. Seid ihr an den Taxiunternehmen dran? An allen. Ich habe Norman, Nick, Bella und Stacy darauf angesetzt. Grace schlug wütend und frustriert mit der Hand auf den Schreibtisch. Scheiße, Scheiße, Scheiße! Warum hat man mir nichts von dem Arzttermin gesagt? Branson schaute ihn hilflos an. Wir haben das Haus die ganze Nacht lang überwacht. Und wir haben eine Freundin von Carly Chase, die ihn zur Schule mitnimmt, überwacht, um sicher zu gehen, dass unterwegs nichts passiert. Das Gleiche wollten wir heute Nachmittag wieder tun. Niemand hat erwähnt, dass er zwischendurch einen Termin hatte. Grace schüttelte den Kopf. Hat schon jemand mit der Großmutter gesprochen? Sie hat einen Arzttermin im Sussex County, jemand ist unterwegs dorthin. Grace schaute zu der Landkarte von East und West Sussex, die an der Wand hing. Dann wählte er eine Nummer und sagte dabei, Glenn, wir müssen im Umkreis der Schule suchen. Wie weit würde jemand bis jetzt gekommen sein? Außerdem brauchen wir das Fabrikat des Taxis. Spricht jemand mit der Lehrerin? Zwei Beamte des Teams für Außenermittlungen müssten jetzt in der Schule sein. Da müssen noch mehr Kollegen hin, sofort. Die umliegenden Häuser abklappern und mit Leuten reden, die auf der Straße unterwegs sind. Grace wählte die Nummer von Becky Newman in der Einsatzzentrale, brachte sie rasch auf den neuesten Stand und erkundigte sich, wer an diesem Tag Gold Commander der Polizei war. Dieser musste über alle kritischen Zwischenfälle, die während der Dienstzeit geschahen, informiert werden. Zu seiner Erleichterung handelte es sich um Chief Superintendent Graham Barrington, einen äußerst fähigen und intelligenten Kollegen. Gleich darauf hatte er ihn am Telefon und erklärte ihm die Sache. Barrington ernannte Chief Inspector Trevor Barnes zum Silver Commander und stellte rasch die Leiter der Bronze Teams für Sucheinsätze, Kommunikation, Ermittlungen und Medien zusammen. Bei allen Entführungsfällen war der Umgang mit den Medien von entscheidender Bedeutung. Die Situation ist so ernst, dass wir einem ACC die Verantwortung für die Medien übergeben müssen. ACC Rick hat heute Dienst. Grace grinste. Die Vorstellung, dass Peter Rick mit seiner leichter, arroganten Art weiter unten in der Hackordnung stehen sollte, gefiel ihm ausnehmend gut. Wir sollten Ihren Stellvertreter zum Leiter des Ermittlungsteams berufen. Wer ist das? Glenn Branson. Ist das ein DS? Ja, er ist gut. Grace zwinkerte dem Kollegen zu. In Ordnung. Ich denke, die Überwachung der Straßen genießt absolute Priorität. Ja, wir stellen Sperren an allen Ausfallstraßen auf. Was meinen Sie, ein Umkreis von 45 Minuten oder einer Stunde? Grace schaute auf die Uhr. Es würde eine Weile dauern, bis die Streifenwagen an Ort und Stelle waren. Eine Stunde, damit sind wir auf der sicheren Seite. Können wir Hotel 900 bekommen? Das war der Code für den Polizeihubschrauber. Sofort. Geben Sie mir so rasch wie möglich die Beschreibung des Taxis durch. Was ist mit dem Child Rescue Alert? Definitiv. Darum kümmere ich mich, erwiderte Grace, wohl wissend, dass viele falsche Alarmrufe eingehen würden. Das Child Rescue Alert war nach amerikanischem Vorbild organisiert und diente dazu, die Beschreibungen vermisster oder entführter Kinder schnell und landesweit zu verbreiten. Das System umfasste SMS, soziale Netzwerke, Nachrichtenseiten und Beschreibungen auf Reklametafeln an der Autobahn. Meist gingen tausende von Hinweisen ein, die alle überprüft werden mussten. Dennoch war es eine wertvolle Quelle, wie geschaffen für die aktuelle Situation. Grace hängte ein und wandte sich an Branson. Gut, du leitest das Team für die Ermittlungen. Chief Superintendent Brandon Barrington meldet sich gleich bei dir. Sein Kollege nickte und stand auf. Als sich die Tür geschlossen hatte, griff Grace nach dem Telefon und tätigte den Anruf, vor dem ihm graute. Assistant Chief Constable Peter Rick meldete sich gleich beim ersten Klingeln. Erleichtert kam Grace um zehn vor eins aus der Pressekonferenz und war zufrieden mit der soliden Vorstellung, die ACC Rick abgeliefert hatte. Er selbst empfand jede Pressekonferenz als Minenfeld. Eine falsche Antwort, schon stand man wie ein Vollidiot da. Rick war vernünftig und konzentriert gewesen und hatte sich kurz gefasst. Grace wollte schon Barrington anrufen, um sich auf den neuesten Stand bringen zu lassen, als sein Handy klingelte. Es war Glenn Branson. Bist du aus der Pressekonferenz raus, Boss? Ja. Endlich haben wir etwas in der Hand. Es geht um Tyler. Wo bist du? Soko Zentrale 1, bin sofort da. Grace nahm einige Stufen im Laufschritt, rannte den Korridor entlang und betrat den überfüllten Raum. Im Gegensatz zum Flur, in dem es nach frischer Farbe roch, verbreiteten sich hier Mittagsgerüche wie in einer Kantine. Heute wetteiferten Suppe und Gemüsetropf aus der Mikrowelle mit einem Hauch von Curry. Glenn Branson saß in der äußersten Ecke des Raumes neben dem Wasserspender. Grace eilte zu ihm hinüber, obwohl Nick Nicholas und David House versuchten, seine Aufmerksamkeit zu erregen. Boss, hast du schon mal ein iPhone benutzt? Nein, wieso? Es gibt eine App namens Friendmapper. Sie arbeitet mit GPS, genau wie ein Navi. Du und deine Freunde, die auch ein iPhone haben, können permanent eingeloggt bleiben. So kannst du beispielsweise sehen, wo ich mich gerade herumtreibe und umgekehrt natürlich auch. Mit einer Genauigkeit von fünfzig Metern. Plötzlich ahnte Grace, worauf sein Kollege hinaus wollte. Carly Chase und ihr Sohn? Ja. Und raus damit! Anscheinend hatte sie mit ihrem Sohn abgemacht, dass er nur dann ein iPhone bekommt, wenn er Friendmapper die ganze Zeit über aktiviert hat. Und? Ist es jetzt eingeschaltet? Sie hat vor zwanzig Minuten angerufen. Das Signal bewegt sich nicht mehr. Es kam zuletzt vom Regency Square. Wir wissen nicht, ob das Telefon ausgeschaltet oder die Batterie leer ist. Außerdem könnte er sich auch, und das vermute ich, in einer Gegend mit schlechtem Empfang befinden. Wie alt ist das Signal? Das kann sie nicht sagen. Sie hat gerade erst nachgesehen und die Karte so weit wie möglich vergrößert. Sieht aus, als wäre das Signal aus der Nähe einer Tiefgarage gekommen. Plötzlich sprang Bransons Erregung auf Grace über. Wenn er in der Tiefgarage ist, würde es das fehlende Signal erklären, Branson lächelte. Barrington hat alle Einheiten in Brighton hingeschickt. Sie regeln die Gegend ab, überwachen jeden Ausgang und überprüfen sämtliche Fahrzeuge, die die Garage verlassen. Auf geht's, sagte Grace. Als sie durch den Mittagsverkehr von Brighton schossen, sagte Branson, Carly Chase hat einen British Airways Flug für 8.40 Uhr New Yorker Zeit gebucht, also 13.40 Uhr unserer Zeit. Sie fliegt in weniger als einer Stunde und wird um 20.35 Uhr in Heathrow landen. Okay. Grace Handy klingelte. Könntest du rangehen, Glenn? Sein Freund nahm den Anruf entgegen, während Grace die Warteschlange vor einer roten Ampel an der Einmündung Dyke Road und Old Shoreham Road überholte. Als Branson das Gespräch beendet hatte, sagte er, das war Emma Jane, sie ist bei Avis. Der Toyota Yaris wurde letzte Woche Montag von einem Mann namens James John Robertson gemietet. Das war der Name auf dem Führerschein. Die Adresse, die er angegeben hat, existiert nicht. Und die Hightech Crime Unit berichtet, dass die Visa-Karte, mit der er bezahlt hat, eine sehr gute Fälschung war. Avis hat den Mann beschrieben, aber das gibt nicht viel her. Ein kleiner, dünner Mann mit englischem Akzent, Baseballkappe und dunkler Brille. Man hat ihm einen größeren Wagen angeboten, den er ablehnte. Das ist interessant, sagte Grace. Weshalb sollte er das Upgrade ablehnen? Sein Kollege nickte nachdenklich. Normalerweise dauerte die Fahrt von Sussex House zum Regency Square etwa 20 Minuten. Doch Grace schaffte die Strecke in fünfeinhalb. Er bog von der Promenade in eine Einbahnstraße und hielt hinter zwei Streifenwagen und zwei Polizeibussen, die rechts und links neben der Zufahrt zur Tiefgarage standen. Beide sprangen aus dem Wagen, kaum dass er zum Stehen gekommen war. Der historische, aber heruntergekommene Platz wimmelte von uniformierten Polizisten. Sue Carpenter, die Einsatzleiterin, war eine eindrucksvolle Erscheinung. Sie war Anfang 40 über 1,80 groß und trug den Helm so hoch auf dem Kopf, dass sie fast an die zwei Meter herankam. »Guten Tag, Sir«, begrüßte sie ihn und warf Glenn Branson ein flüchtiges Lächeln zu. »Wie läuft es?« »Wir haben ein Taxi gefunden, das auf der dritten Ebene abgestellt wurde, ganz unten. »Es ist abgeschlossen, Sir. Es ist etwas ungewöhnlich, dass ein Taxi in einer Tiefgarage steht. Wir haben Streamline angefunkt, um zu sehen, ob wir irgendwelche Informationen bekommen können.« »Mal sehen«, sagte Grace. Er nahm vorsichtshalber ein paar blaue Latexhandschuhe aus der Tasche im Kofferraum und dazu einige kleine Plastiktüten, um eventuelle Beweismittel zu sichern. »Ich nehme an, es gibt Überwachungskameras an Ein- und Ausfahrt. Ja, Sir, und drinnen auch. Aber sie wurden alle letzte Nacht zerstört. Alle? Ziemlich großer Zufall.« Grace und Branson folgten Inspector Carpenter zum Eingang und stiegen eine stinkende Betontreppe hinunter. Sie gingen durch die unterste Ebene der Tiefgarage, die fast verlassen war, und in der es nach trockenem Staub und Motoröl roch. Rechts entdeckte er ein Skoda-Taxi, das halb hinter einem Betonpfeiler verborgen war. Man hatte es rückwärts in eine Parklücke gesetzt, mit dem Heck gegen die Wand. Daneben standen zwei junge Polizeibeamte. Beim Näherkommen bemerkte Grace einige schwarze Plastikstücke auf dem Boden. Er nahm die blauen Handschuhe aus der Tasche, zog sie über, hob die Teile auf und verstaute sie in einem Plastikbeutel. In diesem Augenblick meldete sich eine Stimme in Inspector Carpen das Funkgerät. Sie war deutlich zu hören. Anscheinend war die Mitarbeiterin bei Streamline besorgt, weil sie seit kurz nach Mitternacht keinen Kontakt mehr zu dem Fahrer aufnehmen konnte. »Haben wir einen Namen?«, erkundigte sich Carpenter. »Mike Howard.« »Fragen Sie nach seiner Handynummer«, sagte Grace. Er schaute in den Wagen, bevor er die Türen ausprobierte, doch alle waren verschlossen. Sue Carpenter gab die Frage durch. Kurz darauf nannte sie ihm die Nummer, die er notierte und anrief. Sofort erklang ein gedämpfter Klingelton aus dem hinteren Bereich des Taxis. Grace beendete das Gespräch und bat einen der Polizisten um seinen Schlagstock. Mit besorgter Miene übergab ihn der junge Beamte. »Zurücktreten«, kommandierte Grace und schlug mit aller Gewalt gegen das Fenster der Fahrertür. Es gab einen lauten Knall und die Scheibe zerbrach. Er entfernte mit dem Schlagstock einige gezackte Splitter, schob den Arm hinein und öffnete die Tür. Dann löste er die Handbremse. Sie schoben den Wagen ein Stück von der Wand weg. Grace zog die Handbremse wieder an und hielt Ausschau nach dem Hebel, mit dem sich der Kofferraum öffnen ließ. Er fand ihn, und der Deckel hob sich mit einem Klick. Glenn Branson war als Erster da. Als er in den Kofferraum schaute, klappte sein Mund auf. »Oh, Scheiße!« Grace eilte zu Branson, der sich über den Kofferraum des Taxis beugte. Der Mann darin sah verängstigt aus und stank nach Urin. Sein fleischiges Gesicht war blass und feucht. Er war mit Klebeband an Armen, Beinen und Mund gefesselt, dem gleichen Klebeband, das man auch bei Evie Preece verwendet hatte. Grace holte seinen Ausweis heraus und hielt ihn dem Mann hin. »Polizei! Keine Sorge, Sie sind in Sicherheit. Wir holen Sie hier raus!« Dann wandte er sich zu Branson und zu Carpenter, die zu ihnen getreten war. »Ierst entfernen wir das Klebeband von seinem Mund zu. Sie rufen einen Krankenwagen und ein Suchteam, dann soll jemand Wasser oder Tee bringen. Ich möchte, dass dieses Geschoss abgeregelt wird, ebenso die Treppenhäuser, falls sie sich zu Fuß entfernt haben.« Dann beugte er sich vor und schob seine Fingerspitzen so sanft wie möglich unter das Klebeband. Der Mann schrie auf vor Schmerz. »Tut mir leid«, murmelte Grace. Das Klebeband war auch um den Hinterkopf des Mannes gewickelt. »Mike Howard?« »Ja! Ach, Herrgott, das hat wehgetan«, sagte er und lächelte. Grace faltete das Band vorsichtig zusammen. »Es tut mir leid. Wir heben Sie jetzt raus. Sind Sie verletzt? Haben Sie große Schmerzen?« Er schüttelte den Kopf. »Holen Sie mich einfach nur raus!« Mike Howard war ein großer, schwergebauter Mann. Mit Hilfe von Glenn Branson gelang es Grace, ihn bis an die Kante des Kofferraums zu manövrieren. Sie befreiten seine Arme und Beine und lösten das Klebeband an seinem Kopf so gut wie möglich ab. Dann richteten sie ihn auf und gingen ein wenig mit ihm herum, bis die Blutzirkulation in die Beine zurückkehrte und er sich sicherer fühlte. Er keuchte, hyperventilierte fast, und sie setzten ihn auf die hintere Stoßstange. »Können Sie uns sagen, was passiert ist?« fragte Grace sanft. »Wie spät ist es?« erwiderte der Taxifahrer stattdessen. »Halb zwei«, erwiderte Glenn Branson. »Welcher Tag?« »Freitag«, der Mann runzelte die Stirn. »Freitag?« »Freitagmorgen?« »Nachmittag, früher Nachmittag.« »Heilige Scheiße!« »Wie lang waren Sie hier drin?« Mike Howard atmete mehrmals tief durch. »Ich hatte Nachtschicht. Wollte gerade nach Hause, gegen eins. Und da hat mich dieser Mann an der Promenade angehalten. Wo genau?« »Bei der Friedensstraße.« Er ist hinten eingestiegen und hat gesagt, ich soll ihn zum Flughafen Shoreham bringen. Er hätte dort Nachtschicht. »Ich weiß noch, wie ich in die Umgehungsstraße eingebogen bin. An mehr kann ich mich nicht erinnern.« Können Sie sich erinnern, wie der Mann ausgesehen hat? Er hatte seine Baseballkappe tief ins Gesicht gezogen. Ich wollte ihn genauer ansehen. Das mache ich immer, wenn ich nachts jemanden mitnehme. Aber es war nichts zu erkennen. Wir glauben, dass der Mann, der Ihnen das angetan hat, ein Kind entführt hat. Wir müssen ihn dringend finden. Ich weiß, dass Sie Schreckliches durchgemacht haben. Aber was immer Sie uns sagen können, wäre sehr wertvoll. Mike Howard stand vorsichtig auf und stieß einen schmerzenslaut aus. »Ach, ein übler Krampf!« Er trat zweimal mit dem Fuß auf. »Mal überlegen. Er war klein. Klein und dünn. Wie ein Wiesel!« Grace schaute nachdenklich auf die Uhr. Es war fast zweieinhalb Stunden her, dass Tyler Chase abgeholt worden war. Weshalb hatte der Mann ihn wohl hergebracht? Vermutlich hatte ein Wagen in der Tiefgarage bereitgestanden. Mit etwas Glück der gemietete Toyota Yaris. Dann hatte er den Jungen außer Gefecht gesetzt und die Wagen getauscht. Was natürlich kein Problem gewesen war, da die Kameras zerstört worden waren. Er überlegte rasch. Die Bauarbeiten auf der Promenade verursachten einen ziemlichen Stau. Die Fahrt von der Schule bis hierher musste schätzungsweise 15 bis 20 Minuten gedauert haben, falls sie keinen zusätzlichen Umweg genommen hatten. Der Perverse schien seine Opfer gerne beim Sterben zu filmen. Grace ging davon aus, dass er den Jungen nicht hier getötet hatte. Es war einfach nicht sein Stil. Das würde er woanders erledigen. An einem dramatischeren Ort. Aber wo? Wo in dieser verdammten Stadt? Oder hatte er sich einen ganz anderen Schauplatz ausgesucht? Wieder schaute er auf die Uhr. Angenommen, er hatte den Jungen um 20 nach 11 hergebracht. Vermutlich hat er sich nicht lange aufgehalten, sondern war nach wenigen Minuten wieder aufgebrochen. Zwei Sanitäter und ein Streifenpolizist kamen zu ihnen herüber. Grace schob Branson beiseite, um Platz zu machen. Dann sagte er, wir müssen hier weg. Wohin? Das sage ich dir im Wagen. Tooth hielt sich streng ans Tempolimit, während er den Toyota über die Hauptstraße nach Westen zum Hafen von Sharem steuerte, bis das weiße Gebäude der Hafenverwaltung vor ihm auftauchte. Er bog nach rechts in eine schmale Straße und fuhr an einem modernen Küchenstudio vorbei. Die Straße wurde schäbiger und führte durch einen Eisenbahntunnel, vor dem er auf ein heruntergekommenes Gelände mit Fabrikgebäuden und billigen Mietshäusern abbog. Er konnte sich gut an die Gegend erinnern. Alles wirkte unverändert. Er passierte ein zehnstöckiges Wohnhaus und gelangte auf den weitläufigen, halbleeren Parkplatz dahinter, der auf zwei Seiten von einer bröckelnden Mauer und auf der dritten von einem hölzernen Zaun begrenzt wurde. Er legte den Rückwärtsgang ein, setzte den Wagen knapp vor die Wand, aß in aller Ruhe das Hühnersandwich, das er vorhin an einer Tankstelle gekauft hatte, und trank dazu Cranberry-Saft. Verborgen unter Baseballkappe und Sonnenbrille schaute er zu den schmutzigen Fenstern hinauf. Doch es waren keine neugierigen Gesichter zu entdecken, nur flatternde Wäsche auf einigen Balkonen. Er stieg aus und blieb neben dem Wagen stehen, als überprüfte er ein Hinterrad und horchte, ob sein Passagier leise war. Er hörte ein Klopfen. Wütend öffnete er den Kofferraum und schaute dem Jungen in die verängstigten Augen. So fest er ihn auch gefesselt haben mochte, er konnte sich trotzdem bewegen. Er fragte sich, ob es ratsam sei, ihm das Rückgrat zu brechen und ihn so zu lähmen. Dazu aber musste er ihn erst herausheben, und dieses Risiko wollte er nicht eingehen. Also sagte er, noch ein Geräusch, und du bist tot, kapiert? Der Junge nickte und sah noch verängstigter aus. Dann knallte Tooth den Kofferraum zu. Grace und Branson spurteten die drei Stockwerke im Polizeirevier Johnstreet hinauf, eilten den Flur entlang und betraten den Kameraüberwachungsraum, der rund um die Uhr besetzt war. Er war geräumig, mit blauem Teppich, dunkelblauen Stühlen und drei Arbeitsbereichen eingerichtet, die jeweils mit einer Reihe von Monitoren bestückt waren, auf denen die unterschiedlichsten Aufnahmen aus Brighton & Hove und anderen Orten in Sussex zu sehen waren. Von hier aus konnte jede Überwachungskamera in der Grafschaft abgerufen werden. Zwei Arbeitsbereiche waren zurzeit besetzt. Die Mitarbeiter saßen mit Headsets vor den Monitoren. Einer von ihnen war beschäftigt, doch der andere drehte sich um und nickte zur Begrüßung. Er war ein Mann von Ende 30 mit frischem Gesicht. Sein Namensschild wies ihn als John Pumphrey aus. Kurz darauf betraf Chief Superintendent Graham Barrington, der Gold Commander, den Raum. John, welche Kameras befinden sich in der Nähe der Tiefgarage am Regency Square? Es gibt eine Polizeikamera genau gegenüber, aber das ist hoffnungslos. Sie ist ständig gestört. Östlich und westlich gibt es weitere Kameras. Welche brauchen Sie? Wir haben die Lage gerade überprüft, sagte Grace. Wenn man die Tiefgarage verlässt, muss man nach links in die Kings Road abbiegen. Wir müssen uns die Videoaufnahmen aller Fahrzeuge ansehen, die heute zwischen 11.15 Uhr und 11.45 Uhr die Kings Road in der Nähe der Tiefgarage in westlicher oder östlicher Richtung befahren haben. Wir suchen vor allem nach einem dunklen Toyota Yaris, der von einem Mann gesteuert wurde, allein oder in Begleitung eines zwölfjährigen Jungen. In Ordnung, Leute, kümmert euch drum, sagte Graham Barrington. Wenn ihr etwas braucht, meldet euch. Grace bedankte sich und die beiden Ermittler stellten sich hinter Pumphrey und schauten gespannt auf die Monitore. Der Yaris ist ziemlich beliebt, Sir. Davon müssen Tausende unterwegs sein. Kann etwas dauern. Die Bilder spulten rasch vorwärts, Autos schossen zuckend hin und her. Dann rief Grace, »Halt! Zurück!« Das Band spulte zurück. »Okay, das hier!« Sie betrachteten einen dunkelgrauen Yaris, der anscheinend von einem Mann gesteuert wurde. Die Aufnahme stammte von 11.38 Uhr. »Heranholen, bitte!« Auch diese Aufnahme war körnig, aber man konnte einen Mann erkennen, dessen Gesicht von einer Baseballkappe und einer dunklen Brille verdeckt wurde. »So hell ist es doch gar nicht. Wieso trägt er die Brille?«, fragte Pumphrey. Grace wandte sich an Branson. »Wie hat die Lehrerin doch gleich den Taxifahrer beschrieben? Mit Baseballkappe?« »Genau wie der Mann bei Avis!« Plötzlich schoss Adrenalin durch seinen Körper. »Okay, weiter! Bekommen wir das Kennzeichen!« Pumphrey ließ das Bild Aufnahme für Aufnahme weiterspringen. »Gustav Victor, 08 Wilhelm Dora Xantippe«, las Branson vor, und Grace schrieb mit. »Gut. Können Sie von hier aus die ANPR-Kameras abrufen?« »Ja, Sir.« Aufgeregt sah Grace, wie der Wagen wieder auftauchte und diesmal in westlicher Richtung fuhr. »Er hat dem Kreisverkehr am Palace Pier gewendet,« sagte er. »Wo steht die nächste Kamera?« »Eineinhalb Kilometer weiter westlich. Brunswick-Lawndes«, antwortete Pumphrey. »Sehen wir uns die mal an.« Fünf Minuten später, der Wagen hatte sich streng an das Tempolimit gehalten und vermutlich mehrfach an Ampeln und Baustellen gehalten, tauchte er wieder auf, nach wie vor in westlicher Richtung. »Wo steht die nächste?« »Das ist die letzte städtische Kamera in dieser Richtung, Sir.« »Na schön.« »Sehen wir mal, ob dieses Fahrzeug nach 11.15 Uhr von einer ANPR-Kamera aufgenommen wurde.« »Wo steht die erste in westlicher Richtung?« Pumphrey gab die Daten in einen anderen Computer ein. »Da haben wir sie!« »11.54 Uhr. Das ist die Kamera in Hove an der Einmündung Boundary Road und Kingsway.« Plötzlich erschien das Foto eines dunkelgrauen Jahres auf dem Monitor, dessen Kennzeichen deutlich zu erkennen war. Der Fahrer hingegen war hinter der Scheibe kaum auszumachen. Wenn Grace genau hinsah, meinte er eine Baseballkappe und eine dunkle Brille zu erkennen, aber das war reine Spekulation. »Können wir eine bessere Aufnahme vom Gesicht bekommen?«, fragte Branson. »Kommt drauf an, wie das Licht auf die Windschutzscheibe gefallen ist. Diese Kameras sind speziell darauf ausgerichtet, Nummernschilder zu erkennen, Gesichter leider weniger. Soll ich es bearbeiten lassen?« »Ja, beide Bilder bitte«, sagte Grace. »Ist das die einzige Kameraaufnahme?« »Die einzige von heute.« Grace' Aufregung wuchs. Der Wagen war bei Southwick in der Nähe des Hafens von Shoreham gesichtet worden. Vermutlich kannte sich der Sadist in der Gegend aus. Grace würde Duncan Crocker damit beauftragen, alle bisherigen Gewaltverbrechen in der Gegend zu sichten. Zuerst aber ordnete er eine Überprüfung des Wagens in der Nationalen Datenbank der Polizei an. Die Antwort kam sehr schnell. Der Eigentümer war ein gewisser Barry Simons aus Worthing in West Sussex, einem Ort etwa 25 Kilometer westlich von Brighton. Grace war enttäuscht. Der Fahrer konnte durchaus auf dem Heimweg gewesen sein. Seine letzte Hoffnung war die Tatsache, dass der Jahres anscheinend irgendwo in Shoreham oder Southwick angehalten hatte. Er wollte gerade den Gold Commander anrufen, damit der Hubschrauber hinflog und die Gegend überwachte, als sein Handy klingelte. Es war Duncan Crocker. »Roy, wir haben einen Toyota Yaris gefunden, der mit den ausgetauschten Nummernschildern unterwegs ist. Er wurde gerade von einer Verkehrskamera auf der A23 registriert, nördlich von Brighton.« Im Überwachungsraum starrte Grace auf die Frontalaufnahme eines dunkelgrauen Toyota Yaris, der auf einem vertrauten Abschnitt der A23 nördlich von Brighton fuhr. Zu seiner Enttäuschung war die Windschutzscheibe noch undurchsichtiger als bei der vorherigen Aufnahme. Er konnte überhaupt nicht hineinsehen, keine Schatten oder Umrisse erkennen, bekam keinen Hinweis darauf, wie viele Leute in dem Auto saßen. Branson verständigte sofort den Gold Commander und heuchte konzentriert ins Funkgerät. Grace wies John Pumphrey an, den Wagen landesweit zu markieren. »Welche Kameras haben Sie an der A23?« »Die einzigen fest installierten sind die ANPRs auf der Autobahn. Die nächste in Richtung Norden wäre Gatwick.« Grace war aufgeregt und frustriert zugleich. Am liebsten wäre er selbst dort draußen gewesen und hätte miterlebt, wie der Wagen angehalten wurde. Pumphrey rief eine Straßenkarte auf, die die Position der beiden ANPR-Kameras anzeigte. Der Verdächtige hatte viele Möglichkeiten, von der Autobahn abzufahren, doch mit etwas Glück würde ihn der Polizeihubschrauber sofort entdecken. Er schaute wieder zu der Reihe von Monitoren und dem Wagen, der auf der Kings Road registriert worden war und auf Barry Simons zugelassen war. Vorsichtshalber rief er die Soko-Zentrale an, wo sich Nick Nicholas meldete. Grace bat ihn zu überprüfen, ob Simons an diesem Morgen mit seinem Wagen die fragliche Strecke durch Brighton gefahren war. Angesichts der augenblicklichen Position des Verdächtigen auf der A23 würde er etwa 25 Minuten brauchen, bis er die nächste ANPR-Kamera auf der M23 erreichte. Über das Funkgerät konnte er die Entwicklungen verfolgen. Diese Operation lief wirklich schnell ab. Der Hubschrauber, der ebenfalls Zugriff auf die ANPR hatte, würde in 90 Sekunden über der M23 sein. Ein Zivilfahrzeug war schon auf der Autobahn und fuhr etwa drei Kilometer hinter dem Zielobjekt. Zwei weitere folgten in wenigen Minuten Entfernung. Bei Entführungsfällen setzte man wenn möglich zivile Fahrzeuge ein, damit der Täter nicht in Panik geriet und sein Opfer womöglich durch eine Verfolgungsjagd gefährdete. Wenn sie mindestens drei, besser noch vier zivile Fahrzeuge vor und hinter dem Verdächtigen positionieren konnten, würden sie ihn umzingeln, bevor er begriff, was vor sich ging. Wir müssen zurück nach Sussexhaus. Ich schicke Ihnen alle Bilder, die Sie brauchen, in die Soko-Zentrale, schlug Pumphrey vor. Grace bedankte sich und verließ mit Branson das Revier. Auf dem Weg zum Parkplatz klingelte sein Handy. Es war Inspektor Sue Carpenter vom Regency Square. Sir, ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber meines Wissens wurde die Tiefgarage durch eine Anwendung auf dem iPhone des Jungen identifiziert. »Ja«, erwiderte Grace hoffnungsvoll, »die App nennt sich Friendmapper. Wir hoffen, er lässt sie eingeschaltet. Sie könnte uns zu ihm führen.« Leider hat das Suchteam in einem Mülleimer in der Tiefgarage ein zerstörtes iPhone gefunden, ganz in der Nähe des Taxis. Während er in den Wagen stieg, wies Grace Carpenter an, das Handy umgehend auf Finger- und Fußabdrücke zu untersuchen und unbedingt innerhalb der nächsten 30 Minuten der Hightech-Crime-Unit zu übergeben. Während er die steile Straße hinunterfuhr, sagte er zu seinem Kollegen, der alle Vorgänge über Funk mithörte, »Ich suche nach dem Motiv. Hat der Täter den Jungen mitgenommen, weil die Mutter nicht verfügbar war?« »Du meinst, ob er sich für die nächstbeste Lösung entschieden hat, nachdem sie nach New York geflogen war?« »Ja«, sagte Grace. »Oder wollte er den Jungen von Anfang an entführen?« »Was sagt denn dein Gefühl?« »Ich glaube, er plant alles sehr genau und weicht nicht grundlos davon ab. Carly Chase ist in die Staaten geflogen und hat es ihm damit ein bisschen einfacher gemacht, den Jungen zu schnappen.« Branson sah auf die Uhr. »Sie landet in etwa sechs Stunden.« »Vielleicht können wir sie mit einer guten Nachricht empfangen.« Grace Handy klingelte. Er steckte es in die Freisprechanlage und meldete sich. Sie hörten die Stimme von Chief Inspector Trevor Barnes, dem neu ernannten Silver Commander. Er war ein erfahrener und methodischer Ermittler wie Roy Grace und hatte schon viele große Fälle bearbeitet. »Roy, wir haben gerade den Toyota auf der M23 angehalten, sechs Kilometer südlich des Autobahnkreuzes Crawley.« »Brilliant«, sagte Branson. »Bist du das, Glenn?« »Ja, wir sind im Auto. Wie ist die Lage?« »Nun«, erwiderte Barnes verhalten, »ich bin mir nicht sicher, ob wir die richtige Person haben.« »Beschreiben Sie ihn mal, Trevor«, sagte Grace, den ein leises Unbehagen beschlich. Er hielt vor einer Ampel. »Ich gehe mal davon aus, dass euer Killer keine 84 ist.« »Was soll das heißen?« »Toyota Yaris, amtliches Kennzeichen Y Dora 58 Victor Kaufmann, ist das richtig?« Grace schlug sein Notizbuch auf. »Ja, das sind die Kennzeichen, die von einem Wagen an der Tankstelle in Newport-Paniel entwendet wurden und die unser Verdächtiger vermutlich benutzt. Der Fahrer dieses Wagens ist 84 und hat seine 83-jährige Frau dabei. Es ist ihr Wagen, aber nicht ihr Kennzeichen.« »Nicht ihr Kennzeichen?« Er fuhr weiter, als die Ampel auf Grün sprang. »Sieht aus, als wären diese Nummernschilder ebenfalls ausgetauscht worden«, erklärte Trevor Barnes. »Woher kommt er denn?« Grace ahnte schon die Antwort. »Sie waren in Brighton, haben die Seeluft genossen und sind mit ihrem Hund zwischen den Peers spazieren gegangen. Das machen sie immer, um sich Bewegung zu verschaffen. Sie haben irgendwo an der Promenade Fisch und Chips gegessen. Sehr schön. Und lass mich raten, wo sie geparkt haben, Tiefgarage Regency Square. Sehr gut, Roy. Schon mal an eine Quiz-Sendung gedacht?« Grace fuhr schweigend weiter und dachte mit widerwilliger Bewunderung. »Wer immer du bist, du bist ein cleverer Schweinehund.« Dann klingelte wieder sein Handy. Diesmal war es Nick Nicholas, der ziemlich verdaddert klang. »Chef, es geht um den Besitzer des Fahrzeugs, diesen Barry Simons.« »Was haben Sie für mich, Nick?« »Ich habe gerade mit ihm gesprochen.« Dann hat er einen Kollegen zu ihm nach Hause geschickt, und derjenige hat mit einem Nachbarn gesprochen, der weiß, wo er arbeitet. »Simons Firma hat mir die Handynummer gegeben.« »Gut gemacht.« Der Kollege klang zögerlich. »Ich sollte doch überprüfen, ob er heute Morgen mit seinem Wagen auf der Kings Road zuerst nach Osten und dann nach Westen vorbei an der Einmündung Kingsway und Boundary Road gefahren ist.« »Kennzeichen Gustav-Victor 08 Wilhelm Dorak-Santippe. Ja.« »Nun, er war ein bisschen verblüfft, Chef. Er und seine Frau liegen nämlich in Limassol auf Zypern am Strand. Sie sind schon seit fast zwei Wochen dort.« »Könnte es sein, dass er jemandem seinem Wagen geliehen hat?« »Nein, den haben sie im Langzeitparkhaus am Flughafen Gatwick abgestellt.« Grace hielt abrupt am Straßenrand an. »Nick, dieses Kennzeichen soll verfolgt werden. Höchste Priorität. Rufen Sie die Divisional Intelligence Unit. Ich will alle Sichtungen der ANPA-Kameras haben, und zwar von dem Tag, an dem Barry Simons seinen Wagen auf dem Flughafen abgestellt hat, bis jetzt.« Grace schaltete Blaulicht und Sirene ein. »Wir fahren jetzt nach Charm.« Tooth saß in dem Toyota, der noch auf dem Parkplatz hinter dem Mietshaus stand. Alles war unverändert, seit er vor einer Stunde hier geparkt und seinen Erkundungsgang angetreten hatte. Er schaute auf die SMS, die er gerade erhalten hatte, und wegen der er vorzeitig zum Auto zurückgekehrt war. Sie bestand nur aus einem einzigen Wort. Anrufen. Er entfernte die SIM-Karte und verbrannte sie wie immer mit dem Feuerzeug. Dann nahm er eines der unbenutzten Handys aus der Tasche und wählte die Nummer. Ricky Giordino meldete sich beim ersten Klingeln. »Ja?« »Ich sollte anrufen.« »Ach, Scheiße! Warum hat es so lange gedauert, Mr. Tooth?« Er antwortete nicht. »Hallo? Mr. Tooth? Sind Sie noch da?« »Ja. Hören Sie zu! Es hat eine weitere Familientragödie gegeben. Und diese Frau, Mrs. Chase, ist schuld daran. Meine Schwester ist tot. Ich bin jetzt Ihr Mandant, kapiert? Sie arbeiten jetzt für mich. Ich will, dass diese Frau so schlimm wie möglich leidet. Sie soll Schmerzen haben, die sie nie vergessen wird. Verstanden?« »Ich tue mein Bestes«, erwiderte Tooth. »Hören Sie, ich zahle Ihnen nicht eine Million, damit Sie Ihr Bestes tun, kapiert. Ich bezahle Sie, damit Sie mehr als das tun. Etwas anderes. Verstanden? Seien Sie kreativ. Überraschen Sie mich. Hauen Sie mich um. Zeigen Sie mir, dass Sie Eier haben.« »Eier?«, wiederholte Tooth. »Ja, Sie haben richtig gehört. Eier! Sie werden mir die Videos liefern, kapiert. Sobald Sie fertig sind.« »Morgen«, sagte Tooth. Er beendete das Gespräch, verbrannte auch diese SIM-Karte und zündete sich eine Zigarette an. Er mochte diesen Mann nicht. Unhöflichkeit gehörte nicht zu seinem Stil. Roy Grace stellte Sirene und Blaulicht aus, als sie an der Howe Lagoon vorbeifuhren, zwei künstlich angelegten Seen mit einem Spielplatz daneben. An der Promenade dahinter befand sich eine lange Reihe Strandhütten, von denen man aufs Meer blickte. Die Lagune endete am Aldrington Basin, dem östlichen Ausläufer des Hafens von Shoram. Zwischen hier und der einige Kilometer entfernten Stadt gab es fast nur Gewerbegebiete und Hafengelände. Er fuhr langsamer, als sie die Einmündung der Boundary Road erreichten und deutete durch die Windschutzscheibe. Da ist die ANPA-Kamera, die Barry Simons Wagen heute Morgen registriert hat. Nick Nicholas meldete sich über Funk. Chef, ich habe die erbetenen Informationen über den Toyota Yaris-Kennzeichen Gustav Victor 08 Wilhelm Dorak-Santippe. Es kam mir komisch vor, also bin ich noch zwei Wochen weiter zurückgegangen und habe jetzt alle Sichtungen aus dem vergangenen Monat vorliegen. In den ersten beiden Wochen stimmen sie mit den regelmäßigen Fahrten zur Arbeit von Worthing in die Stadtmitte von Brighton und zurück überein. Am Sonntagmorgen, vor knapp zwei Wochen, ist der Wagen jedoch von Worthing nach Gatwick gefahren. Was mit der Aussage von Simons übereinstimmt, warf Branson ein. Er und seine Frau sind zum Flughafen gefahren, weil sie nach Zypern fliegen wollten. Ja, erwiderte Nicholas, aber jetzt kommt etwas, das keinen Sinn ergibt. Die nächste Sichtung erfolgte erst heute Morgen, als die Überwachungskamera an der Promenade am Ende der West Street den Wagen registrierte, der in östlicher Richtung fuhr. Es gibt aber keine Belege darüber, wie der Toyota vom Flughafen Gatwick zum Kingsway gelangt ist. Selbst wenn er unmittelbar von Gatwick nach Brighton gefahren wäre, hätte er von der Kamera an der A23 und später noch einmal kurz vor Brighton registriert werden müssen. Außer natürlich, der Wagen startete in der Tiefgarage unter dem Regency Square, sagte Grace nachdenklich. Ich glaube, Sie verstehen mich nicht, Sir. Es erklärt noch nicht, wie er unbeobachtet vom Flughafen in die Tiefgarage gelangt ist. Ich verstehe Sie durchaus, Nick. Aber unser Verdächtiger hat schon zur Genüge bewiesen, dass er geschickt mit Nummernschildern umzugehen weiß. Wir vermuten, dass er den Toyota bei Avis am Flughafen Gatwick gemietet hat. Ich würde darauf wetten, dass Mr. und Mrs. Simons aus dem Urlaub zurückkehren und feststellen werden, dass ihre Nummernschilder fehlen. Gab es weitere Sichtungen nach der Boundary Road? Keine, Sir. Was bedeutete? Dass der Wagen entweder irgendwo parkte oder dass der Killer erneut die Nummernschilder ausgetauscht hatte. Er beendete das Gespräch und rief sofort Graham Barrington an. Ich habe so ein Gefühl, dass er in der Gegend von Shoreham ist, sagte Grace. Aber wir können uns nicht darauf verlassen. Ich denke, Sie müssen jeden dunklen Toyota Yaris in einem Umkreis von drei Kilometern um Brighton anhalten und durchsuchen lassen. Wir sind schon dabei. Wo sind Sie gerade? Am Ende der Boundary Road, zusammen mit Dears Branson. An dieser Stelle wurde unser Verdächtiger zuletzt gesichtet. Ich denke, wir sollten die Suche in einem Radius von 800 Metern westlich dieser Kamera beginnen. Hafen und Inland? Ja. Haus-zu-Haus-Befragungen und Überprüfung sämtlicher Nebengebäude. Garagen, Schuppen, Gewerbegebiete, Schiffe. Wir befinden uns außerhalb der Reichweite des Kameranetzes von Brighton & Tove. Daher müssen wir uns auf gewerbliche Gebäude mit Videoüberwachung konzentrieren. Ein Wagen löst sich nicht in Luft auf. Irgendjemand muss ihn gesehen haben. Und eine Kamera hat ihn mit Sicherheit gefilmt. Noch einmal, Roy. Der Wagen wurde zuletzt an der Einmündung Boundary Road und Kingsway gesichtet und fuhr nach Westen. Korrekt, Graham. Ich kümmere mich darum. Grace hegte größten Respekt für den Gold Commander und wusste, dass dieser nichts unversuchte. Der Killer befand sich irgendwo hier in Shoreham. Da war er sich ganz sicher. Grace meldete sich in der Soko-Zentrale bei Nick Nicholas. Nick, ich möchte, dass alle Kollegen zwei Minuten lang die Arbeit ruhen lassen und ganz angestrengt über die folgende Frage nachdenken. Wo in Shoreham würden Sie ein entführtes Kind verstecken? Ich denke an einen Ort, an den sonst niemand kommt, den vielleicht keiner kennt. Die ganze Stadt ist voller Geheimgänge aus alten Schmugglerzeiten. Machen Sie ein kurzes Brainstorming mit dem Team, okay? Ja, Chef, wird gemacht. Wir haben es mit einem cleveren, hinterlistigen Typen zu tun. Er wird eine kluge Wahl treffen. Ich bin schon dran. Grace bedankte sich, fuhr los und bog bei der nächsten Gelegenheit rechts ab. Er kurfte langsam durch das Labyrinth der Straßen, die von Reinhäusern und Gewerbegebäuden gesäumt wurden. Sie suchten nach der Nadel im Heuhaufen. Dann erinnerte er sich an die Worte seines Vaters, der auch Polizist gewesen war, und wiederholte sie wie ein Mantra. Niemand hat jemals einen größeren Fehler begangen als der Mann, der wenig tun konnte und nichts getan hat. Tyler spürte, wie der Wagen unvermittelt wackelte. Dann ertönte ein lauter Knall, als würde eine Tür zugeschlagen, gefolgt von knirschenden Schritten. Er wartete, bis er nichts mehr hören konnte, und warf sich wieder herum, trat so fest er konnte, trommelte mit den Füßen, der rechten Schulter und dem Kopf, bis ihm der Schweiß ausbrach, trommelte und trommelte, bis er völlig entkräftet war. Dann lag er wieder still und dachte nach. Warum hatten sie ihn noch nicht gefunden? Na komm schon, Mom, Mapper, denk an Mapper. Wo war sein Handy? Irgendwo musste er es doch haben. Wenn er das Zeug an seinem Mund irgendwie abbekäme, könnte er um Hilfe rufen. Er rollte sich auf den Bauch und bewegte sein Gesicht über den Teppich. Irgendwo hier drinnen musste es eine scharfe Kante geben. Er kroch vorwärts, hob den Kopf. Weicher, neuer Teppich, der wie eine Bürste über sein Gesicht strich. Was würden seine Helden in dieser Situation tun? Was hätte Harry Potter getan? Oder Alex Rider? Oder Amy und Don Cahill in die 39 Zeichen? Sie alle hatten sich aus schwierigen Situationen gerettet. Sie hätten eine Lösung gefunden. Was also war ihm entgangen? Dann hörte er wieder ein Knirschen. Ein Fahrzeug. Er trat wild um sich, so fest er nur konnte. Hier drinnen, ich bin hier drinnen. Türen wurden zugeschlagen, Schritte erklangen und verklangen wieder. Während des Fluges hörte Carly nichts mehr von Sussex Police. Wann immer ein Mitglied des Kabinen-Personals durch den Gang kam, hoffte sie auf eine Nachricht. In Großbritannien war es 20.45 Uhr. Tyler wurde seit fast zehn Stunden vermisst. Ihr ging es zunehmend schlechter. Sie hatte nichts gegessen und nur ein bisschen Wasser getrunken. Eingequetscht in ihren Sitz, neben sich einen fetten, schwitzenden Mann, der widerlich stank und ohne Ende Wodka-Cola trank. Sie zerbrach sich den Kopf, ob die Entscheidung, nach New York zu fliegen, richtig gewesen war. Fernanda Rivera, die all das hätte stoppen können, war tot. Vor Lou Rivera hatte sie Angst. Er hatte etwas von einem wilden Tier, etwas Böses. Wäre Fernanda Rivera nüchtern gewesen, hätte sie heute von Frau zu Frau mit ihr reden können. Aber nicht mit dem Mann. Chancenlos. Vor allem jetzt nicht mehr. Das Flugzeug landete und erreichte seine Parkposition. Wenige Minuten später nickte sie den beiden Flugbegleiterinnen am Eingang zu und verließ die Maschine über die Gangway. Sofort erkannte sie die hochgewachsene Gestalt von Glenn Branson, der mit einem jüngeren Polizeibeamten in Uniform auf sie wartete. Bei ihnen stand Bella Moy. »Wie war der Flug?«, erkundigte sich Glenn Branson. »Entsetzlich. Gibt es etwas Neues?«, platzte sie heraus. Branson nahm ihr die Tasche ab und steuerte sie weg von der Menge. »Leider noch nicht, Carly«, sagte Bella Moy. »Sie haben vermutlich auch noch nichts gehört. Ich habe alle seine Freunde und deren Eltern angerufen, bevor ich an Bord gegangen bin. Keiner hat ihn gesehen. Eine positive Nachricht gibt es schon,«, sagte Branson. »Wir sind uns relativ sicher, dass sich Tyler noch in der Gegend befindet. Wir glauben, er könnte in Shoreham, Southwick oder Portslade sein. Hat er dort irgendwo Freunde oder Verwandte, bei denen er sich in Sicherheit bringen könnte, falls ihm die Flucht gelingt?«, »ich habe einige Freunde in Shoreham Beach«, antwortete Carly. »Aber ich glaube nicht, dass er weiß, wo Sie wohnen.« »Wir bringen Sie so schnell wie möglich nach Hause«, erklärte Bella, »und halten Sie ständig auf dem Laufenden.« Eine Viertelstunde später saß Carly auf dem Rücksitz eines Streifenwagens und fuhr durch den Flughafentunnel. Am Steuer saß Glenn Branson, neben ihm Bella Moy, die sich zu ihr nach hinten drehte. »Wir möchten Ihnen einige Fragen über Tyler stellen. Ist es Ihnen jetzt recht, oder möchten Sie lieber warten, bis Sie zu Hause sind?« »Bitte jetzt. Ich sage Ihnen alles, was Ihnen weiterhilft.« »Sie haben uns schon die Namen und Adressen seiner Freunde genannt. Wir möchten wissen, mit wem er Kontakt hatte, und zwar außerhalb seines unmittelbaren Freundeskreises. »Wir lassen zurzeit sein Handy und den Computer untersuchen.« »Sein Handy? Sie haben sein Handy?« Bellas Miene erstarrte. Sie schaute Branson an, und dann wieder Carly. »Tut mir leid. Hat es Ihnen noch niemand gesagt?« »Was gesagt?« Carly zitterte und schwitzte gleichzeitig. Sie beugte sich vor. »Was gesagt?«, wiederholte sie. »Was meinen Sie?« »Sein iPhone wurde in der Tiefgarage gefunden.« »Gefunden? Was meinen Sie mit gefunden?« Bellamoy zögerte. »Auf dem Boden lagen Splitter. Wir haben das Gerät in einem Mülleimer entdeckt.« »Nein!«, sagte Carly mit bebender Stimme. »Nein! Bitte nicht! Bitte sagen Sie mir, dass Sie sein Handy nicht gefunden haben. Tyler ist ein cleverer Junge. Ich hatte gehofft, dass er Friendmapper eingeschaltet hat. Ich dachte, das würde uns zu ihm führen. Das war meine größte Hoffnung.« Sie begann hemmungslos zu schluchzen. Um halb zehn war es dunkel, Wind war aufgekommen, und es regnete. Tuth kehrte in einem Ford Focus, den er bei Sixt an der Boundary Road mit einem falschen Ausweis gemietet hatte, nach Shoreham zurück. Er fuhr um das Mietshaus herum auf den stockdunklen Parkplatz. Der Platz neben dem Toyota Yaris war frei. Er setzte rückwärts hinein und schaltete Motor und Scheinwerfer aus. Er hatte schlechte Laune. So gut man Dinge auch plante, immer passierte irgendeine Scheiße, irgendetwas, das man nicht berücksichtigt hatte. Bei diesem Job waren es die Gezeiten. Daran hatte er einfach nicht gedacht. Im Rucksack, der neben ihm auf dem Beifahrersitz lag, hatte er eine Gezeitentabelle, die er vor einer halben Stunde in einem Internetcafé ausgedruckt hatte. Er hatte sie sorgfältig durchgelesen. Jetzt drängte es ihn, den Jungen woanders hinzubringen. Die ganze Gegend wimmelte von Polizei und es sah aus, als wäre eine umfangreiche Suchaktion im Gange. Ein Stück weiter war die Straße abgesperrt. Doch die einzigen Fahrzeuge, an denen sie interessiert zu sein schienen, waren Toyota Yaris. Die waren ihm zu heiß geworden. Es würde noch etwas dauern, bis sie sich zu diesem Parkplatz vorgearbeitet hätten, vielleicht eineinhalb Stunden oder zwei. Er würde dafür sorgen, dass sie nichts fanden. Er stieg aus, öffnete den Kofferraum und ging rasch zum Heck des Toyota. Tyler hatte die Fäuste geballt und kämpfte gegen den Drang zu pinkeln, der immer schlimmer wurde. Sein Mund und seine Kehle waren ausgedaurt. Dann hörte er, wie ein Wagen heranfuhr und stehen blieb. Er wollte schon wieder lostreten, als ein dumpfer metallischer Laut erklang und der Kofferraum aufsprang. Frische, feuchte Luft drang ihm ins Gesicht, aber er sah kein Tageslicht mehr. Nur Dunkelheit mit einem schwachen, orangenen Schimmer, der von den Straßenlaternen herröte. Der Strahl einer Taschenlampe traf ihn ins Gesicht. Dahinter waren die schattenhaften Umrisse einer Baseballkappe und einer dunklen Brille zu erkennen. Er hatte richtig Angst. Wenn er nur sprechen könnte, würde der Mann ihm vielleicht Wasser und etwas zu essen geben. Dann wurde er hochgehoben. Er schwang durch die Luft, wobei ihm Regentropfen ins Gesicht fielen. Dann prallte er schmerzhaft auf. Dem Geruch nach zu urteilen, musste es ein weiterer Kofferraum sein. Er hörte ein dumpfes Poltern und war wieder in tiefe Dunkelheit getaucht. Er horchte auf Schritte. Stattdessen sprang der Motor an. Das Holpern verriet ihm, dass sie sich jetzt in Bewegung setzten. Der Wagen beschleunigte rücksichtslos, sodass er nach hinten rutschte und sich den Kopf schmerzhaft an einer scharfen Kante stieß. Sein Schrei klang gedämpft. Dann bremste der Wagen abrupt und er rollte ein Stück nach vorn. Das, woran er sich gestoßen hatte, war eindeutig scharf. Er krabbelte zurück, als der Wagen wieder beschleunigte, und tastete mit dem Gesicht nach der Kante. Er wusste nicht, was es war, vielleicht die Gehäuse der Rücklichter. Er versuchte, seinen Mund dagegen zu drücken und zu reiben, doch der Wagen schwankte zu sehr. Dann bremste er wieder scharf ab und drehte sich. Tyler fiel hilflos auf die Seite. Ein gewaltiger Rums, wobei sein Kopf gegen den Kofferraumdeckel schlug. Dann blieb der Wagen mit einem Ruck stehen. Tooth schaute sich sorgfältig um, als er von der Straße, die zum Hafen führte, abbog, über den Bordstein holperte und aufs Gras rollte. Er fuhr so weit, bis der Wagen von der Straße aus nicht mehr zu sehen war. Die Lichter der Wagen sausten an ihm vorbei, und er konnte die erleuchteten Häuser auf der anderen Straßenseite erkennen. Fast überall waren Vorhänge und Jalousien geschlossen. Er hielt neben einem kleinen, heruntergekommenen Gebäude, das etwa so groß wie ein Wartehäuschen war. Es lag genau gegenüber dem gewaltigen Kraftwerk von Charm, das jenseits des schwarzen Wassers aufragte. Das Gebäude war aus Backstein erbaut, hatte ein mit Ziegeln gedecktes Dach und eine rostige Metalltür mit einem großen Vorhängeschloss. Dieses Vorhängeschloss hatte er vor sechs Jahren hier angebracht. Offenbar war seitdem niemand drinnen gewesen. In der Ferne hörte er den Hubschrauber, der fast den ganzen Nachmittag und Abend lang über der Gegend gekreist war. Mit behandschuhten Händen holte er eine Taschenlampe aus dem Rucksack, schneidete sie um den Kopf und zog den Bolzenschneider hervor, den er in einem Eisenwarenladen gekauft hatte. Er schaltete die Taschenlampe ein, knackte das Vorhängeschloss und schaltete das Licht wieder aus. Er überprüfte noch einmal die Fenster der nahegelegenen Häuser, bevor er den Jungen aus dem Kofferraum hob und zusammen mit dem Rucksack in das Gebäude trug. Dann schloss er die Tür hinter sich. Er schaltete die Taschenlampe wieder ein. Genau vor ihm führte eine kleine, schmale Betontreppe zwischen zwei Mauern nach unten. Einen Moment lang erschienen winzige, rote Augen im Dunkel am Fuße der Treppe. Dann schossen sie davon. Tuth stellte den Jungen auf die Füße und hielt ihn fest. »Musst du pissen, Kleiner?« Der Junge nickte. Tuth half ihm, den Reißverschluss zu öffnen und wieder zu schließen. Dann trug er ihn die Treppe hinunter, wobei er mehrere Spinnweben zerriss. Am Fuße der Treppe befand sich eine Plattform mit einem Metallgitter, die von einem Geländer umgeben war. Dazu ein Gewirr aus Leitungen an Wänden und Decke. Die meisten waren aus nacktem Metall und völlig verrostet, umhüllt von etwas, das wie zerfaserter Asbest aussah. Hier drinnen war es so still wie in einem Grab. Jenseits des Geländers befand sich ein fast 50 Meter tiefer Schacht mit einer Metallleiter. Tuth ignorierte den flehenden Blick des Jungen, beugte ihn über das Geländer und richtete den Strahl der Taschenlampe nach unten. Die Augen des Jungen weiderten sich vor Entsetzen. Tuth holte ein blaues, hochelastisches Seil aus dem Rucksack und wickelte es sorgfältig um die Fußknöchel des Jungen, der sich vor Entsetzen heftig zur Wehr setzte, während er leise durch das Klebeband wimmerte. Er ließ ihn ein Stück in den Schacht hinunter und band das Seil am Geländer fest. Ich komme nachher wieder, Kleiner. Du solltest nicht zu sehr strampeln. Das Seil könnte sich lösen. Tyler rutschte die Brille von der Nase. Er fürchtete, jeden Augenblick ins Leere zu stürzen. Schlimmer noch, er spürte, wie das Seil allmählich nachgab. Vor allen Dingen am linken Knöchel. Er schwang hin und her. Ihm wurde schwindelig. Er verlor die Orientierung. Etwas Winziges krabbelte über seine Nase. Er spürte einen kalten Luftzug im Gesicht, und die feuchte, muffige Luft trug den Geruch von Verwesung herbei. Er erstarrte und rückte die gefesselten Füße so fest wie möglich aneinander. Das Tier lief über seine Lippen und kitzelte ihn an der Nase. Das Blut schoss ihm in den Kopf. Plötzlich berührte etwas seine rechte Schulter. Er stieß einen lautlosen Schrei aus. Dann merkte er, dass er nur gegen die Seite des Schachtes gestoßen war. Die Wände hatten rau ausgesehen, als das Licht der Taschenlampe vorhin flüchtig darauf gefallen war. Vielleicht waren die Kanten der Leiter auch rau oder sogar scharf. So vorsichtig wie möglich schwang er herum, pendelte wieder gegen die Schachtwand und stieß sich schmerzhaft an der Leiter. Ja! Vielleicht konnte er mit den Fesseln an der Leiter scheuern und sie auf diese Weise zerreißen. Seine Brille rutschte weiter auf die Stirn. Das Insekt krabbelte jetzt über seine Augenlider. Das Seil um seine Knöchel gab weiter nach. Vergangene Woche hatte sich dieser Ort als äußerst nützlich erwiesen, dachte Tuth. Er war dunkel, nicht einzusehen. Es gab keine Kameras. Außer dem Kraftwerk befanden sich nur Holzlager am Kai, die nachts dunkel und verschlossen waren. Und das Wasser war tief. Jemand hatte das Vorhängeschloss am Maschendrahtzaun ersetzt. Er durchtrennte es mit dem Bolzenschneider und stieß die Tore auf. Der südliche Wind, der ständig zunahm und unmittelbar vom kappeligen Wasser des Hafenbeckens aufzusteigen schien, drückte ein Tor sofort wieder zu. Er machte es erneut auf und stellte vorsichtshalber ein altes Ölfass davor. Dann sprang er in den Toyota und fuhr bis zum Kai. Vorbei an dem alten Gabelstapler, der ihm letzte Woche so gute Dienste geleistet hatte. Heute würde er ihn nicht brauchen. Er stieg aus dem Wagen und schaute sich aufmerksam um. Das Wasser klatschte gegen die Mauer. In der Ferne knatterte die Takelage einer Yacht. Auch der Hubschrauber war noch zu hören. Mithilfe der Taschenlampe überprüfte er noch einmal das Wageninnere, holte den Aschenbecher heraus und warf Kippen und geschmolzene SIM-Karten ins dunkle Wasser. Zufrieden atmete er mehrmals tief durch. Dann setzte er den Wagen ein Stückchen zurück, öffnete alle Türen, Fenster und den Kofferraum. Er setzte sich an Steuer, legte einen Gang ein und gab an der Kante des Kais Vollgas. In letzter Minute warf er sich zur Seite und rollte aus dem Wagen. Ein lautes Klatschen ertönte. Tuth kam auf die Füße und sah, wie der Wagen allmählich versank. Das Dach versank, die Heckscheibe war verschwunden, jetzt noch der Kofferraum. Und weg! Sekunden später kam ein Boot der Hafenverwaltung in Sicht, das Navigationslichter gesetzt und die Suchscheinwerfer eingeschaltet hatte. An Deck standen zwei Polizisten. Tuth tauchte hinter einen Müllcontainer. Das Boot fuhr vorbei. Einen Moment lang konnte er neben dem Motorgeräusch auch das Knistern eines Funkgerätes hören. Und dann wurde es wieder leiser und die Lichter verblassten. Er atmete aus. Tyler hörte ein lautes metallisches Scheppern, dann Schritte. Eine Sekunde lang schöpfte er neue Hoffnung. Die Schritte kamen näher. Er roch Zigarettenrauch. Dann ertönte eine vertraute Stimme. »Na, genießt du die Aussicht, Kleiner?« Tuth schaltete die Taschenlampe ein, löste das Seil vom Geländer und ließ den Jungen weiter nach unten, wobei er das Seil behutsam durch die behandschuten Hände gleiten ließ. Er spürte, wie der Junge gegen die Wände des Schachtes schlug. Dann wurde das Seil schlaff. Gut. Er war auf dem ersten von drei Absätzen gelandet, die in einem Abstand von etwa 15 Metern angebracht waren. Mit dem Rucksack auf dem Rücken und der eingeschalteten Taschenlampe kletterte Tuth die Leiter hinunter, wobei er nur eine Hand benutzte und mit der anderen das schlaffe Seil mit sich führte. Als er den Absatz erreicht hatte, wiederholte er die Prozedur, bis der Junge mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden des Schachtes landete. Tuth stieg den letzten Abschnitt hinunter, zog eine kleine Lampe aus dem Rucksack und schaltete sie ein. Vor ihnen befand sich ein Tunnel, der unter dem Hafen durchführte. Tuth hatte ihn zufällig einmal entdeckt, als er bei seinem vorherigen Besuch Nachforschungen angestellt hatte. Man hatte diesen Tunnel, durch den früher die elektrischen Leitungen des Kraftwerks verliefen, wegen Baufälligkeit geschlossen, und während man das neue Kraftwerk errichtete, einen neuen Tunnel gebohrt. Die Innenseiten der geneteten Platten waren mit riesigen Rostflecken übersät, und überall wuchsen spitze, gelblich-weiße Stalaktiten und Stalagmiten, die wie halb geschmolzene Kerzen aussahen. Eigentlich blickte Tuth aber auf etwas ganz anderes. Zufrieden betrachtete er den menschlichen Schädel, der ihn mit einem starren Grinsen empfing. Die zwölf Ratten, die er in verschiedenen Tierhandlungen in Sussex gekauft und fünf Tage hatte hungern lassen, hatten ganze Arbeit geleistet. Die Uniform des Kapitäns der estnischen Handelsmarine samt Mütze war verschwunden, ebenso das gesamte Fleisch und fast alle Sehnen und Haare. Die meisten Knochen lagen auf dem Boden verstreut, bis auf einen Arm und eine intakte Hand, die von einem Metallrohr hingen und von einer Kette mit Vorhängeschloss gehalten wurden. Tuth hatte nicht riskieren wollen, dass die Ratten die Fesseln zernagten und den Mann versehentlich befreiten. Er drehte sich um und half dem Jungen, sich aufrecht gegen die Wand zu setzen, sodass er den Blick auf das Skelett genießen konnte. Als er die menschlichen Überreste sah, weiteten sich seine Augen voller Entsetzen. Tuth kniete sich hin und riss ihm das Klebeband vom Mund. Alles in Ordnung, Kleiner? Eigentlich nicht, nein. Ich will nach Hause, ich will zu meiner Mom. Ich habe solchen Durst. Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Du stellst ganz schön viele Fragen. Tyler schaute zu dem Skelett. Der sieht nicht gerade gesund aus. Was meinst du, Kleiner? Männlich zwischen 50 und 60 Osteuropäer. Tuth runzelte die Stirn. Willst du mir weismachen, du könntest das erkennen? Ich beschäftige mich mit Archäologie und Anthropologie. Könnte ich jetzt bitte etwas Wasser haben? Und hungrig bin ich auch. Du bist ein ganz schöner Klugscheißer, was? Ich habe Durst. Warum haben Sie mich hergebracht? Wer sind Sie? Dieser Typ liegt hier seit sechs Jahren. Niemand weiß von diesem Ort. Seit sechs Jahren ist hier keiner mehr gewesen. Was hältst du davon, sechs Jahre hier unten zu verbringen? Nicht viel, erwiderte Tyler. Das kann ich mir vorstellen. Tyler nickte zustimmend. Der Typ schien völlig verrückt zu sein. Was hat der Mann getan? Er hat jemanden beschissen. Kapiert? Tyler zuckte mit den Schultern. Okay. Seine Stimme war ein trockenes, verängstigtes Krächzen. Wir müssen was klären, Kleiner. Denk mal nach. Wir haben nämlich ein großes Problem. Es hat mit den Gezeiten zu tun. Tyler starrte ihn an. Gezeiten? Der Mann holte ein gefaltetes Blatt aus dem Rucksack und klappte es auseinander. Verstehst du was davon, Kleiner? Er hielt ihm das Blatt vors Gesicht und richtete die Taschenlampe darauf. Der Junge betrachtete es und warf einen Blick auf die Armbanduhr des Mannes. Zwei Stunden vor und nach Niedrigwasser können keine großen Schiffe in den Hafen einlaufen, sagte Tuth. Er starrte auf die Tabellen, in denen unter den Überschriften HW und LW jeweils Uhrzeiten angegeben waren. Das ist nicht so einfach. Es sieht aus, als wäre um 23.31 Uhr Niedrigwasser gewesen, aber ich bin mir nicht sicher. Das würde heißen, dass die Schiffe erst nach 1.31 Uhr wieder den Hafen befahren können. Sie haben das falsche Datum, erwiderte Tyler. Heute geht es erst um 2.06 Uhr. Wollen Sie mich auf ein Boot bringen? Tuth antwortete ihm nicht. Seit das Child Rescue Alert ausgegeben worden war, standen die Telefone in der Sokozentrale 1 nicht mehr still. Die Entführung von Tyler Chase hatte es auf die meisten Titelseiten der Abendzeitungen und in die Radio- und Fernsehnachrichten geschafft. Es war jetzt 0.30 Uhr und in den 14 Stunden seit der Entführung hatte so ziemlich jeder, der nicht gerade wie ein Einsiedler lebte, Tylers Namen erfahren und sein Foto irgendwo gesehen. Im Raum herrschte so viel Hektik wie sonst um die Mittagszeit. Roy Grace hatte das Jackett ausgezogen, die Ärmel aufgerollt und die Krawatte gelockert. Er studierte eine Liste der Vorgehensweisen aller zurzeit bekannten Auftragsmörder, die Detective Inspector Lennigan ihm gemailt hatte. Angesichts der häufigen Kennzeichenwechsel hatte Grace sämtliche Polizeidienststellen in Großbritannien aufgefordert, jeden dunklen Toyota Yaris zu durchsuchen, ob nun dunkelgrau oder nicht. Er wollte jedes Risiko vermeiden, eine mögliche Farbenblindheit der Zeugen eingeschlossen. Sie hatten beim Hafenmeister der Hafenverwaltung und der Küstenwache nachgefragt. Alle Schiffe, die an diesem Tag den Hafen verlassen hatten, waren registriert worden. Nach 8 Uhr abends war kein Frachtschiff mehr durch die Schleuse gefahren. Es waren nur einige wenige Fischerboote ausgelaufen. Plötzlich kam Stacy Horobin zu ihm herüber. Sir, ich habe hier eine Lynn Savage am Telefon, die für ein Vermessungsbüro namens BLB arbeitet. Sie möchte mit Norman Potting sprechen. Sie sagt, sie habe es auf seinem Handy versucht, aber er melde sich nicht. Sie habe die ganze Nacht durchgearbeitet, um die Informationen zu finden, um die er sie gebeten hat. Sie glaubt, sie habe sie gefunden. Grace honzelte die Stirn. Vermessungsbüro? Ich spreche mit der Frau. Sagten sie Savage? Er griff zum Telefon und ließ sich verbinden. Detective Superintendent Grace, kann ich Ihnen weiterhelfen? Sie klang so frisch, als wäre das ihre übliche Arbeitszeit. Ich bin Partnerin bei BLB. Wir sind eine alteingesessene Vermessungsfirma in Brighton. Heute Nachmittag war Detective Sergeant Potting bei uns. Es ging um den kleinen Jungen, der entführt worden ist. Er sagte, er suche nach möglichen Verstecken in der Hafengegend. Der technische Leiter des Hafens habe ihm gesagt, dass meine Firma im vergangenen Jahrhundert viele Arbeiten am Hafen durchgeführt hat, vor allem beim Bau des ursprünglichen Kohlekraftwerks. Er meint, es gäbe da noch einen Tunnel, der seit langem nicht mehr in Betrieb sei. Was für einen Tunnel? Nun, ich habe die ganze Nacht im Archiv gesessen, das über 100 Jahre zurückreicht, und meine die Antwort gefunden zu haben. Es gibt einen Tunnel, der vor 70 Jahren für das alte Kraftwerk Shoreham Bay angelegt wurde. Als vor 20 Jahren das neue Kraftwerk errichtet wurde, hat man ihn geschlossen. Dann erklärte sie ihm, wo sich der Eingang befand. Als er sich gerade bedankt und aufgelegt hatte, kam Glenn Branson mit zwei dampfenden Tassen herein. Ich dachte, du könntest einen Kaffee gebrauchen. Danke. Lust auf eine Spazierfahrt? Wir könnten beide einen Tapetenwechsel gebrauchen. Wohin? Ich dachte, an eine Tunnelwanderung. Tunnel? Jetzt? Das ist nicht dein Ernst. Grace stand auf. Hol deinen Mantel und eine Taschenlampe. Ich habe Klaustrophobie. Ich auch. Dann können wir ja Händchen halten. Was meinst du? Wie stehen unsere Chancen? fragte Glenn Branson, als Grace langsam die Straße entlang fuhr und auf der linken Seite nach dem Gebäude Ausschau hielt, das Lynn Savage ihm beschrieben hatte. Ein heftiger Wind rüttelte am Wagen. Große Regentropfen klatschten auf die Scheibe. Eins zu einer Million? Eins zu einer Milliarde? Eins zu einer Billiarde? Dass er in dem Tunnel ist? Du musst wie der Täter denken. Lieber nicht, sonst müsste ich dich nämlich an einem Fleischerhaken hängen und dabei filmen. Grace lächelte. Wohl kaum. Du würdest versuchen, uns zu überlisten. Wie oft hat er die Kennzeichen gewechselt? Dazu die Kameras, die er zurückgelassen hat. Als wollte er uns den Stinkefinger zeigen. Das ist ein cleverer Typ. Hört sich an, als würdest du ihn bewundern. Das tue ich auch. Ich bewundere seine Professionalität. Alles andere an ihm finde ich absolut zum Kotzen. Aber seine Hinterlist ist bewundernswert. Du hättest ruhig ein paar Streifen Beamte hinschicken können, knurrte Branson. Oder Norman! Um mir den ganzen Spaß zu verderben? Er hielt am Straßenrand. Das müsste es sein. Kurz darauf entdeckte Grace im Schein der Taschenlampe das zerbrochene Vorhängeschloss auf dem Boden. Er kniete sich hin und betrachtete es genauer. Durchgeschnitten. Er öffnete die Tür und stieg die Betontreppe hinunter. Unten gelangten sie auf eine Plattform, die aus einem Metallgitter mit Geländer bestand. In alle Richtungen dehnte sich ein Netzwerk alter Leitungen aus. Branson zog die Nase hoch. Wurde wohl als Toilette benutzt. Grace spähte über das Geländer und leuchtete in den vertikalen Schacht hinunter. »Scheiße!« Das sah ziemlich tief aus. Er rief so laut er konnte. »Polizei! Jemand da unten?« Seine Stimme heilte von den Wänden wieder. Er wiederholte die Frage, doch nur das Echo antwortete. Sie sahen sich an. »Ich habe verdammte Höhenangst!« sagte Branson. »Ich auch!« erwiderte Grace. »Höhenangst und Klaustrophobie? Gibt es etwas, wovor du keine Angst hast?« fragte sein Kollege grinsend. »Leuchte mal lieber mit der Taschenlampe. Ich sehe deinen Absatz etwa 15 Meter unter uns. Ich warte unten auf dich. Was ist mit der Arbeitssicherheit?« Grace klopfte sich auf die Brust. »Die steht hier. Wenn du fällst, fange ich dich auf.« Er kletterte über das Geländer, wobei er sich bemühte, nicht nach unten zu schauen, umklammerte es mit beiden Händen, tastete nach der obersten Sprosse und stieg langsam und vorsichtig die Leiter hinunter. Sie brauchten mehrere Minuten, bis sie beide unten waren. »Das war nicht lustig«, sagte Glenn Branson und leuchtete mit der Taschenlampe. Der Strahl traf auf den Tunneleingang mitsamt dem Skelett. »Ach, du heilige Scheiße!« Beide Männer traten darauf zu. »Sieht aus, als hättest du ein weiteres ungeklärtes Verbrechen, Boss.« Doch Grace kümmerte sich nicht weiter um das Skelett, sondern zog Latexhandschuhe an, kniete sich hin und hob eine zerknüllte Papierkugel auf. Er entfaltete sie und runzelte die Stirn. »Was ist das?« Er hielt den Zettel hoch. »Eine Gezeitentabelle.« »Scheiße!« »Wie lange liegt die wohl schon hier?« »Nicht lange.« »Sie ist aktuell, von dieser Woche.« »Die Gezeiten für Shoram abgestern.« Fast hätte Grace den winzigen Gegenstand übersehen, der unter einem verrosteten Rohr lag. Er kniete sich noch einmal hin und hob ihn behutsam mit Zeigefinger und Daumen auf. »Jetzt weiß ich es sicher.« »Die Kippe einer Lucky Strike.« Er drückte das verbrannte Ende an die Wange. »Weißt du was?« »Die ist noch warm.« Glenn Branson zog ebenfalls Handschuhe an und griff nach der Gezeitentabelle. Dann sah er auf die Uhr. »Die Hafenzufahrt ist ab zwei Uhr sechs wieder befahrbar. In sechsundfünfzig Minuten.« »Scheiße! Wir müssen alle Schiffe stoppen.« Er sprang förmlich auf die ersten Leitersprossen, gefolgt von Grace. Ihre Höhenangst war vergessen. Tyler war völlig verängstigt, wimmerte und zitterte am ganzen Körper, wagte aber nicht zu sehr zu strampeln. Das kabbelige schwarze Wasser schwappte wie ein wildes, wütendes Geschöpf nur wenige Zentimeter unter seinen Füßen. Der Regen peitschte auf ihn nieder. Er hatte damit gerechnet, dass der Mann ihn ins Wasser werfen würde. Doch knapp über der Wasseroberfläche hatte es einen Ruck gegeben. Er wollte aufschreien, doch sein Mund war wieder zugeklebt, und die Schreie heilten wie ein Echo in seinem Schädel wieder. Er weinte, schluchzte, wollte zu seiner Mutter. Alles stank nach Seetang. Die Augenbinde, die ihm der Mann angelegt hatte, nachdem er aus dem Tunnel hinausgeklettert war, hatte er ihm erst in letzter Minute abgenommen. Über das Geräusch des Wassers konnte er das Knattern eines Hubschraubers hören. Ein greller Lichtstrahl strich über ihn hinweg. Dann herrschte wieder Dunkelheit. »Kommt her! Kommt her! Ich bin hier! Kommt her! Helft mir! Helft mir! Mom, hilf mir! Bitte!« Erst als sie das Ende der Leiter erreichten, hatten Grace und Branson wieder Empfang über Handy und Funk. Grace rief sofort Trevor Barnes an, der in Sussex Haus am Schreibtisch arbeitete. Die beiden Ermittler sprinteten die Betontreppe hinauf und hinaus in Wind und Regen. Sie schwitzten und waren dankbar für die Abkühlung. Über ihnen kreiste der Hubschrauber tief über dem Hafenbecken. Der Suchscheinwerfer beschrieb einen hellen Lichtkreis über dem aufgewühlten Wasser. Kurz darauf funkte Barnes zurück, er habe beim Hafenmeister angefragt, und das einzige Schiff, das den Hafen durch die große Schleuse verlassen sollte, sei das Baggerschiff R.C.D. Es habe bereits den Ankerplatz verlassen und befinde sich im Kanal, der zur Schleuse führe. »Auf dem Schiff bin ich schon mal gewesen!« schrie Grace zu Branson, um den Lärm des Hubschraubers und den heulenden Wind zu übertönen. »Da kann er den Jungen auf alle möglichen Arten töten!« Er wandte sich wieder an den Silver Commander. »Trevor! Es muss durchsucht werden, während es in der Schleuse ist!« Dann blieb er einen Moment reglos stehen und folgte dem Lichtstrahl, der über den gewaltigen Bau des Kraftwerks strich. Der erste Abschnitt hatte ein Flachdach und war um die 20 Meter hoch, das Hauptgebäude etwa 30 Meter. Am westlichen Ende ragte der einsame Schornstein 60 Meter in den Himmel. Als der Lichtstrahl auf das Gebäude fiel, bemerkte er eine Bewegung auf dem Flachdach. Er rief sofort die Vermittlung. »Geben Sie mir Hotel 900!« Sekunden später hatte er den Beobachter im Hubschrauber in der knisternden Leitung. »Drehen Sie um! Leuchten Sie noch mal auf das Dach des Kraftwerks!« Die beiden Kriminalbeamten warteten, während der Hubschrauber einen weiten Bogen beschrieb. Zuerst traf sein Strahl nur den Schornstein und dann die Leiter, die daran hinaufführte. Schließlich das Flachdach des ersten Gebäudeabschnitts. Eine Gestalt huschte darauf entlang und duckte sich hinter einen Lüftungsschacht. »Fliegen Sie im Kreis! Da oben ist jemand!« Er warnte sich an Branson. »Ich kenne eine Abkürzung!« Sie rannten zum Auto und sprangen hinein. Grace schaltete Blaulicht und Sirene ein und schoss auf die Straße. »Ruf Silver! Alle verfügbaren Einheiten zum Kraftwerk!« Nach einigen hundert Metern trat er fest auf die Bremse und bog vor dem Gebäude der Hafenverwaltung nach links ab, schoss die enge Straße entlang und hielt vor einer Sperre aus hohen Metallspitzen. Davor war ein Schild angebracht. »Hafenverwaltung Schoram, Zutritt verboten, Zufahrt über Schleuse!« Sie ließen den Wagen stehen und rannten los. Grace leuchtete mit der Taschenlampe. Rechts von ihnen sah man die beiden Schleusen, die vom Flutlicht erhellt wurden. Die kleinere wurde für Fischerboote und Yachten benutzt, die sehr viel größere Schleuse für Tanker, Bagger und Containerschiffe. Dazwischen befand sich ein langer Kai mit dem Gebäude der Hafenaufsicht. An der Wand war eine Verkehrsampel angebracht, deren drei Lichter auf Rot standen. Zwar war der Zutritt zum Kai für Unbefugte verboten, doch das Tor war nicht abgeschlossen. Im Laufen behielt Grace das Kraftwerk zu seiner Linken im Auge, das immer noch von dem Hubschrauber beleuchtet wurde. Branson folgte ihm keuchend. Sie erreichten den Übergang, der über die Schleusentore führte. Ein Schild warnte vor dem Betreten, sobald die roten Lichter blinkten und die Sirene ertönte. Als er genau zwischen den beiden gewaltigen, hölzernen Schleusentoren stand, drehte er sich um und schaute noch einmal zum Kraftwerk hinüber. Was zum Teufel hatte der Verdächtige dort oben zu suchen, falls er es denn war? Das Dach bot einen ausgezeichneten Blick, aber worauf? Hatte er den Jungen bei sich? Sie rannten zum Ende des Übergangs und auf das Kraftwerk zu. Vor dem Zaun, der mit Metallspitzen versehen war, bemerkte Grace einen Stapel Paletten. »Warte hier!« Er kletterte auf die Paletten und ließ sich auf der anderen Seite des Zauns hinunterfallen. Er wollte sich geschickt abrollen, landete aber bäuchlings auf dem Boden, so dass ihm erst einmal die Luft wegblieb. Der Hubschrauber kreiste über ihm, sein Lichtstrahl strich über ihn hinweg und beleuchtete die stählerne Leiter an der Seite des Gebäudes. Er rannte hin und stieg so schnell wie möglich hinauf, wobei der Wind unbarmherzig an ihm zerrte. »Das ist total verrückt«, dachte er, kletterte aber weiter, umklammerte jede Leitersprosse, während der Regen niederpeitschte und der Wind immer heftiger wurde. Es war, als wollte er ihn mit aller Gewalt von der Leiter reißen. Plötzlich hörte er einen schrecklichen Schrei, der fast wie eine Frauenstimme klang, und eine gewaltige schwarze Gestalt stieß aus der Dunkelheit auf ihn nieder. Er drehte sich unwillkürlich um und sah die Lichter des Hafens und der Stadt unendlich weit unter seinen Füßen. Der Wind legte zu. Das schwarze Geschöpf flatterte und schrie. »Wanderfalken«, dachte er plötzlich. Sie nisteten in einem Kasten an der Wand des Kraftwerks irgendein verdammter Ökodil, den man vor Baubeginn geschlossen hatte. Wieder stieß der Vogel auf ihn herunter. Er klammerte sich an die Leiter, als ihn der Schwindel überkam. »Nicht loslassen! Festhalten! Festhalten! Regel eins bei Leitern! Mit drei Gliedmaßen festhalten! Dann kannst du nicht abstürzen!« Mit dem rechten Arm schlug er in die Luft, und es interessierte ihn nicht die Bohne, ob er es mit einem geschützten Raubvogel zu tun hatte. Dann kletterte er weiter. Der Vogel schien den Wink verstanden zu haben und verschwand in der Nacht. Dann war er endlich oben, kroch über die Kante auf das Bitumendach und auf allen Vieren vorwärts, bis er sich in sicherer Entfernung von der Kante befand. Er hielt inne und versuchte, Atem zu schöpfen. Sein Herz war kurz vorm Bersten, als er sich in der Dunkelheit umschaute. Kurz darauf erklang wieder das Geräusch des Hubschraubers, und der Strahl tauchte das gesamte Dach und die Wand des Gebäudes in helles Tageslicht. Da sah er die Kamera. Sie stand genau vor ihm auf einem metallenen Stativ. Das Teleobjektiv war nach unten gerichtet. Er sah sich flüchtig nach der Gestalt um, die er vorhin bemerkt hatte, doch sie war verschwunden. Als sich das Licht wegbewegte, rannte er zu der Kamera, fand den Sucher und schaute hindurch. »Oh, Scheiße! Nein, nein, nein!« Im geisterhaft grünen Licht des Nachtsichtgeräts erkannte er in einer Nahaufnahme Tyler Chase. Der Junge hing genau vor den Schleusentoren, ein Stück unter der Oberkante, die Füße nur Zentimeter von der Wasseroberfläche entfernt. Seine Arme waren ausgestreckt, die Hände links und rechts an die Tore gefesselt. Ein winziges, blinkendes Licht bewies, dass die Kamera in Betrieb war. Entsetzt begriff er, wofür der Killer die Gezeitentabelle gebraucht hatte. »Glen!« brüllte er in sein Funkgerät, um das Geräusch des Hubschraubers zu übertönen. »Die Schleusentore dürfen nicht geöffnet werden! Um Gottes Willen! Du musst das stoppen! Sie töten den Jungen! Sie werden ihn in der Mitte zerreißen!« Der Lärm des Hubschraubers, der Wind und der Regen waren ohrenbetäubend. »Wie war das? Kann ich nicht verstehen, Boss!« »Die verdammten Schleusentore dürfen nicht aufgehen!« Dann traf ihn ein Schlag auf den Kopf, sodass er zu Boden stürzte. Aus der Ferne hörte er ein Knistern, dann die Stimme aus dem Funkgerät. »Sagtest du, die Schleusentore müssen zubleiben?« Er stand auf und kippte zur Seite. Ihm war übel. Vor ihm huschte eine Gestalt über die Dachkante und verschwand. Im Lichtstrahl des Hubschraubers starrte er in die Kamera. Wutentbrannt rollte er darauf zu, gegen das Stativ, das krachend umfiel. Er wollte aufstehen, doch seine Beine gaben unter ihm nach. Verzweifelt hievte er sich auf Hände und Füße und suchte nach dem Funkgerät, konnte es aber nicht finden. Wieder wollte er aufstehen, doch diesmal fegte ihn der Wind um. Nein, nein, nein! Er kam wieder hoch, ohne den furchtbaren Schmerz in seinem Kopf zu beachten, und taumelte über das Dach. Er griff nach der obersten Leitersprosse, beging aber den Fehler, nach unten zu schauen. Die Welt fuhr Karussell. Er musste es schaffen, unbedingt. Er klammerte sich an die Leiter und schwang die Beine über das Dach. Der Wind drückte ihn nach hinten. Nicht runtersehen! Halb kletternd, halb rutschend, gelangte er irgendwie hinunter. Schaute die ganze Zeit vor sich. Nicht nach unten. Er trug noch die Latex-Handschuhe, die seine Hände ein paar Sekunden lang schützten, bis sie zerrissen und ein brennender Schmerz seine Handflächen überzog. Dann berührten seine Füße den Boden, und er fiel auf den Rücken. Rappelte sich wieder auf. Rechts konnte er das Buglicht der Akudie sehen, die am Kraftwerk vorbeituckerte. Die roten Lichter an der Schleuse blitzten auf. Nein, nein, nein! Er rannte zum Metallzaun und merkte frustriert, dass er gefangen war. Vorher war er über die Paletten geklettert, doch der Rückweg war nicht so einfach. Glenn! schrie er, ohne zu wissen, wo sein Freund gerade war. Glenn! Ich bin hier, Boss! Zu seiner gewaltigen Erleichterung kam die Stimme von der anderen Seite des Zauns. Hilf mir mal rüber! Sekunden später beugte sich Glenn von oben über den Zaun und zog Grace mit starken Händen hoch. Dann landete er auf der Plane, mit der die Paletten abgedeckt waren. Als er heruntersprang, war der Bug des Baggerschiffs mit ihnen auf einer Höhe. Ist jemand an der Schleuse? Branson schüttelte den Kopf. Sie darf nicht aufgehen! Er rannte los, Branson an seiner Seite. Dabei hörte er eine Kakophonie von Sirenen, die sich näherten. Sie rannten über den Kai und erreichten den Eingang zum Tor. Rote Lichter blitzten, ein lauter Warntoner klang. Als Grace den Übergang betrat, vibrierte er unter seinen Füßen. Er lief weiter, wobei das Tor unter ihm stärker und stärker ruckte. Dann hatte er die Mitte erreicht. Plötzlich hörte das Vibrieren auf. Die Tore bewegten sich nicht mehr. Er sah nach unten und entdeckte den Jungen. Der Hubschrauber war genau über ihnen und beleuchtete Tyler wie einen grotesken Gekreuzigten, unter dessen Füßen das Wasser brodete. Jede Sekunde würden ihn die Tore zerreißen. »Scheiße! Stopp die Tore!« brüllte Grace seinen Kollegen zu, während er über das Tor kletterte. Ein Ende des Seils war an einem hölzernen Knauf knapp unter der Kante befestigt. Er riss wie wild daran. Das Wasser unter ihm schäumte. Die Tore erzitterten. Dann öffnete sich der Spalt Zentimeter für Zentimeter. Branson rannte zum Kai, während sich die Tore immer weiter öffneten und stürzte auf das Gebäude der Hafenaufsicht zu. Dann spürte er, wie sich etwas um seine Beine wickelte, und er prallte mit dem Gesicht voran auf den Boden. Roy Grace zerrte an dem Seil, das mit jeder Sekunde straffer wurde. Durch das Dröhnen des Hubschraubers, den Wind und den Regen hörte er ein gedämpftes Schreien. Dann plötzlich löste sich das Seil. Der Junge stürzte ins Wasser und verschwand, während sich die Tore immer weiter öffneten. Grace sprang in das eiskalte, brodelnde Wasser. Blasen stiegen um ihn auf. Es war zehnmal kälter, als er erwartet hatte. Er tauchte auf und rang nach Luft. Vor ihm ragte wie ein Wolkenkratzer der Bug des Baggerschiffes auf, nur wenige hundert Meter entfernt. Er wollte schwimmen, doch die Strömung zog ihn wieder nach unten. Als er erneut auftauchte, wirkte er öliges, widerlich schmeckendes Wasser aus. Trotz seiner vollgesogenen Kleidung schwamm er mit aller Kraft zum anderen Ende der Schleuse, wo ein Seil vom Tor ins Wasser baumelte. Er packte es und zog mit aller Kraft daran. Kurz darauf tauchte ein schweres Gewicht aus dem Wasser auf. Grace umfing den Kopf des Jungen mit den Armen und löste mit nassen, schlüpfrigen Händen das Klebeband von seinem Mund. Sie gingen beide unter und tauchten wieder auf, wobei Grace hustete und spuckte. Alles ist gut, alles ist gut, wieder versanken sie. Als sie das nächste Mal auftauchten, hatte das Baggerschiff angehalten. Sie waren ins Scheinwerferlicht des Hubschraubers getaucht. Der Junge kämpfte in wilder Panik. Grace tastete mit den Füßen, um Halt am Schiff zu finden, wobei er den Jungen gleichzeitig festhielt. Er zitterte, klammerte sich mit der Hand an ein Schilfbündel. Der Kopf des Jungen ging unter. Er zog ihn hoch und hielt sich mit aller Kraft an den Rohren fest, die Hand fast taub vor Kälte. Inzwischen hatte sich Glenn Branson benommen herumgerollt und sah einen kleinen Mann, der zur Tür des Aufsichtsgebäudes lief. Er rappelte sich auf und stürzte sich auf ihn, als er gerade die Tür öffnen wollte. Der Mann versetzte ihm einen Schlag ins Gesicht und lief den Kai entlang. Falsche Richtung, dachte Branson. Er stolperte hinterher und vertrat dem Mann den Weg, als er gerade kehrt machen wollte. Er drängte ihn zur Kante des Kais. Der Mann täuschte eine Bewegung an, wollte an ihm vorbei, doch Branson hatte ihn schon gepackt. Der Mann zielte auf sein Gesicht. Branson wich dem Schlag gekonnt aus, trat mit links zu und setzte das rechte Bein des Mannes außer Gefecht. Im Fallen verpasste er ihm einen Schlag in die linke Niere. Er hatte nicht bemerkt, dass sie so nahe an der Kante waren, doch der Mann stürzte nach hinten und verschwand im Mahlstrom des Wassers. Einen Moment lang strich der Scheinwerfer des Hubschraubers über sie hinweg. Der Mann war verschwunden. Dann hörte er eine Stimme. »Hey! Hallo, Glenn! Wo zum Teufel bist du? Kann uns mal jemand rausholen? Na los, das ist scheiß kalt hier!« Es war der erste richtig warme Tag des Jahres. Das Thermometer stieg auf 24 Grad. Nach einem kurzen Promenadenspaziergang mit Humphrey setzten sich Roy Grace und Clio auf die Dachterrasse ihres Hauses. Grace genehmigte sich ein Glas Rosé, Clio Wasser mit Holunderblüten-Sirup, und Humphrey kaute auf einem Leckerchen. Was wird denn jetzt aus Carly Chase? Euer Verdächtiger ist vermutlich im Hafen ertrunken, und die Mutter von Tony Rivera ist auch tot, oder? Der Hafen wird von Tauchern und mit Schleppnetzen abgesucht. Allerdings ist das Wasser sehr trüb. Selbst mit Scheinwerfern ist nicht viel zu sehen. Also können sie sich nur auf Sonar und ihr Gefühl verlassen. Außerdem gibt es ziemlich starke Strömungen. Eine Leiche kann sehr schnell aufs Meer hinausgetragen werden. Was ist mit Tony Rivera's Vater? Ich habe mit Detective Investigator Lennigan in New York gesprochen. Das eigentliche Problem könnte sein Schwager sein. Ricky Giordino, der Onkel des Jungen. Lennigan vermutet, dass unter Umständen er den Killer angeheuert hat. Wir werden den Schutz für Carly Chase und ihre Familie noch eine Weile aufrechterhalten, aber ich persönlich halte die Bedrohung für ziemlich gering. Clio legte seine Hand auf ihren Bauch. Bump ist heute ganz schön aktiv. Er spürte, wie sich ihr Kind bewegte. Vielleicht, weil du Schokoladeneis gegessen hast? Du sagst immer, er würde aktiv, wenn du Schokolade isst. Vermutlich wird er deswegen auch Schokoholiker. Er? Grace grinste. Du erzählst doch immer die armen Märchen, dass es ein Junge wird, wenn man das Baby sehr hoch oben trägt oder der Bauch nach vorne steht. Sie zuckte mit den Schultern. Wir können es ohne weiteres herausfinden. Möchtest du das denn? Nein. Du denn? Letztes Mal hast du Nein gesagt. Ich werde unser Kind lieben, egal ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Ich liebe es, weil es unser Kind ist. Bist du dir ganz sicher, Roy? Willst du wirklich nicht, dass es ein Junge wird, damit er ein Actionheld wie du werden kann? Der Mann, der Höhenangst hat und auf das Dach eines Kraftwerks klettert? Der Trockenschwimmer, der in ein Hafenbecken springt und einem Jungen das Leben rettet? Er zuckte mit den Schultern. Ich bin Polizist. In meinem Job kann man seine Entscheidungen nicht immer danach treffen, wovor man Angst hat. Du liebst deinen Beruf wirklich, oder? Ich fand es nicht toll, die Leiter hinunterzusteigen. Und ich hatte eine scheiß Angst, als ich auf das Dach geklettert bin. Aber zumindest geht es dem jungen Tyler gut. Und das Gesicht seiner Mutter zu sehen, als wir sie im Krankenhaus zu ihm gebracht haben, das war schon etwas ganz Besonderes. Deshalb mache ich diese Arbeit. Ich kann mir keine andere vorstellen, bei der man so viel bewirken kann. Ich schon, sagte Clio und küßte ihn auf die Stirn. Welchen Job du auch machst, du würdest immer etwas bewirken. Du bist eben so ein Mensch. Darum liebe ich dich. Er warf ihr einen Seitenblick zu. Ehrlich? Ja. Sie trank einen Schluck. Manchmal muss ich an dich und Sandy denken. In welcher Hinsicht? Du hast mir erzählt, ihr hättet mehrere Jahre vergeblich versucht, ein Kind zu bekommen. Er nickte. Was wäre geschehen, wenn es euch gelungen wäre? Wären wir dann zusammen? Ich habe keine Ahnung. Aber eines kann ich dir sagen. Ich bin froh, dass wir zusammen sind. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Du bist mein Fels. Und du meiner. Sie drückte seine Hand. Darf ich dich was fragen? Hat Sandy dich je als ihren Felsen bezeichnet? Er umarmte sie. Nach einer Weile sagte er, Es heißt doch, die Vergangenheit sei ein anderes Land. Cleo nickte. Dann lass uns nicht mehr dorthin gehen. Er küsste sie. Gute Idee. Mittwoch, 12. Mai, 8.30 Uhr. Dies ist eine Aktualisierung zur Operation Weyelin. Seit fünf Tagen wird der Hafen von Shoreham durch die Specialist Search Unit nach dem unbekannten Verdächtigen abgesucht, der mutmaßlich ertrunken ist. Gestern wurde ein Toyota Yaris in einer Tiefe von zehn Metern aus dem Aldrington Basin geborgen, ganz in der Nähe der Stelle, an der Jörn Preece in dem weißen Lieferwagen entdeckt wurde. Das Fahrzeug trug das letzte bekannte Kennzeichen des Verdächtigen. Es wird jetzt forensisch untersucht. Duncan Crocker hob die Hand. Chef, wir haben gar nichts bezüglich des Todes von Warren Tully gehört. Hat es da irgendwelche Fortschritte gegeben? Grace gab die Frage an Potting weiter. Norman, haben Sie etwas für uns? Ich habe heute Nachmittag mit Lisa Sattrington gesprochen, Chef, und mit dem Leiter des West Area Major Crime Branch Team, das den Fall untersucht. Sie werden den ursprünglichen Verdächtigen, den Mitinsassen Lee Rogan, der Tat beschuldigen. Grace bedankte sich. Zur Zeit wird der Schutz für Carly Chase und ihre Familie noch aufrechterhalten. Ich warte auf Nachrichten aus den USA, die uns helfen zu entscheiden, wie lange und in welcher Form er fortgesetzt wird. Die Nachricht kam schneller als erwartet. Als Grace die Sitzung verließ, meldete sein Handy einen Anruf und eine Nachricht auf der Mailbox. Beide stammten von Detective Investigator Lennigan. Sobald er in seinem Büro war, rief Grace ihn zurück, wohl wissend, dass es in New York mitten in der Nacht war. Lennigan meldete sich sofort und klang hellwach. Hier geht etwas Komisches vor, Roy. Ich dachte, es könnte wichtig für Sie sein. Was ist los? Nicht, dass ich traurig wäre. Es geht um den Bruder von Fernanda Rivera, Ricky Giordino. Ich hatte Ihnen doch gesagt, dass wir in ihm den Urheber Ihrer ganzen Probleme sehen. Das stimmt. Nun, Ricky Giordino wurde vor einigen Stunden tot in seiner Wohnung gefunden. »Ziemlich üble Geschichte. Klingt wie ein Mordanschlag. Sie wissen schon, Gangster gegen Gangster. War ans Bett gefesselt. Man hatte ihm den Schwanz abgeschnitten. Er steckte in seinem Mund und war mit Klebeband befestigt. Sieht aus, als wäre er verblutet. Wer immer ihm die Eier abgeschnitten hat, hat sie wohl mitgenommen. Vor oder nach seinem Tod?« Lennigan lachte. »Nun, hoffen wir mal das Beste, wenn Sie verstehen. Was ich meine. Und ob ich Sie verstehe. Ach, da wäre noch etwas, das Sie interessieren könnte. Der Täter hat eine Videokamera laufen lassen.« Yossarian lag an seinem üblichen Platz im Schatten der Mittagssonne vor der angelehnten Terrassentür und döste. Einmal am Tag wurde er von der Frau geweckt, die ihm Futter und Wasser brachte. Er fraß, trank und döste weiter. Er vermisste seinen Partner, vermisste das Herumrennen in den Hügeln und die Tage draußen auf dem Boot, wenn er haufenweise frischen Fisch bekam. Heute aber fühlte er sich anders. Er spürte so ein Vibrieren, war aufgeregt. Alle paar Minuten wachte er auf und tappte im Haus herum, genoss ein paar Minuten lang das warme Sonnenlicht und kehrte dann in den Schatten zurück. Er war gerade wieder eingeschlafen, als die Haustür aufging. Das Geräusch klang anders, als wenn die Frau kam. Dieses Geräusch kannte er. Er wedelte mit dem Schwanz. Dann sprang er auf und stürmte wildbellend zur Tür. Sein Partner war zurück. Er streichelte ihn und Yossarian genoss es. »Hey!« »Schön, dich zu sehen, mein Junge.« »Wie ist es gelaufen?« Sein Partner stellte seinen Koffer ab und holte eine kleine weiße Plastiktüte heraus. Er ging zu dem leeren Napf neben der Terrassentür. »Ich hab dir was Leckeres mitgebracht. Eine besondere Delikatesse aus New York. Was sagst du dazu?« Yossarian schaute seinen Partner erwartungsvoll an. Dann blickte er in den Napf. Zwei kleine ovale Gegenstände fielen mit einem leisen Klatschen hinein. Er verschlang sie und schaute seinen Partner wieder an. Wollte mehr. Tuth schüttelte den Kopf. Mit Quantität hatte er nichts am Hut. Er stand auf Qualität. Das Büro des Yachtclubs Rhein-Delta war ein kleines weißes Holzgebäude am Ufer des Bodensees. Sie machten eine Woche Urlaub. Und sie hatte sich gedacht, es könnte lustig sein, einen Segelkurs zu belegen. Er hatte die Idee begeistert aufgenommen. Der durchtrainierte Mann hinter der Theke war freundlich und hilfsbereit. »Haben Sie Seglererfahrung?« Sie nickte. »Ja, mein Ex-Mann war ein begeisterter Segler. Wir sind in England gesegelt, an der Südküste vor Brighton. Und wir haben mal Flottiliensegeln in Griechenland gemacht.« »Gut.« Er lächelte und begann, ein Formular auszufüllen. »Zuerst der junge Mann. Wie alt ist er, wenn ich fragen darf?« »Er wird zehn.« »Und wann bitte?« »Nächstes Jahr im März.« Der Mann lächelte den Jungen an. »Vielleicht hast du ja die Segelgene deines Vaters geerbt.« »Oh, er hat viele Gene seines Vaters geerbt.« Sie schaute ihren Sohn an. Er zuckte mit den Schultern. »Kann sein. Keine Ahnung.« »Hab ihn nie kennengelernt.« Der Mann runzelte flüchtig die Stirn. »Na schön.« »Wenn ich nun den Namen des jungen Mannes erfahren dürfte.« Sie schrieb Bruno Lohmann auf das Formular und gab es ihm zurück. »Hat er vielleicht nur einen zweiten Vornamen? Ich brauche die vollständigen Angaben.« Sandy lächelte entschuldigend. »Ja, tut mir leid.« Dann schrieb sie Roy auf das Formular. Sie hörten »Rigor Mortis« von Peter James Aus dem Englischen von Susanne Goga-Klinkenberg Gelesen von Hans-Jürgen Stockerl »Hab ihn nicht. Untertitelung im Auftrag des ZDF-N «